Survive. Katastrophen. Wer sie überlebt und warum. Von Amanda Wibbley. Aus dem Amerikanischen von Cathy Albrecht. Einführung. Das Leben zerfließt wie geschmolzenes Metall. Am Morgen des 6. Dezember 1917, einem schönen, windstillen Tag, verließ der französische Frachter Mont Blanc langsam den Hafen der Stadt Halifax an der Ostküste Kanadas, damals einer der betriebsamsten Häfen des britischen Empires. In Europa herrschte Krieg und der Hafen von Halifax wimmelte von Schiffen, Menschen und Waffen. Die Mont Blanc lief von Richtung Frankreich aus. Sie hatte mehr als 25.000 Tonnen Sprengstoff geladen, unter anderem TNT. Als sie einen schmalen Korridor am Hafen passierte, wurde ihr Bug versehentlich von einem größeren Schiff gerammt, der Imo, die auf dem Weg nach Belgien war. Die Kollision an sich war keine Katastrophe. Die Imo konnte sogar weiterfahren. Die Besatzung der Mont Blanc aber wusste, dass sie auf einer schwimmenden Zeitbombe saß. Zunächst versuchte sie, das Feuer zu löschen. Dann drängte sie in die Rettungsboote und paddelte an Land. Einige bange Augenblicke lang trieb die Mont Blanc am Hafen. Dann stieß sie gegen die Mole, die Feuer fing. An Land liefen Kinder zusammen, um das Spektakel zu beobachten. Wie die meisten Katastrophen der Geschichte begann auch diese recht harmlos. Aber ein Unfall führte zum nächsten, bis sich die Gefahrenzone mitten in die Bevölkerung geschoben hatte. Etwa 20 Minuten nach der Kollision explodierte die Mont Blanc und schleuderte schwarzen Regen, Eisenteile, Feuer und schneidende Windböen über die Stadt. Es war die bis dahin größte Bombendetonation der Geschichte. Die Wucht der Explosion brachte noch in 100 Kilometern Entfernung Fensterscheiben zum Bersten. Durch die herumfliegenden Glassplitter erblindeten mehr als tausend Menschen. Eine durch die Explosion ausgelöste Flutwelle überschwemmte die Küstenregion. Das Feuer begann sich in der Stadt auszubreiten. Im Hafen verwandelte sich eine schwarze Säule aus Feuer und Rauch in eine weiße, pilzförmige Wolke. Überlebende fielen bei ihrem Anblick auf die Knie, denn sie waren überzeugt, einen deutschen Zeppelin am Himmel gesehen zu haben. Zum Zeitpunkt der Explosion saß zufällig der anglikanische Pfarrer und Wissenschaftler Samuel Henry Prince in einem Restaurant am Hafen und frühstückte. Er kam zu Hilfe und öffnete seine Kirche als Versorgungsstation. Kurioserweise war es der zweite Katastrophenfall, den Prince innerhalb von fünf Jahren miterlebte. Er hatte schon bei einem anderen Unglück geholfen, im Jahr 1912, als ein Ozeanriese namens Titanic gut 500 Meilen vor der Küste von Halifax sank. Damals hatte Prince im eiskalten Wasser gestanden und die Verstorbenen gesegnet. Prince gehörte zu den Menschen, die über Dinge staunen können, an die andere lieber gar nicht erst denken. An diesem schrecklichen Tag der Explosion sah er verblüfft, wie Männer und Frauen primitive Operationen auf den Bürgersteig ohne erkennbare Schmerzen über sich ergehen ließen. Und wie war es möglich, dass ein junger Soldat den ganzen Tag überschuftete, obwohl er bei dem Unglück ein Auge verloren hatte? Andere Leute hatten Halluzinationen. Warum erkannten Eltern ihre eigenen Kinder im Krankenhaus nicht? Vor allem dann nicht, wenn sich diese in der Leichenhalle befanden. Warum waren es am Morgen der Explosion ausgerechnet Schauspieler, die als erste eine Versorgungsstation aufbauten? Solche kleinen Details nagten an Prince. In der folgenden Nacht fegte ein Schneesturm über die Stadt, quasi als letzter Akt der Tragödie. Als die Katastrophe über dem Land veräbbt war, waren 1963 Menschen umgekommen. In dem Film, der nach der Explosion gedreht wurde, sieht Halifax aus wie nach einem Atombombenangriff. Häuser, Bahnhöfe und Kirchen liegen wie Mikado-Stäbe auf dem schneebedeckten Boden. Schlitten sind mit Stapeln von Leichen beladen. Hier fanden sich zu einem einzigen Schrecken verbunden die gesammelten Gräuel von Krieg, Erdbeben, Feuer, Hochwasser, Hungersnot und Unwetter. Ein Zusammenwirken, wie es in der Geschichte der Menschheit noch nie vorgekommen ist, schrieb Prince. Später untersuchten Wissenschaftler beim Bau der Atombombe die Explosion von Halifax, um zu ermessen, wie eine solche Detonation über Wasser und Land zieht. Nachdem er beim Wiederaufbau von Halifax geholfen hatte, zog Prince nach New York, um Soziologie zu studieren. Für seine Dissertation an der Columbia University dekonstruierte er die Explosion von Halifax. Die Schrift Katastrophe und sozialer Wandel erschien 1920 und war die erste systematische Analyse menschlichen Verhaltens in einem Katastrophenfall. Das Leben zerfließt wie geschmolzenes Metall, schrieb er. Alte Sitten verfallen und es herrscht Unsicherheit. Was sein Werk so ansprechend macht, ist sein Optimismus. Ungeachtet einer gewissen Manie für Bestattungen, betrachtete er Katastrophen als Chancen und eben nicht, wie er es ausdrückte, als Verkettung von unglücklichen Umständen, die eines Tages in einem endgültigen Schicksalsschlag gnädig endet. Er war Priester, aber er war eindeutig fasziniert von der industriellen Entwicklung. Letztlich hatte die grauenvolle Explosion Halifax ins 20. Jahrhundert getrieben, indem sie etliche Veränderungen erzwang, die sich als positiv erwiesen. Seine Dissertation begann mit einem Zitat des heiligen Augustinus. Diese grässliche Katastrophe ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Geschichte endet nicht so. Es sind neue Kapitel, die auf diese Weise beginnen. Nach Prinz Tod erloscht das Interesse an menschlichen Verhalten bei Katastrophen. Dann aber, mit dem Beginn des Kalten Krieges und neuen Ängsten vor der Reaktion der Massen auf potenzielle Nuklearangriffe, erwachte es zu neuen Leben. Nach dem Fall des Kommunismus stagnierte es wieder, bis zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Prinz schien geahnt zu haben, dass die Menschen sich mit Gefahren lieber nicht befassen wollten. Er schrieb, dieser kleine Band über Halifax möge einen Anfang darstellen. Und er bat inständig, ihn nicht das Ende sein zu lassen. Wissen wird sich erst dann zur Wissenschaft auswachsen, wenn viele Katastrophen auf das Gründlichste untersucht worden sind. Der Rest des 20. Jahrhunderts würde dafür reichlich Material liefern. Die meisten von uns haben sich schon einmal vorgestellt, wie es wohl wäre, einen Flugzeugabsturz, einen Brand oder ein Erdbeben zu erleben. Wir malen uns aus, was wir tun und was wir vergessen würden, wie sich das Herzklopfen anfühlen würde, wen wir in unseren letzten Minuten anrufen würden und ob wir uns plötzlich gezwungen fühlten, die Hand des Geschäftsmannes auf dem Nebensitz zu ergreifen. Wir haben Ängste, zu denen wir offen stehen und solche, über die wir nie sprechen. Wir tragen diesen halbfertigen Satz mit uns herum, den wir je nach Szenario vervollständigen, abhängig von der gerade vorherrschenden Angst. Was würde ich tun, wenn? Denken Sie einen Moment lang über die Geschichten nach, die wir alle auswendig kennen. Wenn ich Katastrophen sage, denken viele an Panik, Massenhysterie und Brutalität im Sinne von jeder ist sich selbst der Nächste. An eine wahre Orgie der Zerstörung, die nur durch den ordnenden Einfluss der Rettungsmannschaften gebändigt wird. Doch alles Beweismaterial von Prince bis heute straft dieses Szenario Lügen. Die Realität ist sehr viel interessanter und sie stimmt hoffnungsvoll. Prince fand in Halifax heraus, dass sich unser individuelles Verhaltensmuster bei Katastrophen manchmal stark von dem unterscheidet, was wir erwarten. Das bedeutet jedoch nicht, dass unser Verhalten uns ein Rätsel bleiben muss. Es bedeutet nur, dass wir noch nicht an der richtigen Stelle nachgeforscht haben. Was Überlebende Ihnen vermitteln möchten Dieses Buch entstand auch für mich unerwartet. Im Jahr 2004, als ich für die Zeitschrift Time über den dritten Jahrestag der Anschläge vom 11. September berichtete, beschloss ich, Kontakt mit einigen Überlebenden aufzunehmen. Ich fragte mich, wie es ihnen wohl ging. Im Gegensatz zu den Familien der Opfern hatten die meisten Überlebenden die Öffentlichkeit gemieden. Sie hatten das Gefühl, Glück gehabt zu haben, fühlten sich schuldig oder gezeichnet, sodass sie lieber kein Aufsehen erregen wollten. Es gab über Zehntausende dieser Überlebenden, Menschen, die eines Morgens zur Arbeit in einem Hochhaus gegangen waren und dann etliche Stunden darum gekämpft hatten, wieder hinauszukommen. Ich wollte wissen, wie ihr Leben seitdem verlaufen war. Also wandte ich mich an das World Trade Center Survivors Network, eine der ersten Selbsthilfegruppen, die entstanden waren und mittlerweile auch die größte. Sie luden mich zu einem ihrer regelmäßigen stattfindenden Treffen ein, in einem mit Neonlicht beleuchteten Büroetage, hoch oben über dem Lärm des Times Square. Als ich an dem entsprechenden Abend mit dem Aufzug dort hinauf fuhr, bereitete ich mich innerlich darauf vor, einem Austausch von Trauerbekundungen beizuwohnen. Nach dem 11. September hatte ich unendlich viele Geschichten gehört. Jede Witwe, jeder Feuerwehrmann, jedes Opfer hatte seine ganz eigene Tragödie zu erzählen und ich kann heute noch alle Interviews, die ich damals geführt habe, beinahe wortwörtlich wiedergeben. Der Schmerz in dieser Stadt schien schier bodenlos. Das Treffen verlief aber ganz anders, als ich erwartet hatte. Diese Leute hatten ein Ziel, sie wollten ihr Wissen weitergeben. Bevor es zu einem weiteren Terroranschlag kam. Der Raum war erfüllt von Dringlichkeit. Die Überlebenden kamen aus den verschiedensten Stadtteilen und Berufsgruppen und waren von unterschiedlichster ethnischer Herkunft. Aber sie sagten alle sehr ähnliche und für mich überraschende Dinge. Sie hatten an diesem einen Morgen so viel erlebt und fragten sich, warum niemand sie darauf vorbereitet hatte. Ein Mann schlug sogar vor, eine Vortragsreihe zu starten, um die Menschen darin zu schulen, wie man aus einem Hochhaus entkommen kann. Wir waren ja die Ersthelfer, sagte eine Frau. Eine Teilnehmerliste für die Planung von Vorträgen machte die Runde. Während ich sie beobachtete, wurde mir klar, dass diese Leute Einblick in einen Teil der Natur des Menschen erhalten hatten, den die meisten von uns nie sehen. Wir machen uns Sorgen über die schrecklichen Dinge, die uns zustoßen könnten. Aber wie sich eine solche Situation tatsächlich anfühlt, wissen wir nicht. Ich fragte mich, was genau die Überlebenden erfahren hatten. Ich begann, Geschichten von Überlebenden anderer Katastrophen zu recherchieren. Die Übereinstimmungen waren frappierend. Menschen, die Schiffsunlücke, Flugzeugabstürze und Flutkatastrophen erlebten, schienen alle dieselben geheimnisvolle Metamorphose zu durchlaufen. In mancher Hinsicht reagierten sie viel besser als erwartet, in andere aber erheblich schlechter. Ich wollte wissen, warum das so war. Was spielt sich in unseren Gehirnen ab, dass wir so anders handeln als erwartet? Sind wir kulturell konditioniert, bei Schiffsumglücken unser Leben für Fremde aufs Spiel zu setzen? Sind wir durch die Evolution darauf programmiert, in Notfällen in Schockstarre zu verfallen? Meine Suche nach Antworten führte mich durch die ganze Welt. Nach England, wo man schon lange das Verhalten bei Bränden untersucht. Nach Israel, wegen seiner Traumapsychologen und der großen Erfahrung in der Terrorismusabwehr. Zurück in die USA, wo ich an simulierten Flugzeugabstürzen und Bränden teilnahm und Einblick in die Gehirnforschung des Militärs erhielt. Ein Buch über Katastrophen zu schreiben, mag manchen Leser voyeuristisch oder düster erscheinen. Und manchmal war es das auch. Tatsächlich aber hat mich dieses Thema gefangen genommen, weil es mir Hoffnung gab. Wenn man so viel Zeit damit verbringt, über Tragödien zu schreiben, fängt man irgendwann an, nach Halt zu suchen. Ich wusste zwar, dass man nicht alle Katastrophen verhindern kann, aber mir war klar, dass es sinnvoll ist, sich auf sie vorzubereiten und darauf hinzuarbeiten, die Opferzahlen so gering wie möglich zu halten. Natürlich sollte man Rauchmelder installieren und Versicherungen abschließen, aber das beruhigt uns im Grunde auch nicht. Als ich den Überlebenden zuhörte, hatte ich das Gefühl, wir alle säßen in der Generalprobe eines Theaterschüks, ohne unseren Text gelernt zu haben. Unsere Regierung hatte uns zwar eingeschärft, auf alles gefasst zu sein, aber sie hatte uns nicht gesagt, warum. In New Orleans habe ich nach dem Hurricane Katrina mehr von ganz normalen Bürgern gelernt, als bei meinen Berichterstattungen über die Konferenzen des Heimatschutzes. In Feuerwachen und Hirnforschungszentren erfuhr ich, dass wir eine etwas größere Überlebenschance haben, wenn wir vor dem Eintreten einer Katastrophe unsere individuellen Reaktionsmuster kennen. Zumindest aber tilgen wir so ein paar weiße Flecken aus unserer Fantasie und lüften einige Geheimnisse über uns selbst. Ich rechne dir nicht damit, dass ich meine neuen Erkenntnisse so bald brauchen würde, denn normalerweise komme ich erst dann zum Schauplatz einer Katastrophe, wenn alles vorbei ist. Nicht, wenn es noch bebt und brennt, sondern wenn Bedauern ausgedrückt wird und man sich gegenseitig beschuldigt. Aber daran hatte ich mich getäuscht. Aus psychologischer Sicht ist nämlich jeder Tag unseres Lebens voll von kleinen Notfallübungen. Ironischerweise bin ich heute, nachdem ich dieses Buch über Katastrophen geschrieben habe, weniger ängstlich. Ich kann Risiken sehr viel besser einschätzen, seitdem ich meine ureigene, verzerrte Form der Furcht verstehe. Nachdem ich etliche Flugzeugabstürze studiert habe, bin ich beim Fliegen wesentlich entspannter. Und egal wie viele Warnungen vor unmittelbaren Bedrohungen ich in den Fernsehnachrichten sehe, mit denen man uns Angst machen will, bin ich doch ziemlich ruhig, weil ich den Super-GAU bereits gesehen habe. Am Ende stellt man fest, dass die Realität im Regelfall gar nicht so schlimm ist wie der Albtraum. Das Problem mit den Rettungshunden. Gespräche über Katastrophen waren schon immer von Angst und Aberglauben beeinflusst. Nach dem Hurricane Katrina im Jahr 2005 sagte Wayne Neggin, der Bürgermeister von New Orleans, dass Gott aufgrund des Einmarschs in den Irak wütend auf Amerika sei und auch auf die Schwarzen, weil sie nicht auf sich Acht gegeben hätten. So unausgegoren diese Zeilen auch sind. Neggings Impuls, dem Chaos Bedeutung beizumessen, ist verständlich. Wenn sich um ein Ereignis Geschichten entspinnen, ist das immer der Beginn einer Besserung. Allerdings werden dabei manchmal wichtige Nebenhandlungen ausgelassen. In Büchern und offiziellen Berichten wurde die Tragödie von Katrina zu Recht den Politikern, der Armut und der maroden Infrastruktur zulast gelegt. Es hätte aber noch eine weitere Diskussion geführt werden müssen. Nicht über Schuldzuweisungen, sondern über Erkenntnisse. Was haben ganz normale Leute vor, während und nach dem Sturm gemacht? Warum? Und was hätten sie besser machen können? Wir neigen dazu, Katastrophen als Schicksalsschläge oder von Regierungen verursacht anzusehen. Normale Leute kommen in diesem Denkschema nur als Opfer vor. Das ist bedauerlich, denn die ganz normalen Leute sind auf einem Katastrophenschauplatz die wichtigsten Menschen, und zwar jedes Mal. Ein Beispiel. Im Jahr 1992 kam es in Guadalajara, der zweitgrößten Stadt Mexikos, durch ein Leck in einer Gasleitung zu einer Reihe von Explosionen in der Kanalisation. Die Gewalt von unten zerriss ganze Stadtviertel Block für Block. Von 10.30 Uhr an rissen mindestens neun einzelne Explosionen einen zerklüfteten Graben von gut 1,5 Metern Kilometer Länge auf. Fast 300 Menschen kamen dabei ums Leben. Mehr als 5.000 Häuser wurden dem Erdboden gleichgemacht. Die mexikanische Armee wurde herbeigeordert. Rettungstrupps aus Kalifornien eilten zu Hilfe. Such- und Rettungshundestaffeln wurden angefordert. Aber als erste, noch bevor die Rettungsmannschaften eintrafen, waren ganz normale Bürger zur Stelle und retteten einander. Diese Menschen vollbrachten Unglaubliches. Sie bargen Überlebende mit Hilfe von Wagenhebern aus den Trümmern. Mit Gartenschläuchen pumpten sie Luft in Kammern, in denen Verschüttete lagen. Wie in den meisten Katastrophenfällen wurde auch hier der Großteil der Rettungsaktionen von ganz normalen Leuten durchgeführt. Und zwar in den ersten zwei Stunden. Danach wurden nur noch sehr wenige Überlebende geborgen. Die Such- und Rettungshunde trafen übrigens erst 26 Stunden nach der Explosion ein. Erst wenn eine Katastrophe eintritt, erkennen die Bürger, wie wichtig sie tatsächlich sind. Wussten sie beispielsweise, dass man die meisten ernsten Flugzeug und Lücke überleben kann? In diesem Punkt ist die Statistik eindeutig. Von allen Passagieren, die zwischen 1983 und 2000 in ernste Flugzeug und Lücke verwickelt waren, haben 56 Prozent überlebt. Als Ernst wird vom National Transport Safety Board ein Unfall bezeichnet, bei dem es sowohl Feuer als auch schwere Verletzungen und erheblichen Schaden am Flugzeug gibt. Dabei hängt das Überleben des Einzelnen oft von seinem eigenen Verhalten ab. All dies ist der Luftfahrtindustrie seit langem bekannt. Aber die meisten Leute haben davon keine Ahnung, ehe sie einen Flugzeugabsturz überlebt haben. Seit dem 11. September hat die US-Regierung mehr als 23 Milliarden Dollar für den Heimatschutz an Städte und Länder überwiesen. So gut wie nichts von diesem Geld wurde dazu verwendet, Bürger wie sie und mich auf vernünftige Weise einzubeziehen. Warum sagt man den Leuten nicht, was zu tun ist, wenn das Land unmittelbar von Terroranschlägen bedroht ist, statt ihnen einfach nur Angst zu machen? Warum hat jeder Feuerwehrmann in der Kleinstadt Casper in Wyoming einen Schutzanzug für Gefahrgutunfälle im Wert von 1.800 Dollar, aber keiner von uns hat eine Liste mit den statistisch häufigsten Gefahren, denen wir tatsächlich ausgesetzt sind und dazu einen klugen und kreativen Plan, wie man damit umgeht. Im ganzen Land haben wir Ausrüstungen der professionellen Rettungskräfte verstärkt. Deshalb sind unsere Erwartungen an diese tapferen Männer und Frauen auch sehr hoch. Allerdings sind wir, wenn alles schief geht, ganz auf uns allein gestellt. Und je größer die Katastrophe, umso länger sind wir allein. Keine Feuerwehr kann überall gleichzeitig sein, egal wie gut sie ausgestattet ist. Bei den Terroranschlägen vom 7. Juli 2005 in London auf Busse und U-Bahnen starben 52 Menschen. Das engmaschige Überwachungssystem der Stadt wurde später überall gelobt, weil es in den nachfolgenden Untersuchungen sehr hilfreich war. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass die ganze Technik den Passagieren in den Zügen wenig nützte. Der offizielle Bericht kam zu einer umfassenden, grundlegenden Erkenntnis. Die Notfallpläne waren so konzipiert, dass sie zwar den Bedürfnissen der Sicherheitsbeauftragten entsprachen, aber nicht denen der Reisenden. Die Passagiere in den Zügen hatten keine Möglichkeit, dem Lokführer mitzuteilen, dass es eine Explosion gegeben hatte. Und sie hatten Schwierigkeiten, die Züge zu verlassen, denn die Türen waren nicht so konzipiert, dass sie von den Passagieren geöffnet werden konnten. Sie fanden auch keine Erste-Hilfe-Koffer, um die Verwundeten zu behandeln. Es stellte sich heraus, dass diese Koffer in den Büros der U-Bahn-Überwachung lagen, nicht in den Zügen. Auf sein Glück kann man sich nicht verlassen. Es gibt ein zentrales Problem, dem dieses Buch gewidmet ist. Wir flirten heute absolut schamlos mit dem Risiko, indem wir Wolkenkratzer in der Zugrichtung von Hurricanes und Neubausiedlungen in erdbebengefährdeten Gebieten errichten. Auch das ist ein Grund dafür, dass die Anzahl der Katastrophenfälle und ihre Kosten gestiegen sind. Aber in dem gleichen Maße, wie wir immer imposantere Gebäude und Flugzeuge konstruieren, tun wir immer weniger, um uns und andere auf Notfälle vorzubereiten. Wie konnte es dazu kommen? Je mehr ich erfuhr, desto öfter fragte ich mich, inwieweit unsere positiven wie negativen Überlebensreaktionen tatsächlich evolutionär bedingt sind. Unsere Entwicklung zielt darauf ab, Raubtieren zu entkommen, aber nicht aus Häusern, die 400 Meter in den Himmel ragten. Hat die Technologie unsere Überlebensstrategien einfach überholt? Es gibt zwei Arten von Evolution, eine genetische und eine kulturelle. Beide formen unser Verhalten, doch die kulturelle Evolution ist weitaus schneller fortgeschritten. Wir haben mittlerweile viele Möglichkeiten, Instinkte zu entwickeln. Wir können nämlich lernen, Dinge besser oder schlechter zu machen. Wir können das Wissen darüber, wie man mit den Risiken der heutigen Zeit umgeht, ebenso leicht weitergeben wie unsere Sprache. Damit stellt sich dann die Frage, wieso wir uns so schwer damit tun, bessere Überlebensstrategien in unsere Kultur zu integrieren. Eine Antwort darauf ist Globalisierung. Es gehört zu den Worten, die so oft für alles Mögliche herhalten müssen, dass sie ihre eigentliche Bedeutung schon verloren haben. Zum Teil rührt das daher, dass dieses Wort so viel beinhaltet, auch an sich widersprüchliche Vorstellungen. In den letzten 200 Jahren haben wir uns immer weiter von unseren Familienverbänden und Gemeinden gelöst. Zugleich werden wir aber auch immer abhängiger voneinander und von der Technik. Paradoxerweise stehen wir in dieser Co-Abhängigkeit aber ganz alleine da. Mehr als 80 Prozent aller Amerikaner leben heute in Städten oder deren Umland und verlassen sich auf ein ausgedehntes Netzwerk von öffentlichen und privaten Einrichtungen, um an Lebensmittel, Wasser, Strom, Verkehrsmittel und Medikamente zu gelangen. Kaum etwas stellen wir noch selbst her. Daher wirkt sich ein Unglücksfall, der eine bestimmte Gruppe von Menschen trifft, mit größerer Wahrscheinlichkeit als je zuvor auch auf andere aus. Obwohl wir aber voneinander abhängiger geworden sind, haben wir uns gleichzeitig auch gelöst, und zwar aus sozialen Netzwerken und Traditionen. Dies stellt einen Bruch mit unserer Evolutionsgeschichte dar. Die Menschen und ihre entwicklungsgeschichtlichen Vorfahren haben den größten Teil der letzten paar Millionen Jahre in kleinen Familiengruppen gelebt. Wir haben uns entwickelt, indem wir unsere Gene wie auch unser Wissen von Generation zu Generation weitergegeben haben. Heute aber vernachlässigen wir die sozialen Bindungen, die uns bisher vor Gefahren geschützt haben. Ersetzt haben wir sie durch neue Technologien, die allerdings nur manchmal funktionieren. Im Mai 1960 beispielsweise wurde das stärkste Erdbeben der Geschichte vor der Küste Chiles gemessen. Dabei kamen 1000 Menschen ums Leben. Glücklicherweise sprang das automatische Warnsystem auf Hawaii an und zehn Stunden bevor der Tsunami die Insel erreichte, heulten die Sirenen. Die Technik funktionierte nach Plan. Es stellte sich allerdings heraus, dass die meisten Leute, die die Sirenen hörten, die Gebäude dennoch nicht verließen. Sie wussten nämlich nicht, was der Alarm bedeuten sollte. Manche glaubten, sie würden lediglich gewarnt und sollten weitere Informationen abwarten. Das Warnsystem war da, aber nicht die dazugehörigen Regeln. Insgesamt starben an diesem Tag auf Hawaii 61 Menschen. Es ist schwer, die genauen Beweggründe für unser Handeln in Extremsituationen festzumachen. Die folgenden Kapitel bieten uns die Gelegenheit, verschiedene Hypothesen an realen Katastrophenfällen zu prüfen. Ich habe versucht, dem Drang zu widerstehen, alles zu einer einzigen Geschichte zu vermengen. Aber auch in der Vielfalt treten einfache Grundsätze zutage. Je öfter ich mit Überlebenden von Katastrophen sprach, desto klarer wurde mir, dass die Lösungen dieser Probleme nicht kompliziert sein mussten. Sie waren eher sozialer denn technischer Natur. Und einige waren geradezu altmodisch. Doch bevor wir uns selbst retten können, müssen wir verstehen, wie unser Gehirn in Katastrophenfällen reagiert. Zunächst sollte man sich jedoch klarmachen, dass die Mehrheit der Menschen in der westlichen Welt nicht durch Katastrophen ums Leben kommt. Die meisten sterben an Krankheiten, die von innen angreifen, nicht durch Gewalt von außen. An Alzheimer beispielsweise sterben mehr Menschen als bei Bränden. Und selbst wenn ihr persönlicher Abgang besonders spektakulär ausfällt, wird er vermutlich nicht durch eine Katastrophe verursacht. Es ist viel wahrscheinlicher, an einer Lebensmittelvergiftung zu sterben, als durch Ertrinken. Andererseits ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie auf die eine oder andere Weise von einer Katastrophe betroffen sein werden. Im August 2006 befragte Time Magazine 1.000 Amerikaner und etwa die Hälfte gab an, schon einmal eine Katastrophe oder eine Notsituation im öffentlichen Raum erlebt zu haben. Tatsächlich leben 91 Prozent aller Amerikaner in Gebieten, wo das Risiko, ob vor eines Erdbebens, Hulkanausbruchs, Waldbrands, Hurricanes, Hochwassers, Sturmschadens oder Terroranschlags zu werden, mäßig bis hoch ist. Traditionell benutzt man das Wort Katastrophe für Unglücksfälle, bei denen die Zahl der Toten und der Materialverluste sehr hoch ist. Sie werden feststellen, dass ich in diesem Buch auch auf Unglücke eingehe, die streng genommen nicht zu dieser Kategorie gehören. Autounfälle oder Schießereien zum Beispiel. Ich wollte diese alltäglichen Tragödien aber aus zwei Gründen dabei haben. Erstens, weil das menschliche Verhalten dasselbe ist. Egal, ob sie mit einem Kreuzfahrtschiff oder mit einem Kleinwagen unterwegs sind. Wir können, so seltsam das vielleicht klingt, erfahren, wie wir uns im Falle eines Erdbebens verhalten, wenn wir beobachten, wie wir bei einem Überfall reagieren und umgekehrt. Autounfälle und Amokläufe sind, ebenso wie Flugzeugabstürze, moderne Katastrophen, für die wir entwicklungsgeschichtlich nicht gerüstet sind. Der zweite Grund, den Begriff der Katastrophe weiterzufassen, ist der, dass sich viele kleine Tragödien zu einer Katastrophe summieren. Zusammengenommen sterben bei Autounfällen in den USA pro Jahr 40.000 Menschen. Statistisch gesehen kennt jeder Leser dieses Buchs jemanden, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Durch Schusswaffen sterben in den USA jedes Jahr weitere 30.000 Menschen. Für den Freundes- oder Familienkreis, in dem nun ein Loch klafft, macht es keinen Unterschied, ob ein Mensch durch eine Schusswaffe oder eine große Katastrophe umgekommen ist. Nur, dass in ersteren Fall nicht das ganze Land davon erfährt. Ich fasse den Begriff also weit, um jede Art von Unfällen einzubeziehen, bei der viel zu viele Menschen sterben. Eine letzte Warnung noch. Katastrophen sind vorhersehbar, das Überleben allerdings nicht. Niemand kann ihnen ein Entkommen garantieren. Wenn das Leben und der Tod so einfach wären, dann wäre dieses Buch bereits vor langer Zeit geschrieben worden. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir unser Leben bewusst in Ungewissheit fristen sollten. Halten wir uns an das, was der Schriftsteller und Journalist Hunter S. Thompson sagt, bete zu Gott, aber halte dich von den Klippen fern. Wir müssen unsere Urpersönlichkeit kennenlernen, weil diese in Krisensituationen das Steuer übernimmt und auch in unserem Alltag hin und wieder auftaucht. Sie bildet den Kern dessen, was wir sind. Peter Hancock, der das menschliche Verhalten seit mehr als 20 Jahren für das US-Militär erforscht, sagt, wenn ein Ingenieur etwas über die Eigenschaften des Produkts erfahren möchte, das er gerade entwickelt, dann mutet er ihm sehr viel zu. Mit Menschen ist es genauso. Wenn man wissen möchte, wie man unter normalen Bedingungen funktioniert, bringt es sehr viel zu untersuchen, wie man unter Stress reagiert. Wir können unser Gehirn ohne großen Aufwand so trainieren, dass es unter Stress schneller und vielleicht auch rationaler funktioniert. Wir haben mehr Kontrolle über unser Schicksal, als wir denken. Und wir sollten aufhören, uns selbst zu unterschätzen. Das Wissen ist nämlich da. In Laboren und in Schießständen gibt es Menschen, die genau wissen, was mit unserem Körper und unserem Geist geschieht, wenn wir unter extremer Belastung stehen. Wissenschaftler, die die Angstreaktion des Gehirns untersuchen, sehen, welche Teile des Gehirns bei Stress aktiviert werden. Beim Militär führen Forscher groß angelegte Untersuchungen durch, um bereits im Vorfeld zu erfahren, wer im Krisenfall zusammenbricht und wer über sich hinauswächst. Polizisten, Soldaten, Autorennfahrer und Hubschrauberpiloten werden geschult, sich auf ungewöhnliches Verhalten in Krisenfällen einzustellen. Sie wissen, dass es dafür zu spät ist, wenn die Krise schon da ist. Und es gibt die Überlebenden von Katastrophen, Augenzeugen, die die Stimmen der Opfer wiedergeben. Sie waren dabei. Sie saßen direkt neben ihnen und sahen, was die Opfer sahen. Später verbringen die Überlebenden einen Teil ihres Lebens damit, zu überlegen, warum sie überlebt haben und andere nicht. Sie haben Glück gehabt. Auf sein Glück kann man sich allerdings nicht verlassen. Aber fast alle Überlebenden, die ich kennengelernt habe, sagten, es gäbe einige Dinge, die sie gern vorher gewusst hätten. Dinge, die sie an sie weitergeben möchten. Unglücklicherweise sprechen all diese Menschen kaum miteinander. Flugsicherheitsexperten tauschen ihre Erfahrungen nicht mit Neurowissenschaftlern aus. Leiter von Spezialkräften verbringen kaum Zeit mit Hurricane-Opfern. Und kaum einer von ihnen hat die Gelegenheit, sein Wissen an die ganz gewöhnlichen Menschen weiterzugeben. Das bedeutet, dass diese Erkenntnisse in einer Art Blackbox der Menschheitserfahrung verschlossen liegen bleiben. Dieses Buch taucht in die Blackbox ein und berichtet von dort. Es ist kein Buch über Katastrophenbewältigung, sondern es geht darum, was nach einer Katastrophe passiert, noch bevor Polizei und Rettungsmannschaften eintreffen, bevor die Reporter auftauchen und bevor Ordnung in das Chaos gebracht wird. Dies ist ein Buch über den Überlebensbogen, den wir alle durchlaufen müssen, um aus der Gefahr heraus und in Sicherheit zu gelangen. Der Überlebensbogen Bei jeder Art von Katastrophe beginnen wir an etwa denselben Punkt und durchlaufen drei Phasen. Die erste Phase ist die der Verleugnung. Außer in ganz furchtbaren Fällen neigen wir zu einer besonders kreativen und mutwilligen Form der Verleugnung. Manchmal äußert sie sich als Verzögerungstaktik, was, wie in einigen Fällen am 11. September, tödlich sein kann. Aber warum tun wir das, wenn es so gefährlich ist? Welche andere Funktion hat die Verleugnung? Wie lange wir es aufschieben zu handeln, hängt zum großen Teil davon ab, wie hoch wir das Risiko einschätzen. Diese Einschätzung wiederum hängt weniger von den Tatsachen als von einem vagen Gefühl von Furcht ab, wie wir in Kapitel 2 am Beispiel eines Mannes sehen werden, der in New Orleans auf den Hurricane Katrina wartete. Wenn wir den anfänglichen Schock der Verleugnungsphase überwunden haben, treten wir in die zweite Phase des Überlebensbogens ein, das Überlegen. Wir erkennen, dass irgendetwas furchtbar schief läuft. Aber wir wissen nicht, was wir dagegen tun können. Wie sollen wir uns entscheiden? Zuallererst müssen wir uns klar machen, dass in diesem Moment nichts normal ist. Wir denken und fühlen anders. Wir werden zu Superhelden mit Ladehemmungen. Kapitel 3 beschreibt die Beschaffenheit der Angst. Am Beispiel eines Diplomaten, der während einer Cocktailparty als Geisel genommen wurde. Es gibt auch Zeiten, da die Angst ihre guten Seiten hat, sagt Daya Shilos. Sie muss einen wachsamen Sitz im Lenken des Herzens wahren. Für jedes Geschenk jedoch, das unser Körper uns in einer Krisensituation macht, nimmt er uns mindestens eine Fähigkeit weg. Manchmal die Kontrolle über unsere Blase, manchmal das Sehen. Uns allen ist eine grundlegende Angstreaktion gemein. Aber warum schaffen es manche Menschen, aus einem brennenden Haus zu entkommen und andere nicht? In Kapitel 4 geht es um die Belastbarkeit, das Elixier des Überlebens. Wer hat es? Spielt die Geschlechtszugehörigkeit eine Rolle? Die Persönlichkeit oder die ethnische Herkunft? Fast niemand erlebt eine Katastrophe allein. Deshalb geht es in Kapitel 5 um das Gruppendenken, den Einfluss der anderen auf unsere Entscheidungen. Wie gut eine Gruppe funktioniert, hängt zum Großteil davon ab, wer dazugehört. Mit wem wir zusammenleben und arbeiten, kann einen Unterschied machen. Schließlich gelangen wir zur dritten Phase des Überlebensbogens, dem entscheidenden Moment. Wir haben erkannt, dass wir in Gefahr sind, haben die Möglichkeiten abgewogen. Jetzt handeln wir. Zunächst schauen wir uns die Ausnahme an. Kapitel 6 handelt von der Panik, dem am häufigsten missverstandenen Verhalten im Katastrophenfall. Wodurch wird eine Panik ausgelöst? Und wie fühlt es sich an, davon mitgerissen zu werden? Viele, wenn nicht sogar die meisten Menschen, neigen dazu, bei einer Katastrophe komplett abzuschalten. Das genaue Gegenteil von Panik. Sie erschlaffen und scheinen nichts mehr wahrzunehmen. Diese Lähmung kann aber auch Ausdruck einer unbewussten Strategie sein. In Kapitel 7 sehen wir die schlimmsten Schießereien in der Geschichte der USA. An der Technischen Universität von Virginia, mit den Augen eines Studenten, der Glück hatte, weil er einfach gar nichts tat. Als nächstes sehen wir uns das Gegenteil des Nichthandels an. Kapitel 8 beschäftigt sich mit dem Thema Helden. Gibt es eine entwicklungsgeschichtliche Erklärung dafür, dass ein junger Mann in einen zugefrorenen Fluss springt, um fremde Menschen zu retten? Zum Schluss erweitern wir unseren Horizont. Was können wir tun, um unsere Überlebenschancen zu erhöhen? Wir lernen außergewöhnliche Menschen kennen, die anderen beigebracht haben, wie man überlebt. Und zwar anhand der Funktionsweise unseres Gehirns. Es sind einzelne Menschen, die die Bevölkerung ganzer Städte gelehrt haben, sich vor Tsunamis zu retten und die die Angestellten von Großunternehmen schulten, aus einem Wolkenkratzer zu entkommen. Die drei chronologischen Phasen, Verleugnung, Überlegung und der entscheidende Moment, bilden die Struktur dieses Buches. Das wahre Leben folgt natürlich meist keinem linearen Bogen. Manchmal gleicht der Weg zum Überleben einer Achterbahn mit Looping, in dem er sich krümmt und dann wieder in sich zusammenfällt, während wir nach einem Anhaltspunkt suchen. In jedem Abschnitt werden wir auch auf die anderen Phasen Bezug nehmen, denn leider gibt es in solchen Situationen keinen allgemeingültigen Ablaufplan. Allerdings kommt es nur sehr selten vor, dass jemand eine Katastrophe überlebt, ohne all diese Phasen mindestens einmal durchlaufen zu haben, aus eigenem Antrieb oder mithilfe von anderen. Auf unserer Reise durch die Blackbox werde ich es in ein Treppenhaus im World Trade Center mitnehmen, auf ein sinkendes Schiff in der Ostsee und ihnen den Weg aus einem brennenden Flugzeug zeigen, der die Sichtweise von Sicherheitsexperten über Passagiere grundlegend verändert hat. Der Sinn all dieser Szenarien besteht darin, zwei Fragen zu beantworten. Was passiert mit uns, wenn wir uns in einer Katastrophe befinden? Und warum reagieren manche von uns so viel besser als andere? Unser Verhalten bei Katastrophen ist komplizierter und ursprünglicher als wir denken, aber auch beeinflussbarer. Teil 1 Verleugnung Erstens zögern Abwarten im Nordturm Am 26. Februar 1993 stand Elia Sedano mit einem Stück Pizza in der Hand in einem der Expressaufzüge, als das World Trade Center zum ersten Mal von Terroristen angegriffen wurde. Sie hatte einen neuen Zeitarbeiter herumgeführt und ihm den Restaurantbereich gezeigt. Nun waren sie auf dem Rückweg zu ihren Schreibtischen. Als die Bombe explodierte, hörten sie einen lauten Knall. Der Aufzug hielt kurz an und begann dann hinunterzufahren. Schließlich hielt er endgültig und schloss sie und fünf weitere Personen ein. Langsam kroch von unten Rauch in den Aufzug. Zwei Männer kämpften mit der Tür. Eine Frau fiel auf die Knie und begann zu beten, was Elia Sedano nervös machte. Dann wies einer der Männer die anderen ruhig an, sich auf den Boden zu legen und das Gesicht zu bedecken. Alle gehorchten. Elia Sedano konzentrierte sich darauf, langsam und flach zu atmen. Aber je mehr sie versuchte, sich zu beruhigen, desto stärker klopfte ihr Herz. Dann hörten sie im Aufzug nebenan einen Mann schreien. Er rief, »Ich verbrenne!« und hämmerte gegen die Metallwände um ihn herum. Schon bald aber verstummte er. »Ich erinnere mich, wie ich dachte, wir sind bestimmt die Nächsten«, sagte Elia Sedano. Sie stellte sich vor, wie die Rettungskräfte sie später tot im Aufzug finden würden. In diesem Moment hatte sie das Gefühl, sie müsse zur Tür stürzen und selbst anfangen zu hämmern. Aber bevor sie das tun konnte, hatte der Zeitarbeiter es an ihrer Stelle getan. Er schrie und hämmerte. Deshalb übernahm Sedano es, ihn zu beruhigen. »Robert, beruhige dich, du atmest zu viel Rauch ein«, sagte sie ihm. Er begann zu husten und kauerte sich wieder auf den Boden. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt spürte Elia Sedano, wie er auf unerklärliche Weise Ruhe über sie kam. »Egal, wie es ausginge, ich wusste, dass es okay sein würde«, erinnerte sie sich. »Ich konnte wieder ohne Anstrengung atmen. Meine Gedanken schweiften nicht mehr ab. Plötzlich war ich gar nicht mehr da drin. Ich beobachtete nur noch. Ich konnte sehen, wie die anderen im Aufzug auf dem Boden lagen. Die Geräusche schienen von weit her zu kommen. Ich schwebte förmlich und ich hatte keinerlei Gefühle. Nachdem sie eine Stunde im Aufzug gewesen waren, gelang es einem Feuerwehrmann, die Tür aufzubrechen und sie herauszuziehen. Es stellte sich heraus, dass der Aufzug ins Erdgeschoss zurückgekehrt war und sie die ganze Zeit dort gestanden hatten. Der Rauch war so dicht, dass Elia Sedano das Gesicht des Feuerwehrmannes, der sie hier rauszog, nicht sehen konnte. Sie tat einfach, was man ihr sagte, griff nach einem Seil und ging daran entlang durch die Eingangshalle ins Freie. Sie war schockiert von der Dunkelheit in der Eingangshalle und von der Leere draußen. Sie hatte angenommen, dass alles ganz normal, hell und geschäftig sein würde, sobald sie ihre eigene Katastrophe hinter sich gebracht hätte. Nie hatte sie gedacht, dass ein vertrauter Ort so fremd aussehen konnte. Im Kellergeschoss darunter hatte ein mit mehr als 500 Kilo Sprengstoff beladener Mietlaster einen fünf Stockwerke tiefen Krater gerissen. Sechs Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Was folgte, war die größte Gebäudeevakuierung in der Geschichte der USA. Und nichts lief wie geplant. Rauch war durch die Treppenhäuser nach oben gekrochen. Der Strom war ausgefallen, weswegen die Warnsysteme versagten und die Beleuchtung in den Treppenhäusern ausfiel. Die Menschen bewegten sich mit unerwarteter Langsamkeit. Noch zehn Stunden nach der Explosion hatte die Feuerwehr Menschen gefunden, die ihre Brust nicht verlassen hatten. Nach diesem Attentat wurden im World Trade Center Leuchtstreifen am Boden angebracht und Notstromaggregate installiert. Beides trug acht Jahre später dazu bei, dass Leben gerettet wurden. Aber noch niemand konnte die Frage beantworten, warum die Leute sich so langsam bewegten. Und was bedeutet dieses Verhalten in Bezug auf unsere Einschätzung von Wolkenkratzern im Allgemeinen und des World Trade Centers im Besonderen? Das Bombenattentat von 1993 verdichtete sich zu einer Geschichte über Terrorismus, genau wie acht Jahre später die Angriffe auf dasselbe Gebäude und das zu Recht. Aber beide Vorfälle sind auch Geschichten von Verleugnung und zu langem Abwarten der ersten Phase der Katastrophenerfahrung. Ein paar Tage später saß Elia Sedano wieder an der Arbeit in einem benachbarten Gebäude. Einen Monat später wurde ihr Büro im 73. Stockwerk des North Terms im World Trade Center wieder geöffnet. Sie benutzte denselben Aufzug wie früher, aber es dauerte Monate, bis sie den Rußgeschmack im Mund los wurde. Sie spielte mit dem Gedanken, sich woanders zu bewerben, jedoch ohne Überzeugung. Ich erinnere mich, dass ich gesagt habe, das könnte jederzeit wieder passieren. Und irgendjemand antwortete, der Blitz schlägt nie zweimal an derselben Stelle ein. Mach dir keine Sorgen, das bildest du dir nur ein. Elia Sedano ist klein, trägt eine runde Brille und wenn sie lacht, sehen ihre Backen aus wie die eines Trompeters. Im Alter von elf Jahren kam sie mit ihren Eltern aus Kuba in die USA. Ihre Eltern hatten, solange sie denken kann, geplant, von Fidel Castro zu fliehen. Als sie Anfang 1970 endlich die Ausreisegenehmigung bekam, zogen sie nach New Jersey, in den Westen New Yorks. Von dort aus konnte ihre Tochter, egal wohin sie ging, fast immer sehen, wie die brandneuen Türme des World Trade Centers in der Sonne glänzten. Mit 19 Jahren betrat Elia Sedano zum ersten Mal das World Trade Center. Sie bewarb sich um einen Job als Sekretärin in der Hafenbehörde von New York und New Jersey. Sie hatte keine Ahnung, was die Hafenbehörde eigentlich machte und auch nicht, dass sie das World Trade Center gehörte. Eine Freundin hatte sie dazu gebracht, sich dort zu bewerben. Als sie zu einem zweiten Bewerbungsgespräch eingeladen wurde, begleitete ihre Mutter sie. Sie wurde auf der Stelle eingestellt und in der Mittagspause lief sie hinunter auf den Vorplatz, um ihrer Mutter davon zu erzählen. Was willst du die ganze Zeit machen? fragte sie ihre Mutter, die nicht wusste, wie sie alleine zurück nach New Jersey kommen sollte. Ich setze mich hierher und warte auf dich, erklärte die Mutter. Am Abend fuhren sie gemeinsam mit dem Zug heim. Irgendwann wurde Elia Sedano in die Buchhaltung befördert. Die Abteilung absolvierte regelmäßige Feuerübungen, die im Grunde daran bestanden, dass man sich im Flur traf und sich unterhielt. Bei einem Stromausfall im Jahr 1990 gingen sie und ihre Kollegen die Treppen des Turms hinunter. Dabei bemerkten sie, dass Obdachlose die untersten Treppen als Toiletten benutzt hatten. Wir lachten und redeten, erinnerte sie sich. Das Ganze war ein Witz. Elia Sedano wird zur Augenzeugin, wo sie geht und steht. Sie erinnert sich an das kleinste Detail. Als ich sie fragte, wie es war, als sie das kleines Mädchen Kuba verließ, erzählte sie mir von ihrem letzten Tag dort im Jahr 1971. Ihre Mutter kämmte ihr gerade die Haare, als sie ihr Motorrad hörten. In der ganzen Stadt gab es nur einen Mann, der ein Motorrad besaß, aber dieses hier klang anders, erzählte sie. Plötzlich verstummte das Geräusch genau vor ihrem Haus. Ein Soldat kam, ohne anzuklopfen, herein und befahl ihn, das Haus zu verlassen. Elia Sedano wusste, dass dies eine gute Nachricht war, dass sie endlich die Ausreisegenehmigung in die USA bekommen hatten. Eine Viertelstunde später verließen sie ihr Zuhause für immer. Auf der gesamten Reise hatten sie zwar schreckliche Angst, aber alles ging gut. Als sie in Miami ankam, rannte Elia Sedano die Gänge im Supermarkt entlang und beschrieb lautbrüllend alles, was sie dort sah. Im Jahr 2001 hatte Sedano bereits seit mehr als 21 Jahren im World Trade Center gearbeitet. Sie hatte fünf Mitarbeiter am 73. Stock des Nordturms. Ihre Abteilung war zuständig für die Rechnungsprüfung der beratenden Ingenieure, die für die Hafenbehörde arbeiteten. Am 11. September kam Elia Sedano kurz nach 8 Uhr morgens zur Arbeit. Sie setzte sich an ihren Arbeitsplatz und hörte den Anrufbeantworter ab. In einer Stunde würde sie, wie üblich, nach oben in die Cafeteria gehen und frühstücken. Man hatte nicht den Eindruck, dass das World Trade Center ein Konglomerat von sieben Gebäuden war. Es war mehr wie eine eigene Stadt. Jeden Tag kamen 50.000 Menschen zum Arbeiten hierher. Weitere 200.000 kamen als Touristen oder geschäftlich zu Terminen hier vorbei. Das Einkaufszentrum darunter war das größte in ganz Südmanhetten. Man konnte hier alles bekommen, sagte Elia Sedano. Der Komplex hatte 103 Aufzüge und sogar eine eigene Postleitzahl. Bombendrohungen und kleine Brände waren nichts Ungewöhnliches. Die Feuerwache gegenüber wurde an manchen Tagen achtmal angerufen. Elia Sedano gewöhnte sich daran, im Aufzug auf Feuerwehrmänner zu treffen. Meist erfuhr sie dann Tage später, dass irgendwo im Gebäude Rauch gesehen worden war. Das konnte dann gut 200 Meter von ihr entfernt gewesen sein. Um 8.46 Uhr raste eine Boeing 767 der American Airlines mit etwa 800 kmh elf Stockwerke über ihr in den Turm. Die Erschütterung war gewaltig. Vier Stockwerke wurden sofort zerstört. An ihrem Arbeitsplatz hörte Elia Sedano eine donnernde Explosion und spürte, dass sich das Gebäude nach Süden neigte, als ob es umstürzen wollte. Das war noch nie vorgekommen. Nicht einmal 1993. Dieses Mal griff sie nach ihrem Schreibtisch, hielt sich daran fest und zog die Füße vom Boden. Ich dachte wirklich, die Decke wird herunterkommen und der ganze Turm in sich zusammenfallen, erinnerte sie sich. Damals schrie sie, was ist los? Als wir heute darüber sprechen, fragte sich Elia Sedano, warum sie nicht sofort zur Treppe gerannt ist. Sie hatte all das schließlich schon einmal erlebt. Was sie sich damals aber mehr als alles andere wünschte war, dass jemand zurückrufen würde. Alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen, du bildst dir das nur ein. Im Augenblick des Aufpralls war Elia Sedano in eine ganz spezielle Zone eingetreten, wo die Gesetze des normalen Lebens nicht mehr gelten und Körper und Geist völlig anders reagieren. Auf ihrem Weg zum Überleben musste sie eine Reihe von Phasen durchlaufen. Zunächst war da ein Dickicht von Verleugnung, gefolgt von fieberhaften Überlegen und dann schließlich das Handeln. Wir werden alle drei Stadien erkennen, aber besonders prägend für Zedanos Geschichte ist die Verleugnungsphase. Elia Sedano hat ihre Flucht aus dem World Trade Center in ihrer Erinnerung immer wieder durchgespielt. So oft, bis sie abgenutzt und vertraut war. Heute führte sie Touristen aus aller Welt über Guantzio. Dennoch gibt es auch für sie immer noch Rätsel, die sie sich nicht erklären kann. Verhaltensweisen, die im Nachhinein keinen Sinn zu ergeben scheinen. Vor allem verwirrt sie, wie lange es an diesem Tag dauerte, bis sie begriff, was eigentlich passiert war. Nachdem das Flugzeug in das Gebäude eingeschlagen war, war es Zedanos größter Wunsch, dort zu bleiben, wo sie war, sagte sie später. Ich war über diese Reaktion ebenso perplex wie sie selbst. Hätte sich da nicht ein Ohrinstinkt der Überlebenswelle einschalten und sie zur Tür treiben müssen? Ich fragte mich, ob dieses Verhalten ungewöhnlich war. Also ging ich zur National Fire Academy, um mehr zu erfahren. Die Lehrer dieser zentralen Ausbildungsstätte für Feuerwehrleute sind Feuerwehrveteranen, die jede erdenkliche Form menschlichen Verhaltens bei Bränden miterlebt haben. Ich sprach mit Jack Rowley, der 33 Jahre lang Feuerwehrmann in Columbus im Bundesstaat Ohio gewesen war. Als ich ihm von Elia Sedano erzählte, sagte er, dass man diese seltsame Teilnahmslosigkeit ständig erlebe. Eine Art von Brand habe er geradezu als Samstagabendritual empfunden. Seine Wache wurde in eine Kneipe gerufen. Er trat ein und sah Rauch. Trotzdem saßen Leute an der Bar und nippten an ihrem Bier. Jack Rowley erzählte, wir sagten, sieht so aus, als ob es hier brennt. Und ob sie das Lokal nicht besser verlassen sollten. Und die sagen, nein, wir kommen schon klar. Es gibt nur wenige Menschen, die das Verhalten im World Trade Center sowohl 1993 wie auch 2001 ausführendig analysiert haben. Eine davon ist Gailene Pokes vom Kanadischen National Research Council. Ihre Beobachtungen decken sich genau mit Sedanos Erinnerungen. Das tatsächliche Verhalten der Menschen im Brandfall unterscheidet sich deutlich vom Panik-Szenario. Oft beobachtet man eine lethargische Reaktion, schrieb sie in einem Artikel im Jahr 2002. Bei Bränden sind die Menschen häufig teilnahmslos. Sie ignorieren das Geschehen oder reagieren verzögert. Im Mai 2006 schrieb Matthew Kaminski in einer Kolumne des Wall Street Journal über einen Flug von Paris nach New York, den er kürzlich unternommen hatte. Drei Stunden nach dem Abflug aus Paris, der Spielfilm war gerade zur Hälfte vorbei, hörte Kaminski ein dumpfes Geräusch und spürte, wie die Maschine erbebte und ins Schlingeln geriet. Der Pilot sagte nichts. Niemand fragte bei den Flugbegleitern nach. Trotzdem, so viel Flieger Kaminski. Mein Bauch sagte mir, ich müsse mir Sorgen machen. Etwa eine Stunde später gab der Pilot bekannt, dass die Maschine in Neufundland notlanden würde. Offenbar war eins der vier Triebwerke ausgefallen. Als die Maschine auf die Landebahn zuflog, konnten die Passagiere bereits Löchfahrzeuge und Rettungswagen auf dem Rollfeld unter ihnen sehen. Das Englisch der französischen Flugbegleiterin verschlechterte sich zusehends. Mit schriller Stimme rief sie, machen Sie sich bereit. Und was tat die Hälfte der Passagiere in dieser höchst angespannten Situation? Brachen sie in Panik aus? Beteten sie? Nein, sie fing an zu lachen. Schließlich landete das Flugzeug sicher. Und Kaminski staunte nicht schlecht über den Sinn für Ironie bei seinen Mitpassagieren. Lachen oder auch Schweigen ist ein klassisches Symptom der Verleugnung. Ebenso wie das Zögern und Abwarten. Elia Sedano war nicht die Einzige. Im Schnitt warteten die Überlebenden im World Trade Center sechs Minuten, bevor sie sich auf den Weg nach draußen machten, fand das National Institute of Standards and Technology 2005 in einer Studie heraus, bei der fast 900 Überlebende befragt wurden. Wahrscheinlich wäre diese Durchschnittszahl noch höher, wenn die Toten ebenfalls Angaben hätten machen können. Manche warteten sogar eine Dreiviertelstunde lang. Die Leute beschäftigten sich in der Zeit mit allen möglichen interessanten Dingen. Manche halfen Behinderten oder übergewichtigen Kollegen. Im Südturm folgten einige der tödlichen Anweisungen, an Ort und Stelle zu bleiben. Drinnen zu bleiben war schließlich die Standortanordnung bei Hochhausbränden. Letztlich hätte die Bedrohung die ungeteilte Aufmerksamkeit auf sich ziehen müssen. Schließlich sah fast jeder Rauch, roch das Kerosin oder hörte, dass jemand den Befehl gab, das Gebäude zu verlassen. Selbst dann noch riefen etliche ihre Freunde und Verwandten an. Laut NIST nahmen sich etwa 1000 Menschen die Zeit, ihren Computer herunterzufahren. Das Gebäude schwankte und alles begann zu wackeln. Ich wusste, dass da was nicht in Ordnung war, gab eine Frau zu Protokoll, die mehr als 60 Stockwerke hoch im Nordton gearbeitet hatte. Beachten Sie, was jetzt kommt. Ich ging zu meinem Schreibtisch und machte ein paar Anrufe. Ungefähr fünfmal versuchte ich, meinen Lebensgefährten zu erreichen. Ich rief auch meine Schwester an, um zu erfahren, was los sei. Warum schieben wir das Flüchten auf? Die Verleugnungsphase ist erniedrigend. Es dauert eine Weile, bis wir uns mit unserem Schicksal abgefunden haben. Aber Jack Rowley drückt es so aus. Es brennt immer nur bei anderen Leuten. Wir neigen dazu, anzunehmen, dass alles in Ordnung ist, weil es bisher immer so war. Psychologen sprechen hier von einer Schein-Normalität. Das menschliche Gehirn arbeitet so, dass es Muster identifiziert. Es benutzt Informationen aus der Vergangenheit, um zu verstehen, was in der Gegenwart passiert und um zu antizipieren, was in der Zukunft passieren wird. Dieses Verfahren funktioniert in den meisten Situationen ziemlich elegant. Aber unweigerlich sehen wir irgendwann auch dort Muster, wo gar keine sind. Mit anderen Worten, wir tun uns schwer damit, Ausnahmen zu erkennen. Außerdem gibt es einen gewissen Gruppenzwang. Jeder von uns hat schon mal eine Situation erlebt, die bedrohlich schien, sich dann aber als harmlos herausstellte. Wenn wir uns anders verhalten als andere, droht soziale Blamage durch Überreaktionen. Also gehen wir auf Nummer sicher und reagieren so wenig wie möglich. Es ist jedoch falsch anzunehmen, dass wir mit dieser Verzögerungstaktik ausschließlich Zeit verschwenden. Wenn man genau hinsieht, haben Menschen in Katastrophensituationen Informationen ebenso nötig wie Obdach und Wasser. Ihrem Gehirn fehlt das Muster, mit Hilfe dessen sie eine gute Entscheidung treffen könnten. Deshalb suchen sie vernünftigerweise nach besseren Informationen. Egal, was uns der Mann in Uniform sagt, egal wie schrill der Alarm, wir sichern uns bei anderen ab. Dieses Ritual des Umherlaufens gehört zur zweiten Phase der Überlegung. Wie und mit wem man umherläuft, kann die jeweiligen Überlebenschancen dramatisch beeinflussen. Einstweilen genügt es festzustellen, dass das Umherlaufen ein sinnvoller Prozess ist, der schmerzhaft lange dauern kann. Raus aus dem Gebäude. Zum Glück ließ einer von Sedenos Kollegen die Phase der Verleugnung sehr schnell hinter sich. Er brüllte sie an. Raus aus dem Gebäude. Warum sein Gehirn schneller arbeitete, werden wir später klären. Sedano fragte sich noch heute, was sie wohl getan hätte, wenn man ihr nicht befohlen hätte zu gehen. Dennoch schaffte sie es, ihren Abgang noch ein wenig weiter hinaus zu zögern. Als erstes holte sie ihre Handtasche. Dann begann sie an ihrem Arbeitsplatz im Kreis zu laufen. Ich suchte nach irgendetwas, was ich noch mitnehmen konnte. Ich war wie in Trance. Sie nahm einen Krimi mit, den sie gerade las. Dann sah sie sich nach anderen Dingen um, die sie mitnehmen konnte. Der Prozess des Einsammelns ist in Situationen, wo es um Leben und Tod geht, durchaus üblich. Wenn wir etwas Unbekannten gegenüber treten, bereiten wir uns vor, indem wir mitnehmen, was wir können. Und wie bei der Schein-Normalität finden wir in unserem alltäglichen Gewohnheiten Trost. Bei einer Befragung von 1.444 Überlebenden der Anschläge stellte sich heraus, dass 40% noch einige Dinge mitnahmen, bevor sie gingen. Endlich lief Elia Sedano zum Treppenhaus. Sie handelte, die letzte Phase des Prozesses. Aber die Reise hatte gerade erst begonnen. Sie durchlief immer wieder Phasen des Katastrophendenkens. Verleugnung und Nachdenken verzögerten ihren Abstieg immer wieder. Ich habe es nie eilig gehabt, erzählte sie. Das ist seltsam, denn die Geräusche und die Art und Weise, wie das Gebäude schwankte, hätten mich antreiben müssen. Aber es war, als ob ich mir im Kopf den Ton abgeschaltet hätte. Das NIST stellte fest, dass die schätzungsweise 15.410 Menschen, die das World Trade Center verließen, etwa eine Minute pro Stockwerk für den Abstieg brauchten. Eine Minute klingt vielleicht nicht sehr viel, aber die Leute, die Hochhäuser entwerfen und bauen, waren schockiert. Es war nämlich doppelt so lange, wie es in den technischen Bestimmungen vorgesehen war. Und in den Gebäuden waren nicht einmal halb so viele Leute wie sonst. In einem Gebäude mit 110 Stockwerken ist eine Minute einfach zu viel. Die meisten Menschen, die am 11. September ums Leben kamen, hatten keine Chance. Sie hielten sich oberhalb der Einschlagszone auf und fanden keinen Weg hinaus. Von den Tausenden von Menschen, die Zugang zu den offenen Treppenhäusern und ausreichend Zeit hatten, diese zu nutzen, schafften aus einer 135 nicht zu entkommen, stellte der Bericht des NIST fest. Die wichtigste Feststellung über die Evakuierung des World Trade Centers betrifft jedoch etwas, das nicht geschah. Die Anschläge fanden am selben Tag statt, wie die Bürgermeisterwahl der Stadt New York. Viele Leute hatten auf dem Weg an den Wahllokalen angehalten und kamen deshalb später zur Arbeit. Andere hatten ihre Kinder am ersten Schultag nach den Ferien zur Schule gebracht. Außerdem öffnete die New Yorker Börse erst um halb zehn Uhr morgens. Die Händler waren also noch nicht alle da. Auch die Besucherplattform des World Trade Centers öffnete erst um halb zehn für Touristen. Bei den Bränden, die durch die Anschläge vom 11. September ausgelöst wurden, starben 2.666 Menschen. Es waren die tödlichsten Brände in der Geschichte der USA. Wären die Gebäude an diesem Morgen voll besetzt gewesen, hätte die langsame Evakuierung zu fünfmal so viel Opfern geführt. Es fällt schwer, sich eine so große Zahl von Todesopfern vorzustellen, denn es war auch schon so eine beispiellose Tragödie für die USA. Hätten die Anschläge aber zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden, wären mindestens 14.000 Menschen ums Leben gekommen. Das geht aus den vorsichtigen Schätzungen des NIST hervor, die auf der errechneten Laufgeschwindigkeit vom 11. September beruht. In dem Fall wäre die zum Verzweifeln langsame Evakuierung Thema endlose öffentlicher Debatten gewesen. Seit dem Bau des ersten Hochhauses in Chicago 1885 wurden all diese Denkmäler menschlicher Ingenieursleistung entworfen, ohne dass dabei beachtet wurde, wie sich Menschen wirklich verhalten. Leute, die in Wolkenkratzern arbeiten, werden eigentlich nie aufgefordert, an regelmäßigen Komplett-Evakuierungsübungen teilzunehmen, obwohl das ihre Fluchtzeit erheblich verringern würde. Wenn Übungen stattfinden, betrachten die meisten Leute sie als Zeitverschwendung. Sie überschätzen die Fähigkeiten ihres Verstandes in einer realen Krisensituation. Wenn die Alarmglocken läuten, fühlen sie sich unterbrochen und gestört. Aber sie wissen nicht unbedingt, wie nützlich diese unterstützenden Maßnahmen ihnen eines Tages sein könnten. Wenn Elia Sedano Touristen auf Gonzero herumführt, ist die erste Frage, die gestellt wird, meist »Wie verhielten sich die Leute in den Treppenhäusern? Brach Panik aus?« Keiner erwartet diese Antwort. »Alle waren sehr, sehr ruhig«, erzählte Sedano ihnen. Nur eine Frau wurde hysterisch. Sie schrie und hyperventilierte im Treppenhaus. Sedano sagt, »Ich weiß nicht, was diese Frau mit ansehen musste.« Die Frau ging zusammen mit einem Mann, der Blut an der Stirn hatte. Der Mann sagte immer wieder, »Wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt.« Sedano und den Rest der Menge traten im engen Treppenhaus zur Seite, um die beiden vorzulassen. Massen werden in einem echten Katastrophenfall grundsätzlich sehr still und fügsam. Natürlich erwartete am 11. September niemand in den Treppenhäusern, dass die Türme einstürzen würden. Wir werden nie erfahren, wie sie sich verhalten hätten, wenn sie es gewusst hätten. Aber auch in anderen Situationen, wo die Bedrohung offenkundiger ist, dulden Massen kein irrationales, panisches Verhalten. In den meisten Fällen bleiben die Menschen gesittet und freundlich. Sehr viel freundlicher, als sie es an normalen Tagen wären. Einer von Sedanos Kollegen wog mehr als 150 Kilo und saß im Rollstuhl. Er arbeitete im 69. Stock, im Jahr 1993, ebenso wie 2001. Bei beiden Gelegenheiten trugen seine Kollegen ihn den ganzen Weg hinunter. Irgendwo in den ersten 30 Stockwerken ihres Abstiegs erfuhr Elia Sedano, dass das Gebäude von einem Flugzeug getroffen worden war. Sofort dachte sie sich eine Geschichte aus, das Geschehen erklärte. Ihr Gehirn suchte also in seiner Datenbank nach Mustern für eine vernünftige Erklärung. Ich dachte mir, der arme Pilot, er hat bestimmt einen Herzinfarkt gehabt oder einen Schlaganfall. Sie überarbeitete die Geschichte an diesem Tag immer wieder und unterschätzte dabei jedes Mal die Tragweite der Anschläge. Im 44. Stock sagte jemand, sie sollten ein anderes Treppenhaus benutzen, in diesem sei weiter unten Feuer ausgebrochen. Deshalb stellten sich in der Sky-Lobby alle in einem anderen Treppenhauseingang an. Elia Sedano stand in den Fenstern der Sky-Lobby. Etwa 17 Minuten waren vergangen, seitdem das erste Flugzeug das Gebäude getroffen hatte. Plötzlich erschütterte eine weitere Explosion das Gebäude. Sedano blickte auf und sah Feuerbälle und schwarzen Rauch. Keine Ahnung warum, aber ich erinnere mich nicht an den Knall, sagte sie. Wie bei vielen Menschen in Krisensituationen schalten sich auch bei ihr die Sinne und das Erinnerungsvermögen zu bestimmten Zeitpunkten ein und aus. Aber sie erinnert sich, dass jemand schrie, weg von den Fenstern! Sedano drehte sich um und rannte zur Gebäudemitte. Bisher war Sedano meist ruhig und still gewesen. Aber als sie von der Explosion davonrannte, spürte sie ein neues Gefühl. Eine Wurge der Wut überrollte sie plötzlich. Ich fragte sie, auf wen sie denn wütend war und erwartete, dass sie antworten würde auf denjenigen, der für die Explosion verantwortlich war. Was sie aber sagte, und zwar langsam und mit Überzeugung, war folgendes. Warum war ich so blöd, wieder in dieses Gebäude zu gehen, nach dem, was 1993 passiert war? Ich hätte es wissen müssen. Elia Sedano war wütend auf sich selbst. Während sie rannte, erlebte sie einen Augenblick der Klarheit, was manchmal gar nicht hilfreich ist. Ich dachte immer wieder, du bist hier am 44. Stock eines Hochhauses. Wo willst du denn hin? Du bist noch verdammt weit oben. Du kannst nirgendwo hin. Dann änderte sich alles noch einmal sehr schnell. Die ganze Gruppe hörte auf zu rennen. Ihre eigene Wut verpuffte und alles wurde plötzlich wieder so ruhig wie zuvor. Jeder einzelne von uns drehte sich um und marschierte geradewegs zurück zur Treppe, als ob nichts passiert wäre, sagte Sedano und grinste dabei. Sie wusste, dass es merkwürdig klang. Katastrophenopfer schwanken oft zwischen furchtbarer Erkenntnis und mechanischer Schicksalsergebenheit. Oft sind sie bemerkenswert folgsam, wie auch Elia Sedano es beschreibt. Wir waren wie Roboter. Niemand machte eine Bemerkung wie, was glaubst du, was passiert ist? Keiner ging ans Fenster, um nachzusehen, was passierte. Niemand drängelte, niemand versuchte schneller an der Treppe zu sein als die anderen. Alle gingen geschlossen als Gruppe zurück und reihten sich ordentlich wieder an der Treppe ein. Ich fragte Elia Sedano, wofür sie den Knall der zweiten Explosion gehalten hatte. Sie sagte, in dem Moment habe sie gar nicht darüber nachgedacht. Für mich persönlich war es, als ob gar nichts passiert wäre. Es ist auch nicht so, dass ich es vergessen hätte. Es war, als ob nichts passiert wäre. Nie. Psychologen nennen dies Dissoziation. Zwar verwendet man diesen Begriff meist, um das Verhalten von Kindern zu beschreiben, die sich von körperlichen oder sexuellem Missbrauch distanzieren. Aber auch in anderen akuten Notsituationen kommt es vor. Es kann sich hierbei um einen Bewältigungsmechanismus handeln, der in gewissem Sinne eine extreme, unnützliche Form der Verleugnung darstellt. Elia Sedano drückt es so aus. Ich konnte es mir gar nicht erlauben, darüber nachzudenken. Ich hatte genug damit zu tun, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Dennoch hörte Zedano bald darauf jemanden im Treppenhaus sagen, dass eine weitere Maschine in die Türme eingeschlagen sei. Diese Information widersprach der Herzinfarkttheorie. Deshalb erfand sie auch für sich selbst sofort eine neue Geschichte. Dies war ebenfalls eine clevere Bewältigungsstrategie. Ich sagte, diese Idioten, die sind in Rennen geflogen und haben uns dabei gerammt, nicht zu glauben, dass Leute so blöd sein können. Mehrere Stockwerke später hörte sie während des langsamen Abstiegs weitere verwirrende Informationen. Hinter ihr berichtete ein Mann, dass eine Maschine ungefähr 15 Minuten nach der anderen eingeschlagen war. Sie drehte sich zu ihm um und verkündete ihm und auch sich selbst, das war Absicht. Er sah sie an und sagte, ja, in ihrer sorgfältig konstruierten Geschichte war für diese Information aber kein Platz. Deshalb tat Zedano das Praktischste, was sie tun konnte. Sie ignorierte sie. Ich strich sie aus meinem Gedächtnis, so, als ob es nicht passiert wäre, erzählte sie. Die Verleugnung kann bemerkenswert geschickt sein. Ab dem 20. Stock begegnete Zedano zahlreichen Feuerwehrleuten, die die Treppen hinaufkamen. Wiederum war es der Instinkt der Masse, sich höflich zu zeigen. Ich erinnere mich, dass die Feuerwehrmänner müde aussahen. Ich hätte gerne Wasserflaschen gehabt, um sie ihnen zu geben, so Zedano. Die Fliehenden rückten alle zur Seite, um den Feuerwehrleuten Platz zu machen. Aber diese drängten die Leute, weiter nach unten zu gehen und bloß nicht anzuhalten. Lia Zedano erinnerte sich an bestimmte Geräusche, sehr, sehr deutlich. Zwei Männer, vermutlich Feuerwehrleute, kamen von unten die Treppe hoch. In jeder Etage hielten sie an und riefen, braucht jemand Hilfe? Ist hier noch jemand? Sie hörten ihre Stimmen ein paar Minuten, bevor sie die Männer sah. Sie gingen an ihr vorbei und sie hörte ihre Stimmen weiter oben, sich immer weiter entfernt. Sie weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Ihre Stimmen sind bei mir geblieben. Ich höre sie heute noch. Ihre Stimmen haben mich lange Zeit verfolgt. Nichts brennt sich so sehr ins Hirn wie Angst. Bestimmte Details aus Situationen um Leben und Tod behalten wir unser Leben lang wie Narben in unserem Bewusstsein. Sie können lebende Probleme verursachen und die Heilung kann jahrelange Therapie erfordern. Aber wie die meisten Verhaltensweisen in Katastrophensituationen können auch diese Details hilfreich sein. Sie sorgen dafür, dass wir nicht noch einmal in dieselbe Situation geraten. Die Frau mit der roten Bluse Etwa eine Stunde, nachdem sie ihren Arbeitsplatz verlassen hatte, stand Elie Sedano schließlich im Licht der Eingangshalle des World Trade Centers. Sie wurde von einer Welle von Glück erfasst. Endlich war sie unten. Sie blickte sich um und sah die Feuerwehrleute und andere Menschen wie in Zeitlupe. Diese Art der Wahrnehmung ist eine Form der Verzerrung, die in Extremsituationen häufig auftritt. Dann sah sie nach draußen und ihr stockte der Atem. Genau wie 1993, als sie nach der Bombenexplosion aus dem Aufzug stieg und Normalität erwartete, wollte sie auch diesmal das gleiche geschäftige Treiben sehen wie zuvor. Elie Sedano beschreibt diese Verhaltensweise, ein Problem nur auf die eigene, unmittelbare Umgebung zu beziehen. Vom Psychologen auch als Illusion der Zentralität bezeichnet folgendermaßen. Wenn man einen seelischen Schock hat, sagt der Verstand einem, dass das nur ein lokal begrenztes Problem ist. Das passiert nur in deiner kleinen Welt. Draußen ist alles in Ordnung. Es kann nicht zulassen, dass alles schrecklich ist. Die Geräusche, die ich im 73. Stock gehört habe, hätten mir sagen müssen, dass hier etwas Furchtbares passiert. Das Gefühl, dass das Gebäude schwankt, hätte mir sagen müssen, dass hier etwas Furchtbares passiert. Die Explosion, als ich im 44. Stock war, furchtbar. Der Geruch nach Schutt in den unteren Stockwerken, furchtbar. Trotzdem blieb ich die ganze Zeit in meiner eigenen kleinen Welt, als ob nichts anderes existierte. Als sie aber aus den Fenstern der Eingangshalle des World Trade Centers sah, konnte sie die Verleugnung nicht länger aufrechterhalten. Beachten Sie, was passierte, als sie auf die Eingangstüren zuging und regenslose Körper auf dem Vorplatz liegen sah. Ich gehe langsamer, weil ich merke, dass ich da nicht nur Schutz sehe. Mein Verstand sagt, die Farbe stimmt nicht. Das war das Erste. Dann denke ich, die Umrisse stimmen nicht. Immer wieder geht es mir durch den Kopf, die Umrisse stimmen nicht. Es war, als ob ich versuchte, die Information nicht an mich heranzulassen. Meine Augen erlaubten mir nicht, das zu verstehen. Ich konnte es nicht zulassen. Also dachte ich, nein, kann nicht sein. Als ich endlich verstand, was es bedeutete, dass ich die falsche Farbe und die falschen Umrisse sah, wurde mir klar, dass ich menschliche Körper sah. Da erstarrte ich. Erstarren ist im Repertoire menschlichen Verhaltens in Katastrophensituationen ebenso üblich wie Flüchten. Aber es ist auch eine faszinierende, komplizierte Reaktion. Sie hat über die Jahrhunderte für tausende von Menschen den sicheren Tod bedeutet. Elia Sedano aber hatte einen Schutzengel. Genau in dem Moment tauchte eine Frau, eine Fremde, an Sedanos Seite auf und nahm sie am Arm. Die Frau sagte, wir gehen jetzt raus. Sedano blickte auf den Arm der Frau. Sie erinnerte sich noch an die dunkle Hautfarbe, so ähnlich wie ihre eigene, und den roten Ärmel ihrer Bluse. Und von diesem Moment an konnte Sedano nichts mehr sehen. Wegen des Rauchs, fragte ich. Nein, nein, es gab gar keinen Rauch. Ich konnte einfach nichts sehen. Elia Sedano erblindete vorübergehend. Als sie diese frappierende Erfahrung später schildert, tut sie das sehr sachlich. Sie hatte keine Angst, als es geschah, sagte sie. Sie war nur benommen. Sie verließ sich auf ihr Gehör und auf diese Frau mit der roten Bluse, die begann, sie zum Ausgang zu führen. Während sie ging, redete die Frau und redete. Sedano kann sich an kein einziges Wort erinnern. Es ist komisch. Ich habe alles, was sie sagte, ausgeblendet. Aber sie redete immer weiter. Sie hörte überhaupt nicht auf, erzählte sie lachend. Aber als sie draußen waren, hörte Elia Sedano sie sagen. Sehen Sie, wir haben es geschafft. Und Elia Sedano erinnerte sich, dass sie antwortete. Ja, wir sind draußen. Tatsächlich aber konnte sie nicht sehen. Sie hat das Gesicht der Frau nie gesehen. In diesem Augenblick hörte Elia Sedano ein neues Geräusch. Es rumpelte, und zwar ganz in der Nähe. Damals dachte sie, schon wieder ein Flugzeug. Drei Gedanken gingen ihr in rascher Folge durch den Kopf. Flugzeug, Krieg, das Gebäude stürzt ein. Und da begann sie zu schreien. Ob laut oder lohnt in ihrem Kopf, weiß sie nicht mehr. Rein! Ihre Sehkraft kehrte zurück, genau in dem Moment, als sie sie brauchte. Diesmal gab es keine Verleugnung. Sie drehte sich um und sah die Drehtür von Gebäude 5 des World Trade Centers, mit dem Buchladen rechts daneben. Sie rannte durch die Tür. Die Frau mit der roten Bluse sah sie nie wieder. Das einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass der Lärm hinter mir immer lauter wurde und ich einen starken Windzug spürte. Als ich merkte, wie der Windzug genau durch mich hindurch schoss, dachte ich, ich schaffe das nicht. Es ist zu spät. Ich kann nicht schnell genug rennen. Als der Südturm einstürzte und wie eine Dampflok in den Boden krachte, riss die Wucht sie von den Füßen. Unmittelbar nach dem gewaltigen Krachen des Einsturzes war es vollkommen still. Sedano erinnert sich, dass sie dachte, sie sei tot. Vermutlich aufgrund der absoluten Stille. Nachdem sie erkannt hatte, dass sie noch lebte, stellte sie fest, dass sie nicht atmen konnte. Das dicke, graue Material des Südturms war in ihrer Nase, ihren Mund und ihre Ohren eingedrungen. Sie versuchte mit der Hand den Dreck aus ihrem Mund zu schaufeln, doch es drang nur noch mehr hinein. Ich versuchte Luft zu holen, aber es ging nicht. Mein Gott, war das furchtbar, sagte sie. In diesem Moment brannte die Wut, die sie im 44. Stock gefühlt hatte, wieder auf. Diesmal aber war es mehr als nur Wut. Es war Zorn. Und er war nicht gegen sie selbst gerichtet, sondern gegen Gott. Ich dachte, ich war doch schon draußen. Ich hatte es fast geschafft. Warum bin ich nicht da rausgekommen? Nach der ganzen Mühe. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und dieser überwältigende Zorn sagte, warum kann ich nicht mal eine Runde aussetzen? Ich war schon 1993 dabei. Ich bin hier dabei. Ich war fast draußen. Und jetzt bin ich immer noch hier. Mein Gott. Der Staub legte sich langsam. Es gelang Elia Sedan nur, ihren Mund zu leeren. Sie lehnte sich gegen eine Wand, versuchte, ihre Brille zu säubern und sich die Nase zu putzen. Sie konnte vor lauter Staub nichts sehen, aber sie hörte, wie eine Stimme sie bat, zur Seite zu gehen. Es war ein Feuerwehrmann, der versuchte, eine Wand zu durchbrechen, um sie alle zu befreien. Sie machte einen Schritt, stolperte über Schutt und fiel auf jemanden. Es war ein Polizist. Er schrie, dass seine Augen brannten. Im selben Augenblick sagte er ihr, machen Sie sich keine Sorgen. Keine Sorgen, wir kommen hier raus. Sedan nur sah, wie seine Hände zitterten. Sein Gesicht hat sie nie gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Zorn wieder verraucht. Sie wurde sehr ruhig. Es half, dass der Polizist da war, obwohl er verletzt war. Dann hörte sie eine Stimme. Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Haltet euch an den Händen. Genau das taten sie auch. Sie gingen in den Buchladen und durch die Tür Ecke Versace Street und Church Street hinaus. Die Bücher standen noch in den Regalen, wie Elia Sedan nur bemerkte. Die Vorstellung von dem, was passiert war, verschwand völlig. Weg. Ich fühlte gar nichts mehr. Es war wie ein Tagtraum. Elia Sedanow hatte einen weiten Weg hinter sich gebracht. Vom 73. Stock bis ins Erdgeschoss hatte sie mindestens drei verschiedene Erklärungen für das erfunden, was passiert war. Alle drei hatte sie aufgeben müssen. Sie hatte Wutanfälle erlebt, während ihr Gehirn daran arbeitete, dem Geschehen einen Sinn zu geben. Die Verleugnung machte sie langsam, indem sie sie mit falschen Hoffnungen ablenkte. Aber sie hielt sie auch in Bewegung, indem sie sie beruhigte. Die 5000 Kilo Blumenkübel. Vor dem Bombenanschlag von 1993 waren die Sicherheitsverkehrungen im World Trade Center geradezu naiv gewesen. Jede dort ansässige Firma hatte einen Freiwilligen als Brandschutzbeauftragten gestellt. Angeblich wurden die Freiwilligen dann so geschult, dass sie wussten, was im Brandfall zu tun sei. Jeder Brandschutzbeauftragte war für etwa 50 Mitarbeiter zuständig. Allerdings war die große Mehrheit der Brandschutzbeauftragten selbst bei einer Brandübung nie außerhalb ihres eigenen Stockwerks oder Gebäudes gewesen, stellte die NIST bei einer Befragung der Freiwilligen nach dem Bombenattentat von 1993 fest. Da erkannten die Brandschutzbeauftragten die Treppenhäuser nicht, obwohl sie ja die einzigen waren, die angeblich instruiert waren, wie man hinauskommt. In Wirklichkeit wurden sie nur geschult, sich im Flur zu treffen und auf weitere Anweisungen zu warten. Aber es gab nie irgendwelche Anweisungen. Die Bombe, die im Vergleich zu einer Boeing 767 relativ schwach war, verursachte in den Türmen Stromausfall und den Zusammenbruch des Kommunikationssystems. Danach beschwerten sich zahlreiche der Brandschutzbeauftragten von 1993 über ihr mangelndes Training. Sie hatten nicht gewusst, dass es bei zwei Dritteln der Treppenhäuser erforderlich war, sie zu wechseln und dafür Fahrstuhlwechselstationen zu durchqueren. Niemand hatte ihnen gesagt, dass es Stunden dauern konnte, bis die Feuerwehrleute die oberen Stockwerke erreichen würden. Daher warteten sie viel zu lange, bis sie hinuntergingen, manche bis zu vier Stunden. Logischerweise schloss die Studie, die Schulung sollte nicht allein dem Brandschutzteam vorbehalten bleiben. Viele Brandschutzbeauftragte waren zum Zeitpunkt der Ereignisse gar nicht an ihren Arbeitsplätzen. Alle im Gebäude Tätigen brauchen ein gewisses Maß an Schulung, um im Falle eines Hochbrandhauses sicher reagieren zu können. Sich auf freiwillige Brandschutzbeauftragte oder auch auf die Feuerwehr zu verlassen, reichte nicht aus. Jeder musste in der Lage sein, das Gebäude selbstständig zu verlassen. Nach 1993 lag es auf der Hand, dass es Veränderungen geben musste. Die Hafenbehörde investierte mehr als 100.000 Dollar. Interessant ist dabei allerdings, wohin das Geld floss. Rund um den Gebäudekomplex wurden 5000 Kilo schwere Blumenkästen aufgestellt, damit Autos nicht allzu nah an das Gebäude heranfahren konnten. Etwa 200 Kameras wurden installiert. Lieferwagenfahrer wurden auf dem Weg zur Laderampe fotografiert, Spürhunde schnüffelten nach Sprengstoff. Außerdem installierte die Hafenbehörde ein Verstärkersystem, das die Funkgeräte der Feuerwehrleute beim Aufstieg in die oberen Etagen unterstützen sollte. Aber auch in der neuen Version vom World Trade Center blieben die normalen Benutzer der Türme unbeachtet. Alan Wise, Direktor des World Trade Center Departments der Hafenbehörde, der es World Trade Center unterhielt, sagte in seiner Aussage vor der Untersuchungskommission zu den Anschlägen des 11. September. Zwar haben sich die Evakuierungsvorschriften nach 1993 nicht verändert, wohl aber natürlich die Schulungen und die Ausstattung. Die Empfehlungen der Sicherheitsingenieure, die Treppen zu verbreitern, wurden verworfen. Wertvolle Mieteinnahmen würden verloren gehen. Zweimal im Jahr wurden Brandübungen abgehalten, aber die Übungen im World Trade Center bestanden daraus, dass sich alle im Flur trafen, den Hörer eines Notfalltelefons abhoben und auf weitere Anweisungen warteten. Die Angestellten gingen normalerweise nicht in ein Treppenhaus, geschweige denn die Treppen hinunter. Information und Verantwortung blieb die Domäne einiger weniger auserwählter. Die des Brandschutzdirektors des Gebäudes, der Hafenpolizei und anderer designierter Ersthelfer. Die Aufgabe der normalen Leute bestand darin, auf Anweisungen zu warten. Am 11. September halfen die 5000 Kilo schweren Blumenkübel leider gar nicht. Auch das Verstärkersystem nicht. Es wurde nie richtig eingeschaltet und im Chaos dieses Morgens glaubten die Feuerwehrleute, es sei defekt. Andererseits hat das relativ preiswerte Anbringen von Leuchtstreifen an den Treppen nach 1993 die Evakuierung stark erleichtert, wie Überlebende berichteten. Aber viele tausend Menschen wussten nicht einmal, wo die Treppen waren. Weniger als die Hälfte aller Überlebenden waren jemals zuvor in einem der Treppenmäuser gewesen, fand die Studie des NIST. Und eine Studie der Columbia University ergab, dass nur 45% der nach dem 11. September Befragten wussten, dass jedes Gebäude über drei Treppenhäuser verfügte. Ich fand den Mangel an Vorbereitung schockierend. Die Leute dachten nicht vertikal, sondern nur horizontal, berichtete Robin Gershon, Professor an der Columbia University und Leiter der Studie. Viele Leute zögerten, die Treppenhäuser zu betreten, weil sie nicht wussten, wo sie wieder herauskommen würden. Die meisten Leute hatten keine Ahnung, wie sie sich in den Fahrstuhlwechselstationen der unteren Stockwerke zurechtfinden sollten. Nur die Hälfte der Menschen wusste, dass die Türen zum Gebäudedach verschlossen waren, so Gershon. Der Bericht der Untersuchungskommission zu den Anschlägen des 11. September schloss, dass deshalb viele Menschen starben. Nachdem der Südturm getroffen worden war, verschwendeten Leute in den oberen Stockwerken Zeit damit, die Treppen hinauf zu laufen, statt den Weg nach unten zu suchen, zumal Treppenhaus A zumindest anfangs noch begehbar war. Nach 1993 blieb das System der Brandschutzbeauftragten in Kraft. Elia Sedano war am 11. September einer dieser Brandschutzbeauftragten. Tatsächlich war sie sogar die einzige aus dem Brandschutzteam, der an diesem Morgen auf der Etage war. Von den anderen war noch niemand da. Dazu muss man wissen, dass jedes Stockwerk des World Trade Centers ca. 4000 Quadratmeter groß war. Sedano war als Sucher eingeteilt gewesen. Ihre Aufgabe bestand darin, die Damentoiletten zu durchsuchen, bevor sie zur Treppe gingen. Am 11. September suchte sie nirgendwo nach irgendjemandem. Sie vergaß sogar, dass sie überhaupt Brandschutzbeauftragte war, bis es ihr Monate nach den Anschlägen wieder einfiel. Es stellte sich heraus, dass die Brandschutzbeauftragten am 11. September nicht viel mehr wussten als alle anderen. Von denen, die im Rahmen der Columbia-Studie befragt wurden, hatten 94% das Gebäude nie im Rahmen einer Übung verlassen. Nur 50% sagten, sie kannten sich gut genug aus, um das Gebäude auf eigene Faust zu verlassen. Nachdem Sedano den Nordturm verlassen hatte, ging sie zusammen mit dem Polizisten, dem die Augen brannten, Richtung Norden. Irgendwann wurde sie von einem Rettungswagen aufgelesen. Man brachte sie ins Woodhull Hospital nach Brooklyn, wo man ihr Sauerstoff und frische Kleidung gab. Dann wanderte sie von einem Bahnhof zum nächsten, um irgendwie nach Hause zu kommen. Gegen 19 Uhr fand sie endlich zurück nach New Jersey, zu ihren Eltern, die von ihrem Balkon aus beobachtet hatten, wie acht Stunden zuvor die Türme eingestürzt waren. Im Laufe von drei Jahren habe ich Sedano oft getroffen. Sie hat dieses Materium bis ins kleinste Detail immer wieder durchlebt. Das kann nicht angenehm für sie gewesen sein, aber sie tat es, weil sie wollte, dass ihre Erlebnisse nicht umsonst gewesen waren. Sie schrieb mir, wenn ich dazu beitragen kann, dass andere daraus lernen, dann weiß ich, warum ich überlebt habe. Auch heute noch arbeitet Elia Sedano für die Hafenbehörde, aber ihr Büro ist jetzt in der 11. Etage eines 18-stöckigen Gebäudes in New York, New Jersey. Sie arbeitet auch im World Trade Center's Survivors Network mit, das mittlerweile 2000 Mitglieder zählt. Zwei Jahre nach dem 11. September adoptierte Elia Sedano einen dreijährigen Jungen aus New York. Sie nannte ihn Elias. Ihre Schwester teilt mit ihr die Vormundschaft für den Fall, dass Sedano noch einmal etwas zustößt. In den langen Gesprächen mit Elia Sedano begann ich, beide Seiten der Verleugnung zu erkennen. Ich war erstaunt, wie übermächtig sie sein kann, sogar mitten in Rauch und Feuer. Aber je mehr ich über menschliches Verhalten bei Katastrophen lernte, desto klarer wurde mir, dass Verleugnung auch lebensrettend sein kann. Wäre Sedano am 11. September von Anfang an gezwungen gewesen, der Realität ins Auge zu sehen, wäre sie vielleicht nicht in der Lage gewesen, den langen, ermüdenden Weg in die Sicherheit durchzuhalten. Die Verleugnung setzte ihrem Gehirn Scheuklappen auf, damit sie nur das sehen konnte, was wirklich notwendig war. Aber je mehr ich über Verleugnung erfuhr, desto schwerer fiel es mir, auch ihre Grenzen zu sehen. Wo fing sie an und wo hörte sie auf? Wurde Elia Sedanos Verhalten erst am 11. September von Verleugnung bestimmt? Oder begann es schon viel früher, nachdem sie 1993 im Aufzug eingeschlossen gewesen war und für sich entschieden hatte, dass so etwas nicht noch einmal passieren würde? Die Verleugnung ist die schleichendste Form von Angst. Sie lauert dort, wo wir sie nie vermuten. 2. Risiko Pokern in New Orleans Am 9. September 1965 fegte der Hurricane Betsy mit 200 kmh über Louisiana hinweg. Im Osten von New Orleans taten Metta, Patrick Turner und seine Familie das, was sie in solchen Situationen immer taten. Sie saßen den Sturm aus. Dieses Mal aber war der Hurricane der Kategorie 3 so heftig, dass die Dämme rund um den Lake Pontchartrain brachen und die Straßen sich mit Wasser füllten. Als das Wasser zunächst Waden hoch, bald aber schon kniehoch stand, hörten die Kinder im Haus ein leises Miauen unter den Dielenbrettern. Eine Katze war in den Kriechkeller unter dem Haus geraten. Stunden vergingen und das Miauen wurde lauter. Es würde Tage dauern, bis das Wasser wieder abgeflossen war. Es war offensichtlich, dass die Katze entweder ertrinken oder verhungern würde und sie alle würden es mit anhören müssen. Das ging nicht. Turner wies die Kinder an, sich auf den Bauch zu legen und am Boden zu horchen. Sie sollten herausfinden, wo genau die Katze saß. Nachdem sie eine Weile auf dem Bauch herumgerobbt waren, waren sie davon überzeugt, dass sich die Katze unter der Waschmaschine befand. Also schob Turner die Waschmaschine in die Küche und holte die Säge. Dann sägte er, wie in einem Comic, ein rundes Loch in den Holzboden und die Katze sprang aus dem Loch heraus in Sicherheit. Turner war als Soldat im Zweiten Weltkrieg gewesen und hatte nun einen verantwortungsvollen Posten im Wohnungsministerium von Louisiana. Ansonsten interessierte ihn nur seine Familie. Er mochte es, wenn alle da waren und er kümmerte sich um die Rituale, die sie zusammen hielten. Jeden Sonntag kochte er ein großes Essen für die ganze Familie mit Roast Beef, Kartoffelpüree und grünen Bohnen. An den Feiertagen, sogar an kleineren, schmückte er das Haus. Am St. Patrick's Day stellte er irische Kobolde auf. Am Valentinstag hängte er kleine Pappherzen in die Büsche. Sein Haus war als das kleine Festtagshaus bekannt und die Leute kamen vorbei, um es anzusehen. Weihnachten war immer das große Finale. Heiligabend gab Turner ein Fest für alle Verwandten. Fast 100 Leute füllten das Haus. Cousins kamen aus San Francisco und Birmingham. Egal wie warm es war, jedes Jahr zog Turner einen dicken roten Mantel an und spielte den Weihnachtsmann. Er machte das 48 Jahre lang. Er sah sehr gut aus, erinnerte sich seine jüngste Tochter, Sheila Williams. Er hatte volles, weißes Haar. Aber Turner war auch eigensinnig und je älter er wurde, desto störischer wurde er. Mein Vater hatte immer recht, erinnerte sich Williams. Er war streng katholisch und für ihn existierte keine andere Religion außer dem Katholizismus. Und keiner durfte was gegen Präsident George Bush sagen. Er hatte die Weihnachtskarte von ihm ans Küchenfenster geklebt. Manchmal überdeckte Turners Bestimmtheit auch seine Angst. Beispielsweise hasste er Krankenhäuser. Er war wie dieser Typ aus der Sitcom, Archie Bunker, als Patient war er unausstehlich, sagte Sheila Williams. Er hegte tiefes Misstrauen gegenüber Ärzten und war überzeugt, sie würden ihn nur behandeln, um Erstattungen von seiner Krankenversicherung zu bekommen. Er sprach nicht viel über seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg, aber die Erinnerungen daran verfolgten ihn im Dunkeln. Mehrmals in der Woche wachte er nachts weinend aus Albträumen auf. Und er hatte Angst vor dem Sterben, sagte seiner Tochter. Ich weiß, dass er sich fürchtete. Als sich Hurricane Katrina im August 2005 der Stadt New Orleans näherte, wussten Turners mittlerweile erwachsene Kinder, dass es ernst wurde. Am Freitag, also drei Tage bevor der Sturm das Land erreichte, hatten sie die Verleugnungsphase bereits hinter sich und die Phase der Überlegung erreicht. Sie riefen Motels in Mississippi an und suchten nach Unterkünften. Dann rief Sheila Williams ihren Vater an, der damals allein lebte. Und da fing er an, uns Probleme zu machen, erzählte sie. Warten wir noch, sagte er. Es ist viel zu früh. Am Samstag we sway Naggin, der Bürgermeister von New Orleans, die Bevölkerung an, die Stadt zu verlassen. Ladies and Gentlemen, dies ist keine Übung. Diesmal wird es ernst, sagte er in einer Nachrichtensendung. Selbst in Naggins gemütlicher Sprechweise fand sich ein Hauch von Dringlichkeit. Nageln Sie Ihre Häuser zu. Achten Sie darauf, dass Sie ausreichend Medikamente bei sich haben und tanken Sie Ihr Auto auf. Diesmal müssen Sie anders handeln. Dieser Hurricane kommt direkt auf New Orleans zu. Sheila Williams rief nochmals ihren Vater an. Er sagte ihr, er habe es sich überlegt. Er würde nicht wegfahren. Die Stürme drehen doch alle nach Pescagula ab, sagte er ihr. Sie stritt mit ihm. Er lachte. Ihr seht das alle so dramatisch, sagte er. Am Sonntagmorgen, 24 Stunden bevor der Sturm das Land erreichte, ordnete Naggin eine Zwangsevakuierung bislang ungekannten Ausmaßes an. Wir alle sehen uns nun einem Sturm gegenüber, wie wir ihn schon lange befürchtet haben. Die Situation ist sehr ernst, sagte er im Fernsehen. Ich möchte betonen, dass es die erste Wahl eines jeden Bewohners sein sollte, die Stadt zu verlassen. Turner ging zur Messe, wie jeden Tag. Es waren nicht sehr viele Menschen in der Kirche. Nach dem Gottesdienst antwortete er auf die Frage des Priesters, was er denn tun werde, dass er an Ort und Stelle bliebe. Meine Familie macht es mir nicht leicht, aber ich bleibe. Turner steckte in der Verleugnungsphase fest, während alle anderen um ihn herum bereits überlegten und Entscheidungen trafen. Er glaubte nicht, dass er unsterblich sei. Im Gegenteil, er dachte oft über den Tod nach, vor allem seit seine Geschwister nun nach und nach starben. Aber es gab etwas, das ihm noch mehr Angst machte als Katrina. Deshalb steckte er in der Verleugnung fest. Sheila Williams und ihr Bruder beschlossen, während des Sturms bei einem Nachbarn auszuhören, dessen Haus solide gebaut war und fern von Bäumen stand. Auf diese Weise würde ihr Vater die Stadt nicht verlassen müssen. Sie bat ihn, die Sturmnacht mit ihnen gemeinsam zu verbringen. Er wollte nicht. Er lud sie ein, zu ihm zu kommen, in ein einstückiges Gebäude, nur zwei Straßensüge vom Lake Pontchartrain entfernt. Doch sie lehnte ab. Ich hatte ein ganz ungutes Gefühl dabei, sagte Williams und forderte ihn ein letztes Mal auf. Ich sagte, Daddy, erinnere dich bitte an Hurricane Betsy. Da haben sie hinterher Kratzspuren von Fingernägeln an den Dachlupen gefunden. Die Leute konnten nicht raus. Wenn du schon bleiben willst, dann nimm dir bitte wenigstens Werkzeug mit aufs Dach. Mittlerweile gingen Turner seine Kinder und ihre Flehen gehörig auf die Nerven. Den Wetterbericht im Fernsehen guckte er sich schon gar nicht mehr an. Ich glaube nicht, dass er überhaupt den Namen dieses Sturms kannte, sagte Sheila Williams. Ab diesem Zeitpunkt legte Turner den Telefonhörer neben dem Apparat. Tote Winkel Etwa 80 Prozent der Einwohner von New Orleans konnten die Stadt vor dem Sturm verlassen. Das war ein großer Erfolg verglichen mit anderen Evakuierungen in dieser und anderen Städten. Was aber passierte mit den verbleibenden 20 Prozent? Die Medien berichteten übereinstimmend, dass die Leute einfach zu arm waren, um abzureißen. Es stimmt natürlich, dass man mehr Möglichkeiten hat, eine Stadt zu verlassen und anderswo Schutz zu suchen, wenn man über ausreichend Mittel verfügt. Laut dem Bundesamt für Statistik verfügten etwa 21 Prozent der Haushalte in New Orleans damals nicht über ein Auto. Armut bietet jedoch keine Erklärung für das, was sich in New Orleans abspielte. Die Zeitung Nightwitter Newspapers analysierte 486 Katrina-Opfer und stellte fest, dass nicht überdurchschnittlich viele arm waren oder schwarz. Michael Lindell, der Direktor eines Instituts für Gefahrenentdämmung und Wiederaufbau der Texas A&M University, untersuchte Evakuierungsraten und kam zu dem Schluss, dass das Verhalten der Menschen allen simplen Erklärungsversuchen trotzt. Wenn man die gesamten 100 Prozent der Abweichungen im Verhalten bei Evakuierungen betrachtet, ist nur bei 5 bis 10 Prozent das Einkommen ausschlaggebend, erklärt er. Was dagegen tatsächlich eine Rolle spielt, sind die Überzeugungen der Leute. Warum also wollte Patrick Turner nicht wegfahren? Turner selbst besaß einen alten Chevrolet und seine ganze Familie saßen Autos, die alle stadtauswärts fuhren. Die meisten Leute in New Orleans wussten, dass weite Teile der Stadt unter dem Meeresspiegel lagen. Im Juli 2002 brachte die Lokalzeitung New Orleans Times-Pickatoon eine fünfteilige Serie über das Unvermeidliche. Die Frage ist nicht ob, sondern wann, schrieben die Reporter John McQuaid und Mark Schleifstein über einen möglichen Hurrikan, der die Stadt zerstören könnte. Dies ist schon früher vorgekommen und es wird wieder passieren. Sie berichteten über das marode Deichsystem und mögliche Hochwasser, die tausende von Menschen das Leben kosten könnten. Im Rückblick ist es immer einfach, die Geschichte einer Katastrophe zu erzählen, all die Zeichen zu sehen, die sich wie Dominosteine aufeinandertürmen, wenn man nur darauf geachtet hätte. Bei Katrina aber war es anders. Es war das ungewöhnliche Fiasko, das man sich vorstellen kann. So gut wie nichts kam überraschend. Wir sind ja nicht von einem Kometen getroffen worden, sagte Stephen Lederman, der Direktor des International Hurricane Research Centers in Miami. Wir befinden uns hier mitten in der Zugrichtung der Hurrikane. Lederman untersuchte seit 30 Jahren Hurrikane. Im Jahre 2002 schrieb er einen Bericht, in dem er warnte, dass Louisiana zahlreiche seiner natürlichen Schutzvorrichtungen gegen Stürme eingebüßt habe und New Orleans besonders gefährdet sei. Als ich nur wenige Tage nach dem Eintreffen von Katrina mit ihm sprach und noch Zehntausende von Menschen im Superdome von New Orleans festsaßen, klang eher, als habe er die Nase voll von Rechtfertigung. Man arbeitet an zig Computersimulationen, aber jetzt hat die Sache ein menschliches Antlitz, sagt er leise. Das ist etwas ganz anderes. Und es tut weh. Mehrere hundert Mal am Tag wägen wir Risiken ab. Meistens mit Erfolg und oft unbewusst. Bei vorhersagbarem Unheil beginnt die erste Phase bereits mit dieser Rechnung. Wir schätzen das Risiko ab, noch bevor die Katastrophe passiert. Wir tun es sogar in diesem Moment. Wir entscheiden, wo wir leben, welche Versicherung wir abschließen. Ebenso, wie wir mit alltäglichen Risiken umgehen. Wir tragen einen Fahrradhelm oder auch nicht. Wir schnallen uns im Auto an, rauchen Zigaretten, lassen unsere Kinder bis Mitternacht ausgehen. Oder eben auch nicht. Um im Detail zu erfahren, wie wir diese Wetten eingehen, rief ich Nazim Nikolas Taleb an. Ein Mann, der geradezu besessen ist von Risiko. Taleb hat 20 Jahre als Börsenmakler in New York und London gearbeitet, wo er sein Geld mit den Dingen verdiente, die in anderen Leuten toten Winkel lagen. Während andere Händler sich auf große, kurzfristige Risikogeschäfte stürzten und damit hoffentlich kurzfristig großes Geld zu machen, platzierte Taleb seine Investitionen so, dass er nie großen Gewinn erzielen konnte. Allerdings auch keinen großen Verlust erlitt. Da war in jeder Hinsicht abgesichert. Ich bin nie auf die Nase gefallen und werde es auch nie, sagt er gern. Eines Nachmittags im Herbst traf ich Taleb auf einer Tasse Tee in Washington, D.C. Nikolas Taleb mit Licht im Haar und grauem Bart ist heute Professor und Buchautor. Zusätzlich hält er einen großen Anteil in einem Hedgefonds. Er tut gern mehrere Dinge gleichzeitig und spricht dabei so schnell, dass man manchmal kaum folgen kann. An diesem Nachmittag kam er direkt aus dem Pentagon, wo er Beamten gegenüber seine Theorien zur Ungewissheit vorstellte. Es war seltsam für ihn, ins Pentagon zu gehen, da Taleb selbst einander Pazifist ist. Aber er gehört zu der Sorte Pazifist, die das Pentagon dulden kann, also zur Stoischen Sorte. Ich bin aus Vernunftgründen Friedensaktivist, erklärt er. Taleb ist im Libanon aufgewachsen, einem Land, das bis heute an unvorhergesehenen Kriegsfolgen leidet. Er schließt daraus, dass die Menschheit in der heutigen Zeit nicht in der Lage ist, mit Krieg umzugehen. Wir können gar nicht richtig abschätzen, wie lange ein Krieg dauern wird und was wir am Ende davon haben werden. Die Komplexität des Risikos übersteigt unsere Fähigkeiten. Es gab Zeiten, da konnten wir mit Kriegen besser umgehen. Wenn ich in einem primitiven Umfeld lebe und mir da jemand Angst macht, gehe ich raus und töte ihn, sagt Nikolaus Taleb in seiner knappen pragmatischen Art. Und meistens habe ich damit auch Erfolg. Er nennt dieses Umfeld Mediokristan. Ein Ort, wo es schwierig ist, viele Menschen auf einmal zu töten und wo Ursache und Wirkung noch eng miteinander verbunden sind. Der Homo sapiens hat mehrere hunderttausend Jahre lang im Mediokristan gelebt. Wir mussten das Prinzip der Wahrscheinlichkeit nicht verstehen, weil das Leben meistens einfacher war und die Zahl der möglichen Ereignisse geringer. Heute jedoch leben wir an einem Ort, den Taleb als Extremistan bezeichnet. Abhängig von der Tyrannei des Einzelnen, des Zufälligen, des Ungesehenen und des Unvorhersehbaren. Die Technologie hat uns in die Lage versetzt, Waffen zu erfinden, die den ganzen Planeten innerhalb von Minuten in die Luft jagen könnten. Einzelne Personen können das Rad der Geschichte verändern. Jeden Tag bringen sich Menschen ohne großen körperlichen Aufwand gegenseitig um. Und gleichzeitig sind wir mehr denn je zuvor voneinander abhängig. Das, was auf dem einen Kontinent geschieht, hat Konsequenzen für einen anderen. Der Erste Weltkrieg wurde zunächst als kleinere Angelegenheit betrachtet. Ebenso wie Vietnam. Tatsächlich aber war das 20. Jahrhundert bestimmt von Kriegen mit unvorhergesehenen Folgen. Und das 21. Jahrhundert ist es ebenso. Der Einmarsch der USA in den Irak sollte natürlich nicht dazu führen, dass immer mehr Terroristen die Vereinigten Staaten angreifen. Doch genau das ist eingetreten, wie eine nationale Geheimdienststudie der US-Regierung im April 2006 ergab. In Extremistan steht das Risiko oft der eigenen Intuition entgegen. Die alten Tricks funktionieren nicht mehr. Beispielsweise sind, wie Turner, viele von Louisianas ältesten Bewohnern überlebende des Hurricanes Betsy von 1965. Sie haben außerdem Hurricane Camille, einen Sturm der Kategorie 5, überlebt, der im Jahr 1969 wütete. Turner trotzte beiden Stürmen ohne jedes Problem. Deshalb sah er keine Notwendigkeit, wegen Katrina wegzufahren. Er igelte sich in seiner Verleugnung ein. Es stellte sich heraus, dass die alten Louisianer zur Hälfte recht hatten. Katrina war tatsächlich nicht so mächtig wie Camille. Hätte die Welt seitdem stillgestanden, wäre alles in Ordnung gewesen. In Mediokristan hätten sie überlebt. Seit Camille hatte jedoch eine rasche Bauentwicklung einen Großteil des Sumpfgebietes zerstört, die einst eine natürliche Barriere gegen die Sturmflut gebildet hatten. Über diese Tatsache hatten alle gängigen Medien berichtet. Dennoch waren die eigenen Erfahrungen mit Camille mächtiger als alle Warnungen. Es stellte sich heraus, dass die Opfer des Hurricanes Katrina zwar nicht überdurchschnittlich arm, aber überdurchschnittlich alt waren. Drei Viertel der Toten waren über 60 Jahre alt, so die Analyse der Zeitung Knight Ridder. Die Hälfte war sogar über 70. Als Camille kam, waren sie um die 40. Ich glaube, als Katrina kam, hat Camille mehr Menschen umgebracht als 1969, sagte Max Mayfield, der Direktor des National Hurricane Centers. Die Erfahrung ist nicht immer ein guter Lehrmeister. Nach Katrina wurden 680 Einwohner befragt, warum sie die Stadt nicht vor dem Sturm verlassen haben. Alle gaben mehrere Antworten. Eine kleine Mehrheit gab tatsächlich ein fehlendes Transportmittel an. Das war aber nicht der wichtigste Grund. Die häufigste Erklärung war mit 64 Prozent die, dass man dachte, der Sturm wäre nicht so schlimm. Tatsächlich gab im Rückblick die Hälfte derjenigen, die geblieben waren, an, sie hätten einen Weg finden können, die Stadt zu verlassen, wenn sie den gewollt hätten. Dieser gab eine Studie, die für die Henry J. Kaiser Familie Foundation und die Washington Post durchgeführt wurde. Mit anderen Worten, die Motivation war wichtiger als das Transportmittel. Baseballschläger und Kruzifix. Am 29. August 2005, um 7 Uhr morgens, erreichte der Hurricane Katrina mit einer Geschwindigkeit von 200 kmh die Küste. Um 9 Uhr riefen Törners Kinder noch einmal bei ihm an. Irgendwann, kurz zuvor, als der Sturm an seinen Fenstern heulte, hatte er das Telefon wieder eingehängt. Törner ging an den Apparat. Es ist echt windig, sagte er seinem Sohn. Der Strom war schon ausgefallen und er machte sich Sorgen wegen des großen Baumes hinten in seinem Garten. Dann sagte er noch etwas, das er kaum jemals sagte. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Sein Sohn forderte ihn auf, im Haus zu bleiben. Sie würden ihn holen, sobald sie konnten. Mein Daddy war absolut gesund. Kein Herzschrittmacher, keine Operation, nichts, sagte Williams. Wir dachten, wir könnten ihn sofort holen, wenn die Straßen wieder geräumt wären. Beide legten auf. Dann aber kam das Hochwasser. Es brach die Dämme an mehreren Stellen und ergoss sich in die Straßen. Die 8 km lange Brücke, die über den Lake Pontchartrain führt, brach in mehrere Teile und schnitt Turner von seinen Kindern ab. Schließlich brachen auch die Telefonleitungen zusammen. Die Gegend, wo Turner wohnte, lag wie große Teile von New Orleans in einer Senke. Das Wasser lief vom See her dorthin und stieg in seinem Haus eineinhalb Meter hoch. All seine Habe, die Fotos, der Weihnachtsmantel, die Erinnerungsstücke an seine drei Jahre zuvor verstorbene Frau, alles versank. Turner zog die Klappleiter herunter und stieg auf den Dachboden. Er holte ein paar Liter Wasser, einen Eimer und zwei Kerzen herauf. Neun Tage lang war die Telefonverbindung unterbrochen und die Straßen waren unpassierbar. Bis auf Sheila Williams hatten alle von Turners Kindern ihre Häuser verloren. Sie wollten unbedingt zu ihrem Vater, konnten aber nicht. Endlich gingen die Telefone wieder und Sheila Williams rief verzweifelt ein Radiosender an. Sie bat, dass irgendjemand, egal wer, nach ihrem Vater sehen sollte. Drei Stunden später hielt sie einen Anruf von einem Angestellten eines Rettungsdienstes. Man hatte ihren Vater auf seinem Dachboden gefunden, mit einem Baseballschläger und dem Kruzifix, das er immer an seinem Bett gehabt hatte. Er war im Alter von 85 Jahren gestorben, vermutlich an einem Herzinfarkt. Der Zeitpunkt seines Todes war unbekannt. In diesen ersten chaotischen Tagen waren die Rettungsmannschaften angehalten, zuerst die Leichen zu bergen, die im Wasser lagen. Turner war nicht im Wasser, daher dauerte es zwei Wochen, bis sein Leichnam abgeholt wurde. Ungefähr einen Monat nach dem Sturm betrat Sheila Williams das Haus. Sie fand das Weihnachtsmannkostüm im Schlafzimmerschrank ihres Vaters, wo es immer gehangen hatte. Wie alles andere war es nass geworden, aber ihr Bruder beschloss es nach draußen vor das Haus zu hängen, als Erinnerung daran, dass es einmal das kleine Festtagshaus gewesen war. Wir wollten, dass die Leute es sehen, sagte Sheila Williams. Wenn die Leute vorbeifuhren, erinnerten sie sich vielleicht an meinen Vater als Weihnachtsmann. In den Wöhren nach dem Sturm verloren die Behörden Turner's Leichnam. Fünf Monate lang versuchte seine Familie ihn zu finden. Immer wieder riefen Pathologen bei Williams an und beschrieben ihr die Körper toter Männer, aber ihr Vater war nicht dabei. Ich sagte ihnen immer, nein, er hat keine Tätowierung. Fünf Monate nach seinem Tod fand man Turner's Leichnam wieder und übergab ihn der Familie. Als es ihr eineinhalb Jahre nach dem Sturm sprach, fiel es Sheila Williams schwer, ihrem Vater zu vergeben. Es macht mich wahnsinnig. Es hätte nicht sein müssen. Ich habe mich so um ihn bemüht und er macht sowas. Seit seinem Tod fehlt der Zusammenhalt in der Familie. Sie bezweifelt, dass je wieder alle zusammenfinden. Sie hat sich für dieses Buch interviewen lassen, damit andere Menschen erkennen, dass eine einzige Entscheidung große Auswirkungen haben kann. Turner war nicht auf den Kopf gefallen. Er hatte in seinem langen Leben einiges an Wissen angehäuft. Als Katrina kam, schloss er einen Kompromiss, der vielschichtiger war, als es zunächst aussah. Je besser ich Turner durch seine Tochter kennenlernte, desto mehr wollte ich über seine Entscheidung wissen. Warum hatte ihn seine Risikoeinschätzung diesmal im Stich gelassen, nachdem sie so lange gut funktioniert hatte? Kann man solche toten Winkel in unserer persönlichen Risikoeinschätzung vorhersehen? Und wenn ja, könnte man sie beseitigen? Risikoforschung Welche ist wohl die für sie wahrscheinlichste Todesursache? Denken Sie kurz nach. Was wird sie nach ihren persönlichen Voraussetzungen ihrer Meinung nach am ehesten umbringen? Es hängt natürlich von ihrem Alter, ihren Genen, ihrem Lebensstil, der Umgebung und tausend anderen Dingen ab. Aber statistisch gesehen kommen in den USA und Deutschland die folgenden drei Todesursachen am häufigsten vor. Erstens Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zweitens Krebs, drittens Schlaganfall. Fragen Sie sich nun selbst, ob diese wahrscheinlichsten Ursachen tatsächlich diejenigen sind, die Sie mehr fürchten als alle anderen. Tun Sie alles, um diese Risiken zu vermeiden. Meditieren Sie jeden Morgen 20 Minuten? Treiben Sie jeden Tag mindestens 30 Minuten lang Sport? Wenn Sie im Meer schwimmen, haben Sie dann mehr Angst, einen Sonnenbrand zu bekommen oder von einem Hai gebissen zu werden? Das menschliche Gehirn sorgt sich um tausend Sachen, ehe es sich um die Wahrscheinlichkeit schert. Wenn wir uns wirklich nur darum kümmern würden, den wahrscheinlichsten Todesursachen vorzubeugen, würden wir uns größere Sorgen darüber machen, einfach umzufallen als über Mord. Die Abendnachrichten würden einen Bericht nach dem anderen über tragische Herzinfarkte senden und wir würden vielleicht mehr Geld für Therapeuten ausgeben als für Polizisten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich selbst etwas antun, ist nämlich doppelt so groß wie die, dass sie von jemand anderem umgebracht werden. sehr fürchten wie das Sterben. Wir fürchten das Wie und nicht so sehr die Tatsache Das. Eigenartigerweise haben wir erst jetzt angefangen zu begreifen, wie wir mit Risiken umgehen. Jahrhundertelang nahmen Philosophen und vor allem Ökonomen an, dass der Mensch ein rationales Wesen sei, wenn nicht jeder Einzelne, so doch die Menschheit im Großen und Ganzen. Um ein Risiko abzuschätzen, so glaubte man, würde der Mensch einfach die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses mit dessen Folgen multiplizieren. Es brauchte allerdings zwei Psychologen, um festzustellen, dass dies nicht stimmte. In den 70er und 80er Jahren veröffentlichte Daniel Kahnemann und Amos Tversky eine Reihe von bahnbrechenden Berichten darüber, wie Menschen Entscheidungen treffen. Sie erklärten, dass die Leute sich auf emotionale Abkürzungen verlassen, sogenannte Heuristiken. Je größer die Ungewissheit, desto mehr Abkürzungen. Und diese Abkürzungen führen, ob schon hilfreich, zu einer ganzen Menge vorhersehbarer Fehler. In einer Studie stellte man beispielsweise fest, dass die Mehrheit der Teilnehmer ein lebensgefährliches Hochwasser, ausgelöst durch ein Erdbeben in Kalifornien, als wahrscheinlicher betrachteten, als ein ebenso lebensgefährliches Hochwasser irgendwo anders in Nordamerika. Die Vorstellung von einem Erdbeben in Kalifornien sorgte für größeren Nachhall als die Aussicht auf ein schlichtes Hochwasser und wurde somit von den Teilnehmern der Studie als wahrscheinlicher eingestuft. In Wahrheit ist die Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers aus anderen Gründen weitaus größer. Aber so ein alltägliches Hochwasser, eines, das jedes Jahr Menschen tötet, löst nicht dieselbe Kaskade emotionaler Abkürzungen aus. Aus irgendeinem Grund ist es weniger furchterregend, was aber nicht bedeutet, als ob es ein rationaler Gedanke ist. Anfangs schimpfte man Kahnemann und Tversky Schwarzmaler. Zu einer Zeit, als die meisten Amerikaner vom Glauben an die Technologie beseelt waren, hatten diese beiden festgestellt, dass der Mensch im Grunde irrational handelt. Man beschuldigte sie, die Schwachstellen im menschlichen Gehirn übertrieben darzustellen. Mehrere Kritiker wiesen darauf hin, dass der Mensch bereits auf einem Mond gewesen sei. Wie konnte eine Spezies, die es so weit gebracht hatte, zum Mond zu fliegen, der Horizontalität unterliegen? Doch ihre Arbeit veränderte die Risikoforschung für immer. Im Jahr 2002, sechs Jahre nach Tverskis Tod, erhielt Kahnemann für ihr gemeinsames Werk den Nobelpreis für Wirtschaft. Heute sind sich die meisten Leute, die Entscheidungsfindungen untersuchen, einig, dass Menschen nicht rational handeln. Wir laufen nicht herum wie Risikoprüfer, stellen Berechnungen an und multiplizieren Wahrscheinlichkeiten. Das ist widerlegt worden, so Paul Slovic, Psychologie-Professor an der University of Oregon und einer der weltweit angesehensten Risikoexperten. Stattdessen verlassen wir Menschen uns auf zwei verschiedene Systeme. Das intuitive System und das analytische. Das intuitive System funktioniert automatisch, schnell, emotional und gerät durch Erfahrungen in Bildern zwanken. Das analytische System ist das Ego der Gehirnidentität. Logisch, kontemplativ und pragmatisch. Je nach Situation kann ein System das andere außer Kraft setzen. Betrachten Sie beispielsweise folgende Frage. Eine Tasse Kaffee und ein Donut kosten zusammen 1,10 Dollar. Der Kaffee kostet einen Dollar mehr als der Donut. Wie viel kostet der Donut? Wenn Ihre Antwort spontan 10 Cent war, hat Ihr intuitives System aus Ihnen gesprochen. Wenn Sie sich dann selbst bei diesen Gedanken ertappt und die richtige Antwort, 5 Cent, gefunden haben, hat der analytische System das intuitive in die Schranken gewiesen. Ist das intuitive System nicht bemerkenswert flink? Es arbeitet mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn es darum gegangen wäre, dass ein Berglöwe Ihnen an die Kehle wollte, hätte es Ihnen das Leben gerettet. Oder den Löwen zumindest einen Moment lang abgelenkt. Aber es lag falsch. Und nun kommen wir zum Moment der Wahrheit. Wir alle machen Fehler, wenn wir Risiken einschätzen. Unsere Risikoformel sieht nie so rational aus wie die folgende, in Katastrophen schon gar nicht. Risiko ist gleich Wahrscheinlichkeit mal Folge. Nein, wenn wir unsere Risikoberechnung auf eine simple Formel reduzieren könnten, würde sie eher so aussehen. Risiko ist gleich Wahrscheinlichkeit mal Folge mal Furcht beziehungsweise Optimismus. Furcht. Kaum ein Begriff den Wissenschaftler verwenden, passt so gut zu dem Gefühl, das er beschreibt. Stellen Sie sich Furcht als die Menschheit in einem Wort vor. Sie steht für alle unsere entwicklungsgeschichtlichen Ängste, Hoffnungen, Lektionen, Vorurteile und Verzerrungen. Alles zusammengefasst, wie in einer dunklen, unbekannten Größe. Nachdem ich mit Risikoexperten über Furcht gesprochen hatte, betrachtete ich sie als Summe zahlreicher anderer Faktoren. Die Furcht hat eine ganz eigene Formel. Jeder Faktor dieser Formel ist in der Lage, das Gefühl der Furcht jener Situation entweder zu steigern oder zu mildern. Um die Unvollkommenheit der Furcht wirklich zu verstehen, schien es mir wichtig, sie in ihre Bestandteile zu zerlegen. Hier ist nun, verbunden mit einer Entschuldigung an die beteiligten Experten dafür, dass ich ihre Erkenntnisse in einer Formel zusammengefasst habe, die Formel für Furcht, wie sie meiner Meinung nach aussieht. Furcht ist leicht Unkontrollierbarkeit Das, wovor sie sich am meisten fürchten, steht vermutlich bei mehreren dieser Faktoren recht weit oben. Die Furcht erklärt uns, warum wir sehr viel mehr Angst vor Flugzeugabstürzen haben, als vor einem Herzinfarkt oder einem Autounfall. Erstens stehen Flugzeuge, im Gegensatz zu Autos, nicht unter unserer persönlichen Kontrolle, was den Furchtfaktor noch zusätzlich in die Höhe treibt. Zweitens sind Flugzeuge den meisten Menschen in höchstem Maße suspekt. In elf Kilometern Höhe fühlen wir uns nicht besonders wohl, vielleicht weil wir, evolutionsgeschichtlich gesehen, nur eine sehr kleine Zeitspanne dort oben verbracht haben. Also schnellt die Furchtkurve wieder nach oben. Andererseits kann man sich Unfälle leicht ausmalen, man denke nur an all die Bilder von Flugzeugabstützen, die man stets in Filmen und Nachrichtensendungen sieht. In einem Flugzeug besteht außerdem die Möglichkeit, dass das Leiden verlängert wird, zumindest im Vergleich zu einem Autounfall, wo es kaum oder gar keine Warnhinweise gibt. Wer von uns hat nicht auch schon erlebt, wie das Flugzeug, in dem man sitzt, plötzlich absackt und sich dann vorgestellt, was das auch bedeuten könnte? Zwischen der Vorahnung des Todes und dem tatsächlichen Ende vergehen mitunter Minuten. Außerdem kommen bei einem Absturz wahrscheinlich viele Menschen ums Leben, nicht nur ein einziger, womit zur Furchtformel noch das Grauen hinzugefügt wird. Das Bild einer Berechnungskurve hilft dabei, sich zu erklären, warum uns ein Busunglück, bei dem 50 Menschen umkommen, betroffener macht als die 100 Menschen, die vielleicht am selben Tag bei vielen einzelnen Autounfällen sterben. Ein Flugzeugabsturz kann auch brutal ungerecht sein, wenn er beispielsweise absichtlich herbeigeführt wurde, etwa von Terroristen, die ein Linienflugzeug als Waffe benutzen. Terroristen verstehen etwas von Furcht. Unvorhergesehene Anschläge auf Zivilisten sind ein sehr wirksames Mittel, um Furcht zu erzeugen. Und Furcht ist ein gutes Mittel, um ein Volk in Aufruhr zu versetzen. Tatsächlich ist die Anzahl der Amerikaner, die in den vergangenen 50 Jahren bei Terroranschlägen ums Leben gekommen ist, kleiner als die Anzahl derer, die aufgrund von Lebensmittelallergien sterben. Der Terrorismus ist aber von Natur aus ein Psychospiel. Nach dem 11. September entschieden sich viele tausend Amerikaner nicht mehr zu fliegen, sondern stattdessen mit dem Auto zu fahren. Das Autofahren schien sicherer und in Anbetracht der verkrampften neuen Sicherheitsrituale auch einfacher. In den Monaten nach dem 11. September starben Geschätze 2302 Menschen zusätzlich. Vermutlich deshalb, weil sie mit dem Auto fahren, statt zu fliegen, wie eine Studie der Cornell University zu Verkehrsunfällen in den USA von 2006 ergab. In der Studie wurde die Gesamtzahl der Verkehrstoten in den Jahren vor dem 11. September mit derjenigen, der Jahre danach verglichen. Es wurde ein Kontrollfaktor eingebaut, der mögliche andere Ursachen für einen Anstieg von Unfällen wie schlechte Wetterbedingungen herausrechnete. Dennoch ergaben sich nach all diesen Berechnungen ein Plus von 2302 Toten, das über der normalen Anzahl von Verkehrstoten stand. Das sind 2302 Menschen, die ohne den 11. September noch am Leben sein könnten. Dies sind die weniger bekannten Opfer zweiten Grades des 11. September. Sie sind Opfer der Zugeständnisse, die wir in Zeiten große Unsicherheit machen. Die Autoren schreiben, die größten Kosten des Terrorismus entstehen nicht unbedingt durch die Anschläge selbst, sondern aus der Reaktion der Öffentlichkeit auf sie. Tatsächlich blieb das Autofahren auch nach dem 11. September noch sehr viel gefährlicher als das Fliegen. Die Wahrscheinlichkeit, während eines längeren Fluges innerhalb der USA zu sterben, lag zwischen 1992 und 2001 bei 8 zu einer Million, wie die Zeitschrift American Scientist herausfand. Die Strecke eines durchschnittlichen Inlandfluges mit dem Auto zu fahren, ist in den USA im Vergleich dazu 65 Mal gefährlicher. Die Hierarchie der Ängste. Justin Clappin, Gesellschafter eines Unternehmens in New Jersey, ist kein Feigling. Er ist Motorradfahrer, Rugby-Spieler und Feuerwehrmann. Im Jahr 2005 bewahrt er sich sogar für die Bob-Mannschaft des America's Cup-Teams. Nach dem 11. September jedoch flog er nicht mehr mit dem Flugzeug. Er hatte von New Jersey aus über den Hudson River hinweg beobachtet, wie die Zwillingstürme einstürzten und war mit seiner Feuerwehreinheit nach Guanzillo gefahren. Mehr musste er nicht sehen. Ich würde gerne in ein Flugzeug steigen, sagt er. Das wäre bedeutend einfacher. Aber er ist überzeugt, dass eine Flugreise das Risiko nicht wert ist. Beim Fliegen wirkt so vieles zusammen. Klaustrophobie, Höhenangst, Angst vor Kontrollverlust, sagt Clappin. In Anbetracht all dieser Faktoren bedeutet ihm die Statistiken gar nichts. Auch wenn die Chancen 1 zu 15 Millionen wären, ist das immer noch ein Mensch zu viel. Leute wie ich denken immer, dass das durchaus einen selber treffen könnte. Als Clappin und seine Freundin im Oktober 2001 eine schon länger geplante Reise machten, fuhren sie mit dem Auto statt zu fliegen. Sie reisten mehr als 1600 Kilometer in seinem Pickup. Auf dem Rückweg machten sie nach einem langen Autotag Rast in South Carolina. Als Clappin auf den Parkplatz fuhr, hörten sie einen lauten Knall. Die Spurstange, die das Lenkrad mit der Lenksäule verbindet, war gebrochen. Beide Vorderreifen hatten sich nach innen gedreht, wie Skier beim Schneepflug. Der Pickup konnte keinen Meter weiterfahren. Clappin starrte auf die nach innen gedrehten Reifen und musste über sie selbst lachen. Das hatte er davon, dass er versucht hatte, sicher zu reißen, indem er nicht flog. Wenn die Stange nur ein paar Minuten früher gebrochen wäre, als sie noch auf dem Highway waren, wäre der Transporter bei 130 kmh außer Kontrolle geraten. Keine Frage, das hätten wir nicht überlebt, sagt er. Nach seinem beinahen Unfall beschloss Clappin, grundsätzlich etwas zu ändern. Er nahm Flugstunden. Er dachte, dass er sich beim Fliegen vielleicht wohler fühlen würde, wenn er wusste, wie alles funktionierte. Also stieg er in eine Cessna, was bei Weitem gefährlicher ist als ein Linienflugzeug. Überraschenderweise fühlte er sich dort vollkommen wohl. Er hatte überhaupt keine Angst. Aber warum nicht? Weil die Leute, die mit dem Auto fahren, statt zu fliegen, keine technische Sicherheit suchen, wie der ehemalige Linienpilot Tom Bunn erklärte, der heute Menschen mit Flugangst berät. Was die Leute wirklich suchen, ist emotionale Sicherheit. Gefahren haben eigene Persönlichkeiten, sagt der Risikoexperte Paus Lovic. So ähnlich wie Menschen. Mitte der 80er Jahre hat er die potenziellen Auswirkungen untersucht, die der Bau eines nuklearen Endlagers am Yucca Mountain in Nevada haben könnte. Je öfter er mit Leuten über ihre Bedenken sprach, desto mehr erkannte er, dass alles, was nuklear heißt, die Menschen verstört. Egal, wie die tatsächlichen Gefahren aussehen. Für Chemikalien gilt dasselbe. Wenn man Leute fragt, woran sie denken, wenn sie Chemikalien hören, ist die Antwort meistens gefährlich oder etwas Gleichbedeutendes, beispielsweise toxisch, riskant, giftig, tödlich oder krebserregend. Bis zu 75 Prozent der Menschen stimmen folgender Aussage zu. Ich bemühe mich nach Kräften im Alltag den Kontakt mit Chemikalien und chemischen Produkten zu vermeiden. Dabei sind die gängigsten Katastrophen solche, vor denen die wenigsten Menschen Angst haben. Bei Bränden beispielsweise sterben jedes Jahr mehr Menschen als bei allen anderen Arten von Unglück zusammengenommen. Und das, obwohl es heutzutage kaum etwas gibt, das wir über Feuer nicht wissen. Wir wissen, wo und wie es entsteht. Wir wissen, wie wir es vermeiden können. Die verheerenden Brände entstehen in den Monaten Dezember und Januar in privaten Haushalten, hervorgerufen durch Brandstiftungen oder Zigaretten. Die Zahl der Todesopfer ist zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens am höchsten. Laut der National Fire Protection Association starben im Jahr 2005 bei Bränden 3.675 Amerikaner. Wenn alle privaten Haushalte Sprinkleranlagen hätten und alle Rauchmelder mit funktionierenden Batterien ausgestattet wären, könnte diese Zahl vermutlich um ein Drittel niedriger ausfallen. Blitzeinschläge sind eine weitere unterschätzte Bedrohung. In reichen Industrieländern wie den USA sind sie vermutlich die größte natürliche Gefahr. Pro Sekunde treffen etwa 100 Blitzeinschläge die Erde und in manchen Jahren kommen mehr Menschen dadurch ums Leben als durch alle anderen Wettereinflüsse. Blitzeinschläge gehören jedoch nicht zu den Dingen, über die wir uns viele Gedanken machen. Ironischerweise sind die zerstörerischsten Einzelkatastrophen meist diejenigen, die am wenigsten überraschen kommen. Hurricane entstehen jedes Jahr zur selben Zeit in derselben Gegend. Trotzdem sind wir jedes Jahr aufs Neue von ihren Verwüstungen schockiert. Zwischen zwei Notstandsausrufungen setzten wir für die nächsten Hurricane-Saison noch eins drauf, indem wir wieder aufbauen und noch mehr Häuser konstruieren. Im Jahr 2010 werden schätzungsweise 70 Prozent aller Amerikaner innerhalb von 150 Kilometern Entfernung von der Küste leben, wo Hurrikane, Hochwasser und tropische Stürme jährlich stattfinden. Die Einwohner Floridas leben besonders gefährlich. Aber sie sind nicht die einzigen. Texas und Kalifornien sind die beiden anderen risikoreichsten Bundesstaaten der USA. Die am wenigsten bedrohten sind Vermont, Delaware und Rhode Island. Erinnern wir uns an Patrick Turner, der sich weigerte, vor dem Hurricane Katrina sein Haus zu verlassen, obwohl er die Möglichkeit hatte. Turner war durchaus in der Lage, Furcht zu verspüren, wenn es um Krankenhäuser und Ärzte ging. Hurrikane aber ließen ihn kalt. Warum? Zum einen fürchten sich die meisten Menschen weniger vor natürlichen Bedrohungen als vor solchen, die von Menschen hervorgerufen wurden. Ob schon der größte Teil der Verwüstung tatsächlich auf Menschen zurückgeht, aufgrund von Überbevölkerung in Küstenregionen, brüchigen Dämmen und ausgelaugten Sumpfgebieten, ist doch die direkte Gefahr, Wind und Regen, natürlich. Wenn wir an die Formel für Furcht denken, scheint das zu stimmen. Chemische Rückstände und atomare Restmüll sind uns nicht so vertraut wie das Wetter. Außerdem sind Ersteren der Lage, in großem Maßstab Todesfälle und Leiden hervorzurufen. Wenn Bedrohungen tatsächlich Persönlichkeiten haben, dann ist der automare Restmüll der ungepflegte Mann, der laut fluchend an der Straßenecke steht. Keiner will ihm zu nahe kommen, egal wie harmlos er ist. Ein Hurricane dagegen ist der langsame, schwerfällige Typ, von dem die Nachbarn später sagen werden, er aber vollkommen harmlos ausgesehen. Bei Patrick Turner ist noch etwas anderes von Bedeutung. Im Jahr vor Katrina hatte er den Bitten seiner Kinder nachgegeben und vor dem Hurricane Ivan sein Haus evakuiert. Dieses Erlebnis war jedoch traumatisch. Damals entstanden furchtbare Staus, zum Teil aufgrund der schlechten Planung durch die Verantwortlichen. Für eine Fahrt von New Orleans nach Baton Rouge, die normalerweise anderthalb Stunden dauert, brauchte man nur um zehn bis zwölf Stunden. Turner fuhr mit seiner anderen Tochter in einem vollgestopften Auto bis nach Austin, Texas und erschwor sich, so etwas nie wieder zu machen. Die eigene Erfahrung war stärker, als jede Warnung von offizieller Seite es sein konnte. Die spürbaren Risiken der Evakuierung schienen größer als das eher abstrakte Risiko des Ausharrens. Turners Leben war geprägt von kleinen Ritualen. Er ging jeden Tag um acht Uhr morgens zur Messe. Jeden Dienstag spielte er mit seinen Brüdern Golf. Samstag kam Sheila Williams und putzte sein Haus. Und jeden Sonntag nahm sie ihn mit auf den Friedhof, um das Grab ihrer Mutter zu besuchen. Sie ließen keinen Sonntag aus. Turner mochte die Vorstellung nicht, seine Gewohnheiten zu unterbrechen. Am Tag bevor Katrina kam, sagte er zu seiner Tochter, er werde sein Haus nicht verlassen, weil er am Montagmorgen in die Messe wolle. Erinnern Sie sich noch an Sedanos Nebel der Verleugnung, nachdem am 11. September eine Boeing 767 in ihr Gebäude gerast war. Diese Art von Verdrängung, ein natürliches und oftmals hilfreiches Produkt des menschlichen Hirns, beginnt lange vor der eigentlichen Krise. Bei manchen Leuten kann sie angesichts einer drohenden Katastrophe undurchdringlich sein. Es ging einfach nicht in seinen Kopf, wie Sheila Williams es ausdrückte. Allgemein lassen sich gerade ältere Menschen nur sehr ungern evakuieren. Im Jahre 1979 waren nach dem Reaktorunfall im Kernkraftwerk von Free Mile Island in Pennsylvania Rentner und über 70-jährige diejenigen, die am wenigsten geneigt waren, ihre Häuser zu verlassen, egal wie nah sie am Reaktor wohnten. Zum Teil rührte dies daher, dass alte Menschen, auch wenn sie die Mittel hätten, den Ort zu verlassen, grundsätzlich keine Veränderung mögen. Turner hatte mehr als 30 Jahre lang in seinem Haus gewohnt. Es war solide gebaut und hatte vielen Hurricanes standgehalten. Warum also nicht auch diesem? Es stellte sich heraus, dass Turners Haus tatsächlich dem Hurricane trotzte. Das Wasser hatte eineinhalb Meter hoch darin gestanden, aber die Wände und das Dach waren stabil. Wer dem Hurricane nicht gewachsen war, war der Mann. Überschätzung. Gerade bei altmodischen Risiken wie dem Wetter neigen wir oft dazu, uns selbst zu überschätzen. Von den 52 Menschen, die durch den Hurricane Floyd im Jahr 1999 ums Leben kamen, starben 70% durch Ertrinken. Die meisten davon in ihren Autos, die im Hochwasser stecken geblieben waren. Dies ist ein immer wiederkehrendes Problem bei Hurricane. Die Leute überschätzen sich und fahren durch das Hochwasser, selbst wenn sie mit Warnungen förmlich bombardiert worden sind, dies nicht zu tun. Diese Neigung ist natürlich individuell unterschiedlich. Eine Studie der University of Pittsburgh ergab jedoch, dass Männer weitaus häufiger dazu neigen, durch Hochwasser zu fahren, als Frauen und deshalb auch eher dabei sterben. Mehr zum individuellen Profil der Risikobereitschaft in Kapitel 4. Weniger als ein Jahr nach Katrina befragte die Harvard School of Public Health 2029 Menschen, die über acht Bundesstaaten verteilt in Gegenden mit hohem Hurricane-Risiko leben. Man fragte sie, was sie tun würden, wenn sie von der Landesregierung aufgefordert würden, vor dem Eintreffen eines schweren Hurricanes ihr Haus zu verlassen. Rund ein Viertel der Befragten antworteten unglaublicherweise, dass sie bleiben würden, obwohl noch immer Bilder des überfüllten Sportstadions von New Orleans in den Nachrichten gezeigt wurden. Weitere 9% sagten, sie wären nicht sicher, was sie tun würden. Mit anderen Worten, ein Drittel der Befragten gab zu, dass sie ihr Haus vielleicht nicht verlassen würden, wenn ein schwerer Hurricane bevorstünde. Noch überraschender waren die Begründungen. Begründung Nummer 1, angegeben von 68% der Befragten, war, dass sie glaubten, ihr Haus sei solide genug, einen Sturm standzuhalten. Selbst Bewohner eines Wohnwagenparks waren nicht geneigter, die Gegend zu verlassen. Wie Camper, die sich im dichten Wald in einem Polyesterzelt verstecken, scheinen wir selbst in dem schwächsten Schutz fälschlicherweise Sicherheit zu sehen. Und wie schon die früheren Statistiken nach Katrina zeigten, kann man das Fluchtverhalten nicht am Einkommen ablesen. Tatsächlich sind die Gruppen, die am ehesten geneigt sind, einen Sturm auszusitzen, Hausbesitzer, 39%, Weiße, 41% und langjährige Einwohner, 45%. Selbst in ruhigen Zeiten tendieren wir zur Selbstüberschätzung. Etwa 90% aller Autofahrer glaubten, sie fahren sicherer als der Durchschnitt. Die meisten Leute glauben auch, bei ihnen sei eine Scheidung, eine Herzerkrankung oder eine Kündigung weniger wahrscheinlich als bei anderen. Und drei von vier in der Nachkriegszeit Geborenen glauben, jünger auszusehen als ihre Altersgenossen. Der Mensch neigt eben dazu, sich überlegen zu fühlen. Amerikanische Psychologen sprechen hier vom Lake-Worbegon-Effekt, benannt nach einer vom Romanautor Garrison-Caylor erfundenen Stadt, wo die Frauen stark sind, die Männer gut aussehen und alle Kinder überdurchschnittlich begabt sind. Dieser Lake-Worbegon-Effekt verzerrt vielleicht ein bisschen, aber es hilft uns, mit bestimmten Dingen fertig zu werden. Wir können schreckliche Ereignisse besser verarbeiten, wenn wir glauben, dass uns in Zukunft kein Leid mehr bevorsteht. Kurz nach dem 11. September ergab eine Meinungsumfrage unter 1000 Amerikaner, dass sie das Risiko, innerhalb des kommenden Jahres, selbst Opfer eines Terroranschlags zu werden, auf 21% schätzten. Das ist viel zu hoch gegriffen. Aber ist noch längst nicht so hoch wie die 48%, die sie bei anderen für wahrscheinlich hielten. Hurrikane sind besonders schwierig, weil wir auf sie reagieren müssen, bevor es furchtbar wird. Wir müssen bei klarem blauen Himmel unsere Häuser verlassen. Wenn man an die Formel für Furcht denkt, wird klar, dass man sich Gewalt, die noch bevorsteht, nur schlecht vorstellen kann. Wenn es noch keine greifbaren Anzeichen gibt, ist die Verleugnung einfach. Da die Städte in den Küstenregionen aber immer schneller wachsen, müssen Evakuierungen immer früher beginnen. Die Infrastruktur ist für solche Massenaufbrüche nicht ausgelegt. Daher sind 10- bis 20-stündige Staus nicht ungewöhnlich. Dies führt dazu, dass die Menschen noch weniger bereit sind, an einem sonnigen Tag loszufahren, und zwar 48 bis 72 Stunden bevor der Sturm das Land erreicht. Experten sind übrigens für dieselben Tendenzen anfällig. Subtile Faktoren schaffen eine Grundstimmung, die uns mehr oder weniger vorsichtig macht. Die Börse, ein hervorragendes Versuchslabor, wenn es darum geht, die menschliche Risikofreudigkeit zu erforschen, bietet ein besonders gutes Beispiel. Im Jahr 2003 fragten sich Taylor Hörschleifer und Taylor Schamwe, zwei Professoren für Betriebswirtschaft, welche Auswirkungen das Wetter wohl auf die Börsenkurse hat. Sie sammelten Wetterdaten von 26 Städten der Welt aus den Jahren 1982 bis 1997. Danach verglichen sie Aktiengewinne für jede dieser Städte an jedem einzelnen Tag. Das Ergebnis war bemerkenswert. Sonniges Wetter ist eng mit hohen Aktienkursen verbunden, und zwar auf eine Weise, die nicht ohne weiteres durch andere Faktoren erklärt werden kann. Wenn morgens die Sonne schien, war es wahrscheinlich, dass die Kurse zulegen. Risikoanalytiker sprechen bei solch emotionalen Entscheidungen von einem Affekt, oder wie Paul Slovic es ausdrückt, einem Rauen der Gefühle. Slovic hat Respekt vor dem Affekt. Er ist gleichzeitig wundersam und beängstigend. Wundersam, weil das Treffen von Entscheidungen aufgrund solch unterbewusster atmosphärischer Einflüsse einst sinnvoll gewesen sein muss. In Kleingemeinschaften, in denen kurzfristiges Überleben wichtig war, war das Wetter ein hervorragender Indikator für Sicherheit. In komplexen Finanzmärkten jedoch, oder in dicht bevölkerten Küstenregionen, funktioniert der Affekt wie ein defekter Kompass. Natürlich kann zu viel Furcht ebenso problematisch sein wie zu wenig. Das Eintreffen von Hurricane Rita, kaum einen Monat nach Katrina, sorgte für tiefe Verunsicherung. Einen Moment lang glaubten fast alle an das schlimmstmögliche Szenario. Obwohl nur 1,25 Millionen Menschen aufgefordert wurden, ihre Häuser zu verlassen, machten sich 2,5 Millionen auf den Weg. Die sorgfältig geplante Evakuierung schlug schnell in Massenfrustration um. Staus von mehr als 150 Kilometern Länge verstopften die Straßen rund um Houston. Mike Cox, Sprecher des texanischen Verkehrsministeriums, sagte Reportern gegenüber, niemand habe damit gerechnet, dass so viele Texaner durch Katrina derart verängstigt worden seien. Unter unseren 15.000 Mitarbeitern ist kein einziger Psychologe, sagte er, und brachte damit ein großes Problem auf den Punkt. Der Mann ohne Furcht. Es wäre einfach, die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen und zu beschließen, dass die Menschheit eben irrational ist und damit ein hoffnungsloser Fall. Aber Furcht lässt sich nicht so einfach abtun. In manchen Fällen bringt sie uns ins Schleudern, macht das Leben weniger sicher und weniger produktiv. Bei anderen Gelegenheiten aber ist die Weisheit aus Ohrzeiten in unserem Kopf gespeichert wie so viele unserer Notfallreflexe. Der Neurologe Antonio Damasio lernte in den 70er Jahren am Medizinischen Institut der University of Iowa einen rätselhaften Patienten kennen. Der Patient, den er Elliot nennt, um seine Identität zu schützen, war ein erfolgreicher Geschäftsmann, Ehemann und Vater, bis er in einem Tumor erkrankte. Als man den Tumor fand, war er so groß wie eine kleine Orange. Er konnte jedoch in seiner Operation erfolgreich entfernt werden. Und Elliot schien geheilt. Er konnte sprechen, sich bewegen und sich an Dinge erinnern wie zuvor. Er machte einen IQ-Test und lag im oberen Bereich. Elliot war die personifizierte Vernunft. Er wusste, aber er fühlte nicht, wie Damasio sagte. Endlich, ein Mensch mit der perfekten Risikoeinschätzung, sollte man meinen. Falsch. Elliot schien in vielerlei Hinsicht normal, aber je öfter Damasio mit ihm sprach, desto öfter stellte er fest, dass etwas fehlte. Elliot erzählte seine Lebensgeschichte wie ein Historiker, der eine lang zurückliegende Tragödie schildert. Wenn Damasio Elliot zuhörte, merkte er, dass er betroffener war als Elliot selbst. Eriets Leben lag in Scherben. Er konnte in der Welt nicht funktionieren. Es fiel ihm schwer, Entscheidungen zu treffen und er neigte dazu, sich an Details festzubeißen, die eigentlich keine Rolle spielten. Er konnte keinen Tag vorausplanen, geschweige denn eine Woche. Er verlor seinen Job und seine Ehe wurde geschieden. Er verlor all seine Ersparnisse, weil er sein Geld in ein dubioses Unternehmen gesteckt hatte, obwohl seine Freunde ihn davor gewarnt hatten. Damasio untersuchte Elliot's Gehirn und erkannte, dass der Tumor beide Frontallappen beschädigt hatte. Besonders betroffen war der Rechte. Alles andere war in Takt. Damasio fand zwölf andere Patienten mit ähnlichen Schädigungen. Jeder dieser Patienten wies dieselbe Kombination von Unentschlossenheit und Gefühlskälte auf. Je mehr Damasio dazulernte, desto mehr wusste er sogenannte irrationale Empfindungen zu schätzen. Emotionen und Gefühle waren für den Verstand kein Hindernis. Sie waren ein wesentlicher Bestandteil. Der Verstand ist vermutlich nicht ganz so rein, wie viele Menschen glauben oder sich wünschen, schrieb er. Bestenfalls zeigen die Gefühle den richtigen Weg. Sie bringen uns in einem Entscheidungsraum in eine geeignete Stelle, wo wir dann die Logik als Mittel gut einsetzen können. Wenn wir Emotionen einbeziehen, läuft die menschliche Risikowahrnehmung auf einem höheren Niveau, nicht einem niedrigeren. Damasios Erkenntnisse haben mich davon überzeugt, dass man seine Risikoeinschätzung nicht dadurch verbessert, dass man Emotionen vermeidet oder sie wegwünscht, sondern indem man Kapital daraus schlägt. Wenn man sie richtig nutzt, kann Furcht unser Leben retten. Ziehen Sie die Maske über Mund und Nase und helfen Sie dann erst Mitreisenden. Dennis Meletti untersucht seit mehr als 30 Jahren, wie man am besten vor Bedrohungen wie Hurricane und Erdbeben warnt. Er sagt, er weiß, wie man es macht. Das sei nicht das Problem. Das Problem sei, die Leute, besonders Regierungen, dazu zu bringen, seinen Rat anzunehmen. Meletti lebt heute in der kalifornischen Wüste. Nachdem er lange Zeit an der University of Colorado in Boulder gelehrt hat, ist er nun im Ruhestand. Aber er beklagt sich noch heute bei jedem, der es hören mag. Wir haben in diesem großen, wohlhabenden Land mit gut ausgebildeten Menschen kein adäquates Warnsystem. Wir sollten uns nicht auf das Glück verlassen. Wir können mehr tun. Wir haben ein halbes Jahrhundert lang Warnungen untersucht und wir wissen, was zu tun ist. Wie so viele andere Katastrophenforscher wird auch Dennis Meletti fortwährend enttäuscht. Zum Glück hat er Sinn für Humor. Wenn er etwas besonders Provokantes sagt, lacht er gleich danach lautlos und zeigt dabei seine unnatürlich weißen, ebenmäßigen Zähne. Wird er aufgefordert, einen Vortrag zu halten, was oft vorkommt, erscheint er schon mal im Hawaii-Hemd. Dann setzt er zu mitreißenden Verurteilungen an und fordert zum Handeln auf. Aus all diesen Gründen hat Meletti in der kleinen, manchmal mühsamen Welt der Katastrophenforschung eine Art Kultstatus erreicht. Im Juli 2006 trat Meletti anlässlich der jährlichen Katastrophenkonferenz in der University of Colorado in Boulder bei einem Diskussionsforum mit dem Titel Risikoangemessenes Verhalten auf. Das Auditorium war mit 440 Katastrophenexperten vollbesetzt. Meletti war der letzte Sprecher und der einzige, der keine PowerPoint-Präsentation mitgebracht hatte. Er stand einfach auf und begann zu wettern. Wie vielen Menschen müssen wir noch dabei zusehen, wie sie gegen die Dächer ihrer Häuser hämmern, ehe wir ihnen voraussagen, wie hoch das Hochwasser steigen wird und wie stark das Erdbeben wird? Wie viele Menschen müssen sterben, damit wir etwas tun? Er schrie es fast. Selbst wenn wir den politischen Willen nicht schaffen können, müssen wir trotzdem etwas tun. Die Masse tobte. Als Raucher weist Meletti gern darauf hin, dass das Land bestimmte Risiken durchaus ernst nimmt. Wissen Sie, wie viele Rauchverbotsschilder in einem Flughafen hängen? Wir haben uns ganz einfach nicht dazu entschlossen, bei den Druckkatastrophen dasselbe zu tun, sagte er. Wieso können wir an der kalifornischen Küste keine Schilder aufstellen, auf denen steht, dieses Gebiet wird im Falle eines Tsunamis überflutet? Ich würde sagen, dass wir die Rauchverbotsschilder in Flughäfen abnehmen sollten, wenn wir nicht vor anderen Bedrohungen genauso waren. Später, als wir in der Nähe von Boulder Creek Hamburger aßen, spulte Meletti weitere Gegenbeispiele ab. Wissen Sie, wie es kommt, dass jeder weiß, dass man im Brandfall keinen Aufzug benutzen soll? Warum wissen das alle? In Hawaii ist es heute Teil der Inselkultur, sich sofort in höhere gelegene Gebiete zu begeben, weil man eine Erdbeben spürt. In Santa Monica müsste das genauso sein. Man muss Tsunami-Warnsysteme in die Kultur integrieren. Wie die meisten Teilnehmer des Workshops war auch Meletti untröstlich über das, was Hurricane Katrina angerichtet hatte, denn es war eine vermeidbare Katastrophe gewesen. Anders als einige jüngere Zuhörer rechnet Meletti fest damit, wieder enttäuscht zu werden. Wir wissen im Voraus genau, wo die ganzen großen Katastrophen eintreten werden. Allerdings unterschätzen Einzelne immer wieder das Risiko. Die Öffentlichkeit ignoriert Ereignisse, die mit geringer Wahrscheinlichkeit aber sehr großen Folgen auftreten können. Der Einzelne sagt sich, es wird ja nicht ausgerechnet dieses Flugzeug sein, nicht dieser Bus, nicht heute. Wir berechnen Risiken immer noch mit dem alten Rechenschieber, der es dem größten Teil unserer Entwicklungsgeschichte übergetan hat, obwohl wir längst Taschenrechner zur Hand haben. Wir essen ja auch immer noch Schokoladentorte, obwohl wir keinen Winterspeck mehr brauchen. Aber wir können lernen, weniger Kuchen zu essen. Und genauso ist es möglich zu lernen, Risiken besser zu beurteilen. Wie setzen wir uns also über unsere schlimmsten Instinkte hinweg? Das Erste und Wichtigste wäre, dass die Leute, die für die Warnungen verantwortlich sind, uns mit Respekt begegnen. Es ist erstaunlich, wie selten in Warnungen erklärt wird, warum man etwas tun sollte, statt nur was man machen soll. Wenn man dieses Problem einmal erkannt hat, sieht man es überall. Ich glaube, dass die Öffentlichkeit hauptsächlich deshalb so viele Fehler bei der Einschätzung von Risiken macht, weil diejenigen, die uns schützen sollten, kein Vertrauen in sie hat. Sie sollen uns auf dem Weg durch Extremistan begleiten, aber zu selten sprechen sie mit uns auf Augenhöhe. Sie haben schon oft gehört, wie die Flugbegleiter das Anlegen der Sauerstoffmasken erklären. Ziehen Sie die Maske über Mund und Nase und helfen Sie dann erst mit Reißenden, lautet die Anweisung. Die Flugbegleiter sagen uns aber nicht, warum wir zuerst unsere eigene Maske anlegen sollen. Stellen Sie sich vor, man würde Ihnen sagen, dass Sie im Falle eines Druckverlusts in der Kabine nur 10 bis 15 Sekunden Zeit hätten, bevor Sie das Bewusstsein verlieren. Aha! Dann würden Sie verstehen, warum Sie Ihre eigene Maske zuerst anlegen und danach erst Ihrem Kind helfen sollten. Sie würden verstehen, dass wenn Sie nicht Ihre eigene Maske zuerst anlegen würden, Sie beide bewusstlos wären. Und zwar noch bevor Sie fragen könnten, wie funktioniert dieses Ding eigentlich. Auf einmal wird es diese Anweisung anhören wie gesunder Menschenverstand. Es wäre motivierend. In den späten 90er Jahren führte die US-Regierung eine wichtige Befragung von 457 Passagieren durch, die schwere Flugzeugunfälle erlebt hatten. Mehr als die Hälfte gab an, sie hätten nicht bei den gesamten Sicherheitshinweisen zugehört, weil sie sie schon einmal gehört hätten. Von denen, die das meiste mitbekommen hatten, sagten 50 Prozent aus, die Hinweise hätten ihnen in diesem Notfall nicht geholfen. Rückblickend sagten sie, sie hätten mehr Informationen über Notausgänge gebraucht, wie man die Rutschen benutzt und wie man von Flügel hinunterkommt, wenn man aus dem Notausgang darüber ausgestiegen ist. Sie wollten lebensnahere, praktischere Anweisungen, als sie bekommen hatten. Das Handgepäck ist ein anderes, großes Problem bei Flugzeugabstürzen. Etwa die Hälfte aller Passagiere versucht, ihr Handgepäck mitzunehmen, wenn das Flugzeug evakuiert werden muss. Selbst dann, wenn die Flugbegleiter sie angewiesen haben, nichts mitzunehmen. Es ist dasselbe Sammelverhalten wie bei Elia Sedano im World Trade Center, als das dringende Bedürfnis hatte, ihren Krimi mitzunehmen, bevor sie ihr Büro verließ. Später, so berichteten die Absturzopfer, behinderte dieses Handgepäck das schnelle und sichere Verlassen des Flugzeuges. Die Leute traten darauf, als sie sich durch die Dunkelheit tasteten und die Taschen wurden zu geschossen, als die Rettungsrutschen hinuntergerast kamen. Die Lösung dieses Problems ist vielleicht gar nicht so kompliziert. In einer neueren Studie aus Großbritannien regte ein freiwilliger Teilnehmer an, dass die Flugbegleiter, statt die Passagiere lediglich anzuweisen, alles liegen zu lassen, sagen sollten, wenn sie Handgepäck mitnehmen, wird das Leben kosten. Warum also geben die Fluggesellschaften keine besseren Anweisungen, sogar dann nicht, wenn Überlebende von Abstürzen ihnen Rat geben? Zunächst einmal geht es ums Geschäft. Sie möchten ihre Kunden nicht mit allzu lebhaften Schilderungen abschrecken. Da ist es besser, wenn die Worte abstrakt bleiben und schnell wieder vergessen werden. Es gibt aber noch einen weiteren, tückischeren Grund. Mitarbeiter von Fluggesellschaften trauen, wie die meisten Fachleute auf ihren Gebieten, dem Rest der Menschheit nicht besonders viel zu. Wie Polizisten glauben auch sie, Zivilisten stünden eine Stufe unter ihnen, sagt Dan Johnson, der Psychologe in der Forschung arbeitet und mehr als 30 Jahre lang Fluggesellschaften beraten hat. Bei Luftfahrtkongressen muss er stets darum kämpfen, dass die Experten auch die menschliche Seite der Dinge erfassen. Die würden viel lieber über technische Geräte oder Trainingshandbücher diskutieren und sich keine Sorgen über das machen, was ich als ebenso wichtig betrachte, nämlich menschliches Verhalten. Wenn das Schlimmste eintritt, erschwert das Misstrauen dem Normalbürger gegenüber die Lage erheblich. Oft wollen Piloten und Flugbegleiter die Passagiere nicht über einen Notfall informieren. Damit sie sich nicht aufregen, sagt Johnson. Deshalb lassen sie sie unwissend dasitzen und wenn das Unglück dann passiert, weiß keiner, was zum Teufel los ist. Als ich neulich in Washington DC mit der U-Bahn unterwegs war, hörte ich folgende Ansage. Bitte bleiben Sie im Brandfall ruhig und warten Sie auf weitere Informationen. Das war's. Hunderte von Gesprächen und Gedanken wurden für diese Information unterbrochen. Die Betreiber der U-Bahn trauen mir nicht. Sie glauben, ich würde in Hysterie verfallen und ihre Anweisungen im Brandfall ignorieren. Was aber haben diejenigen, die diese Ansage produziert haben, versäumt? Sie hatten eine wunderbare Gelegenheit, mir mitzuteilen, wie viele U-Bahn-Brände jedes Jahr in Washington entstehen. Das hätte meine Aufmerksamkeit erregt. Sie hätten ebenfalls die Gelegenheit, mir zu erklären, warum es in den meisten Fällen besser ist, im Brandfall im Wagen zu bleiben. Weil sie auf dem Gleisen von einem Stromschlag getötet werden können und die Tunnels oft so schmal sind, dass kein Platz bleibt, wenn eine andere Bahn kommt. Stattdessen hat man mir gesagt, ich soll mich nicht aufregen. Schade, ich wollte gerade anfangen, mich aufzuregen. Vertrauen ist der Grundstein eines jeden effektiven Warnsystems. Derzeit ist das Vertrauen beiderseits mangelhaft. Die Verantwortlichen trauen den Leuten nicht und die Leute trauen den Verantwortlichen nicht. Zum Teil ist dies eine Folge unserer Lebensweise. Paus Lovic schrieb im Jahr 2000 in seinem Buch The Perception of Risk, unsere sozialen und demokratischen Strukturen fördern, so bewundernswert sie in vielerlei Hinsicht sein mögen, das Misstrauen. In einer kapitalistischen Gesellschaft mit Pressefreiheit gibt es so viel Positives. Aber sie ist kein Ort, wo die Bürger übermäßiges Vertrauen zur Autoritätsperson entwickeln. Dieses Misstrauen macht es für die Regierung schwerer, das auszugleichen, was die Bürger nicht sehen. Dies jedoch gehört zu den wichtigsten Aufgaben einer Regierung. Um einen Vertrauensmangel zu überwinden, braucht es zwar ein gewisses Maß an Einfallsreichtum, aber man kann es schaffen. Das Gehirn wird am ehesten durch Bilder gefesselt. Wie jeder Journalist oder Werbetexter weiß, übertrumpft eine Anekdote jede Statistik. Deshalb zeigen Literiereklamen ja auch immer einen Gewinner, der sich in seinem neuen Reichtum sonnt. Ramon Valencia feiert Vatertag mit dem Gewinn von einer Million Dollar, wirbt man in Kalifornien. Alle Wahrscheinlichkeitsrechnungen verblassen neben dem Bild von Ramon Valencia, Vater von vier Kindern mit Wohnsitz im nicht eben reichen La Puente. Normalerweise denken die Menschen in binären Schemata. Entweder es passiert oder es passiert nicht. Entweder bin ich davon betroffen oder nicht. Wenn man also hört, dass das Risiko durch einen Sturz zu sterben bei 6 zu 100.000 liegt, sortieren die meisten es in die Rubrik Passiert mir nicht ein. Obwohl Sturz in den USA die dritthäufigste Unfallursache mit Todesfolge sind. Nach Autounfällen und Vergiftungen. Es wäre viel effektiver, ihnen von dem dreijährigen Grant Shield zu erzählen, der zu Hause spielte, hinfiel und sich an einer Vase schnitt. Das Kleinkind starb 2007 an seinen Verletzungen. Oder von Patrick Witzowski, 19 Jahre alt, der im selben Monat beim Spazierengehen in der Nähe seiner Wohnung fiel und mit dem Kopf aufschlug. Noch am Unfallort wurde sein Tod festgestellt. Solche Todesfälle werden in den Medien immer als ungewöhnlich beschrieben, obwohl sie vergleichsweise häufig vorkommen. Wenn die Menschen sich vorstellen, dass ihnen etwas Gutes widerfahren könnte, zeigen sie sich risikofreudiger, egal wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Bei Studien mit Aufnahmen des menschlichen Gehirns zeigte sich ein Teil des Gehirns, das sogenannte ventriale striatium, bei Spiel- und Drogensüchtigen besonders aktiv. In dieser Hirnregion erhält sich der sogenannte Nucleus Akkumbens, wenn die Menschen erwarten, dass sie Geld gewinnen werden. Und wenn diese Hirnregion aktiviert ist, neigt man eher dazu, größere Risiken einzugehen. Ein Casino muss nun also dafür sorgen, dass man einen Gewinn erwartet, selbst wenn es nie dazu kommt. Das erklärt vielleicht auch, weshalb Casinos die Spieler mit kleineren Anreizen ködern, wie billigen Essen, kostenlosen Getränken, Bonuspunkten und kleinen Überraschungsgeschenken. Auch die Erwartung solcher Anreize kann den Nucleus Akkumbens aktivieren, was dazu führt, dass die Menschen noch risikofreudiger werden. Wenn man sich vorstellt zu verlieren, enthält sich ein anderer Bereich des Gehirns. Wenn man damit rechnet, dass etwas Schlimmes passiert, wie beispielsweise eine Katastrophe, wird die Antoria in Sula aktiviert. Diese Hirnregion ist ebenfalls aktiv, wenn man verstörende Bilder erwartet. Deshalb zeigt Reklame für Versicherungen grausame Bilder, welche die Antoria in Sula aktivieren und so ein risikovermeidendes Verhalten hervorriefen, wie etwa das Abschließen einer Versicherung. Das bedeutet nicht, dass man die Menschen erschrecken muss, um sie für Katastrophen zu sensibilisieren. Es geht auch subtiler. In Old Town, Alexandria, im Bundesstaat Virginia beispielsweise, zeigen Striche, die in die Mauern einer großen renovierten Fabrik gefräst wurden, wie hoch das Wasser des Potomac River bei Hochwasser in der Vergangenheit bereits gestiegen ist. Nebenan bei Starbucks zeigt ein Foto an der Wand, wie das Hochwasser das Kaffee umschließt und ein Mann im gelben Regenmantel vorbeipaddelt. Es gibt durchaus kreative Möglichkeiten, die Erinnerungen im Alltag wach zu halten. Tatsächlich ist es wichtig, die Menschen nicht mit einer allzu bedrohlichen Warnung zu überfordern. Eric Holtman hat elf Jahre lang das Amt für Notfallmanagement von King County im Bundesstaat Washington geleitet. Bei seiner Arbeit stellte er fest, dass das nur ein schmaler Grad ist zwischen dem Moment, wo man die Aufmerksamkeit des Menschen gewinnt und dem Moment, wo sie aufgeben, weil es ja sowieso nichts bringt. Im Jahre 2005 veröffentlichte eine Organisation einen großen Bericht darüber, was passieren würde, wenn es am Seattle foult ein starkes Erdbeben gäbe. Eine Stärke von 7,4 wäre möglich. Die Autoren des Berichts gingen jedoch von einem nicht ganz so furchterregenden Szenario aus, sondern von 6,7 auf der Richterskala, was geschätzte 1.660 Menschenleben kosten würde. Denn sie gingen davon aus, dass sie so mehr Aufmerksamkeit bekämen. Holtman fügt hinzu, manchmal ist es schwer, die Menschen für den schlimmsten Fall zu sensibilisieren, weil der schlimmste Fall so schrecklich ist, da schlagen die Leute nur die Hände über den Kopf zusammen. Wer mir jedoch vernünftige, lebensnahe Ratschläge erteilt, sind die meisten Menschen sehr aufgeschlossen. In der Republik Vanathur im Pazifischen Ozean haben die Bewohner eines entlegenen Teils der Insel Pentecote keinerlei Zugang zur moderne Technik. Einmal pro Woche jedoch haben sie die Möglichkeit fernzusehen. Dann kommt ein Laster mit Satellitenschüssel, Videorekorder und Fernsehgerät in die Stadt und alle versammeln sich dort, um Unterhaltung zu haben. Nach einem Erdbeben in Papua-Neuguinea 1998 zeigte der Laster ein Video der UNESCO darüber, was man tun muss, um bei einem Tsunami zu überleben. Im Jahr 1999 spürten die Insulaner ein starkes Erdbeben, genau wie in dem Video, und sie liefen sofort in höher gelegene Gebiete. 30 Minuten später überflutete eine riesige Welle die Stadt. Von den 500 Menschen kamen jedoch nur drei ums Leben. Überall auf der Welt, auch in Entwicklungsländern, neigen die Verantwortlichen unglücklicherweise dazu, Hightech-Geräte zu bevorzugen, statt die Dinge einfach zu halten. Nachdem bei einem Zyklon an der Küste von Bangladesch 1970 mehr als 300.000 Menschen starben, baute die Regierung ein komplexes Warnsystem auf. Freiwillige wurden darin geschult, Flaggen zu hissen, die zehn verschiedene Warnstufen bedeuteten. Eine Umfrage unter der Landesbevölkerung im Jahr 2003 ergab, dass nur wenige Menschen auf diese Signale beachteten. Mohammed Nurul Islam beispielsweise sagte er in der Umfrage des Instituts für Gefahrenforschung, ich weiß zwar, dass es Signale in den Warnstufen von 1 bis 10 gibt, aber ich weiß nicht, was sie bedeuten. Er hat dagegen sein eigenes Überlebenssystem. Ich kann jede Art von Katastrophe voraussehen, wenn der Himmel sich verfinstert, wenn die Bienen schwärmen, das Vieh unruhig wird oder der Wind von Süden kommt. Sogar Kinder reagieren manchmal besser als teure Warnsysteme, wenn sie einige grundlegende Informationen bekommen haben. Die englische Schülerin Tilly Smith war 2004 mit ihren Eltern und ihrer Schwester in Thailand, als plötzlich die Flut kam. Touristen deuteten auf Fische, die sich auf dem Sand wandten. Am Horizont begann das Wasser eigenartig zu blubbern und Boote hoben und senkten sich. Die zehnjährige Tilly hatte zwei Wochen zuvor im Erdkundeunterricht einiges über Tsunamis gelernt. Sie hatte ein Video über einen Tsunami auf gesehen und die Anzeichen zu deuten gelernt. Mami, wir müssen jetzt vom Strand weg. Ich glaube, da kommt ein Tsunami, sagte sie. Ihre Eltern begannen, die Leute ringsherum zu warnen und zum Gehen aufzufordern. Dann rannte die Familie zu ihrem Hotel und alarmierte die Hotelangestellten, welche dann den Strand evakuierten. Dieser Strand war einer der wenigen in Phuket, wo niemand getötet oder schwer verletzt wurde. Die besten Warnungen sind stets wie gute Werbung. Stimmig, leicht verständlich, spezifisch, häufig wiederholt, persönlich, exakt und gezielt. Vergleichen Sie diese Beschreibung nur mit dem, was Warnsysteme des amerikanischen Heimatschutzsystems, wo die Alarmstufenfarben zugeordnet sind. Es ist tatsächlich leicht verständlich und es wird auch häufig wiederholt. Aber abgesehen davon sind die Warnungen unstimmig, unspezifisch, unpersönlich und ungezielt. Dennis Miletti, der Experte in Sachen Warnungen, sagt, das ist kein Warnsystem. Das sind nur die ersten 10% eines Systems. Eine Einteilung in Risikostufen. Es ist, wie man sagt, für Hochwasser sieht es heute orange aus. Warnungen müssen den Menschen sagen, was sie tun sollen. Da die meisten Menschen nicht wissen, wie sie handeln müssen, wenn eine Alarmstufe orange für Terroranschläge ausgerufen ist, sind die Farbeinteilungen unzureichend. Als ob jemand an sein Glas klopft, um einen Toast auszusprechen und dann schweigt. Was aber kann der Normalbürger tun, um seine eigene Risikowahrnehmung zu schärfen? Ich habe Risikoexperten befragt und sie haben mir ihre Tricks verraten. Wenn es um finanzielle Risiken geht, weigert sich Nikolas Taleb, der mathematische Händler, Zeitung zu lesen oder Nachrichten im Fernsehen anzusehen. Er will sein Gehirn nicht irgendwelche Kaufen-Verkaufen-Einflüsterungen aussetzen. Paul Slovic vermeidet aus denselben Gründen kurzfristige Investitionen. Er investiert breit gestreut und kümmert sich dann nicht mehr darum. Genauso wenig lernt man vom Fernsehen, was Katastrophenrisiken betrifft. Berichte über Haiangriffe lenken ihr Gehirn von Risiken ab, die viel wahrscheinlicher sind. Jährlich sterben weltweit nur etwa sechs Menschen durch Haie. Ich sage den Leuten immer, wenn es schon in den Nachrichten ist, dann muss man sich keine Sorgen mehr machen. So richtig neu ist das wenigste davon, schreibt der Sicherheit-Experte Bruce Schneider. Das, was nicht in den Nachrichten gezeigt wird, das, was schon so alltäglich ist, dass es nicht mehr neu ist, wie Autounfälle und häusliche Gewalt. Darüber sollte man sich Sorgen machen. Das wiederholte Anschauen von Katastrophenbildern im Fernsehen kann erheblichen Schaden anrichten. Studien, die nach dem 11. September erstellt wurden, zeigten, dass der Stress für Erwachsene und Kinder umso mehr anstieg, je länger sie die Berichte ansahen. Allgemein sorgt das Fernsehen dafür, dass wir uns über die falschen Dinge Sorgen machen. Beim Lesen kann das Gehirn Übertreibungen der Medien besser herausfiltern. Worte springen uns emotional nicht so an wie Bilder. Es ist also erheblich gesünder, Zeitungen zu lesen als fernzusehen. Wenn man keine ausreichenden Informationen bekommt, kann man den Gefühlen freien Lauf lassen. Vor langer Zeit war das immer so. Man musste sich jeden Tag, jeden Augenblick auf sein Gefühl verlassen. Wenn man in den Zeiten, bevor es Bücher und statistisches Material gab, wissen musste, welche Pilze giftig waren, war es ratsam, sich auf Hörensagen und Gerüchte zu verlassen, sagt Gerd Gigerenzer, Direktor des Forschungsbereichs für adaptives Verhalten und Kognition am Max-Planck-Institut in Berlin. Wenn die Daten aber vorhanden sind, und sie sind es heute mehr als hier zuvor, gibt es nichts Besseres, um damit das nackte Gefühl zu unterfüttern. David Ruppeik, Co-Autor eines Buches über Risiken, unterdrückt seine Instinkte nicht ganz. Er lässt sich bei der Entscheidungsfindung von seinen Gefühlen helfen. Wir werden unsere Gefühle stets nutzen. Wir werden nie alle Informationen besitzen. Wir müssen unsere Gefühle auch deshalb einsetzen, um damit die Lücken zu füllen. Aber, und da liegt die Herausforderung, das kann gefährlich sein. Wenn man danach geht, wie sich ein Risiko anfühlt, dieser bei allen Fakten widerspricht, setzt man sein Leben aufs Spiel. Daher prüft Ruppeik sich selbst genau, wann immer sein Gefühl den bekannten Fakten widerspricht. Sein Gefühl beispielsweise wehrt sich dagegen, einen Fahrradhelm zu tragen. Er hat das Gefühl, damit albern und dämlich auszusehen. Er zwingt sich trotzdem dazu, einen Helm zu tragen. Er weiß, dass sein Gefühl im Gegensatz zu den Zahlen steht. Deshalb unterdrückt er sein Gefühl, ebenso wie er sich untersagt, ein Stück Schokoladentorte zu essen. Meistens jedenfalls. Wenn Sie das nächste Mal von etwas hören, das Sie schreckt, sollten Sie Fakten sammeln. Seien Sie jedoch skeptisch, wenn Sie absolute Zahlen lesen oder gar keine Zahlen. Junge Eltern werden beispielsweise durch Warnungen von plötzlichen Kindstod zunehmend verunsichert. Damit wird ein unerklärbarer Tod von Kleinkindern unter einem Jahr beschrieben. Wenn man bedenkt, was auf dem Spiel steht und wie viele vorbeugende Möglichkeiten es gibt, beispielsweise das Baby auf dem Rücken schlafen zu lassen, sind diese Warnungen sinnvoll. Es wäre jedoch besser, wenn die Angst verbreitenden Broschüren, die den jungen Eltern im Krankenhaus ausgehändigt werden, das Risiko richtig beleuchten. Die Warnungen könnten vielleicht so lauten. Man weiß noch nicht sehr viel über den plötzlichen Kindstod. Die Zahl der Fälle war allerdings noch nie so niedrig wie heute, weil Eltern wie Sie die in dieser Broschüre beschriebenen vorbeugenden Maßnahmen befolgt haben. Weniger als eins von tausend Babys stirbt auf diese Weise. Mehr als viermal so viele sterben aufgrund von Geburtsfehlern oder zu geringem Geburtsgewicht. Sie müssen also nicht siebenmal pro Nacht aufstehen und nachsehen, ob das Baby noch atmet. Befolgen Sie einfach die folgenden Regeln und achten Sie auf Ihren eigenen Schlaf. Auf diese Weise werden Sie mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit bessere Eltern. Selbstverständlich werden die Menschen auch dann, wenn sie genug über das Risiko wissen, nicht weniger risikofreudig entscheiden. Dennis Belletti, einer der herausragendsten Gefahrenexperten der USA, lebt in einem der am stärksten durch Erdbeben gefährdeten Gebiete Nordamerikas. Ich habe ihn gefragt, ob das klug ist. Nein, hat er geantwortet, das ist Blödsinn. Aber im Gegensatz zu 86 Prozent der Kalifornier ist Belletti gegen Erdbebenschäden versichert. Er hat auch Vorräte für mehrere Tage in seinem Haus. Und statt sein Haus abzubezahlen, hat er seine Ersparnisse bei der Bank, damit er Geld hat, falls er welches braucht. Er ist nicht im Nebel der Verleugnung stecken geblieben. Er ist ein wohlüberlegtes Wagnis eingegangen. Bis zu dem Tag, an dem das Mega-Erdbeben kommt, mit dem er sicher rechnet, darf er in Palm Springs Kalifornien leben. Teil 2. Überlegung 3. Angst. Körper und Seele einer Geisel Die Botschaft der Dominikanischen Republik in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota war in einem schäbigen Gebäude außerhalb des Diplomatenviertels untergebracht. Der amerikanische Botschafter, Diego Asensio, brauchte mit seinem Fahrer und seinen vier Bodyguards mindestens eine halbe Stunde bis dorthin. Aber der dominikanische Botschafter feierte den Unabhängigkeitstag seines Landes und traditionell kamen alle Botschafter zu den Empfängen der anderen. Abgesehen davon war es schließlich Asensios Job, bei Cocktailpartys nach kleineren Schätzen zu suchen. Es gab immer eine Gelegenheit, ein kleines Gerücht, eine wackelige Theorie oder unfreundliches Geflüster aufzuschnappen, das sich irgendwann als nützlich erweisen würde. Mit seinen 48 Jahren hatte sich Asensio, wie er es später ausdrückte, an das gedämpfte Licht bequemer Büros gewöhnt. Er war als Sohn spanischer Einwanderer in einem Arbeiterviertel in Newark, New Jersey, aufgewachsen. Mit Charme, harter Arbeit und fließendem Spanisch hatte er es geschafft, sich einen Platz im Kleinadel des Diplomatentums zu erobern. Er studierte an der Georgetown University of Hawaiian Service in Washington DC und arbeitete in den US-Botschaften in Mexiko, Panama, Brasilien und Venezuela, bevor er nach Kolumbien kam. Im Auswärtigen Amt war Asensio als geselliger Pfeifenraucher bekannt, der nicht zögerte, seine Meinung auch zu heiklen Fragen kundzutun. Er liebte schmutzige Witze, laut einem damaligen Zeitungsbericht je schmutziger, desto besser. Am 27. Februar 1980, dem Tag der Feier, war er seit zweieinhalb Jahren amerikanischer Botschafter in Kolumbien. Asensio rauschte gegen Mittag auf das Fest. Er hatte nur wenige Punkte abzuhaken, den Gastgeber begrüßen, ein paar Freunden Hallo sagen und sich dann elegant aus dem Staub machen, um rechtzeitig zum Lunch wieder weg zu sein. Etwa 60 Leute waren bereits da. Das Geplänkel war, wie üblich bei derartigen Veranstaltungen, kollegial, aber kalkuliert. Asensio begann, seine Runde zu machen. Botschafter aus Israel, der Sowjetunion, Ägypten und der Schweiz sowie der Abgesandte des Papstes, begrüßten sich mit Wangenkuss oder Handschlag und nahmen sich von den Kanapés. Als der venezilianische Botschafter Asensio beiseite nahm, um über ein Vorhaben bezüglich der örtlichen Fleischindustrie zu diskutieren, wusste Asensio, dass es Zeit war zu gehen. Er bewegte sich langsam in Richtung Tür und bereitete sich darauf vor, sich zu verabschieden. Genau zu diesem Zeitpunkt aber betraten zwei gut gekleidete Paare das Haus durch die Vordertür, vorbei an Asensios gepanzerten Chrysler und seinen Leibwächtern. Die beiden Paare blickten ungewöhnlich ernst für diesen Anlass, erregten aber keine besondere Aufmerksamkeit. In den diplomatischen Vertretungen tauchten regelmäßig professionelle Partycrasher auf. Die vier Neuankömmlinge waren jedoch Mitglieder von M19, einer Gruppe radikaler nationalistischer Rebellen, und sie waren hier, um Diplomaten als Geiseln zu nehmen. Sie stellten sich in einer Reihe am Saaleingang auf, öffneten ihre Jacken, zogen Pistolen aus den Gürteln und begannen, an die Decke zu schießen. Als der Putz herunterfiel, war es zunächst vollkommen still. Dann fingen einige Frauen an zu schreien. Männer brüllten etwas. Trotz seiner eher korpulenten Figur tauchte Asensio sofort ab und kroch zwischen einem Sofa und die Wand. Andere Gäste taten gar nichts, sie sahen schweigend zu, wie die Welt um sie herum zusammenfiel. Während weiter geschossen wurde, blickte Asensio vom Boden auf, um nach dem der monikanischen Botschafter zu sehen, der kreischend aus dem Raum rannte, unmittelbar gefolgt von dem Ruf seiner Frau. Malol, benimm dich wie ein Mann, der ihn wieder zurückbrachte. In der Zwischenzeit waren zwölf weitere junge Leute, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Fußball herumgekickt hatten, ebenfalls in die Botschaft gerannt, hatten Schrotflinten, Karabiner und Pistolen aus ihren Sporttaschen geholt und auf Asensios Leibwächter draußen vor der Tür geschossen. Die Sicherheitsleute erwiderten das Feuer, waren aber stark in der Unterzahl. Als die 16 Terroristen in der Botschaft verbarrikadierten, war das Durcheinander von Schreien, Fluchen und Schüssen überwältigend. Kugeln zertrümmerten die große Fensterscheibe, unter der Asensio lag, sodass die Scherben auf ihn herabregneten. Er hörte die Kugeln in die Wand hinter ihm einschlagen. Die Terroristen hatten mehr als 50 Menschen gefangen genommen, eine der größten Gruppen in der Geschichte der Diplomatie. In den vorangegangenen zwei Monaten waren allein in Lateinamerika ein Dutzend Botschaften besetzt worden. Zum selben Zeitpunkt besetzten iranische Militaristen die amerikanische Botschaft in Teheran. Asensio hatte Berichte über Diplomaten gelesen, die in Geiselhaft genommen worden waren und er selbst war kürzlich in Verhandlungen beteiligt gewesen, mit denen ein Beamter des Friedenkorps aus den Händen kolumbianischer Guerillakämpfer befreit worden war. Da er all dies wusste, rechnete er nicht damit, dass es für ihn gut ausgehen würde. Mein Gefühl sagte mir, dass es gar keine Möglichkeit für mich gab, da lebend herauszukommen. Im Grunde genommen war ich schon tot, erinnerte er sich. Die Physiologie der Furcht Wie fühlt es sich an, dem Tod ins Angesicht zu schauen? Was passiert in unserem Gehirn, wenn uns der Boden unter den Füßen wegbricht? In allen Stadien des Überlebensbogens werden unsere Reaktionen von Furcht geleitet. Wir beschäftigen uns mit ihren Auswirkungen hier am Anfang der Überlegungsphase, weil die Furcht gewöhnlich dann am größten ist, wenn wir begriffen haben, welcher Gefahr wir gegenüberstehen. Jegliche Überlegung wird durch das Prisma der Furcht gefiltert. Das Verhalten der Menschen im Katastrophenfall ist so lange unerklärlich, bis wir verstehen, welche Auswirkungen die Furcht auf Körper und Verstand hat. Die menschliche Furchtreaktion gleicht stark der anderer Tiere. Daher ist den Wissenschaftlern mehr über die Furcht bekannt als beispielsweise über Schuld und Schamgefühl. Der Hirnexperte Joseph Ledoux sagt, Furcht ist etwas Fundamentales. Es gibt äußere Schlüsselreize, die sie einschalten und gut ausgearbeitete Reaktionen, die uns helfen, damit umzugehen. Das zieht sich schon seit Millionen von Jahren durch die Evolutionsgeschichte. Die erste Regel der Furcht lautet, die Furcht ist primitiv. Man denke nur daran, dass uns in einer schrecklichen Situation die Haare zu Wege stehen. Welchen Sinn könnte das haben? Im Grunde keinen, jedenfalls für uns. Wissenschaftler glauben, dass dieses Verhalten verwandt ist mit dem Aufplustern der Federn bei Vögeln oder dem Abspreizen der Flossen bei Fischen. Reaktionen, die dem Überleben der Tiere dienen. In unserer langen Entwicklungsgeschichte hat uns die Furcht gute Dienste erwiesen. Und sie tut es noch immer, allerdings mit ein paar Ausnahmen. So wanderte die Furcht durch Asensios Körper. Ein unerwartetes Geräusch von mehr als 90 Dezibel löst instinktiven Alarm beim Menschen aus. Ein Gewehrschuss liegt übrigens bei 120 bis 155 Dezibel. Sobald Asensios Ohren die dröhnenden Schüsse hörten und noch bevor er erkannte, worum es sich handelte oder dass er Angst hatte, ging ein Reiz über den Gehörnerv an sein Gehirn. Als der Reiz das Stammhörn erreichte, leiteten Neuronen die Information weiter an die Amygdala, eine mandelförmige Uhrmasse von Zellkernen, die tief in den Temporallappen des Gehirns liegt und eine zentrale Rolle im menschlichen Furchtsystem spielt. Als Antwort schickte die Amygdala eine Kaskade von Veränderungen durch Asensios Körper. Von einem Moment zum nächsten schaltete Asensio in den Überlebensmodus, und zwar ohne jede bewusste Entscheidung seinerseits. Wenn Diego Asensios Körper genauso reagiert wie die der meisten Menschen unter solchen Umständen, dann hat sich die chemische Zusammensetzung seines Blutes so verändert, dass es leichter gerinnt. Gleichzeitig verengten sich seine Blutgefäße, damit er bei einer Verletzung weniger stark bluten würde. Sein Blutdruck und seine Herzfrequenz schossen nach oben. Zusätzlich raste eine Menge von Hormonen, vor allem Cortisol und Adrenalin durch seinen Körper, um den großen Muskeln einen Antriebsschub zu geben. Die Hormone sind so stark, dass manche Menschen nach Situationen, wo sie in Todesangst waren, einen eigenartigen chemischen Geschmack im Mund verspüren. Die nächste Regel der Furcht lautet, für jedes Geschenk, das sie uns macht, nimmt sie uns etwas weg. Wie ein Land, das angegriffen wird, hat auch ein Körper nur begrenzte Reserven. Das Gehirn muss entscheiden, was Vorrang hat und worauf man verzichten kann. Unsere Muskeln spannen sich an und machen sich bereit. Der Körper stellt eigene Schmerzmittel her. Aber unsere Fähigkeit, klar zu denken und die Umgebung detailliert wahrzunehmen, nimmt ab. Das Cortisol behindert den Teil des Gehirns, der das komplexe Denken steuert. Plötzlich haben wir Schwierigkeiten, Probleme zu lösen, sogar einfache, wie eine Schwimmweste anzulegen oder einen Gurt zu lösen. All unsere Sinne sind von Grund auf verändert. Manche Menschen, wie Alia Sedano im World Trade Center, erblinden kurzfristig. Nicht alle Diplomaten suchten Deckung wie Asensio. Der Generalkonsul von Costa Rica wanderte während des Schusswechsels durch den Raum, seinen Dring fest in der Hand, bis einer der Angreifer ihn zu Boden riss. Eine Botschafterin, die erst drei Wochen zuvor nach Burgota gekommen war, stand unfäßig zu bewegen auf einer Treppe. Glasscherben regneten auf sie nieder, aber sie rührte sich nicht. Schließlich schrie einer der Angreifer sie mehrmals an. Runter, sie werden erschossen! Danach sagte die Botschafterin in die Hocke. Die Amygdala wird auf zwei verschiedene Arten über Gefahr informiert. Die erste haben wir bereits kennengelernt. Der Neurologe Joseph Ledoux nennt sie den niederen Weg. Asensios Ohren schickten einen Reiz direkt an die Amygdala, um eine Reaktion des sympathischen Nervensystems auszulösen. Der niedere Weg ist eine schnelle und ungenaue Verarbeitungsbahn, schreibt Ledoux in seinem hervorragenden Buch Das Netz der Gefühle. Das Geräusch der Schüsse sandte aber auch einen Reiz durch die sensorische Rinde, die äußere Schicht der grauen Substanz, die an Asensios höheren Hirnfunktion eine Rolle spielt. Die sensorische Rinde erkannte das Geräusch als Pistolenschüsse und sandte eine detaillierte Botschaft an die Amygdala. Dies ist der hohe Weg. Er liefert ein vollständigeres Bild von dem, was passiert ist, ist dafür aber langsamer. Je mehr Zeit wir haben, um auf eine Bedrohung zu reagieren, desto mehr können wir die anspruchsvolleren Fähigkeiten unseres Gehirns benutzen. Wir können die Bedrohung in einen Zusammenhang setzen, unsere Handlungsmöglichkeiten überdenken und intelligent handeln. Diese höheren Funktionen sind jedoch stets langsamer und schwächer als die erste Reaktion der Amygdala. Wie beim Risiko, so ist es auch bei der Furcht. Emotionen sticht Vernunft. Ledoux sagt, Emotionen reißen Gehirnressourcen an sich. Das hat auch einen Grund. Wenn eine blutrünstige Bestie vor ihnen steht, wollen sie garantiert nicht, dass ihre Aufmerksamkeit schwindet. Während die Schießerei andauerte, versuchte Asensio gleichmäßig zu atmen. Sein Gehirn hatte gerade genug Zeit zum Denken. Die Situation war so dramatisch, dass er die Phase der Verleugnung übersprang und gleich zur Überlegung überging. Da er sich hinter seinem Sofa mit niemandem beraten konnte, sprach er mit sich selbst. Aber sein Selbstgespräch verlief nicht so, wie er es erwartet hätte. Auf dem Boden zusammengekauert, verglich er zunächst seine Gefühle damit, wie er sich eine solche Situation vorgestellt hatte. Ich versuchte, mich selbst zu diagnostizieren, sagte er. Zu seiner Überraschung sah er nicht sein ganzes Leben an sich vorbeiziehen. Stattdessen erinnert er sich, wie in Norman Mailers Roman »Die Nackten und die Toten«, Männer, die unter Beschuss geraten waren, Probleme hatten, ihren Darm zu kontrollieren. Inmitten des Tumults um ihn herum stellte er fest, dass ihm dieses Problem erspart geblieben war. Sein Gehirn hatte auf die Suche nach einem Drehbuch die Erinnerungen durchforstet, um mit dieser Situation fertig zu werden und förderte passende Fakten zutage. Aber sie stellten sich in diesem Fall als falsch heraus. Tatsächlich, dachte Asensio, Mailer hat sich geirrt. An sich hatte Mailer recht, denn unter extremem Stress gibt der Körper einige unwesentliche Funktionen auf, wie zum Beispiel Verdauung, Speichelfluss und manchmal auch die Kontrolle über Blase und Schließmuskel. Ein Feuerwehrmann in einer amerikanischen Stadt – ich musste versprechen, den Ort nicht zu verraten – hat sich zehn Jahre lang jedes Mal in die Hosen gemacht, wenn in seiner Wache Alarm ausgelöst wurde. Seine Kollegen erinnern sich noch heute an den Gestank. Irgendwann erlitt der arme Mann einen Herzinfarkt und wechselte den Beruf. In einer Studie über S-Soldaten im Zweiten Weltkrieg gaben 10 bis 20 Prozent an, sich in die Hosen gemacht zu haben. Die Dunkelziffer ist vermutlich höher, da Inkontinenz nicht zu den Dingen gehört, die Soldaten gern zugeben. Aber wie Asensio feststellte, es passiert nicht jedem. Asensio erlebte jedoch eine andere klassische Furchtreaktion. Die Verlangsamung von Zeit. Raum und Zeit driften vollkommen auseinander, schrieb er später. Das, was um mich herum vorging, schien anfangs schneller abzulaufen und ging dann in Zeitlupe über. Die Szene glich einer verwochenen, albtraumhaften Halluzination. Einer grotesken Scharade. Alles sah verzerrt aus. Alles war anders, als es sein sollte. Die Schießerei eskalierte, während er hinter dem Sofa kauerte. Eine Kugel streifte eine der Geiselnehmerinnen am Kopf. Sie schoss weiter, obwohl ihr das Blut über das Gesicht lief. Ein anderer Guerillakämpfer, ein 17-jähriger Highschool-Schüler, im grünen Sweatshirt, der in der Nähe der Tür gestanden hatte, bekam eine Kugel in den Kopf und sagte zu Boden. Asensio starrte auf dem blutüberstürmten Kopf des Jungen und fühlte sich eigenartig gleichgültig. Es war unwirklich. Direkt vor mir lag ein toter junger Mann und trotzdem schien es irgendwie surreal. Dieses eigenartige Gefühl der Distanziertheit, die sogenannte Dissoziation, kann sehr subtil sein. In einer Studie mit 115 Polizisten, die gefährliche Schusswechsel erlebt hatten, berichteten 90 Prozent von dissoziativen Symptomen, von einem Gefühl der Betäubtheit oder Bewusstseinsverlust bis hin zu Gedächtnisschwierigkeiten. Im Extremfall kann Dissoziation sich als außerkörperliche Erfahrung äußern, bei der die Betroffenen erzählen, dass sie sich selbst von oben beobachtet haben. Patienten, die an Epilepsie, Migräne oder Schizophrenie leiden, berichten von demselben Phänomen. Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer temporären Unfähigkeit des Gehirns, eine zu große Flut von Informationen zu verarbeiten. Extreme Dissoziation scheint die letzte Waffe des Gehirns zu sein. Sie tritt besonders häufig bei Patienten auf, die als kindersexuell missbraucht wurden. Hanoch Jerushalmi, ein israelischer Psychologe, der mit zahlreichen Traumapatienten gearbeitet hat, sagt, es ist eine Methode, um zu überleben. Die Menschen sagen damit, du hast meinen Körper, aber meine Seele kriegst du nicht. Und wie alle Abwehrmechanismen, so fordert auch die Dissoziation einen Tribut. Eine Reihe von Studien hat ergeben, dass, je intensiver die Dissoziation in einer Krise ist, sich der Überlebende desto schwerer davon erholt. Diego Asensio schätzt, dass der heftigste Teil der Schießerei mindestens eine halbe Stunde dauerte. Aber bis zum heutigen Tag weiß er es nicht genau. Es kam mir endlos vor, sagt er. Als nur noch vereinzelte Schüsse fielen, konnte er das Stöhnen der Verletzten um sich herum hören. Nach Absprache Messi selbst beschloss er, die Sache mit Würde durchzustehen, wenn irgendwie möglich. Mir war klar, dass ich unmöglich zu meiner Frau und meinen Kindern und zu meinen Kollegen im Auswärtigen Amt zurückkehren könnte, wenn ich umfiele wie ein Sack und sagte, ich schaffe das nicht. Als er diese Entscheidung getroffen hatte, fühlte sich Asensio ein wenig besser. Viele Menschen denken in lebensbedrohlichen Situationen an ihre Kinder oder daran, was andere von ihnen denken werden, wenn die Katastrophe vorüber ist. In rauer See, nach Luft schnappend oder auf der Suche nach dem Ausgang in einem brennenden Flugzeug, hören sie die Stimmen ihrer Angehörigen. Manchmal sind die Stimmen sogar höhnisch. In seinem Buch Guests of the Ayatollah über die Geiselkrise im Iran 1979 beschreibt der Autor Mark Bauden ein Selbstgespräch eines Piloten, nachdem sein Helikopter bei einer aussichtslosen Rettungsaktion Feuer gefangen hat. Die Passage beschreibt, wie überwältigend diese im Grunde spekulativen Gedanken sein können. Der Pilot schaltete den Motor ab und blieb einen Moment lang sitzen, überzeugt davon, sterben zu müssen. Dann sah er aus irgendeinem Grund das Gesicht des Vaters seiner Verlobten vor sich, der vor seinem zukünftigen Schwiegersohn nie besonders angetan gewesen war. Vor seinem inneren Auge sah er, wie dieser Mann bei einem Familienfest kommentierte, dass man den Körper des armen Trottels, gebraten wie ein Weihnachtspuder, auf dem Sitz seines Hubschraubers gefunden habe. Diese schreckliche Vorstellung gab ihm neuen Antrieb. Er wollte nicht vorgefunden werden, wie ein zu heiß gebratener Puter. Er musste zumindest versuchen herauszukommen. Er kletterte aus dem Fenster und lief brennend vom Wrack seines Helikopters weg. In der Botschaft in Bogota hörte die Schießerei schließlich auf. Der Anführer der Guerillakämpfer versammelte Asensio und die anderen Gefangenen an einer Stelle. Er war ein ernster junger Mann mit Brille, der sich selbst als Kommandante UNO bezeichnete. Er nannte die Forderungen der Gruppe, die Freilassung von 311 Angehörigen der M19, 50 Millionen Dollar Lösegeld in bar und öffentliche Anklage gegen die kolumbianische Regierung wegen Brutalität. Während er diese Liste der Fantastereien anhörte, war Diego Asensio sicher, dass er sterben würde. Dieses Gefühl machte ihm eigenartigerweise keine Angst. Erst Tage später, als es möglich schien, dass er vielleicht doch überleben würde, kehrte die Angst zurück. Ein simulierter Flugzeugabsturz. Um mir besser vorstellen zu können, was es heißt, unter Stress seine Sinne zu verlieren, fuhr ich nach Oklahoma City ins Luftfahrtrainingszentrum der Federal Aviation Administration. Auf einem Feld hinter den Laboren war ein Teil eines Jets aufgebockt. Eines Nachmittags bestieg ich mit 30 Kabinenchefs die Flugzeugattrappe. Innen sah es aus wie in einem normalen Flugzeug. Die Flugbegleiter machten Witze und benahmen sich wie Passagiere. Kann ich bitte einen Cocktail bekommen? Ich habe viel Geld für diesen Flug bezahlt. Als jedoch Rauch in die Kabine drang, wurde es still. Wie die meisten Menschen, so hatte auch ich unterschätzt, wie schnell der Rauch die ganze Kabine von der Decke bis zum Boden füllen würde. Er entfaltete sich vor uns wie ein schwarzer Vorhang. Der Rauch war ungiftig, aber er hatte den gewünschten Effekt. Die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, wie wenig man im Falle eines Brandes sehen kann und wie viel mehr Arbeit das Gehirn deshalb leisten muss. Wir bekamen an diesem Tag eine leise Ahnung davon. Innerhalb von 20 Sekunden konnten wir nur noch die Leuchtstreifen am Boden sehen. Als wir aufstanden, um die Kabine zu verlassen, hörten wir einen lauten Rums. Jemand aus einer Gruppe von erfahrenen Flugbegleitern hatte sich den Kopf an einem Gepäckfach gestoßen. Schon bei wenig Stress arbeitete unser Gehirn ungenau. Als wir uns geduckt und unserem jeweiligen Vordermann festhaltend aufreiten, um die Kabine über die Rettungsrutsche zu verlassen, mussten mehrere Flugbegleiter von ihren Kollegen getröstet werden. Dann kamen wir hinaus ins Licht und die Stimmung hälte sich auf. Die Flugbegleiter jubelten, als einer nach dem anderen zum Boden rutschte. Als nächstes gingen wir zu einem überdachten Schwimmbecken, um eine Wasserrettung zu simulieren. Wir trugen, wie Passagiere, normale Kleidung und sprangen ins Wasser, wobei wir an der Reißleine zogen, damit sich unsere Schwimmwesten mit Luft füllten. Bei echten Flugzeugabstürzen ignorieren die Menschen für gewöhnlich die Anweisung und blasen ihre Westen bereits im Flugzeug auf. Ein verständlicher Fehler in der Situation. Eine Schwimmweste ist jedoch eine sperrige Sache, die an einem Flugzeug wertvollen Platz einnimmt und das Gehen und Sehen erschwert. Die erste Übung für uns bestand darin, sich von einem Helikopter aufnehmen zu lassen, einem Korb, der von der Decke herabgelassen wurde. Wieder gab es eine Menge Jubel und Beifall. Dann aber ging es an die Rettungsinselübung. Schon allein auf die riesige gelbe Rettungsinsel zu klettern war eine Qual. Wir mussten einander hinauf und hineinhiefen. In dem Tumult bekam ein Flugbegleiter ein blaues Auge verpasst, musste aber bis zum Schluss durchhalten. Drinnen der Rettungsinsel verstärkte der starke Geruch nach Erbrochenem, von der chemischen Behandlung des Kunststoffmaterials, den realistischen Eindruck. Dann mussten wir die unhandliche Dachplane der Rettungsinsel über unsere Köpfe aufspannen, um Schutz vor den eiskalten Wellen zu finden, die über uns zusammenschlugen, dank eines gnadenlosen Ausbilders mit einem Wasserschlauch. In dem dämmerigen Licht las eine Flugbegleiterin mit lauter, tiefer Stimme Anweisungen aus einem Rettungskoffer vor, während wir anderen Wasser schöpften und die Plane hielten. Es war schwer zuzuhören oder zu denken, weil ständig Wasser auf unseren unzureichenden Plastikschutz prasselte. Alle 30 Sekunden, wenn ein Strahl eiskalten Wassers durchkam, brachen meine Mitüberlebenden in Geschrei aus. In diesem Augenblick erinnerte ich mich daran, dass mein Wissenschaftler, der für das Militär arbeitete, einmal gesagt hatte, dass die Leistungsfähigkeit des Menschen in sehr kalter oder sehr heiser Umgebung äußerst schnell abnimmt. Ich hatte nur fünf Minuten in diesen nassen, stinkenden Haufen verbracht und fühlte mich plötzlich völlig ausgepumpt. Ich wusste, dass ich rechtzeitig zum Abendessen draußen sein würde. Mein Leben war nicht im geringsten in Gefahr und doch fühlte ich mich erschöpft. Mein Hirn hatte sich wohl mehr anstrengen müssen, als mir bewusst war. In diesem Moment schien mir die Vorstellung, sich in einer wirklichen Notsituation still selbst aufzugeben, gar nicht so unwahrscheinlich. Im Kaninchenbau. In lebensbedrohlichen Situationen erlangen wir bestimmte Fähigkeiten und verlieren dafür andere. Diego Asensio stellte plötzlich fest, dass er glasklar sehen konnte. Tatsächlich war seine Sehkraft auch Monate nach der Belagerung stärker als vorher, sodass sein Augenarzt ihm eine andere Brille verschrieb. Andere Menschen, in den meisten Studien sogar die Mehrheit, bekommen einen Tunnelblick. Gesehfertig, schränkt sich um etwa 70 Prozent ein, sodass sie in manchen Fällen wie durch ein Schlüsselloch sehen und das, was am Rande ihres Gesichtsfeldes vor sich geht, nicht verfolgen können. Die meisten Menschen bekommen auch eine Art Tunnelgehör. Bestimmte Geräusche vernimmt man seltsam gedämpft, andere lauter als sie tatsächlich sind. Stresshormone wirken wie halluzinogene Drogen. Kaum jemand übersteht ein Materium wie dieses, ohne irgendeine Form von veränderter Wahrnehmung zu erleben. In einer Studie mit Polizisten, die auf Zivilisten geschossen hatten, gaben 94 Prozent gegenüber dem Kriminologen David Klinger an, mindestens eine Form von Verzerrung wahrgenommen zu haben. Nur wenigen war klar, was auf sie zukam. Deshalb wurden sie von den Verzerrungen abgelenkt und manche schämten sich sogar dafür. Eine der faszinierendsten Verzerrungen ist die seltsame Verlangsamung der Zeit in mehr als 50 Prozent der Fälle. Die zeitliche Verzerrung ist so häufig, dass es in der Wissenschaft ein eigenes Wort dafür gibt. Tachio-Psychie. Aus dem Griechischen bedeutet Beschleunigung der Denkvorgänge. Autofahrer erinnern sich beispielsweise an die Aufkleber des Wagens, den sie gerammt haben. Opfer von Raubüberfällen erinnern sich daran, wie viele Patronenkammern die Pistole des Räubers hatte. Und ein Polizist, der dem Polizeipsychologen Alexis Artwohl von einem Schusswechsel erzählte, erinnerte sich, ich sah, wie Chaos ausbrach und wunderte mich darüber, dass da Bierdosen langsam durch die Luft an meinem Gesicht vorbeischwebten. Noch mehr wunderte ich mich darüber, dass das Wort Faderwell auf dem Boden eingedruckt war. Es stellte sich heraus, dass es Patronenhüsen waren, die von dem Polizisten kamen, der neben mir stand und schoss. Warum scheint die Zeit langsamer zu vergehen, wenn wir große Angst haben? Was passiert denn in unserem Gehirn? Und was es auch sein mag, rettet es uns vielleicht das Leben? Als David Igelmann in der dritten Klasse war, ging er mit seinem älteren Bruder auf Kundschaft in ein halbfertiges Haus, das in der Nachbarschaft gebaut wurde. Der Vater hatte ihn ausdrücklich verboten, dort zu spielen, doch der Rohbau war ein allzu verlockendes Klettergerüst. Als er auf dem Dach herumkletterte, verlor Igelmann den Halt und fiel vier Meter tief zu Boden. Doch der Absturz fühlte sich nicht so an, wie er es erwartet hatte. Es war ja so, dass der Sturz ewig zu dauern schien, erinnert er sich. Und statt Angst zu haben, während der Tücheläre schwebte, merkte Igelmann, dass sein Gehirn versuchte herauszufinden, was man tun konnte. Er war vollkommen ruhig. Ich hatte eine ganze Reihe von Gedanken, an die ich mich noch heute, spät in meinem Leben erinnern kann. Wie Diego Asensio durchforstete er seine geistige Datenbank auf der Suche nach einem Drehbuch für dieses Szenario. Aber er konnte nichts finden, was wirklich hilfreich war. Zunächst wollte er nach dem Rand des Dachs greifen, erkannte aber, dass es zu spät dafür war. Als er die roten Backsteine unter sich immer näher kommen sah, dachte er plötzlich an Alice im Wunderland. Ich dachte, so muss es sich gefühlt haben, als in den Kaninchenbau fiel, erzählte er. Erst als er mit dem Gesicht voran gelandet war und blutete, fühlte er Angst. Er sprang auf und rannte zum Haus eines Nachbarn. Igelmann wurde Neurowissenschaftler. Er arbeitet heute am Baylor College of Medicine in Houston, Texas und verbringt viel Zeit damit, diesen Zeitlupensturz nachzustellen. Ich versuche herauszufinden, wie das Gehirn Zeit darstellt, sagt er. Wir denken nicht darüber nach, aber auch unter normalen Umständen kontrolliert unser Gehirn die Zeit. Man kann sich das Gehirn wie einen Uhrenladen vorstellen. Die Informationen kommen zu etwas unterschiedlichen Zeiten herein, daher zeigen keine zwei Uhren die gleiche Zeit an. Das Gehirn aber schaltet sie gleich, damit wir nicht durcheinander geraten. Wie aber macht das Gehirn das? Und was macht es anders, wenn alles wie in Zeitlupe abzulaufen scheint? Niemand weiß das genau. Deshalb beschloss Igelmann, der damals an der University of Texas arbeitete, es mit einem ungewöhnlichen Experiment herauszufinden. Er hatte sich vorgenommen, Menschen so in Angst zu versetzen, dass sie eine Verlangsamung der Zeit wahrnehmen würden. Das Ziel war herauszufinden, ob die Menschen ihre Umwelt tatsächlich in Zeitlupe sahen oder ob es später nur so schien. Wir untersuchen das Sehen, indem wir Druckbilder untersuchen, die dann entstehen, wenn das Sehvermögen etwas missversteht, sagt er. Dasselbe versuche ich mit temporären Verzerrungen. Es dauerte acht Monate, bis Igelmann die Zusage vom Universitätskomitee für Menschenversuche bekam. Das war ein echtes Wunder, sagt er. Und eines schönen Frühlingstages stieg er mit 23 Freiwilligen auf einen 50 Meter hohen Turm in Dallas. Es war stürmisch, umso besser für Igelmanns Vorhaben. Er grottete ein nach dem anderen in ein Sicherheitsgeschirr und ließ dann jeden einzelnen rückwärts vom Turm fallen. Es war wichtig, dass sie nach hinten fielen, fand Igelmann, um dadurch größtmögliche Furcht hervorzurufen. Die Freiwilligen fielen mit mehr als 100 Stundenkilometern Richtung Boden, bevor sie sicher von einem Netz aufgefangen wurden. Igelmann probierte die Vorrichtung selbst aus. Es war, als ob man von einem Dach fiele. Das ist verdammt unheimlich. Ich fühle mich danach wie ein anderer Mensch, rief er. Das ist gegen jeden darwinistischen Instinkt, wenn man nichts hat, woran man sich beim Fallen festhalten kann. Jetzt, da er eine Furchtreaktion hervorrufen konnte, musste Igelmann die zeitliche Verzerrung messen. Jeder der Freiwilligen wurde mit einer speziellen Uhr ausgestattet. Die Anzeige zeigte eine Zahl an, die schneller blinkte, als das menschliche Auge es normalerweise erfassen kann. Beim Fallen sahen die Studenten auf die Uhr und versuchten, die Ziffer zu lesen. Igelmann folgerte, wenn die Studenten sie sehen konnten, dann entwickeln wir Menschen unter extremem Stress Superkräfte. Unser Gehirn sieht besser als sonst und dadurch entsteht das Gefühl, dass die Zeit langsamer vergeht. Die Ergebnisse waren niederschmetternd. Wir sind nicht wie Neo im Film Matrix, sagt Igelmann. Alle Freiwilligen fühlten sich so, als ob sie sich in Zeitlupe bewegen würden. Jeder sagte, das seien die längsten drei Sekunden in seinem Leben gewesen. Keiner ab hatte die Ziffer lesen können. Igelmann ist der Ansicht, dies bedeutete, dass die zeitliche Verzerrungen primär in unserer Erinnerung existiert. Die Zeit vergeht nicht langsamer. Es ist nur so, dass man in einer Angstsituation andere Teile des Gehirns, wie die Amygdala benutzt, um Erinnerungen abzuspeichern. Und weil sie reicher sind, scheint es, als ob mehr Zeit vergangen sei. Mit anderen Worten, ein Trauma hinterlässt einen so tiefgreifenden Eindruck im Gehirn, dass man im Nachhinein den Eindruck hat, es sei in Zeitlupe abgelaufen. Igelmann plant weitere Experimente mit dem freien Fall. Unter anderem möchte er herausfinden, warum manche Leute von Verlangsamung der Zeit berichten, andere aber das Gefühl haben, die Zeit vergehe schneller. Diego Asensio erlebte beides, allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Zudem macht sich Igelmann Gedanken darüber, wie sehr sich unser Gehör unter extremer Belastung verändern kann. Polizisten, die an Schießereien beteiligt waren, berichteten, manche Geräusche seien gedämpft zu hören gewesen, andere jedoch gar nicht. In bestimmten Situationen kann dies problematisch sein, beispielsweise, wenn beteiligte Polizisten keine Erinnerung mehr daran haben, mit ihrer Waffe geschossen zu haben. Es kann aber auch genial sein. Genau dann, wenn wir uns konzentrieren müssen, blendet das Gehirn all die Geräusche aus, die uns ablenken könnten. Letzte Frage ist dann die, ob diese Reflexe willentlich an- oder ausgeschaltet werden können. Wenn dies möglich wäre, was könnten wir dann alles tun? Wir könnten unser Gehirn so verfeinern, dass es ein Präzisionswerkzeug wird, ein Instrument, mit dem wir erkennen, welche Fähigkeiten wir im richtigen Moment verstärken oder abschalten müssen. Wir könnten mit anderen Worten das, was wir ohnehin die meiste Zeit über tun, aber wir könnten es auch im akuten Katastrophenfall, für dessen Überleben wir entwicklungsgeschichtlich noch nicht ausgerüstet sind. Werdegang eines Revolverhelden Jim Guerrillo war ein Revolverheld. Unter Polizisten und Kampfausbildern war der pensionierte New Yorker Polizist eine Legende. Und laut dieser Legende hatte er mehr Schusswechsel mitgemacht als jeder andere Polizist, Cowboy oder Mafiaboss seit der Erfindung des Schießpulvers. Wir sprachen im Oktober 2006 bei der Arbeit in diesem Buch miteinander. Er nahm sich viel Zeit für mich und gab viel von seinem Wissen an mich weiter. Neun Monate später starb Cirillo im Alter von 76 Jahren bei einem Autounfall in der Nähe seines Hauses im Norden des Bundesstaates New York. Es war das je und tragische Ende eines langen Lebens. Ich bin dankbar dafür, dass ich ihn interviewen durfte und bedauere, dass ich nie wieder die Gelegenheit dazu haben werde. Während wir miteinander sprachen, wurde klar, dass Jim Cirillo sich selbst nicht als Legende sah. Er weigerte sich zu sagen, wie viele Schießereien er mitgemacht hatte. Obwohl anderswo zweistellige Zahlen veröffentlicht wurden. Ich will keine Zahlen nennen, sagte er. Leute müssen ja denken, mit mir stimmt was nicht. Er sagte, er fände sich selbst eher feige. Ich habe auf der Wache nicht mal Blut gespendet. Ich wollte nicht, dass man mit Nadeln in mich hineinsticht, bekannte er. Als er im Jahre 1954 zum New York Police Department kam, hoffte Jim Cirillo nie mehr auf jemanden schießen zu müssen. Mehr als zehn Jahre lang wurde ihm der Wunsch erfüllt. Damals arbeitete er als Schusswaffenausbilder. Er feuerte seine Waffe viele tausend Male ab, doch niemals auf einen echten Menschen. Ende der 60er Jahre aber erschütterte eine Reihe gewalttätiger Raubüberfälle auf kleine Läden in die Stadt. Die Polizei fand einen in seinem Geschäft regelrecht hingerichteten Ladenbesitzer auf. Er hatte auf dem Arm eine eintätowierte Nummer aus einem Konzentrationslager. Jim Cirillo ist nach all den Jahren immer noch angewidert von dieser Tat. Der arme Kerl kommt hier rüber, nur um dann getötet zu werden. Der damalige Polizeikommissar Howard Leary geriet durch die Vorkommnisse in Zugzwang und rief eine neue Spezialeinheit ins Leben. Die Überwachungseinheit Stakeout Squad. Man bat Cirillo sowie einige andere Ausbilder, sich freiwillig dafür zu melden. In der Anbetracht des Risikos lehnten jedoch fast alle, einschließlich Cirillo, ab. Auf Drängen seines Partners, der versicherte, der Auftrag sei prestigeträchtig und böte einen warmen, trockenen Arbeitsplatz, meldete sich Jim Cirillo doch. Zwei Stunden, nachdem sein erster Einsatz begonnen hatte, wusste er, dass er einen Fehler gemacht hatte. Er bewachte mit seinem Partner ein großes Mörgereigeschäft in Queens, das schon mehrmals von denselben Räubern überfallen worden war. Die Polizisten bezogen in der Glaskabine des Geschäftsführers Stellung und tannten ihr Versteck mit Werbezetteln und Coupons. Wie erwartet, betraten vier nervös reinblickende Männer das Geschäft. Cirillo sah ihnen an, dass sie den Laden überfallen wollten. Er wusste, dass er irgendetwas unternehmen musste. Aber diese Erkenntnis überspülte ihn mit der Woge von Furcht. Es war, als ob ich die Kontrolle über meinen Körper verliere. Als ob mir die Arme abfielen, als ob ich wie ein Schwall Wasser zu Boden ginge. Ich wusste zwar, dass ich ein guter Schütze war, aber ich wusste nicht, was passiert, wenn jemand in meine Richtung zurückschießt. Gleichzeitig schämte sich Cirillo für seine Reaktion. Als nun aber drei der Männer Pistolen zogen und diese dem Kassierer und dem Geschäftsführer den Kopf hielten, zwang er sich, aus der Deckung zu kommen. Als er stand, fiel der Tiefschutz seiner schusssicheren Weste scheppern zu Boden. Die Räuber drehten sich um und richteten ihre Waffen auf ihn. Jim Cirillo sagte, dass das, was als nächstes passierte, ein Wunder grenzte. Seine Ausbildung gewann die Oberhand. Sein Pistolenvisier rückte in sein Blickfeld, so ruhig und deutlich, wie er am Schießstand. Er stellte fest, dass er die einzelnen Schnitte auf dem Korn seiner Pistole zählen konnte. Alles bewegte sich wie in Zeitlupe. Als er aber zielte, sah er, wie einer der Räuber mit etwas hellem winkte. Sein Bewusstsein reagierte folgendermaßen. Oh, gibt er auf? Ist das ein Taschentuch? Plötzlich hörte er einen Schuss und sah einen Funken aus dem Lauf seiner Pistole sprühen. Mein Unterbewusstsein hat mir den Kopf gerettet. Er spürte, wie der Revolver in seiner Hand mehrere Male ruckte. Und sein Bewusstsein fragte, wer verdammt nochmal schießt da mit meiner Pistole? Als sich der Rauch legte, stellte er fest, dass drei der Männer weggelaufen waren. Sie wurden bald darauf festgenommen, weil sie wegen ihrer Schusswunden medizinische Hilfe suchten. Der vierte lag hinter dem Kassierer und er lag Cirillos Schuss. Was dieser für eine weiße Flagge als Zeichen des Aufgebens gehalten hatte, war in Wirklichkeit ein nickelbeschlagener Revolver. Der Mann hatte es geschafft, eine Kugel abzufeuern. Man fand sie in einer Dose Erdnüsse steckend, genau vor der Stelle, wo Cirillo gestanden hatte. Später erfolgt Jim Cirillo, dass sein Partner, der in dem Kampf genau neben ihm gestanden hatte, seine Waffe etwa 15 Zentimeter neben seinem Kopf abgefeuert hatte. Cirillo hatte ihn nicht gesehen und den Schuss nur vage gehört. Gemeinsam hatten sie sieben Schüsse abgegeben, aber Jim Cirillo hatte danach nicht die Uhren geklungen. Es schien, dass sein Gehirn nicht nur das Geräusch der Schüsse unterdrückt hatte, sondern auch das Ohr so versiegelt hatte, dass es keinen physischen Schaden erlitt. Wie konnte Jim Cirillo so gut funktionieren, obwohl Furcht seinen Körper beherrschte? Als Ausbilder hatte er das Regen sehr ernst genommen. Damit hatte er unbewusste Muskelerinnerungen geschaffen, dafür, wie man die Waffe mit einer Hand mit zwei Händen auf jede erdenkliche Weise hält, so dass er gar nicht nachdenken musste, als der Zeitpunkt zu schießen da war. Je mehr Einsätze er mitmachte, desto mehr Respekt bekam er vor seinem Unterbewusstsein. Er stellte fest, dass es am besten arbeitete, wenn er ihm nicht im Wege war. Das heißt, er musste sein Bewusstsein ausschalten, um ablenkende Gedanken zu vermeiden, die wertvolle mentale Ressourcen vergeuden würden. Er begann sich selbst mit positiven Bildern zu trainieren, sein Denken von jeglichen selbstzweiflerischen, bewussten Gedanken zu lösen. Nach fünf Schießereien sagte Cirillo, ich hatte alles verstanden. Es war mir vertraut und konnte mich nicht mehr aus der Fassung bringen. Nun fühlte er sich bei Einsätzen leicht aufgeregt, statt vor Angst zu zerfließen. Manchmal wünschte ich mir fast, diese Kerle würden endlich reinkommen. Jim Cirillo begann andere Polizisten mit positiven Visualisierungsübungen zu trainieren. Statt zu warnen, wenn du am Abzug wackelst, verfehlst du das Ziel, sagte er, wenn du dich beim sanften Drücken des Abzugs auf das Visier konzentrierst, bekommst du leicht einen guten Schuss hin. Nach seiner Pensionierung reiste Jim Cirillo durch das Land und schulte Polizisten, ihre Fähigkeiten ins Unterbewusstsein zu lenken. Er sagte, ihr Unterbewusstsein ist die faszinierendste Waffe der Welt. Sie können damit Dinge tun, die sie bewusst nie könnten. Die Überlebenszone Die erste Abwehr unseres Körpers ist fest eingebaut. Die Amygdala löst eine uralte Überlebensschrittfolge aus. Wir verfügen jedoch noch über eine zweite Abwehrmöglichkeit. Wir können aus Erfahrungen lernen. Für Experten, die Polizisten, Soldaten und Astronauten ausbilden, gibt es nichts Wichtigeres. Die Polizeipsychologin Alexis Artwohl und ihr Co-Autor Lauren Christensen schreiben in ihrem Buch Deadly Force Encounters über tödliche Bedrohungen. Die tatsächliche Bedrohung ist nicht annähernd so wichtig wie der Grad der Vorbereitung. Je besser man vorbereitet ist, desto mehr hat man das Gefühl, die Lage im Griff zu haben und desto weniger Angst hat man. Es ist natürlich einfacher, Profis auf eine Reihe von wahrscheinlichen Bedrohungen vorzubereiten, als Normalbürger auf jegliche Art der Bedrohung. Der Kern der Sache ist jedoch, Angst ist überwindbar. Deshalb kann gute Vorbereitung auch für Nicht-Profis nützlich sein. Egal, ob die Vorbereitung nun exakt auf das tatsächliche Eintreten der Ereignisse zugeschnitten ist oder nicht, sie trägt in jedem Fall dazu bei, die Selbstsicherheit zu stärken, wodurch wiederum Angst gemindert und die Leistungsfähigkeit gesteigert wird. Ein Polizist durchläuft bei einer Schießerei denselben Prozess wie ein Normalbürger bei einem Raubüberfall, einem Autounfall oder Flugzeugabsturz, sagt Alexis Artwohl. Die Art und Weise, wie ein Mensch reagiert, ist eine Frage seiner Gene, aber auch die Summe seiner Lebenserfahrungen, die im Grunde auch eine Art der Vorbereitung sind. Die Menschen im World Trade Center, die wussten, wo sich die Treppen befanden, wurden seltener verletzt als andere und hatten auch wenige häufig unter gesundheitlichen Spätfolgen zu leiden. Zum Teil beruht dies darauf, dass sie darauf vorbereitet waren, in einer extremen Stresssituation zu handeln. Später konnten sie dann in dieser Fähigkeit Trost finden. Das gleiche gilt für Polizisten oder Feuerwehrleute. Wenn sie die notwendigen Fertigkeiten besitzen, ist nicht nur ihre Überlebenschance größer, es geht ihnen auch nach der Krise psychologisch besser. Wer sich schon einmal selbst gerettet hat, schafft das auch ein weiteres Mal. Man kann verstehen, dass der Mensch immer weniger auf gefahrlosen Stress anspricht, je öfter er sich diesem aussetzt. Wie viele Sportler, die in einer bestimmten Zone ihre maximale Leistungsfähigkeit erreichen, gilt dies auch für Leute wie sie und mich. Die Zonen der einzelnen Menschen unterscheiden sich zwar alle ein wenig, jedoch haben sie grundsätzlich die Form einer Glockenkurve. Zunächst führt der Stress dazu, dass unsere Leistung ansteigt. So viel davon lässt unsere Leistungsfähigkeit jedoch wieder sinken. Jenseits eines bestimmten Punktes sind wir dann vollkommen handlungsunfähig. Unter den ersten, die dies herausfanden, waren die Sportpsychologen. Dann in den 80er Jahren begann Bruce Siddle, Ausbilder einer Polizeiakademie in St. Louis, Missouri, deren Erkenntnisse auf Kampfsituationen anzuwenden. Er fand heraus, dass man am leistungsstärksten ist, wenn der Herzschlag zwischen 115 und 145 Schlägen pro Minute liegt. Der Ruhepuls liegt normalerweise bei etwa 75. Bei einer Pulsfrequenz in dieser Spanne reagiert man tendenziell schneller, sieht deutlicher und bewerkstelligt komplexe motorische Fertigkeiten wie Autofahren besser. Bei mehr als 145 Schlägen pro Minute beginnt man sich zu verschlechtern. Die Stimme wird zittrig, vielleicht weil sich das Blut im Kern des Körpers sammelt, sodass die komplexe motorische Kontrolle über den Kehlkopf ausfällt, das Gesicht erbleicht und die Hände ungeschickt werden. Seh- und Hörfähigkeit sowie die Tiefenwahrnehmung können ebenfalls schwächer werden. Wenn der Stress besonders intensiv ist, kann es vorkommen, dass nach dem Trauma eine Amnesie erfolgt. Ein junger israelischer Transporthubschrauberpilot erzählte mir, dass er bei seinem ersten Einsatz viel Lehrgeld gezahlt habe. Dieser Pilot, das israelische Militär untersagt Journalisten den Vor- oder Nachnamen eines Soldaten zu nennen, wurde um 5 Uhr morgens geweckt und zu einem Noteinsatz gerufen. Das Adrenalin jagte ihn aus dem Bett. Er hatte eben erst seine sechsmonatige Intensivausbildung in der Eliteeinheit absolviert. Er rannte zum Helikopter. Der Einsatz war nicht übermäßig gefährlich, aber jetzt, wo es ernst wurde, merkte er, dass er gewissermaßen unbrauchbar war. Er schien im Hubschrauber seinen Kopf nicht frei zu bekommen. Er sagte, ich setzte mich und guckte mich um. Ich tat das, was ich tun musste, aber sehr, sehr langsam. Ich war immer zwei Schritte hinterher. Sein Körper arbeitete in Zeitlupe, wie bei den Menschen, die das World Trade Center verließen. Einmal schaltete er statt einem Funkgerät versehentlich eines der Triebwerke aus. Er hatte eine Überdose Stresshormone im Körper. Zum Glück hatte er einen erfahrenen Co-Piloten dabei. Der Einsatz verlief ohne Zwischenfälle. Aber selbst erfahrene Piloten erleben manchmal einen sogenannten Brain Drain. Lawrence Gonzalez zitierte in seinem Buch Deep Survival seinen Vater, der im Zweiten Weltkrieg Pilot der US-Army war. Er erklärte, was im Kopf passiert, wenn man sich darauf vorbereitet, ein Kampfflugzeug von einem Flugzeugträger zu starten. Wenn du über die Rampe zu deinem Flieger gehst, büßt du die Hälfte von deinem IQ ein. Natürlich ist jeder Mensch anders. Die Spanne der Leistungsfähigkeit ist individuell unterschiedlich. Die Herzfrequenz eines untrainierten Menschen kann in lebensbedrohlichen Situationen auf 200 Schläge pro Minute hinaufrasen. Eine geradezu stratosphärische hohe Frequenz, wo fast nichts mehr geht. Der Trick besteht darin, seine Zone durch Training und Erfahrung auszuweiten. Selbst wenig Vorbereitung, beispielsweise sich einzuprägen, wo der Notausgang ist, bevor etwas schief geht, kann viel bewirken. Wenn man den Menschen eine Möglichkeit zeigt, etwas, woran sie sich festhalten können, wenn sie nicht wissen, was zu tun ist, ist eine kleine Hilfe schon eine große. Und darauf kommt es an, sagt Elfimia Morphielou, bis 2004 Spezialistin für Humanfaktoren bei der NASA. Tunnelblick Manchmal ist die Lösung erstaunlich simpel. In den 70er Jahren wurde Flugzeugpiloten zunehmend bewusst, dass der Tunnelblick im Cockpit ein großes Problem war. Je größer der Stress, um dem sie standen, desto weniger sahen sie. Und das Problem ging noch weit darüber hinaus. Wenn der Stress stieg, neigten sie dazu, sich auf eine einzige Information zu konzentrieren, unter Ausblendung aller anderen. Am Abend des 29. Dezembers 1972 begann ein Flugzeug der Eastern Airline, das New York gestartet war, den Landeanflug auf dem Flughafen Miami International. Der Flug war ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Das Wetter in Miami war gut, die Sicht klar. Die Landung hätte perfekt verlaufen müssen. In der Maschine saßen 163 Passagiere. Die meisten kamen von Feiertagsbesuchen oder flogen in Urlaub. Als die Piloten jedoch das Fahrgestell ausfahren wollten, leuchtete kein grünes Licht, das anzeigte, dass das Fahrgestell vollständig ausgefahren war. Um 23.34 Uhr meldete der Flugkapitän, der mehr als 30 Jahre Flugerfahrung hatte, dem Tower in Miami, dass sie Warteschleifen fliegen würden, bis das grüne Licht aufleuchtete. Die Maschine stieg zurück auf gut 600 Meter Höhe und flog einen großen Bogen über den Flughafen. In den folgenden acht Minuten versuchte die Crew herauszufinden, wo das Problem lag. Warum leuchtete die Anzeige nicht? Der Kapitän beauftragte zwei verschiedene Leute nachzusehen, ob das Fahrgestell ausgefahren war, aber in der Dunkelheit konnten sie nichts erkennen. Der erste Offizier fuhr die Beleuchtung für das Bugfahrwerk aus, um sie zu überprüfen, hatte dann aber Schwierigkeiten, sie wieder einzufahren. Währenddessen gab der Kapitän Anweisungen und Befehle aus. Im gesamten Cockpit drehte sich alles nur darum, grünes Licht zu bekommen. Um 23.40 Uhr war im Cockpit eine halbe Sekunde lang ein akustisches Alarmsignal zu hören, das anzeigte, dass die Maschine ihre Flughöhe verlassen hatte. Aus der Abschrift des Voice-Recorders aus dem Cockpit ist zu ersehen, dass niemand etwas zu diesem Alarmsignal sagte. Es schien, als ob es niemand gehört hätte. Die Crew spekulierte weiterhin über mögliche Ursachen für das Problem der Leuchtanzeige. Dann aber, zwei Minuten später, bemerkte der erste Offizier ein anderes Problem. Wir haben irgendwas in der Flughöhe verstellt, sagte er. Warum? fragte der Kapitän. Der erste Offizier rekonstruierte. Wir sind doch immer noch auf 600 Metern, oder? Dann sagte der Kapitän. Hey, was ist das denn? Ein weiteres Alarmsignal war zu hören, diesmal dringlicher. Zwei Sekunden später krachte die Maschine 30 Kilometer vom Flughafen entfernt in die Marschlandschaften der Everglades. Bei späteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Maschine einwandfrei funktioniert hatte, mit Ausnahme der Glühbirne an der Fahrgestellleuchtanzeige, die durchgebrannt war. Während sich die Crew Sorgen um die Leuchtanzeige machte, verlor das Flugzeug massiv an Höhe. Als die Maschine auf dem sumpfigen Marschland aufschlug, zerschellte sie sofort. Wrackteile wurden in einem Umkreis von 100 bis 500 Metern Entfernung gefunden. Insgesamt starben 101 Menschen. Dieser Absturz und mehrere ähnliche entsetzliche Unfälle in den 70er Jahren überzeugten die Luftfahrtforschung, dass Piloten so trainiert werden müssen, dass eine derartige Kurzsichtigkeit, die man in der Wirtschaft als Aufgabenübersättigung bezeichnet, vermieden wird. Roger V. Shaw II., der für die Luftfahrtbehörde des US-Verkehrsministeriums Piloten ausbildet, sagt, das passiert jedem, wenn er unter Stress steht. Wenn man nicht gut genug trainiert ist, konzentriert man sich nur auf ein einziges Detail und verliert dabei das große Ganze aus den Augen. Heute trainiert Shaw Piloten so, dass sie vorbeugend die Armaturenbrett immer wieder überprüfen, um sich nicht zu stark auf einen Punkt zu fixieren. Er bringt den Piloten auch bei, darauf zu achten, dass immer ein Crewmitglied dafür verantwortlich ist, die Maschine die gesamte Zeit über zu fliegen. Und er pocht darauf, wie wichtig Kommunikation und Widerspruch sind. Anfang der 70er Jahre war der Flugkapitän ein Gott. Heute werden viele Kapitäne darauf geschult, eine Atmosphäre zu schaffen, in der jeder das Gefühl hat, sagen zu können, wenn etwas nicht stimmt. Es wäre nicht richtig zu sagen, dass der Tunnelblick im Cockpit heute kein Problem mehr ist. Aber man kann heute besser damit umgehen. Am 19. Juli 1999 erlitt eine United Airlines Flugzeug unterwegs von Denver nach Chicago bei einer Flughöhe von 11.000 Metern einen katastrophalen Triebwerksschaden. Es war kaum noch möglich, die Maschine zu kontrollieren. Die Crew aber arbeitete zusammen und schaffte es spontan, einen Weg zu finden, die bockende Maschine doch noch zu steuern. 45 Minuten später machte das Flugzeug in Seahawk City, Iowa eine Bruchlandung. Von den 296 Menschen an Bord überlebten 184. Der Kapitän der Maschine, Offizie Heinz, gab Glück und die Ausbildung der Crew als Gründe für den hohen Anteil an Überlebenden an. Unmittelbar nachdem er die Auslösung der Explosion gehört hatte, stellte Heinz sicher, dass jemand die Aufgabe übernahm, das Flugzeug zu steuern, gab er später zu Protokoll. Als er sah, dass sein erster Offizier übernommen hatte, wandte Heinz sich der Suche nach der Explosionsursache zu. Heinz schrieb, insgesamt saßen im Cockpit 103 Jahre Flugerfahrung, als wir auf unser Ende zusteuerten. Und keine einzige Minute, diese 103 Jahre, hatten wir ein Flugzeug auf die Art und Weise geflogen, wie wir es jetzt versuchten. Wenn wir nicht alle zusammengearbeitet hätten, nicht jeder irgendeine Idee gehabt hätte, ich glaube nicht, dass wir es bis Seahawk City geschafft hätten. Auch Polizisten werden manchmal wie Piloten darauf trainiert, immer wieder ihren Horizont abzusuchen, um eine Fixierung auf einzelne Punkte zu vermeiden. Polizisten lernen, den Tunnelblick anderer auszunutzen, indem sie bewusst zur Seite treten und dann im toten Winkel eines Verdächtigen stehen. Allein schon so viel zu wissen, dass man bestimmte Stresssymptome erkennt, kann die Leistungsfähigkeit eines Menschen steigern. Die meisten wissen nicht, dass sie mit dem Tunnelblick rechnen müssen, obwohl sie ihn täglich erleben. Sie haben selbst sicherlich auch schon eine leichte Form des Tunnelblicks erlebt, vielleicht sogar heute, auf ihrem Weg zur Arbeit. Wenn man beim Autofahren mit dem Handy telefoniert, verengt sich das Sichtfeld beträchtlich, wie eine Studie der University of Rhode Island bereits im Jahr 2002 ergab. Die Ablenkung ist so groß, dass der Tunnelblick auch noch über das Telefongespräch hinaus anhält. Unser Gehirn ist so eingerichtet, dass es sich nur auf eine Sache konzentrieren kann, egal ob im Stau oder beim Landeanflug eines Flugzeugs. Wir haben zwar technische Instrumente entwickelt, die Multitasking beherrschen, unser Gehirn ist jedoch das alte geblieben. Hirnmasse aufbauen Die beste Methode, Stress zu überwinden, ist wiederholtes, realitätsnahes Training. Beim US-Militär hat man in der Vergangenheit Soldaten ausgebildet, indem man sie auf Zielscheiben schießen ließ, was nicht besonders gut funktionierte. Heute üben die Soldaten mit sehr realistisch gestalteten Zielen und Videospielen, wie es der pensionierte Leutnant Kolonel Dave Gorsman in seinem Buch On Combat beschreibt. Eine moderne Polizeiausbildung beinhaltet heute echte Schießereien, mit Schießpulverpistolen, die Fahrpatronen als Munition enthalten. Diese schmerzen tatsächlich leicht, wenn man getroffen wird. Selbstverteidigungskurse, Arbeiten mit simulierten Überfällen, bei denen ein gut gepolsterter Angreifer den Schüler unerbittlich attackiert. Brandübungen funktionieren ähnlich, vor allem bei Kindern, die in unserer Gesellschaft noch das beste Katastrophentraining erhalten. Richard Gist, der als Psychologe bei der Feuerwehr in Kansas City, Missouri arbeitet, sagt, die Kinder kennen den Befehl, stehlen bleiben, hinlegen, wegrollen. Nicht deshalb, weil sie es aufsagen müssen, sondern weil sie es immer wieder üben. Der Trick besteht darin, ein Verhalten so ins Unterbewusstsein einzupflanzen, dass es automatisiert wird. Beinahe so wie die übrige Angstreaktion. Die Vorstellung, dass wir unsere Angstreaktion überwinden können, ist ziemlich radikal. Bis vor kurzem dachten wir nämlich, dass instinktives und erlerntes Verhalten klar voneinander getrennt sind. In den letzten zehn Jahren jedoch hat die Hirnforschung bewiesen, dass der Mensch ein nie vollendetes Werk ist. Solange wir leben, ändert unser Gehirn seine Struktur und Funktion, je nachdem, was wir tun und lassen. Blinde, die Braille lesen, vergrößern damit die Hirnregion, die das Gefühlte verarbeitet. Eine kleine, aber charmante Studie, die in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde, ergab, dass Menschen, die das Jonglieren gelernt hatten, in einer bestimmten Hirnregion mehr graue Substanz produziert hatten. Wenn sie das Jonglieren aufgaben, verschwand die zusätzlichen Zellen wieder. Eine ähnliche strukturelle Veränderung findet man bei Menschen, die eine Fremdsprache erlernen. Genau wie ein Taxifahrer der neue New York City anfängt, beginnt auch hier das Gehirn langsam und ineffizient und findet erst nach einiger Zeit Abkürzungen. Auf diese Weise kompensieren wir unsere Schwächen. Auch wenn unsere Angstreaktion uralt ist, können wir sie doch für unsere moderne Zeit aufrüsten. Manche Reflexe kann man natürlich nicht abschalten. Die Schreckreaktion beispielsweise besitzen wir schon vorgeburtlich. Die ersten 150 Millisekunden des Schrecks beginnen mit einer kleinen, aber zuverlässigen Reaktion. Wir zwinkern. Wie fast alle Angstreaktionen hat auch das Zwinkern einen nützlichen Zweck. Es beschützt das Auge vor möglicher Schädigung. In Laborversuchen blinzeln die Menschen noch mehr, wenn sie unangenehme Dinge sehen. Währenddessen lehnen sich Kopf und Oberkörper automatisch weiter vor. Wir winkeln die Arme an, wir bereiten uns darauf vor zu kämpfen, zu fliehen oder uns zu ducken. Sofort ballen sich die Hände zu Fäusten. Bei einem Erwachsenen entsteht dabei ein Druck von 25 Pfund. Jahrelang versuchten Ausbilder in Polizeischulen die Beamten so zu trainieren, dass sie nicht zusammenzuckten. Im Jahr 1992 beschloss der kanadische Polizistenausbilder Darren Lau zu prüfen, ob das Training erfolgreich war. Er ließ 85 Polizisten an einem Experiment teilnehmen, bei dem sie unerwartet einem Angreifer mit gezücktem Messer gegenüberstanden. Lauer zeichnete alle Konfrontationen auf Video auf. Was er sah, war beunruhigend. Die Mehrheit der Polizisten ignorierte das Training vollkommen. Sie sackten in die Hocke, hoben die Hände, um ihren Kopf zu schützen oder erschreckten vor dem Angreifer zurück. Mit anderen Worten, sie zuckten zusammen. Nachdem er sich die Videobände angesehen hatte, stellte Lau fest, dass es sinnvoller war, das Zusammenzucken als gegeben zu akzeptieren, als dagegen anzutrainieren. Bei einer Pulsfrequenz von mehr als 145 Schlägen pro Minute werden bei den meisten Menschen die Bewegungen symmetrisch. Was die eine Hand tut, das macht auch die andere. Wenn die Polizisten erschraken, ballten sie automatisch beide Hände zur Faust und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit würden sie auf alles, was sich vor ihnen befand, schießen. Heute werden Polizisten so geschult, dass sie niemals den Finger auf dem Abzug lassen. So hat das Zusammenzucken geringere Konsequenzen. Kampfjoga Manuel Chea, Systemadministrator im 49. Stock des Nordturms, machte am 11. September alles richtig. Sobald das Gebäude aufhörte zu schwanken, sprang er von seinem Arbeitsplatz auf und rannte zur nächsten Treppe. Es war eine automatische Reaktion. Als er ging, bemerkte er, dass einige seiner Kollegen Dinge zusammensuchten, die sie mitnehmen wollten. Ich war wahrscheinlich derjenige, das sein Büro am schnellsten verließ, sagte er. Eine Stunde später war er draußen. Als ich ihn fragte, warum er so zügig weggekommen war, hatte Chea mehrere Theorien. Er wusste, wo die Treppen waren, weil er sie immer benutzte, wenn er in die Cafeteria ging. Er kannte also den Fluchtweg, was ein großer Vorteil war. Außerdem hatte er Erfahrung mit Feuer. Im Jahr zuvor war sein Haus in New Yorker Stadtteil Queens bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Er hatte, blind vom Rauch, daraus fliehen können. Als Kind schon hatte er in Peru mehrere schwere Erdbeben erlebt. Später in Los Angeles einige kleinere. Er war gewissermaßen ein Katastrophenexperte. Die meisten von uns haben wohl keine naheliegende Möglichkeit, sich auf lebensbedrohliche Situationen vorzubereiten, die vielleicht niemals eintreten. Abgesehen von dem ein oder anderen Feueralarm, der oft auch nicht besonders realitätsnah ausfällt, gibt es nicht viele Gelegenheiten, die eigenen Katastrophenreaktionen auf sichere Weise kennenzulernen. Es müsste dafür Freizeitparks mit Simulatoren geben. Fahren Sie mit der Windhose, erleben Sie die Wucht eines Erdbebens, überleben Sie den Tsunami und unterschreiben Sie diese Verzichtserklärung. Bis dahin gibt es aber auch einfachere Methoden, seine Angstreaktion zu trainieren. Eine der überraschendsten Strategien, die auch den härtesten Kämpfern der Welt beigebracht wird, ist die Atmung. Egal welchen Kampfausbilder ich gefragt habe, welche Möglichkeiten es denn gibt, seine Angst zu überwinden, sie alle sprachen von Atmung. Natürlich nennen sie es Kampfatmung oder taktisches Atmen, wenn sie Spezialkräfte oder FBI-Agenten ausbilden. Im Grunde ist es aber das Gleiche, was in Yoga- oder Lamas-C-Kursen gelehrt wird. Eine Atemtechnik, die Polizisten lernen, funktioniert so. Beim Einatmen bis vier zählen, Luft anhalten bis vier zählen, beim Ausatmen bis vier zählen, Luft anhalten bis vier zählen und so weiter. Das ist alles. Der Polizist Keith Nelson-Borders wurde zwischen 1994 und 2005 bei sechs Schießereien in Oklahoma und Nevada zehnmal angeschossen. Jedes Mal, wenn er angeschossen wurde, atmete er tief und bewusst und erschwört auf diese Strategie. Da bleibt man völlig ruhig. Man fängt nicht an zu hyperventilieren und kriegt keine Panik. Alles läuft wie in Zeitlupe ab. Man sagt sich, okay, das passiert hier also gerade, das schaffe ich schon. Ich habe eine Kugel in den Kopf gekriegt, aber ich lebe noch. Es geht weiter. Alles nicht so schlimm. Wie aber kann etwas so Einfaches so großen Einfluss haben? Die Atmung gehört zu den wenigen Vorgängen, die sowohl in unserem somatischen Nervensystem, das wir bewusst beeinflussen können, wie auch im autonomen System, das den Herzschlag und andere Dinge beinhaltet, die wir nicht beeinflussen können, verankert ist. Die Atmung bildet demnach eine Brücke zwischen den beiden Systemen, wie der Kampfausbilder Dave Grossman erklärt. Indem man die Atmung bewusst verlangsamt, kann man die primäre Angstreaktion, die sonst das Ruder übernehmen würde, eindämmen. Charles Humes, ein Polizist aus Toledo, Ohio, hat eine clevere Methode entwickelt, die Atmung mit realitätsnahem Training zu verbinden. Als junger Beamter stellte er fest, dass er bei Bevölkerungsjagden im Auto oft die Kontrolle über Körper und Geist verlor. Ich war für mich selbst eine andere eine Gefahr, erinnert er sich. Meine Stimme kletterte ein paar Oktaven höher, meine Funksprüche wurden unverständlich, ich bekam den Tunnelblick und meine Vernunft sprang zusammen mit meinem gesunden Menschenverstand aus dem Fenster. Um zu lernen, diese Reaktion im Zaum zu halten, begann er mit Atemtechniken, die er bei asiatischen Kampfsportarten gelernt hatte. Jeden Tag spielte er sich fünf bis zehn Minuten lang von einer Kassette die Polizeisirene ab. Wenn die Sirene aufheulte, atmete er tief ein, zählte dabei bis vier, hielt vier Sekunden die Luft an, zählte beim Ausatmen bis vier und so weiter. Er wollte, dass diese Atmung zur automatisierten Reaktion auf die Polizeisirene wird. Das beruht alles auf der pavlovischen Theorie, sagte er. Ist keine Hexerei. Nachdem er dies einen Monat lang geübt hatte, klang er über Funk wie ein anderer Mensch. Ich habe sogar noch ein paar alte Kassettenaufnahmen von damals. Wenn man nur auf den Klang der Stimme achtet und die Klarheit, hört man sofort, dass ich mich viel besser unter Kontrolle hatte. Ich war nicht halb so aufgeregt. Tatsächlich ist bewiesen, dass rhythmische Atmung und Achtsamkeit die Topografie des Gehirns verändern können. Vor einigen Jahren hat die Dozentin Sarah Lazar von der Harvard Medical School eine Computertomographie der Gehirne von 20 Menschen erstellt, die täglich 40 Minuten lang meditieren. Es waren keine buddhistischen Mönche, sondern ganz normale Leute, die schon lange meditieren. Als sie die Bilder dieser Gehirne mit denen andere Menschen ähnlichen Alters und mit ähnlichen Hintergrund verglich, stellte sie einen signifikanten Unterschied fest. Die Meditierenden hatten ein 5% dickeres Hirngewebe in denjenigen Teilen des präfrontalen Cortex, die während des Meditierens gestärkt werden. Also den Teilen, welche die Emotionen, Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis steuern, die wiederum allesamt den Stress kontrollieren. Meditierende haben, ebenso wie bewusst atmende Polizisten, möglicherweise eine Methode gefunden, an der Angstreaktion vorbeizukommen. Sie haben vielleicht eine Brücke im Gehirn gefunden, von der die meisten Menschen nichts wissen und die das Bewusste mit dem Unterbewussten verbindet. Das Interessanteste daran ist jedoch, dass allein schon das Wissen um diese Fähigkeiten wertvoll ist. Übrigens reduziert das Lachen, genauso wie die bewusste Atmung, unseren Grad an emotionaler Erregung. Und es gibt uns das Gefühl, die Lage im Griff zu haben. Immer wieder hat sich gezeigt, dass Menschen unter Stress besser reagieren, wenn sie nur schon das Gefühl haben, es schaffen zu können. Bei Versuchen mit Ratten sind Wissenschaftler dieser Erkenntnis noch einen Schritt näher gekommen. Der mediale präfrontale Kortex scheint zu erkennen, ob die Ratte eine Bedrohung gewachsen ist oder nicht. Wenn das Gehirn erkennt, dass ein Stressfaktor tatsächlich unter Kontrolle ist, blockiert das Gehirn einige verheerenden Auswirkungen von extremem Stress. Mit anderen Worten, Selbstsicherheit kann Leben retten. Massad Ayob, altgedienter Polizist und Ausbilder, drückt es so aus. Die einfachste und stärkste Waffe ist, dass man einen Plan dafür im Kopf hat, was im Katastrophenfall zu tun ist. Und wenn diese Katastrophe dann eintritt, hat man die verdammte Pflicht, auch danach zu handeln. Der Geiselnehmer Am 27. Februar 1980 zog der 31-jährige Rosenberg Pabon einen Nadelstreifenanzug an und steckte sich eine Pistole in den Hosenbund. Pabon, auch bekannt als Kommandante UNO, hatte noch nie zuvor bei einer Schießerei mitgemacht. Er war auch zum allerersten Mal in Bogota. Am Abend zuvor, als er seine Komplizen vom M19 zum ersten Mal traf, hatte er seine letzte Chance gehabt, einen Rückzieher zu machen. Die Kameradschaft im Raum hatte ihn jedoch bestärkt. Die Compañeros sagten alle so wunderbare Sachen wie, dass sie stolz wären, hierfür ausgewählt worden zu sein. Und der ist zum Wohl unseres Landestäten. Ich hörte das und es machte mir Mut, erinnert er sich heute. Das Einzige, woran ich dachte, war, dass ich Gott um Hilfe bitten wollte, mir die Angst zu nehmen. Pabon hatte nämlich Angst. Sehr große sogar. Am nächsten Morgen versteckte sich die Gruppe in einem Haus in der Nähe, um dem Befehl zum endgültigen Start abzuworten. Sie sollten nicht losgehen, ehe der amerikanische Botschafter Diego Asencio auf dem Fest eingetroffen war. Ohne ihn wäre die ganze Operation das Risiko nicht wert gewesen. Er war der Schlüssel. Der Anruf kam um 11.30 Uhr. Asencio war da. Pabon, ein weiterer Mann und zwei Frauen, alle gekleidet wie Diplomaten, bestiegen einen Wagen und fuhren zur Botschaft. An der Straßenecke stiegen sie aus. Pabon nahm den Arm der einen Terroristin und gemeinsam gingen sie auf die Tür der Botschaft zu. Schon gab es ein Problem. Soldaten hatten die Universität auf der anderen Straßenseite besetzt, um einen Tumult zu unterdrücken. Das bedeutete, dass bewaffnete Männer sofort auf die Besatzung reagieren würden, was nicht eingeplant war. Pabon und seine Kameraden hatten eigentlich damit gerechnet, mindestens 15 Minuten zur Verfügung zu haben, um die Menge ohne große Schwierigkeiten zu überwältigen. Vom ersten Moment an war die Situation schwierig, sagt er. Daher machten sich die Terroristen wenig Illusionen über ihre Überlebenschancen. Auf uns wartete nichts anderes als der sichere Tod. Das war uns klar. Wir wussten, dass es sehr schwer sein würde, lebend dort herauszukommen. Man vergisst leicht, dass die Opfer nicht die einzigen sind, die am Ort des Verbrechens zittern. Die Angst verändert jeden, vom Polizeibeamten bis zum Bankräuber. Viele der Terroristen, die damals die Botschaft besetzten, wurden später in andere Konflikten getötet. Pabon aber lebt noch und kann seine Version dieser Übernahme erzählen. Es ist die Geschichte eines Comebacks, wie sie nur in einer Gesellschaft möglich ist, die ehemalige Rebellen über allemaßen großzügig behandelt. Pabon arbeitet heute als Funktionär im gehobenen Dienst für die kolumbianische Regierung. Er hat ein großes, holzgetäfeltes Büro in einem schäbigen Gebäude mitten in Bogota. Als ich ihn im November 2006 besuchte, saß er hinter einem hölzernen Schreibtisch, über sich ein Kruzifix sowie das Porträt des kolumbianischen Präsidenten und schilderte mir seine Erinnerung an die Besetzung. Er sprach sehr sachlich und zeigte nur selten einen Anflug von Stolz auf die Rolle, die er bei der Geiselnahme mit internationalen Opfern gespielt hatte. Pabon erlebte, als er von der Straßenecke zur Botschaft ging, die gleiche zeitliche Verzerrung wie kurz danach seine Opfer. Ich hatte das Gefühl, diese 15 Minuten von der Straßenecke bis zur Tür wachen endlos, sagte er und benutzte denselben Begriff, den Asensio verwendet hatte, als er seine Eindrücke dieses Morgens beschrieb. Sie zogen und zogen sich. Er folgte dem anderen Paar, aber sie schienen sehr langsam zu gehen. Für ihn fühlte es sich an, als drehte er auf der Stelle. Mein Leben lief wie ein Film von meinen Augen ab. Bei jedem Schritt erinnerte ich mich an meine Kindheit, dann an meine Jugend. Alles war wie ein Abschied. Es kam mir vor, als hätte ich Augen wie eine Fliege mit tausend Facetten und in jeder Facette sah ich ein anderes Bild. So kam es mir jedenfalls vor. Am Eingang wurde er von einem Mann nach seiner Einladung gefragt. Pabon zog seine Pistole. Dabei lichtete sich der Nebel. Ich hatte das Gefühl, wieder in der Wirklichkeit angekommen zu sein. Als er aber durch die Tür trat, sah er zu seinem Erstaunen linker Hand einen Mann mit einer Schusswaffe. Er spürte Angst in sich aufsteigen und das Gefühl, verraten worden zu sein. Man hatte ihnen versichert, dass innerhalb der Botschaft keiner der Diplomaten bewaffnet sei. Aber wer war dann der Mann mit der Pistole? Pabon ließ sich zu Boden fallen. Der andere tat das Gleiche. Pabon eröffnete das Feuer, der andere auch. Ich hob den Kopf, er hob den Kopf, ich schoss noch einmal, er schoss auch, sagte Pabon. Der Mann war nicht zu bremsen. Einer seiner Kameraden stoppte ihn. Pabon hatte auf einen Spiegel geschossen, aus Angst vor seinem eigenen Spiegelbild. Die Furcht hatte in seiner höheren Gehirnfunktion einen Kurzstoß verursacht. Genau wie bei den Geiseln und den Soldaten, die sie befreien wollten. Beim Erzählen lacht Pabon nachsichtig über sich selbst. Ich hatte gute Reflexe, aber ich war nervös. Ich erkannte mich selbst nicht. Ich sah nur eine Pistole und fing an zu schießen. Während die Schießerei und das Geschrei ihren unerträglichen Höhepunkt erreichten, schoss Pabon plötzlich eine Vision der Schlagzeilen vom nächsten Tag durch den Kopf. Er sah ein Foto von sich und ein anderes Bild der auf dem Boden liegenden Geiseln, alle tot. Die Bilder schossen ihm in den Kopf und verschwanden ebenso schnell wieder. Pabons Gehirn erwog die möglichen Ergebnisse seines Handels, so wie Diego Asensio sich vorgestellt hatte, wie es wäre, seiner Familie und Kollegen gegenüber zu stehen, wenn er während der Schießerei mangelnd Mut gezeigt hätte. Als die Schüsse nach und nach Abebten teilten Pabon und seine Kameraden die Geiseln in Gruppen ein, je nach politischer Bedeutung. Die Diplomaten waren ein wertvolles Vermögen. Die Terroristen wählten fünf Geiseln aus, die ein Komitee bilden sollten, das die Geiseln repräsentierte. Zu diesem Komitee gehörte auch Diego Asensio. Sie hatten alle so viel Erfahrung mit Diplomatie auf höchstem Niveau, erklärt Pabon. Diego Asensio hingegen war ein Mann, dem es an Selbstbewusstsein nicht mangelte. In dieser Situation erkannte er, dass er Fähigkeiten hatte, die die Terroristen benötigten. Mit seiner Rolle in dem Komitee fühlte er sich wohler. Er begann mit den anderen Geiseln und seinen Geiselnehmern Scherze zu machen. Nach einigen Tagen führte er mit den Geiselnehmern sogar leidenschaftliche Debatten über die amerikanische Außenpolitik. Eines Tages erfuhren er und die anderen Diplomaten von einer langen Schmähschrift, welche die Geiselnehmer in der nächsten Verhandlungsrunde mit der Regierung veröffentlichen wollten. Sie sagten den Terroristen, dass dieses Vorgehen unklug sei. Sie selbst schrieben eine nuancierte Fassung und, laut Asensio, benutzten die Terroristen diese auch. Pabon erinnert sich nicht daran, dass die Geiseln tatsächlich irgendwelche Schriftstücke verfasst hätten, aber er erinnert sich, dass sie sehr nützlich waren. Sie brachten uns bei, in den Nachrichten, die wir von der Regierung erhielten, zwischen den Zeilen zu lesen. Als es dann richtig verwirrend und finster wurde, halfen sie uns, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und sie zeigten uns, wie man optimistisch bleibt. Die Besetzung der dominikanischen Botschaft dauerte 61 Tage. Als es schließlich endete, geschah dies ganz anders, als sie sich Asensio und Pabon am ersten blutigen Tag vorgestellt hatten. Die kolumbianische Regierung erklärte sich einverstanden, die Bedingungen in den Gefängnissen und vor Gericht von internationalen Beobachtern überwachen zu lassen. Und die Terroristen gaben ihre Forderung nach der Freilassung von Gefangenen auf. Sie erhielten aber ein Lösegeld in Höhe von einer Million Dollar, angeblich von privaten Spendern. Doch Pabon glaubt, dass das Lösegeld möglicherweise von der Regierung gezahlt wurde. Zusätzlich wurde ihnen erlaubt, mit zwölf ihrer Geiseln, darunter auch Asensio, nach Kuba auszureißen, wo sie diese dann freiließen. Für Leute, die Katastrophen untersuchen, war die Besetzung der dominikanischen Botschaft eine erstaunliche Geschichte. Sie bewies, dass Geiseln tatsächlich sehr nützliche Figuren sein können. Sie sind nicht automatisch hilflose Opfer. Sie leiden auch nicht zwangsläufig an dem sogenannten Stockholm-Syndrom. Das Stockholm-Syndrom, das seinen Namen nach einem Banküberfall in Stockholm im Jahre 1973 erhielt, bei dem die Geiseln schließlich ihre Geiselnehmer verteidigten, kommt in der Realität nur selten vor, glaubt Asensio. Er meint aber, dass der Glaube an dieses Stockholm-Syndrom dazu führte, dass seine Landsleute sein Engagement während der Geiselnahme falsch einschätzten. Die Erinnerung an dieses Gefühl der Hilflosigkeit ist immer noch bitter für ihn. Meine Bitten wurden entweder ignoriert oder man tat genau das Gegenteil, sagt er. Nach seiner Freilassung wurde Diego Asensio im Außenministerium geehrt und er stieg in den Rängen der Diplomatie weiter auf. Immer noch streitet er mit seinen Kollegen darüber, ob es das Stockholm-Syndrom wirklich gibt. Ich habe mich darüber oft mit Antiterrorexperten im Außenministerium unterhalten. Aber ich war nicht erfolgreich, sagt er. Die Experten unterschätzen wie so oft die Opfer. Asensio lebt heute in Mexico City, wo er für die amerikanische Behörde für internationale Entwicklung Aufträge annimmt. Die dominikanische Botschaft in Bogota wurde abgerissen und an ihrer Stelle ein Wohnhaus errichtet. In Kuba zogen sich Pabon und seine Mitrebellen nicht etwa in die Berge zurück. Sie reisten immer wieder nach Kolumbien, um weitere Operationen zu starten. 1981 wurde Pabon vom Militär in Ecuador gefasst, als er versuchte, nach Kolumbien zurückzukehren. Wir haben tausende von Fehlern gemacht, sagt er heute. Ecuador schickte Pabon zurück nach Kolumbien, wo er 22 Monate im Gefängnis saß. Zu seinem großen Glück verehren die Kolumbianer ihre Rebellen. In den letzten 100 Jahren hat das Land 88 Friedensverträge mit verschiedenen ausständischen Gruppen geschlossen. 1982 rief der neue Präsident Belasario Betancur bedingungslose Amnestie für alle politischen Häftlinge aus. Im Dezember desselben Jahres verließ Pabon das Gefängnis als freier Mann. Sieben Jahre später rüstete die M19 ab und gründete eine politische Partei. Pabon wurde in das Gründungskomitee gewählt, das eine neue Verfassung für das Land entwarf. Die M19 wurde die zweitstärkste Fraktion im Gremium. Im Jahr 1998 wurde Pabon zum Bürgermeister von Jumbo gewählt, einer Stadt mit 71.000 Einwohnern im Südwesten Kolumbiens. Zwei Jahre später wurde er von zwei großen Tageszeitungen zum besten Bürgermeister des Landes gewählt. Er kehrte im September 2006 in den Staatsdienst zurück, als er als Direktor von dann sozial vereidigt wurde, einer Behörde, die Sozialwirtschaft und ehrenamtliche Tätigkeiten fördert. Asensio und Pabon haben seit der Geiselnahme nicht mehr miteinander gesprochen. Durch ihre Geschichten aber erkennen wir erstaunliche Ähnlichkeiten bei den körperlichen Reaktionen auf Furcht, selbst wenn die Standpunkte so verschieden waren. Die Furchtreaktion ist etwas Grundlegendes und sie beeinflussten unterschiedliche Abstufungen jeden Moment einer Krise, bei jedem Opfer, Täter und Helfer vor Ort. Die nächste logische Frage ist die nach den unterschiedlichen Abstufungen. Warum reagierte Diego Asensio so gut auf die Schießerei, indem er sich in das Sofa duckte und sich still verhielt, während andere Diplomaten unglaublich nutzlose Dinge taten? Sie alle waren schließlich verängstigte, aber welterfahrene Profis auf einer Cocktailparty. Wo war der Unterschied? Um dies herauszufinden, furcht sinnvollerweise an einen Ort, wo Stress Teil des täglichen Lebens ist, wo er zwischen den Steinen und in der Luft liegt. Eine ein Ort, wo die Menschen auf allen Seiten mit großen Belastungen leben. Viertens, Belastbarkeit. Ruhe bewahren in Jerusalem. Brigadegeneral Nisot Shachem leitet die Polizeikräfte in der südlichen Hälfte Israels, einem Dreieck, das an den Gaza-Streifen, die Westbank, Ägypten und Jordanien grenzt. Gut möglich, dass dies der stressigste Job der Welt ist. Im Jahr 2000 war Shachem dafür verantwortlich, dass in den heiligen Städten Jerusalems Frieden herrschte. Er war der einzige Polizist, der vor einem Besuch Ariel Charons auf den Tempelberg gewandt hatte. Seine Bedenken wurden zurückgewiesen und Charons Besuch im September 2000 löste die zweite Intifada aus. Wenn sie ihren Doktor im Fach Stress machen wollen, bin ich das ideale Forschungsobjekt, sagt Shachem. Wir trafen uns in seinem Haus, das passenderweise in einem Teilhang in den Bergen außerhalb Jerusalems steht. Die erste halbe Stunde verbringt Shachem in der Küche. Zunächst stellt er einen Teller mit Pfirsichscheiben, Trauben und Kirschen zusammen. Es folgen akkurate Scheiben Schokoladenkuchen. Dann bestätigt er darauf, türkischen Kaffee zu machen. Schließlich setzt er sich mit einer Zigarre an den Tisch und erzählt Geschichten. Als Nisot Shachams Sohn im Teenageralter mit seinem Zeugnis aus der Schule kommt, unterbricht Shachem das Interview und liest das Schriftstück still und langsam durch. Dann gibt er seinen Sohn einen dicken Kuss auf die Wange. Abgesehen von den finster blickenden riesigen Hunden neben der Eingangstür deutet nichts darauf hin, dass dies das Haus eines Mannes ist, der mehr als einmal das einzige Hindernis zwischen kreischenden jüdischen und muslimischen Fundamentalisten in der Altstadt Jerusalems gewesen ist. Nisot Shacham ist aus Neugierpolizist geworden, sagt er. Ich war ein netter Kerl, ein bisschen verschroben. Ich hatte keinerlei Erfahrung mit Kriminellen. Aber er trug Pferdeschwanz und Ohrringe. Deshalb teilten seine Vorgesetzten ihnen eine Undercover-Einheit dazu. Sein erster und schwerster Job war es da, das Vertrauen von Redelsführern zu gewinnen. Damals hatte er ständig Angst. Die Gangs haben mich jeden Tag auf die Probe gestellt, weil ich neu war. Eines Tages traf Shacham einen der gefährlichsten Kriminellen Jerusalems, ein wichtiger Dealer, dem mehrere Mordfälle zugeschrieben wurden. Er war ein Psychopath, wie aus dem Bilderbuch, sagt Shacham. Nach ihrem Treffen bat der Dealer, ihn in die Stadt mitzunehmen. Shachams Legende war, dass er als Bürobote arbeitete und nebenbei Drogen verkaufte. Im Auto sagte der Dealer plötzlich, Shacham sollte ihm sein Büro zeigen. Es war ein Test. Shacham fuhr zu dem Gebäude, in dem er vorgab zu arbeiten. Er war noch nie dort gewesen. Niemand kannte ihn. Während er fuhr, versuchte er seine Angst unter Kontrolle zu bringen. Sein Geist spielte alle möglichen Szenarien durch und keines von ihnen war gut. Auf diese Situation war er nicht vorbereitet. Als er vor dem Gebäude vorfuhr, war die Garage durch ein elektronisches Tor versperrt, für das man einen Code brauchte. Neben dem Tor stand ein Wachmann. Shacham kannte den Code nicht. Was soll ich diesem Wachmann bloß erzählen? Er hielt an und wartete kurz. Dann blendete er die Scheinwerfer auf. Der Wachmann öffnete das Tor. Ein Wunder war geschehen. Und jetzt? Wie sollte er hineinkommen? Wo sollte er hingehen, wenn er drin war? Shacham hatte eine weitere Idee. Er stoppte den Wagen direkt neben dem Wachmann und fragte. Ist John da? Der Wachmann blickte gelangweilt. Keine Ahnung. Geh rein und guck nach, antwortete er. Es hatte funktioniert. Der Deal auf dem Beifahrersitz hatte genug gesehen. Fahren wir, sagte er. Shacham bandete den Wagen. Er hatte den Test bestanden. Es gibt einen bestimmten Menschentypus, der als extrem furchtsam bezeichnet wird. Das sind Menschen, die in einem permanenten Zustand erhöhter Ängstlichkeit leben. Und dann gibt es Menschen wie Nissu Shacham. Was befähigt ihn dazu, extreme Angst so gut zu überwinden? Wie steuert er ohne Landkarte durch den Nebel der Überlegungsphase? Als ich ihn dies fragte, antwortete er, dass er durchaus Angst hätte, und zwar jedes Mal. Doch bei ihm wohnt die Ruhe direkt neben der Furcht. Man muss sehr kaltblütig sein, sagt er. Aber wodurch wird man kaltblütig? Liegt es an den Genen, der Erfahrung, einem chemischen Ungleichgewicht? Worin besteht der Unterschied? Das Profil eines Überlebenden. Irgendwo gibt es eine Antwort, bekam ich von Traumepsychologen und anderen Katastrophenexperten in Israel und den USA zur Antwort. Aber sie ist nicht leicht zu fassen. Jeder von uns macht sich eine bestimmte Vorstellung davon, was er in einem Ernstfall täte. Vielleicht wiegen wir aber vollkommen falsch mit unserer Vermutung. Es gibt Möglichkeiten vorherzusagen, wie man sich unter extremem Stress verhält. Aber das kann ganz anders sein, als man erwartet. Leute, die im normalen Büroalltag Führungspersönlichkeiten oder hoffnungslose Fälle sind, können in einer Krise ganz anders sein. Noch bevor das Verhalten eine Rolle spielt, kann das Grundprofil eines jeden Einzelnen über seine Überlebenschancen entscheiden. Die Handicaps sind dabei meist die gleichen, die uns auch im Alltag plagen. Wer stark übergewichtig ist, hat bei Katastrophen mit großer Wahrscheinlichkeit schlechtere Chancen zu überleben. Es ist erwiesen, dass dicke Menschen bei Autounfällen eher sterben als dünner. Zum Teil liegt es daran, dass Übergewichtige allgemein mehr gesundheitliche Probleme haben. Deshalb dauert es auch länger, bis sie sich von Verletzungen erholt haben. Hinzu kommt, dass ihre Körper schlechter mit großer Hitze fertig werden. Für das menschliche Herz kann die Anstrengung einer Krisensituation übrigens eine tödlichere Gefahr bedeuten als die eigentliche Bedrohung. Dies ist auch der Grund, weshalb mehr Feuerwehrleute an Herzinfarkt und Schlaganfall sterben als durch Brände. Außerdem ist er noch die grausame Realität der physikalischen Gesetze. Übergewichtige Menschen bewegen sich langsamer und nehmen mehr Platz ein, weshalb sie auch größere Schwierigkeiten haben zu fliehen. Am 11. September hatten bei der Räumung des World Trade Centers Menschen mit schlechten körperlichen Fähigkeiten ein dreifach erhöhtes Risiko, sich zu verletzen. Dieses Problem hat sich noch verstärkt, weil Amerikaner immer dicker werden. Körperfett beeinflusst sogar die Dynamik von ganzen Gruppen. Wenn man Treppen hinuntersteigt, schwankt man ein wenig hin und her und beansprucht mehr Platz, als der Körper eigentlich bereit ist. Je schwerer Menschen sind, desto stärker schwanken sie und desto weniger Menschen passen gleichzeitig auf eine Treppe. Das Geschlecht spielt ebenfalls eine Rolle. Bei bestimmten Katastrophen ist es viel besser, ein Mann zu sein, bei anderen eine Frau. Männer sterben öfter durch Blitze, Hurrikans und Feuer. Die amerikanische Brandschutzbehörde erklärt, dass bei Feuern beinah doppelt so viele Männer sterben wie Frauen. Zum Teil liegt es daran, dass mehr Männer gefährliche Berufe ausüben. Aber auch daran, dass Männer insgesamt risikofreudiger sind. Sie neigen eher dazu, durch Rauch zu laufen oder durch Hochwasser zu fahren. Frauen sind tendenziell vorsichtiger, sagt Susan Cutter, Direktorin des Risikoforschungslabors der University of South Carolina. Sie setzen sich und ihre Familie keinem Risiko aus. Frauen sind schon weg, wenn der Regen einsetzt. Erinnern Sie sich noch an die Formel für Furcht? Sie ist bei Männern und Frauen unterschiedlich. Fast jede Umfrage zur Risikowahrnehmung hat ergeben, dass Frauen sich über beinahe alles mehr Gedanken machen, von Umweltverschmutzung bis hin zu Handfeuerwaffen. Auf den ersten Blick scheint das logisch, denn Frauen sind im Durchschnitt schwächer und tragen traditionell mehr Verantwortung für andere. Vielleicht müssen sie sich mehr Sorgen machen. Als der Risikoexperte Paul Slovic aber versuchte, den Geschlechtsunterschied auf diese Weise zu erklären, stieß er auf Probleme. Die Stereotypen passten nicht ganz. Beispielsweise machen sich afroamerikanische Männer ebenso viele Sorgen wie Frauen allgemein. Wenn man davon ausgehen kann, dass afroamerikanische Männer keine geborenen Nährer und Pfleger sind, kann die Natur auch nicht als Grund für diesen Unterschied herhalten. Slovic versucht es mit anderen Variablen. Sind Frauen und Minderheiten vielleicht weniger gebildet und daher emotionaler bei ihrer Risikoeinschätzung? Nein. Als Slovic den Bildungsfaktor einrechnete, blieben die geschlechtlichen und ethnischen Unterschiede bestehen. Als er Wissenschaftler, die ihr Geld mit den Einschätzen von Risiken verdienen bat, eine Rangliste der Risiken zu erstellen, neigten die Wissenschaftlerinnen dazu, besorgter zu sein als ihre männlichen Kollegen. Machen sie sich mehr Gedanken, weil sie anderen Leuten nicht zutrauen, es an ihrer Stelle zu tun? Aber auch als Slovic einen Faktor für solche Ansichten einrechnete, konnte das den Unterschied nicht vollständig erklären. Irgendwann stellte er fest, dass er sich mit den falschen Menschen beschäftigt hatte. Die Männer waren diejenigen, die die Statistik durcheinander brachten, nicht etwa Frauen oder Minderheiten. Und auch nicht alle Männer, sondern nur eine kleine Gruppe. Es stellte sich heraus, dass 30 Prozent der weißen Männer in den meisten Bedrohungen nur ein geringes Risiko erkennen. Das heißt, in erster Linie sind sie für den geschlechtlichen und ethnischen Unterschied verantwortlich. Also begann Paul Slovic, diese weißen Männer zu erforschen. Sie hatten ein paar wichtige Einstellungen gemeinsam. Sie liebten Statussymbole, Hierarchie und Macht, erklärt Slovic. Sie glaubten an die Technik. Mehr als alle anderen waren sie geneigt, der Aussage zu widersprechen, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten. Wenn ein weißer Mann sich von der Gesellschaft diskriminiert oder ausgegrenzt fühlte, war er eher geneigt, die Seiten zu wechseln und sich mit den Frauen und Minderheiten Sorgen zu machen. Heißt das nun, dass es besser ist, eine Frau zu sein, die sich Sorgen macht, als ein Mann, der das nicht tut? Bei manchen Katastrophen hilft tatsächlich sich Sorgen zu machen. Es kann Menschen dazu bewegen, ein Gebäude zu räumen, bevor es zu spät ist. Es ist beispielsweise relativ einfach, Frauen mit Kindern zu überzeugen, ihr Haus vor einem Hurricane zu verlassen. In anderen Fällen jedoch reicht es bei Weitem nicht aus, sich Sorgen zu machen. Und andere, wesentlich gravierendere geschlechtliche Unterschiede spielen eine größere Rolle. In vielen Ländern, die Ende 2004 vom Tsunami betroffen waren, konnten die Frauen nicht schwimmen, die Männer dagegen schon. Entsprechend unterschiedlich fielen die Überlebensquoten aus. In vier indonesischen Dörfern, in denen die Hilfsorganisation Oxfam nach dem Tsunami eine Umfrage startete, gab es dreimal so viele männliche Überlebende wie weibliche. Manchmal aber sind geschlechtsspezifische Unterschiede peinlich banal. Am 11. September verletzten sich bei der Evakuierung etwa doppelt so viele Frauen wie Männer, stellte die Studie der Columbia University fest. War es eine Frage der Körperkraft? Des Selbstvertrauens? Der Angst? Nein, sagt Jaffa Mittler, Robin Gershon. Es lag an den Schuhen. Viele Frauen zogen auf halbem Weg treppab ihre Schuhe aus und mussten barfuß nach Hause gehen. Überlebende berichten, dass sie in den Treppenhäusern über Stapel von Schuhen mit hohen Absätzen steigen mussten. In vielen Fällen überdecken jedoch andere Nachteile die Auswirkungen von Sorge. Von allen Menschen, die jedes Jahr bei Bränden sterben, sind 25 Prozent Afroamerikaner. Doppelt so viel wie ihr Anteil in der Bevölkerung. Die Kluft wird am deutlichsten, wenn es um Kinder geht. Für amerikanische Kinder mit afrikanischen oder indischen Wurzeln ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Brand zu sterben, doppelt so hoch wie für weiße oder asiatische Kinder. Das Auftreten von Bränden hat viel damit zu tun, wie viel Geld vorhanden ist. Ich habe noch nie bei reichen Leuten einen Hausbrand löschen müssen, sagt Dennis O'Neill, der 1971 Feuerwehrmann in New Jersey wurde und heute Leiter der staatlichen Feuerwehrschule ist. In Häusern, die schlampig gebaut wurden, wo die Menschen tragbare Heizkörper benutzen, um es warm zu haben und wo es keine Rauchmelder gibt oder diese defekt sind, brechen tendenziell eher Feuer aus. In armen Gegenden ist Feuer deshalb auch Teil des örtlichen Risikospektrums, wie O'Neill erklärt. Es gibt da den Süchtigen an der Straßenecke, Leute, die einem das Geld fürs Mittagessen klauen und es gibt Rände. Die schlichte Wahrheit lautet, dass bei den meisten Katastrophen Geld eine größere Rolle spielt als alles andere. Das heißt, wo und wie wir leben, ist ein wichtigerer Faktor als in Natur. Industrieländer erleben genauso viele Naturkatastrophen wie Entwicklungsländer. Der große Unterschied liegt in der Anzahl der Todesopfer. Von allen Menschen, die weltweit zwischen 1985 und 1999 per Katastrophen gestorben sind, stammten, wie der Weltklimarat IPCC feststellte, 65 Prozent aus Ländern, wo das durchschnittliche Jahreseinkommen weniger als 760 Dollar pro Kopf beträgt. Das Norfolk Erdbeben in Kalifornien 1994 beispielsweise ähnelte dem Erdbeben in Pakistan 2005 hinsichtlich seiner Stärke und Tiefe. In Kalifornien starben nur 63 Menschen, in Pakistan dagegen mehr als 100.000. Solange Menschen kein Dach über dem Kopf, keine Straßen und keine medizinische Grundversorgung haben, spielen Kleinigkeiten wie Charaktereigenschaften und Risikowahrnehmung keine große Rolle. Je größer der Wohlstand, desto besser die Überlebenschancen. Eine Studie, die Matthew Kahn an der Tufts University durchführte, ergab, dass ein großes Land damit rechnen kann, jährlich 530 Menschenleben zu retten, wenn sein Bruttosozialprodukt von 2.000 auf 14.000 Dollar pro Person steigt. Für diejenigen, die überleben, ist Geld wie liquide Belastbarkeit. Es bedeutet medizinische Versorgung, Stabilität und Wiederaufbau. In reichen Ländern wie den USA jedoch, wo das Bruttosozialprodukt bei 42.000 Dollar pro Kopf liegt, können individuelle Charakterzüge einen Unterschied machen. In der Tat kann die Persönlichkeit des Einzelnen bedeutungsvoller sein als die Tatsachen einer Katastrophe. Was bei einem Ereignis chronischen Stress verursacht, hängt mehr von genetischen und charakterlichen Faktoren ab als von den Details dieses Ereignisses, sagt Ellen Kurz, israelischer Traumaexperte und Psychologe. Auch wenn die öffensichtlichen Faktoren wie Geschlecht, Gewicht und Einkommen gleich sind, reagieren manche Menschen jedoch besser als andere. Sie sind einfach kühner. Und die große Frage ist, warum? Feinere Unterscheidungen. In einem vornehmen Restaurant in Portland, Oregon, essen zwei Frauen an einem Tisch am Fenster. Mitten in ihrem Gespräch stolpert draußen ein betrunkener Obdachlose an dieses Fenster, öffnet seine Hose und zeigt seinen Penis am Tisch vor. Nach einigem Luftschnappen und hysterischen Gelächter ruft man die Polizei. Officer Lauren Christensen erscheint im Tatort und trifft auf zwei Extreme. Eine der Frauen lacht sich kaputt, wie er sagt. Die andere ist auf einer Bank am Eingangsbereich zusammengebrochen und jemand fächelt ihr Luft zu. In seinen 25 Dienstjahren bei der Polizei hat Christensen schon oft derart unterschiedliche Reaktionen gesehen. Vor allem bei Frauen, die Opfer von Exhibitionisten wurden. Die eine lacht sich kaputt, die andere ist aufgebracht und die dritte ist traumatisiert. Christensen, der heute als Buchautor und Kampfsportlehrer arbeitet, hat sich schon immer gefragt, warum Menschen so unterschiedlich reagieren. So war es auch im Krieg, wo er Militärpolizist war. In Vietnam habe ich Leute gesehen, die von dem, was sie sahen, ganz verstört waren, obwohl sie nur als Koch gearbeitet haben. Als Koch. Und dann waren da Infanteristen, die das absolut Schlimmste gesehen hatten, denen es aber, zumindest oberflächlich betrachtet, gut ging. Belastbarkeit ist eine wertvolle Tugend. Menschen, die sie besitzen, haben meist auch drei weitere grundlegende Vorteile. Den Glauben daran, Lebenssituationen beeinflussen zu können, die Tendenz, in den Wechselfällen des Lebens einen Sinn zu erkennen und die Überzeugung, dass sie sowohl aus positiven wie aus negativen Erfahrungen lernen können. Diese Ansichten funktionieren wie eine Art Puffer, der die Schläge einer Katastrophe abfedert. Für solche Menschen scheinen Gefahren leichter zu bewältigen zu sein und deshalb agieren sie auch besser. Trauma ebenso wie Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sagt George Everly Jr. vom Bereitschaftszentrum für Gesundheitswesen der John Hopkins University in Baltimore, Maryland. Das leuchtet ein. Eine gesunde, von Eigeninitiative geprägte Weltsicht führt zwangsläufig zu einer gewissen Belastbarkeit. Trotzdem ist es eine unbefriedigende Antwort, weil sie einfach eine neue Frage aufwirft, nämlich, wenn diese Weltsicht zu Belastbarkeit führt, was führt dann zu dieser Weltsicht? Die Antwort ist nicht die, die wir vielleicht erwarten. Belastbare Menschen sind nicht unbedingt Yoga praktizierende Buddhisten. Was sie allerdings im Überfluss besitzen, ist Selbstbewusstsein. Wie schon im Kapitel über die Angst beschrieben, lindert Selbstvertrauen der zerstörerischen Auswirkungen extremer Furcht. Neuere Studien haben ergeben, dass Leute mit übermäßigen Selbstvertrauen Katastrophensituationen spektakulär gut überstehen. Psychologen bezeichnen dieses Verhalten als Selbstbestärkung. Sie und ich würden es arrogant nennen. Es sind Menschen, die von sich selbst mehr halten als andere von ihnen. Auf andere wirken sie nervig und egozentrisch. In gewissem Sinne sind sie besser für Krisensituationen gewappnet als für das wahre Leben. Nicht ganz ein Jahr, nachdem der Bürgerkrieg im Lande vorüber war, befragte George Bonanno von der Columbia University 78 Bewohner von Sarajevo. Jeder der Befragten stufte sich Bezug auf psychologische Probleme, Kontaktfähigkeit, Gesundheitsprobleme und Stimmungsschwankungen selbst ein. Dann wurde jeder von den anderen eingestuft. Eine kleine Gruppe von Leuten sah sich selbst erheblich positiver als die anderen Taten. Es waren diejenigen, die vom Psychologen als besser angepasst erkannt wurden. Nach dem 11. September stellte Bonanno ein ähnliches Muster bei Überlebenden fest, die während der Anschläge im World Trade Center oder in der Nähe gewesen waren. Diejenigen mit einem hohen Maß an Selbstwertgefühl erholten sich relativ leicht. Bei ihnen wurde sogar ein geringerer Anteil von dem Stresshormon Cortisol im Speichel gemessen. Ihr Selbstvertrauen war wie eine Impfung gegen die Wechselfälle des Lebens. Auch Menschen mit einem höheren IQ kommen nach einem Trauma besser zurecht. Mit anderen Worten, belastbare Menschen sind möglicherweise schlauer. Warum? Vielleicht hilft ihre Intelligenz, diesen Menschen kreativ zu denken, was ihnen ein stärkeres Gefühl von Entschlossenheit und Kontrolle gibt. Vielleicht für das Selbstvertrauen, das mit einem hohen IQ einhergeht, schon von vornherein zu einer gewissen Belastbarkeit. Wichtiger ist jedoch, dass jeder, unabhängig vom IQ, durch Übung und Erfahrung Selbstwertgefühl selbst herstellen kann. Soldaten und Polizisten bestätigen, dass Selbstvertrauen entsteht, wenn man etwas schon einmal getan hat. Wir wissen, dass das Gehirn besser funktioniert, wenn es ein Problem bereits kennt. Wir haben dann eher das Gefühl, Herr der Lage zu sein, weil wir die Dinge tatsächlich besser unter Kontrolle haben. In bestimmten Situationen aber, wie die, in der sich Nisot Shacham als Untercover-Polizist befand, als ein gewalttätiger Krimineller seine Legende auf Herz und Nieren prüfte, können uns weder Erfahrung noch Übung retten. Shacham stützt sich auf etwas anderes, etwas viel Grundlegenderes. Spezialkräfte sind nicht normal. Das US-Militär hat Millionen von Dollar investiert, um herauszufinden, wie man das Profil von Leuten wie Nisot Shacham bestimmt. Leuten, die in lebensbedrohlichen Situationen kühlen Kopf bewahren und auch später belastbar bleiben. Charles Morgan III. ist außerordentlicher Professor für Psychiatrie in Yale und Direktor des Instituts für menschliche Leistungsfähigkeit am Nationalen Zentrum für posttraumatische Belastungsstörungen. In den vergangenen 15 Jahren hat er dort erforscht, wie Menschen unter extremer Belastung reagieren. Er begann mit Veteranen aus dem Vietnam und dem Golfkrieg. Diejenigen, die unter posttraumatischen Belastungsstörungen litten, verhielten sich erwartungsgemäß ganz anders als diejenigen, die diese Störungen nicht hatten. Die Veteranen mit posttraumatischen Belastungsstörungen waren nervöser. Sie distanzierten sich mehr von ihren Erlebnissen, berichteten, dass Farben kräftiger zu leuchten schienen oder Dinge in Zeitlupe abliefen, und zwar auch im normalen Leben. Es schien, als ob ihr Gehirn einmal in den Krisenmodus eingetreten, für immer dort stecken geblieben war. In ihrem Blut waren sogar bestimmte Stresshormone in höheren Dosen vorhanden als bei anderen Menschen. In den 90er Jahren war es Konsens unter Wissenschaftlern, dass diese Menschen durch ihre Erfahrungen geschädigt worden waren. Ihr Gehirn, ihr Blut und ihre Persönlichkeit hatte sich durch das Trauma verändert. Eine Handvoll Wissenschaftler war jedoch mit dieser Theorie nicht zufrieden. Wir haben Vermutungen angestellt, sagt Morgan. Genau gewusst haben wir es nicht. Die Wissenschaftler fragten sich, was zuerst da war. Das Trauma oder der Mensch, der für Traumatisierung anfällig ist. Um dies herauszufinden, musste Morgan Menschen untersuchen, bevor sie traumatisiert wurden. Er fand ein Stresslabor an der Militärschule für Überlebenstraining, Fort Brack in North Carolina. Nach einer Unterrichtsphase im Klassenzimmer werden die Soldaten in den Wald entlassen, wo sie versuchen müssen, sich der Gefangennahme zu entziehen. Sie haben weder Essen noch Wasser oder Waffen. Die Ausbilder jagen sie, schießen mit Platzpatronen auf sie und fassen sie schließlich. Dann bringen sie die Soldaten mit übergezogenen Kapuzen untereinander gefesselt in einem Pseudokriegsgefangenen Lager, wo ihnen systematisch Nahrung, Kontrolle und Würde entzogen werden. Diese Bedingungen sollen die Erfahrungen amerikanischer Kriegsgefangener im Europa des Zweiten Weltkriegs, Korea und Vietnam widerspiegeln. 72 Stunden lang wird den Soldaten nicht erlaubt, auch nur eine ganze Stunde lang zu schlafen. Das Überlebenstraining ist so realistisch, dass es einem Angst macht. Als Morgen das Blut der Soldaten untersuchte, stellte er fest, dass ihr Stresspegel zuvor festgestellte Durchschnittswerte bei extremer Belastung überstieg. Die Soldaten hatten beispielsweise mehr Cortisol im Blut als Menschen, die zum ersten Mal von einem Flugzeug abspringen. Durchschnittlich nehmen die Teilnehmer beim Überlebenstraining in dieser Zeit sieben bis acht Kilo ab. Sofort bemerkte Morgen große Unterschiede zwischen den Soldaten. Die Soldaten der Spezialkräfte, wegen der grünen Barrette, auch Queen Barretts genannt, brachten immer und überall bessere Leistungen als die normalen Infanteriesoldaten. Sie schienen geistig klarer zu bleiben, sagt Morgen. Sie wurden unter Stress nicht so schnell dumm wie wir anderen. Das überrascht nicht. Spezialkräfte sind Elite-Truppen, nicht einmal ein Drittel aller Bewerber wird angenommen. Wirklich überraschend war, wie sehr sich die Spezialkräfte chemisch von den anderen unterschieden. Als Morgen ihre Blutproben analysierte, stellte er fest, dass die Spezialkräfte deutlich mehr Neuropeptid-Y produzieren. Eine Verbindung, die unter anderem dafür sorgt, dass man sich bei Stress länger konzentrieren kann. Schon 24 Stunden nach einer Scheinbefragung hatten die Spezialkräfte wieder einen normalen Neuropeptid-Y-Spiegel im Blut, während andere vollkommen ausgelaugt waren. Zivilisten mit Angststörungen oder Depressionen haben tendenziell geringere Konzentrationen von Neuropeptid-Y. Der Unterschied war dermaßen markant, dass morgen anhand der Blutwerte regelrecht vorhersagen konnte, ob jemand Mitglied der Spezialkräfte war oder nicht. Nun war die Frage, sind Soldaten der Spezialkräfte von Natur aus anders oder hat ihre Ausbildung sie verändert? An dieser Stelle muss man anmerken, dass Soldaten der Spezialkräfte nicht normal sind. Sie scheinen eine gewisse Immunität gegen extreme Belastung zu besitzen. Andererseits aber sind diese Soldaten im Allgemeinen keine draufgängerischen Muskelprotze. Es sind eher bärtige Typen, die Arabisch sprechen und sich nahtlos in eine fremde Kultur einfügen können. Sie mögen Herausforderungen und Nervenkitzel, aber nicht, weil sie unbedingt etwas erleben wollen. Als Gruppe sind sie eher still, akribisch und konzentriert, sagt Morgan. Haben sie mal den Film Black Hawk Down gesehen? Der zeigt die Green Barretts ziemlich authentisch, das ist schon ein ganz eigener Typus. Es war erstaunlich, wie vorhersagbar anders, auch biologisch, sie waren als die anderen Soldaten. Tatsächlich stellte Morgan fest, dass er nicht einmal Blut abnehmen musste, um den Unterschied festzustellen. Aus einem einfachen Fragebogen wurde bereits ersichtlich, wer mehr Neuropeptid Y produzierte. Er stellte den Soldaten Fragen aus einem standardisierten psychologischen Test, mit dem dissoziative Symptome gemessen wurden. Beispielsweise fragte er, ob die Soldaten während der vergangenen Tage eines der folgenden Symptome bemerkt hatten. Erstens, alles schien sich wie in Zeitlupe zu bewegen. Zweitens, nichts schien real zu sein, wie in einem Traum. Drittens, man hatte das Gefühl, vom Geschehen getrennt zu sein, so als würde man einen Film oder ein Theaterstück ansehen. Dies sind natürlich nur ein paar Beispiele. Wenn jemand alle Fragen mit Ja beantwortet, heißt das natürlich nicht automatisch, dass man in einer Krisensituation schlecht agiert. Wie so oft hängt es von der Art der Krise ab. Mittlerweile hat Morgan den Fragebogen an mehr als 2000 Soldaten ausgeteilt, bevor sie mit dem Überlebenstraining anfing. Er wollte wissen, wer von ihnen auch unter normalen Bedingungen die Angewohnheit hatte, zu dissoziieren. Im Durchschnitt erzielten etwa 30 Prozent der Befragten eine hohe Punktzahl. Selbst ohne extreme Belastung sagte also ein Drittel aus, dass sie die eine oder andere Form einer Distanzierung von der Realität erlebt hatten. Das ist mehr als morgen erwartet hatte, aber immer wieder fand er dieselbe Quote bei Militärangehörigen. Diejenigen Soldaten, die eine hohe Punktzahl im Test erzielten, waren durchweg auch diejenigen, die mit großer Wahrscheinlichkeit das Überlebenstraining nicht durchstanden. Eines Tages werden die Soldaten vielleicht routinemäßig Pillen schlucken, die ihnen helfen, mit extremer Angst fertig zu werden. Dann wird künstliches Neuropeptid Y womöglich gemeinsam mit den Stiefeln ausgegeben. Man hat bewiesen, dass das Peptidhormon Oxytocin, das nach der Geburt im Körper der Mutter freigesetzt wird und auch künstlich herstellbar ist, das Angstzentrum im Gehirn beruhigt und Vertrauen fördert. In einer Studie zeigte sich bei Männern, die vor einer Computertomographie des Gehirns Oxytocin-Spray benutzt hatten, eine schwächere Tätigkeit der Amygdala als vor der Einnahme von Oxytocin. Bevor wir jedoch zu sehr ins Pharmazeutische einsteigen, sollte erwähnt werden, dass Dissoziation nicht unbedingt etwas Schlechtes ist. In den schlimmsten Momenten des Überlebenstrainings erlebten alle, auch die Soldaten der Spezialkräfte, dissoziative Symptome. Manche hatten sogar stärkere Symptome als Menschen, die halluzinergene Drogen nehmen. Wie Alia Sedano bei ihrer Flucht aus dem World Trade Center erlebte, kann eine Dissoziation auch eine Anpassungsreaktion auf ein Trauma sein. Auch Jim Cirillo, der meisterhafte Schütze, erlebte Dissoziation, als er zum ersten Mal auf einen Menschen schoss. In Kapitel 7 wird gezeigt, dass eine extreme Form der Dissoziation durchaus eine uralte Überlebensstrategie sein könnte. Es gibt verschiedene Arten von Belastbarkeit. Wenn es nur darauf ankommt, eine Treppe hinunter zu stürzen, kann eine mittelschwere Dissoziation eine recht gute Reaktion sein. Wenn man jedoch Maschinen steuern oder Probleme lösen muss, könnte es größere Schwierigkeiten geben. Angehörige des Militärs müssen aktiv auf ihre Umwelt zugehen, um einen Feind auszumachen oder andere Aufgaben zu erfüllen. Der Drang abzuhauen, mindert ihre Leistungsfähigkeit, erklärt Morgen. Wenn wir uns distanzieren, lassen uns diejenigen Teile unseres Gehirns, die für das Kartieren, das Arbeitsgedächtnis und die Konzentration zuständig sind, im Stich. Angenommen, sie sind als Soldat der Spezialkräfte zur Rettung von Geiseln eingeteilt und haben den Auftrag, unentdeckt in Gebäude einzudringen, sich bei schwachem Licht zurechtzufinden und dann die Geiselnehmer, nicht aber die Geiseln, zu erschießen, dann wäre es recht problematisch, wenn derartige Fähigkeiten verloren gingen. Vor, während und nach der Pseudo-Gefangennahme berichteten die Soldaten der Spezialkräfte über seltenere und weniger intensive dissoziative Symptome als die anderen. Der Zusammenhang war klar. Je weniger ein Soldat dissoziiert, vor allem unter normalen Bedingungen, desto mehr Neuropeptid Y produziert er und umso besser handelt er. Eigenartigerweise berichteten Soldaten der Spezialkräfte allgemein über mehr zuvor erlebte Traumata. Sie gaben beispielsweise öfter an, in der Kindheit Opfer von Missbrauch gewesen zu sein. Das hatten die Wissenschaftler nicht erwartet, denn normalerweise führt ein Trauma zu schlechteren Leistungen unter großer Belastung. Bei den Soldaten der Spezialkräfte jedoch hatten vorangegangene Traumata keine Auswirkungen auf die Fähigkeit gehabt, mit späteren Traumata umgehen zu können. Im Gegenteil schienen sie dadurch besser gewappnet. Wie war das möglich? Es war eigentlich paradox. Bei der einen Gruppe von Menschen führt ein Trauma zum Zusammenbruch. Bei einer anderen schien es Bewältigungsmechanismen aufzubauen. Jedes Jahr bewerben sich etwa 900 Soldaten für die Spezialkräfte. Sie werden in einem dreiwöchigen Auswahlverfahren geprüft, wobei körperliche Ausdauer, Fähigkeiten zur Problemlösung und Führungsqualitäten unter großer Belastung getestet werden. Es ist körperlich anstrengender als das Überlebenstraining, psychologisch aber etwas weniger belastend. Nur ein Drittel der Bewerber durchläuft das Verfahren bis zum Ende. War es die Ausbildung selbst oder das Wissen, ein Elite-Soldat zu sein, was diesen Männern zusätzlichen Leistungsschub gab? Um dies herauszufinden, beschloss Morgan, die Männer zu untersuchen, bevor sie ausgewählt wurden. Wenn die Bewerber zum Kurs eintrafen, händigte Morgan ihnen seinen Fragebogen aus. Er wollte wissen, wer von ihnen in der Woche vor dem Kurs eine dissoziative Störung erlebt hatte. Wie bei den Teilnehmern des Überlebens-Trainings gab etwa ein Drittel der Bewerber an, vor der Ankunft die eine oder andere Form von Dissoziation erlebt zu haben. Bislang hat Morgan 774 Männer befragt und die Ergebnisse sprechen Bänder. Alle, die angehaben, im normalen Leben dissoziative Störungen gehabt zu haben, hatten erheblich schlechtere Chancen aufgenommen zu werden. Wenn jemand bei elf oder mehr Fragen mit Ja geantwortet hatte, konnte Morgan mit 95%iger Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass dieser Mensch die Prüfung nicht schaffen würde. Mit diesem einfachen Test könnte Morgan etlichen Soldaten die Mühe ersparen, sich dem Auswahlverfahren für die Spezialkräfte zu unterziehen. Wenn man diese Leute ganz zu Anfang herausfiltern würde, könnte sich die Army Millionen von Dollar sparen, sagte er. Aber die Generäle sind aus philosophischen Gründen nicht davon begeistert. Die Army mag den Gedanken nicht, dass jemand davon abgehalten wird, etwas zu tun, was er wirklich will, sagt Morgan. Deshalb kann noch immer jeder, der will, versuchen, sich für die Spezialkräfte zu qualifizieren, egal ob seine Chemie stimmt oder nicht. Aber noch ein anderes Geheimnis blieb ungelüftet. Wenn diese Menschen schon anders waren, bevor sie zu den Spezialkräften kamen, wie wurden sie dann so? Sind sie von Natur aus belastbar? Oder haben sie alle irgendwelche Kindheitserfahrungen gemacht, die sie so geformt hat? Wenn ein Psychologe oder wer auch immer versucht, hier einen Kausalzusammenhang zu entdecken, kann das furchtbar schiefgehen. Man kann angeborene und anerzogene Faktoren nicht klar voneinander unterscheiden, egal wie sehr wir uns das wünschen. Die beiden hängen eng zusammen, so wie die Stränge der DNA. Trotzdem möchten wir es herausfinden. Und wenn wir weder die angeborenen noch die anerzogenen Faktoren eingrenzen können, können wir dann nicht wenigstens herausfinden, welche wichtiger sind? Wenigstens ein kleines bisschen? Wenn alle Stricke reißen, gibt es noch eine letzte Möglichkeit. Aber sie ist mühsam. Die Versuchspersonen sind dünn gesät. Wenn sie aber funktioniert, ist die Zwillingsforschung eine wunderbare Sache, klar und eindeutig. Die Thompson Twins. Auch heute noch ist es schwierig, Jerry und Terry Thompson auseinanderzuhalten. Zwar haben sie im siebten Schuljahr aufgehört, sich absichtlich gleich anzuziehen, aber immer wieder treffen sie sich irgendwo und stellen fest, dass sie die gleichen Sachen tragen. Die eineigen Zwillinge leben in Utmore, Oklahoma, mehr als 20 Kilometer voneinander entfernt. Beide fahren ein Toyota Pickup. Als ich eines Freitagnachmittags mit Jerry sprach, wartete er gerade auf Terry, der ihm helfen wollte, seinen Traktor aus dem Schlamm anzuziehen. Abgesehen von ihrer DNA haben die Thompson-Brüder nicht viel gemeinsam. Sie brauchen nur ganz kurz mit uns zu reden und schon wissen sie, dass wir zwei völlig verschiedene Charaktere sind, sagt Jerry. Ich bin der pünktliche Typ. Er ist unpünktlich. Ich bin echt pingelig, was das Innere von meinem Wagen angeht und er schmeißt seinen Müll einfach auf den Boden. Da sie in einer Familie mit sechs Kindern in Südkalifornien aufgewachsen sind, kämpften sie um die Vorrangstellung. Der Vater kaufte ihnen Boxhandschuhe, als sie zwei Jahre alt waren und sie können es immer noch nicht lassen. Er bringt mich zur Weißdut, sagt Jerry über Terry. Wenn wir uns streiten, lässt er mich jedes Mal wissen, wie schlauer er ist. Er ist acht Minuten älter als ich und das sieht man daran, dass er ein Uni-Diplom hat und ich nur einen kleinen Associate-Abschluss nach zwei Jahren College. Jerry ist mittlerweile Rentner, aber Terry führt ein Unternehmen, das Jerky, Dörrfleisch, produziert und verkauft. Ein weiterer Unterschied zwischen den Brüdern ist der, dass nur Jerry in Vietnam war, obwohl beide nach der Highschool zu den Marines gegangen sind. Es ging mehr oder weniger darum, für unser Land zu kämpfen, sagt Jerry. In unserer Familie waren auf beiden Seiten Militärs. Da konnte ich nicht verweigern und ich wusste auch nicht genug darüber, um das zu tun. Aber nur Jerry wurde in den Krieg geschickt. Er kam am 3. Juni 1970 in Vietnam an. Sieben Wochen später geriet er in einen Hinterhalt. Er wurde von einer Kugel im rechten Arm getroffen und von Granatsplittern durchlöchert. Die haben eine Granate auf mich geworfen und mich damit in die Luft geschleudert und dann noch eine zweite, die hat mich nach hinten umgeschmissen. Er erholte sich fünf Wochen lang und erhielt ein Verwundetenabzeichen. Dann kehrte er ins Gefecht zurück. Man ahnt gar nicht, was für ein Tiermann da wird, sagt er. Ich habe einige Ohren abgeschnitten und ein paar von den Jungs skalpiert. Neun Monate nach seiner Abreise war Jerry wieder in den USA. Seine Ohrensammlung allerdings wurde am Flughafen Danang beschlagnahmt. Als er in Kalifornien zurück war, zog er wieder zu Hause ein. Seine Eltern konnten ihn jedoch nicht verstehen. Als ich wieder nach Hause kam, war ich wie in einer anderen Welt. Er nahm eine Reihe von Jobs an und kündigte sie alle wieder. Dann brach er auch sein Studium ab. Er heiratete und ließ sich wieder scheiden. Ich konnte mit ihr nicht reden und auch mit keinem anderen, sagt Jerry. Irgendwie bin ich immer noch so. Deswegen wohne ich auch hier auf dem Land und bin viel allein. Ich bin irgendwie abgestumpft. Im Jahr 1975 diagnostizierte man bei Jerry das Vietnam-Stress-Syndrom. Jedoch schien niemand zu wissen, wie man ihm helfen konnte. Nach einer schlechten Erfahrung mit einem Veteranenspital in Waco, Texas, versuchte er bis 1992 nicht mehr Hilfe zu finden. Dann aber trat er einem Programm für Veteranen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, wie man es heute nennt, in Oklahoma City bei. Er fuhr sechs Wochen lang jeden Tag zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück, weil er endlich die Behandlung bekam, die er brauchte. Mitte der 90er Jahre fanden Wissenschaftler heraus, dass Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen sich nicht nur anders verhalten, sondern dass ihr Gehirn tatsächlich anders aussieht. Der Hippocampus, der tief im Hirn in der Nähe der Amygdala liegt, ist bei diesen Menschen etwas kleiner. Der Hippocampus ist eng in Vorgänge wie Lernen und Erinnern eingebunden und hilft uns zu entscheiden, ob etwas sicher ist oder nicht. Im Falle einer Katastrophe oder danach kann er unsere Belastbarkeit ankurbeln. Bei Londoner Taxifahrern, die alle Straßen dieser riesigen Stadt im Kopf haben müssen, ist der Hippocampus übrigens ungewöhnlich groß. Die meisten Wissenschaftler nehmen an, dass das Trauma den Hippocampus bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen hat schrumpfen lassen. Dies jedenfalls passiert bei Tieren, die extremer Belastung ausgesetzt wurden. Ihr Hippocampus wurde kleiner. Niemand aber wusste es genau. 1998 erhielten die Thompsons dann einen Anruf, bei dem es um den genialen Plan ging, Vietnam-Veteranen und ihre Zwillingsbrüder zu untersuchen. Der Psychologe Mark Gilbertson und seine Kollegen am Weatherwinds Administration at Medical Center in Manchester im Bundesstaat New Hampshire wollten das menschliche Gehirn vor und nach einem Trauma untersuchen. Sie wollten wissen, ob Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen ihr Leben bereits mit anderen Hirnstrukturen begonnen hatten als andere, die diese Störung nicht entwickelt hatten. Insbesondere wollten sie den Hippocampus vermessen, den Teil des Gehirns, der hilft, Gefahrensignale zu verarbeiten und von dem man annimmt, dass er an der Dissoziation beteiligt ist. Es ist natürlich schwer und sehr teuer, eine große Gruppe von Personen über Jahrzehnte zu begleiten. Daher entwickelten Gilbertson und sein Team eine Möglichkeit, bei Vietnam-Veteranen quasi die Uhr zurückzudrehen. Sie wollten Zwillingspaare untersuchen, bei denen der eine Bruder im Krieg gewesen war und der andere nicht. Es war ein guter Nachbau für diese Huhn-und-Ei-Frage, sagt er. Mithilfe des Zwillingsregisters der Veteranenverwaltung spürten Gilbertson und seine Kollegen in mühsamer Kleinarbeit 80 Männer wie Terry und Jerry auf. Es dauerte drei Jahre, bis alle gefunden und untersucht worden waren, aber es war eine sehr gute Stichprobe. Da es sich um eineiige Zwillinge handelte, hätte der Hippocampus bei beiden Brüdern gleich sein müssen. Es sei denn, ein Trauma hätte nach der Geburtsspuren im Gehirn hinterlassen. Mit anderen Worten, das Gehirn des Zwillings, der nicht im Krieg gewesen war, stellte ein Bild des Gehirns des Veteranen dar, wie es vor dem Krieg gewesen war. In der Stichprobe fanden sich 17 Männer, die in Vietnam eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hatten, und ihre 17 Zwillingsbrüder. Die anderen Veteranen und ihre Brüder hatten nie eine Störung entwickelt. Aus dem ganzen Land kamen Brüder paarweise nach Manchester oder Boston geflogen, um ihre Gehirne in einer Magnetresonanztomographie abbilden zu lassen. Das war irgendwie faszinierend, sagt Gilbertsen. Die meisten von diesen Typen sahen sich so ähnlich, auch wenn sie schon über 50 waren. Wenn sie hereinkamen, musste ich sofort ein Kleidungsstück markieren, um sie auseinanderhalten zu können. Viele der Veteranen sahen die Studie als eine Art Familientreffen und als Möglichkeit dem Bruder, der durch den Krieg Schaden genommen hatte, einen Dienst zu erweisen. Für manche der Veteranen war das Verfahren eine Qual, denn die enge Röhre des Tomografen verstärkt die Angst. Die gesunden Brüder waren gegenüber ihrem Zwilling sehr fürsorglich. Einige der gesunden Brüder hielten am Fuß des Tomografen Wache, während die anderen die Prozedur über sich ergehen ließen, erinnerte sich Gilbertsen. Jerry und Terry flogen zur Untersuchung gemeinsam nach Boston. Sie wohnten in einem Hotel am Flughafen Logan und alles lief gut, bis Jerry tatsächlich in den Tomografen musste. Das laute Hämmern in der Maschine klang genau wie eine 60-mm-Pistole. Er hatte einen Flashback und saß sich plötzlich in einem Hubschrauber, wo ein anderer amerikanischer Soldat gerade beschloss, drei Vietcong-Gefangene loszuwerden. Der Hubschrauber flog viele hundert Meter hoch und Jerry erinnert sich lebhaft daran, wie die Männer um ihr Leben flehten und dann einer nach dem anderen fielen. Der technische Assistent, der den Apparat bediente, stellte Jerry ein paar einfache Fragen, um sicherzugehen, dass es ihm gut ging. Die Untersuchung ergab, dass er noch Granatsplitter hinter dem Ohr hatte, von denen er nichts wusste. Er fragte, ob Jerry ein Brennen spürte. Als Jerry nicht antwortete, ging er davon aus, dass dies in der Maschine eingeschlafen war. Tatsächlich aber lag er da und weinte im Dunkeln still vor sich hin. Jerry hat mittlerweile an fünf verschiedenen Studien zur posttraumatischen Belastungsstörung teilgenommen. Ich glaube, die mögen uns. Wir sind ziemlich umgängliche Typen. Er hasst das Fliegen genau wie sein Bruder und der Aufenthalt in einer großen Stadt bereitet ihm großen Stress. Aber er nimmt diese Anstrengungen auf sich, weil er will, dass die Ärzte mehr über diese Krankheit erfahren, um den Soldaten, die aus dem Irak zurückkehren, besser helfen zu können. Das ist noch viel schlimmer als Vietnam. Diese Jungs werden große Probleme haben. Deshalb muss ich helfen. Etwa ein Drittel aller Vietnam-Veteranen litt nach dem Krieg an posttraumatischen Belastungsstörungen, wie aus einer Studie namens National Vietnam Veterans Redrustment Study aus dem Jahr 1988 hervorgeht. Das sind sehr viele Betroffene. Man könnte denken, dass sie einfach Schrecklicheres erlebt haben als die anderen, dass ihr Zustand allein von den Erlebnissen herrührte und nichts damit zu tun hatte, wer und wie sie waren. Gilbertsen aber fand etwas anderes heraus. Als er sich die Bilder ansah, erkannte er, dass der Hippocampus innerhalb eines Zwillingspaares immer gleich groß war. Das Kriegstrauma hatte keinen signifikanten Einfluss auf die Größe des Hippocampus desjenigen Bruders gehabt, der in Vietnam gewesen war. Es gab allerdings große Unterschiede zwischen den einzelnen Zwillingspaaren. Die Zwillingspaare, bei denen ein Bruder unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litt, hatten kleinere Hippocampi als die Zwillingspaare, bei denen keine Störung aufgetreten war. Mit anderen Worten, der kleinere Hippocampus war schon vor dem Trauma da. Manche Menschen hatten also schon vor der Abreise nach Vietnam ein größeres Risiko, posttraumatische Belastungsstörungen zu entwickeln als andere. Man kann daraus schließen, dass bestimmte Menschen wahrscheinlich größere Schwierigkeiten haben, im Falle einer Katastrophe Angst zu verarbeiten und sich später von diesem Trauma zu erholen. Jerry jedenfalls ist nicht besonders überrascht über die Ergebnisse. Er weiß, dass er in Vietnam Schaden genommen hat. Ich mochte die Menschen und ich war in der Highschool total beliebt. Als ich zurückkam, wurde es anders. Aber er gibt auch zu, dass seine Probleme schon vor dem Krieg anfingen. Er sagt, dass Depressionen bei ihm in der Familie liegen. Im letzten Highschooljahr hatte seine Freundin Schluss gemacht und er erinnert sich, ihr gesagt zu haben, dass er nach Vietnam ginge, um dort getötet zu werden. Eigentlich war ich schon vor Vietnam depressiv. Ich glaube, deshalb hat mich das alles auch so umgehauen. Der Hypocampus ist nur ein Faktor in den umfangreichen mathematischen Formel für posttraumatische Belastungsstörungen. Es gibt auch noch andere Dinge, die eine Rolle spielen, betont Gilbertsen. Die Größe des Traumas, der Grad der Unterstützung des Opfers durch die Familie, all das kann den Schaden erheblich verschlimmern oder an Grenzen halten. Leiden summieren sich, wie Schulden. Außerdem ist es nicht in jeder Situation unbedingt schlecht, einen kleineren Hypocampus zu haben. Gilbertsen vermutet, dass ein kleiner Hypocampus manchen Menschen in einer lebensbedrohlichen Situation sogar helfen kann, indem er sie beispielsweise extrem aufmerksam macht und daher auch weniger anfällig dafür, Zeit für die Verleugnung zu verschwenden. Man kann sich leicht vorstellen, dass ein kleinerer Hypocampus in bestimmten Situationen ein entwicklungsgeschichtlicher Vorteil war, in anderen dagegen ein Nachteil. Er findet deshalb nicht, dass man Menschen routinemäßig untersuchen sollte, ehe sie sich bei der Polizei oder beim Militär verpflichten. Das Gehirn ist viel zu kompliziert, um es auf die Struktur einzelner Teile zu reduzieren. Mein nacktes Gehirn. Jeder von uns macht sich Gedanken, wie er im Falle einer Katastrophe reagieren würde. Je mehr ich über die Eigenschaften hervor, die etwas über die individuelle Belastbarkeit aussagen, desto öfter fragte ich mich, wie denn wohl mein eigenes Profil aussehe. Ich glaube nicht, dass ich öfter dissoziiere als normal, aber ich kann auch nicht immer einen tieferen Sinn in den Wirren des Lebens erkennen. In bestimmten Situationen kann ich sehr ängstlich sein und ich glaube, es gibt niemanden, der mich als übertrieben optimistisch bezeichnen würde. Aber jetzt gab es ja eine Möglichkeit, meine Vermutungen zu überprüfen. Um herauszufinden, wie groß mein Hypocampus tatsächlich ist, erklärte sich Gilbertsen dankenswerterweise bereit, bei mir ein Hirn-CT zu machen und mich einem ganztägigen kognitiven Test zu unterziehen. Zugegebenermaßen war ich etwas nervös. Wollte ich das wirklich wissen? Im Grunde wusste ich ja, dass Größe nicht alles ist. Aber wenn ich nun einen kleinen Hypocampus hätte, würde mir die Erkenntnis des Selbstvertrauen rauben, das nötig wäre, um eine Notsituation durchzustehen? Wird es eine selbsterfüllende Prophezeiung werden? Da die Gelegenheit nun aber einmal da war, konnte ich einfach nicht anders. Ich musste mich testen lassen. Ein paar Tage vor der Untersuchung fragte Gilbertsen, ob ich etwaige metallische Fremdkörper, wie z.B. Granatsplitter, im Körper hätte, hatte ich nicht. Er beschwerte sich nicht ein einziges Mal, aber ich bin mir sicher, dass er Heerscharen von Anwälten und Bürokraten beschwichtigen musste, damit er einen Blick in mein Hirn werfen durfte. Als Journalistin lag ich weit außerhalb des Spektrums der gängigen Versuchsperson, daher musste ich ihm eine lange Einverständniserklärung unterschreiben, die er speziell für mich entworfen hatte. Das ist vor allem für den Fall, dass wir etwas finden, sagte er. Ach, sagte ich, so etwas wie ein Tumor? Ja, sagte er. Irrsinnigerweise machte ich mir trotzdem mehr Sorgen um die Größe meines Hypocampus. Warum machte er sich keine Sorgen, ob sie vielleicht gar keinen Hypocampus finden würden? Was wäre dann? An einem regnerischen Sonntagmorgen im Mai 2007 waren wir im Bostoner Wickham & Women's Hospital verabredet. Ich verfuhr mich völlig im Labyrinth der Bostoner Straßen und kam eine halbe Stunde zu spät, verschwitzt und Entschuldigungen stammelnd. Gilbertsen, der eine Sportjacke trug und seine kleine rechteckige Brille auf die Stirn geschoben hatte, lächelte und beruhigte mich. Er schlug mir vor, mich einen Moment lang auszuruhen. Ich dankte ihm und witzelte, ich sei absichtlich zu spät gekommen, damit mein Gehirn vor dem Test schon mal in Stresshormonen gebadet wäre. Er lachte. Ich hoffte, dass er mich beruhigen und mir das Offensichtliche sagen würde, dass mein Hypocampus immer die gleiche Größe hat, egal wie spät ich dran bin. Aber er tat es nicht. Als wir mit dem Aufzug nach oben fuhren, war ich sicher, dass ich spüren konnte, wie mein Hypocampus zusammenschrumpfte. Ich fragte ihn, ob er jemals sein eigenes Gehirn gescannt habe. Nein, habe ich nicht, sagte er nachdenklich, so als ob er wirklich noch nie daran gedacht habe. In den MRT-Räumen wurde ich mit einem Armband ausgestattet und offiziell im Krankenhaus aufgenommen. Kurz bevor ich in die Maschine kletterte, gab Gilbertsen mir die Hand. Viel Glück, ich werde ihr Gehirn beobachten. Ich suchte sein Gesicht nach Anzeichen für Sarkasmus ab, aber es gab keines. Dieser Mann hatte schon tausende von Gehirnen gesehen. Trotzdem schien er ehrlich aufgeregt zu sein. Nach einer halben Stunde Klopfen und Bohren war der Test vorüber und man händigte mir die CD von meinem Gehirn aus. Danach zeigte Gilbertsen mir kurz meinen Hypocampus auf dem Bildschirm. Sie haben welche, verkündete er. Es gibt in der Tat zwei, jeden auf einer Seite. Ich schmunzelte, zutiefst erleichtert. Genaue Testergebnisse stünden in einer Woche zur Verfügung. In der Zwischenzeit gab es andere Möglichkeiten, meinen Hypocampus zu testen. Ich traf Gilbertsen am folgenden Tag in seinem Büro in der medizinischen Abteilung der Veteranenorganisation in Manchester, New Hampshire. Diesmal war ich zu früh. Er hatte einen ganzen Tag voller kognitiver Tests geplant. Dutzende von altmodischen Methoden, um die Größe des Hypocampus festzustellen und herauszufinden, wie gut er funktioniert. Gilbertsen führte mich in einen Raum mit einem großen Monitor und einem Liegesessel mit weichen Decken. Beverly, eine Krankenschwester, die in seinem Büro einige der Tests durchführte, forderte mich auf, die Füße hochzulegen. Die Forscher an Gilbertsens Team sind stolz darauf, dass sie ihre Versuchspersonen mit großer Sorgfalt behandeln. Normalerweise haben sie schließlich mit Kriegsveteranen zu tun, von denen viele unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Der erste Test war eine freundlichere Version dessen, was Mäuse und Ratten seit vielen Jahren in Stresslabors gemacht haben. Es nennt sich Morris Wasserlabyrinth. Die Nagetiere müssen in einem Basin mit trübem Wasser schwimmen und eine vom Wasser verdeckte Plattform finden, hoffentlich bevor sie ertrinken. In meinem Fall war es so, dass ich nur mit einem Joystick in einem knallblauen, computeranimierten Basin herumfahren musste, bis ich die Plattform unter Wasser fand. Der Test wurde immer aufs Neue wiederholt. Jedes Mal begann ich in einem anderen Fleck im Labyrinth und musste die verdeckte Plattform finden, die immer am selben Platz war. Es gab farbenfrohe Fenster und, warum auch immer, ein Bücherregal rund um das Basin. Beverly saß still neben mir und beobachtete meinen vielen, vielen Fehler. Der Computer verfolgte, ohne dass ich es wusste, alles, was ich tat. Nicht nur, ob ich die Plattform fand oder nicht. Jedes Mal maßte er, wie lange es dauerte, bis ich begann, wie lang der Weg war, den ich nahm, wie lange es dauerte, bis ich die Plattform fand und wie viel Zeit ich in jeden Quadranten des Labyrinths verbrachte. Der Test zwang mich, meinen Hypocampus zu benutzen, um mich anhand meines Kurzzeitgedächtnisses und bestimmter Anhaltspunkte zu orientieren. Die Theorie ist, je besser man dies schafft, desto besser ist man in der Lage, in einer lebensbedrohlichen Situation Informationen zu verarbeiten und zu verwenden. Tiere, die bei diesem Test gut abschneiden, haben tendenziell einen größeren Hypocampus. Nach dem Labyrinth-Test folgte ein sehr viel längerer und frustrierenderer Mustertest. Ich musste das jeweils richtige Muster aus verschiedenen Musterpaaren finden. Es war überraschend schwierig, die richtigen Muster in unterschiedlichen Zusammenhängen zu finden. Wieder waren die Fähigkeiten meines Hypocampus gefragt und erst nach 36 Versuchen gelang es mir, jedes Mal auf Anhieb das richtige Muster zu finden. Ich hoffte, dass Beverly nicht insgeheim entsetzt war. Als nächstes saß ich neben einer klinischen Psychologin, um eine weitere Batterie von altmodischem Test des Erinnerungsvermögens und des IQ über mich ergehen zu lassen. Die abgegriffenen Karten und die Bilder aus den 60er Jahren waren schon fast hübsch. Die Psychologin bat mich, übereinstimmende Bilder von fremden Gesichtern zu finden, Cartoon-Einzelbildern die richtige Reihenfolge zu bringen, eine Form aus farbigen Klötzen nachzubauen, sieben verschiedene Ziffern rückwärts zu wiederholen, immer und immer wieder. Sie sagte, ich mache meine Sache gut. Aber das war vor dem Test, bei dem man Tierumrisse erkennen musste. Ich war furchtbar schlecht. Über die Ente würde ich mich heute noch streiten. Ich sage Ihnen, so sieht keine echte Ente aus. Aber die bittere Wahrheit ist, dass ich bei diesem Test grauenhaft schlecht abschnitt. Nach sechs Stunden war ich erledigt. Mein Gehirn war in ein solches Training überhaupt nicht gewöhnt. Ich mag noch nicht einmal Kreuzworträtsel. Gilbertsen bot mir einen Kaffee an und bat mich dann Platz zu nehmen, damit wir über die Testergebnisse sprechen konnten. Er zog die Testergebnisse von Labyrinthest am Morgen hervor. Männer schneiden bei dieser Sorte Test, wo unter anderem das räumliche Vorstellungsvermögen untersucht wird, besser ab. Sie sind also schon mal mit einem Handicap gestartet, sagte Gilbertsen. Das sollte mich vermutlich trösten. Er zeigte mir auf dem Bildschirm alle Nachzeichnungen der Routen, die ich zu der verdeckten Plattform genommen hatte. Manche waren einigermaßen geradlinig, andere sahen ungewöhnlich geschwungen aus. Das ist ziemlich gut, sagt Gilbertsen. Es ist sogar bemerkenswert. Sie wissen genau, wo die Plattform ist. Bis er mir die Ergebnisse eines anonymen Kriegsveteranen zeigte, dachte ich, er habe nur etwas Nettes sagen wollen. Manchmal hatte der Veteran es auf direkten Weg zur Plattform geschafft. Viel häufiger jedoch war er im Kreis gewandert, hatte Sechsecke ins Wasser gemalt und war manchmal am Zickzack zur Plattform und zurückgefahren. Sein Hypocampus verstand nicht verlässlich, wo er war und wohin er gehen musste. Das war natürlich kein fairer Vergleich. Ich war jünger als Gilbertsens normale Patienten und außerdem eine Frau, ganz abgesehen davon, dass ich noch nie in einem Krieg gezogen bin. Aus all diesen Gründen war es jedoch besonders beruhigend, dass die Ergebnisse vielversprechend waren. Eine Woche später erhielt Gilbertsen die Ergebnisse meines Hirn-CTs. Das Gesamtvolumen meines Hypocampus betrug 7,38 mm, etwa die Größe einer kleinen Murmel, wie Gilbertsen mir einige Wochen später berichtete. Damit ist er erheblich größer als der eines Veteranen mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Allerdings sprechen wir hier insgesamt von recht kleinen Zahlen. Durchschnittlich hat der Hypocampus bei Veteranen mit posttraumatischen Belastungsstörungen ein Volumen von 6,66 mm. Damit war meiner um 10% größer. Was aber bedeutet das alles? Es bedeutet, dass mein Gehirn dank der relativ umfangreichen Größe meines Hypocampus während- und nachlebensbedrohlichen Situationen in gewisser Weise belastbarer sein könnte. Zumindest theoretisch. Im Vergleich zu Soldaten, die zwar im Krieg gewesen waren, jedoch keine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hatten, mit anderen Worten recht belastbaren Männern, war die Größe meines Hypocampus sehr ähnlich. Nur etwa 1-2% größer, was nicht signifikant ist. Bei den anderen Tests lag der Grad meiner kognitiven Fähigkeiten im 95%-Anteil meiner Altersgruppe. Auch dies spricht für eine gewisse Belastbarkeit. Meine Konzentrations- und mein Erinnerungsvermögen schnitten sehr gut ab, auch wenn mir das im Alltag oft nicht so erscheint. Beide Fähigkeiten korrelieren ebenfalls mit der Belastbarkeit. Ich schnitt besser ab, als ich erwartet hatte. Dies war ein Beweis, dass die eigene Vorstellung davon, wie man sich in einem Katastrophenfall verhalten würde, nicht unbedingt verlässlich ist. Wenn ich Geld darauf wetten müsste, würde ich sagen, dass der Hypocampus verdammt gut arbeitet, schrieb Gilbertsen in einer E-Mail. Das Wörtchen verdammt erinnerte mich daran, dass Gilbertsen ein von Grund auf netter Mensch ist. Vielleicht hatte er es einfach nicht fertiggebracht, mir die Wahrheit über meinen winzigen Hypocampus zu sagen. Vielleicht war ich Teil eines ganz neuen psychologischen Experiments. Egal, ich war ihm dankbar. Von Israel bis nach New Hampshire habe ich ein eindrucksvolles Spektrum menschlicher Leistungsfähigkeit kennengelernt. Manche Menschen haben durch ein Trauma Schaden genommen und einige waren dafür vermutlich von vornherein anfällig. Ich traf ungewöhnlich belastbare Menschen wie Nisur Hacham, den israelischen Polizeikommandanten, die unter extremer Belastung besonders konzentriert und engagiert arbeiten. Und es gab verstörte Vietnam-Veteranen, die immer wieder dieselben Albträume durchlebten, während ihr Gehirn versuchte, das gerade Gehörte und Geschehene in einen Zusammenhang zu bringen. Die Indizien für eine biologisch erklärbare Belastbarkeit sind stark. Wenn aber die Topografie unseres Hirns und die chemische Zusammensetzung unseres Blutes so großen Einfluss auf unsere Fähigkeiten haben, mit Angst umzugehen, was für Möglichkeiten haben wir dann noch, Dinge besser zu machen? Gehen wir alle mit einer individuellen vorbestimmten Wahrscheinlichkeit zu überleben in die Katastrophe? Andere Dinge spielen doch sicher eine noch größere Rolle, wie beispielsweise unsere Lebenserfahrung und die Menschen, die direkt neben uns um ihr Überleben kämpfen. Eine Tomografie machen zu lassen, ist eine einsame Erfahrung. Man legt einen magnetischen Auge, still sein Gehirn frei und versucht sich nicht zu bewegen. Katastrophen brechen aber nicht über uns herein, wenn wir allein sind. Katastrophen betreffen Gruppen, von Fremden, von Kollegen, Freunden, Verwandten, die einander beeinflussen, stärken und ablenken. Ich habe bislang noch niemanden getroffen, der aus dem World Trade Center herausgekommen ist, ohne sich in eine denkwürdige Interaktion mit mindestens einem Menschen zu erinnern. Welche Teile ihrer Gehirne waren während dieser Gespräche aktiv? Wie ändert sich ihr Verhalten, nachdem sie stückchenweise Informationen ausgetauscht und sich gegenseitig auf die Beine geholfen hatten? Katastrophen betreffen per Definition keine Einzelpersonen. Die einzige Möglichkeit, unser Verhalten gänzlich zu verstehen, ist, einen Blick auf die Menschen neben uns zu werfen. Fünftens Gruppendenken. Rollenspiel beim Brand im Beverly Hills Supper Club. Der Beverly Hills Supper Club lag oben auf einer Klippe, acht Kilometer südlich von Cincinnati, herrschaftlich und ein wenig fehl am Platz, wie eine Königin im Exil. Blasse Statuen säumten die lange Auffahrt. Das Labyrinth aus Speisesälen, Ballsälen, Brunnen und Gärten nahm gut 6000 Quadratmeter ein. Der Architekt war zur Inspiration in Las Vegas gewesen, das konnte man sehen. Die Eingangshalle war eine einzige Collage aus Spiegeln und Teppichen mit Raubtiermuster. Zu früheren Zeiten wurde hier auch illegal gespielt. In den 30er Jahren drängten einmal sechs Männer mit Maschinenpistolen einen Wagen voller Clubangestellter von der Straße ab und erbeuteten 10.000 Dollar. In den 70er Jahren war das Beverly Hills das größte und beliebteste Restaurant im ganzen Mittleren Westen. In den Bankettsälen wurden Bar Mitzvahs gefeiert und es fanden kleine Modenschauen statt. Frank Sinatra, Ray Charles, Jerry Lewis und Milton Berle waren alle schon in den Ballsälen aufgetreten. Eine Werbeanzeige sprach von der Atmosphäre der Kultiviertheit und der Bühne des Mittleren Westens. Es gehörte zu den Orten, für die sich Frauen extra ein Kleid kauften, wenn sie dorthin gingen. Darla McCollister war etwa zehn Jahre alt, als sie zum ersten Mal ins Beverly Hills ging. Ihr Vater trug ein Smoking und sie fand, dass das ganze Restaurant wie ein Weihnachtsbaum funkelte. Es war das erste Mal, dass sie ein Caesar Salad aß und der Kellner bereitete ihn gleich am Tisch mit so schwungvollen Bewegungen zu, als wolle er ein Sinfonieorchester dirigieren. Sie aß ihn bedächtig, wie etwas, das sehr ernst genommen werden muss. Es war dort sehr vornehme, erinnerte sie sich. Es war so, wie Las Vegas war, als alles Gold nur noch echtes Gold war und kein Plastik. Als sie in der Highschool war, erzählte sie ihren Freunden, dass sie davon träumte, eines Tages in Beverly Hills zu heiraten. Er hatte gleich Panik in den Augen, erinnerte sie sich. Vielleicht ja nicht dich, hatte sie ihm gesagt. Am Abend des 28. Mai 1977 zog Darla McCollister das weiße Kleid an, das sie selbst entworfen und genäht hatte. Sie war 21 Jahre alt und würde in Beverly Hills Supper Club heiraten, allerdings einen anderen jungen Mann. Es war ein schwüler Frühlingsabend und unten im Garten hatten sich etwa 200 Freunde und Verwandte versammelt. Ihre sechs Brautjungfern schwirrten um sie herum, zogen ihre eigenen Kleider an und machten sich die Haare. Sie bemerkten, dass es im Raum ungewöhnlich heiß war. Aber es war schon 19.30 Uhr und die Zeremonie würde gleich beginnen. Deshalb eilten sie die Treppen hinunter und trugen Dalas Schleppe. Darla McCollister heiratete in dem Pavillon im Garten. Sie erinnerte sich, wie aufgeregt und nervös sie war. Auf den Fotos sieht es so aus, als ob sie geweint hätte. Nach der Trauung posierte das Hochzeitspaar am Brunnen für Fotos, während die Gäste umhergingen und Häppchen aßen. Dann nahm das Hochzeitspaar die Glückwünsche entgegen und gegen 21 Uhr bewegte sich die Hochzeitsgesellschaft zum Essen wieder ins Gebäude. Die Band begann zu spielen. In diesem Moment trat eine Kellnerin zur Darla McCollister und teilte ihr mit, dass im Gebäude ein kleines Feuer ausgebrochen sei. Der durch defekte Elektrogeräte ausgelöste Brand war im Zebra-Ruhm ausgebrochen, neben dem Ankleidezimmer der Braut. Die Flammen schlugen durch den Beverly Hills Supper Club, ihnen voraus eine große Rauchwolke. An diesem Samstagabend eines langen Feiertagswochenendes befanden sich fast 3000 Menschen in dem weitläufigen Club. Im Obergeschoss fand im Crystal Room ein Bankett des Afghan-Hundebesitzersvereins statt. Im Viennes-Room spielte eine Gruppe Ärzte. Etwa 400 Leute waren zu einem Preisverleihungsbanket im Empire Room zusammengekommen. Der größte Teil der Gäste aber befand sich im Cabaret Room, dem Ballsaal im Garten. Die meisten Menschen, die an diesem Abend starben, kamen im Cabaret Room um. Alles in allem forderte der Brand 167 Menschenleben. Jeder im Beverly Hills Supper Club war an diesem Abend in Begleitung von Freunden oder Verwandten und alle versuchten, auf demselben Weg zu entkommen. An diesem Abend handelte im Club niemand für sich allein. Die Leute bauten aufeinander, gaben einander Hinweise und Unterstützung. Zwar spielte das Profil des Einzelnen und die Rolle, die jeder daran spielte, war ebenso wichtig. Ich bin ein Überlebender, du hoffentlich auch. Im Gegensatz zu landläufigen Erwartungen passiert im Falle einer Katastrophe Folgendes. Die Zivilisation bleibt bestehen. Die Menschen bewegen sich nach Möglichkeit in Gruppen. Sie sind untereinander sehr viel freundlicher als normalerweise. Sie kümmern sich umeinander und sie waren bestehende Hierarchien. Die Leute sterben genauso wie sie leben, stellte die Soziologin Lee Clark fest, die sich auf Katastrophen spezialisiert hat. Nämlich im Kreis von Freunden, ihren Lieben oder Kollegen, jedenfalls in Gemeinschaften. Bislang haben wir gesehen, wie der Mensch sich seinen Weg durch Verleugnung und Überlegung sucht. Genetische Faktoren und Erfahrungen machen manche Menschen mehr oder weniger risikoscheu oder belastbarer. Katastrophen betreffen aber Menschen Massen, keine Einzelpersonen. Katastrophenopfer sind Teil einer Gruppe, ob sie wollen oder nicht. Und in einer Gruppe verhält sich jeder anders, als wenn er allein wäre. Wenn Menschen aufgefordert werden, vor einem Hurrikan oder Hochwasser ihre Häuser zu verlassen, tauschen sich die meisten mit vier oder mehr Informationsquellen aus. Beispielsweise Familienmitglieder, Nachrichten und Ämter, ehe sie entscheiden, was sie tun. Dieser gab eine Studie Soziologen Thomas Dwebeck. Dieser Prozess des sich rückversicherns bestimmt den Rest der Evakuierung. Es spielt eine entscheidende Rolle, in wessen Begleitung man ist. Am 18. April 1906 wachte der Psychologe William James in seiner Wohnung an der Stanford University durch gewaltiges Rütteln auf. Er schrieb später in einem Essay über die mentalen Auswirkungen des Erdbebens, das seine eigene Reaktion in keiner Weise dem entsprach, was er erwartet hatte. Es war wie ein fröhliches Wiedererkennen. Ich fühlte keine Spur von Angst. Es war reine Wonne, ein Willkommen heißen. Als es aufhörte zu rütteln, tat James, was jeder im Falle einer Katastrophe tut. Er suchte andere Menschen. Vor allem hatte ich den unüberwindbaren Wunsch, darüber zu sprechen und Erfahrungen auszutauschen. Bei Flugzeugabstürzen sind schon Passagiere ums Leben gekommen, weil sie einen nahen Ausgang ignorierten, um stattdessen dem Rest ihrer Gruppe zu folgen. Andere riskierten ihr Leben, indem sie über Sitzreihen kletterten, um sich ihrer Familie anzuschließen. Am 11. September sprachen mindestens 70 Prozent der Überlebenden mit anderen Menschen, ehe sie das Gebäude verließen, wie die Studie der Landesregierung des Bundesstaates New York ergab. Sie führten tausende von Telefongesprächen, sahen Nachrichten im Fernsehen oder Internet und schrieben E-Mails an Freunde und Verwandte. Viele Menschen legten auf dem Weg nach unten sogar Pausen ein, um noch einmal ihre Partner anzurufen oder bei CNN nachzusehen. Luis Leske befand sich an jenem Morgen im 86. Stock des Nordturms. Er war Karriereberater und schulte Angestellte der Hafenbehörde. Vor Unterrichtsbeginn saß er allein in einem Konferenzraum und las Lebensläufe. Er spürte den ersten Einschlag, als das Flugzeug in den Turm raste. Er hatte zuvor in Tokio gelebt und glaubte deshalb, es sei ein Erdbeben und las weiter. Doch dann gab es eine Explosion und die Deckenverkleidungen fielen herunter. Die Lebensläufe wirbelten durch die Luft. Er erinnert sich, dass sie wie in Zeitlupe durch den Raum schwebten, sodass er auf jeden Einzelnen den Namen lesen konnte. Leske sprang auf, schnellte aus der Verleugnung hinein in die Überlegungsphase. Er kannte niemanden im Büro besonders gut, weil er erst seit ein paar Monaten dort arbeitete, doch er floh trotzdem sofort in den Gang und suchte nach Gefährten. Im Katastrophenfall sind Fremde einander nicht mehr fremd. John Dewey, Sozialpsychologe an der University of Sussex, hat das Gruppenverhalten bei einer Vielzahl unterschiedlichster Katastrophen vom Schiffsunglück bis zur Massenpanik im Fußballstadion untersucht. Er hatte ursprünglich angenommen, dass sich Massen, bei denen es, wie bei Fußballfans, eine gewisse Verbindung gibt, ganz anders verhalten als anonyme Menschenmassen. Es stellte sich aber heraus, dass die Katastrophe an sich bereits eine Bindung zwischen den Menschen herstellt. Auch wenn sie am Anfang verstreut standen, kamen sie dennoch zusammen und legten ein großes Maß an Solidarität an den Tag, sagt Dewey. Am Morgen des 11. September war es auf Leskes Etage ziemlich leer, doch erfüllen fünf weitere Leute. Gemeinsam gingen sie in Richtung der Aufzüge und trafen aus schwarzem Rauch. Sie kehrten um, betraten ein Büro, setzten sich auf den Booten und begannen zu debattieren. Was ist los? Was sollen wir denn jetzt machen? fragte Louis Leske. Ein Flugzeug hat das Gebäude gerammt, sagt jemand, der einen Anruf auf dem Handy erhalten hatte. Erinnern Sie sich an 1948, warf Leske ein, da ist eine DC-8 in den 42. Stock vom Empire State Building gekracht. Der Rauch wurde dichter. Vielleicht sollten wir ein Fenster einschlagen, regte jemand an. Leske war unsicher. Wir hätten wir da nicht nach draußen gesogen? Er schien mit seinen Bedenken jedoch allein zu sein und gab nach. Dies ist die Essenz des Gruppendenkens. Der Mensch schwimmt grundsätzlich ungern gegen den Strom, das heißt den Konsens der anderen. Daher tut jedes Mitglied der Gruppe viel dafür, dass möglichst wenig Konflikte entstehen. Meinungsverschiedenheiten sind unbequem. Wenn jemand das Fenster einschlagen möchte, bitteschön, sagte er. Und womit schlagen wir es ein? fragte ein anderer. Wir könnten diesen Blumentopf hier nehmen und durch die Scheibe werfen, das müsste reichen. Wieder hatte Leske Bedenken. Naja, wir könnten da unten jemanden verletzen. Jemand fand im Zimmer einen Schlosserhammer. Den können wir nehmen. Louis Leske und vier andere gingen den Gang zurück, während ein Mann das Fenster einschlug. Man hörte ein Rauschen, aber niemand wurde hinausgesogen. Doch es gab neue Probleme. Durch das Fenster schien von draußen Rauch hinein zu strömen. Heiße Metallsplitter flogen herein und verbrannten den Menschen die Haut. Aber noch immer tauschte die Gruppe Theorien und Vorschläge aus. Soweit Leske sich erinnert, sprach niemand davon, die Treppe zu suchen. Es war seltsam, sagt er. Etwa eine halbe Stunde später klopfte ein Mann in die Tür zum Gang und fragte, ist da jemand? Leskes Gruppe folgte der Stimme zur Treppe und begann endlich hinunter zu gehen. Das Treppenhaus war dunkel und voller Menschen, aber sie behandelten einander wie alte Freunde. Du siehst ganz schön müde aus, mein Freund, sagte einer der anderen Männer zu Leske. Ich nehme mal deine Jacke. Ein anderer Mann bot an, seine Aktentasche zu tragen. Louis Leske hatte einen vierfachen Bypass und nahm deshalb dankbar an. Auf dem Weg nach unten reichten die Leute Wasserflaschen durch die Menge. Ich habe noch nie so viel zu trinken gesehen. Es kamen immer wieder Flaschen nach. Schließlich hatten sie es bis nach unten geschafft. Leske erinnert sich, das zerbrochene Fenster eines Modegeschäftes gesehen und gedacht zu haben, dass da am nächsten Tag sicher Ausverkauf sein würde. Wenn ich doch bloß in diese Klamotten reinpassen würde, hatte er leise zu dir selbst gesagt. Doch dann warf ihn eine gewaltige Explosion aus Ruß und Beton zu Boden. Der erste Turm war eingestürzt. Alles wurde schwarz. Ein weiterer Fremder half Leske auf und führte ihn hinaus ins Licht, weg von der Ladengalerie. Schließlich tauchte er an der Nassau Street in der Nähe der Brooklyn Bridge auf und versuchte seine Frau anzurufen. In diesem Moment gab es eine weitere Explosion und der zweite Turm stürzte ein. Noch einmal wurde Leske zu Boden geschleudert. Noch einmal half ihm ein Fremder. Schließlich erreichte Louis Leske mit Hilfe anderer ein Krankenhaus. Als er nach Hause kam, hatte er eine Nachricht auf seinen Anrufbeantworter. Hey, ich heiße Peter. Ich bin ein Überlebender. Du hoffentlich auch. Der Mann hatte Leskes Aktentasche im Treppenhaus des Nordturms gefunden und wollte sie zurückgeben. Von Anfang bis Ende wurde Leske von Menschen um ihn herum aufrecht gehalten. Als ich ihn fragte, was er getan hätte, wenn er im 86. Stock allein gewesen wäre, sagte er, er habe Zweifel, dass er es geschafft hätte zu entkommen. Wenn keiner da gewesen wäre, hätte ich mir die Hose gemacht. Ich hätte gebrüllt. Ich hätte alles getan, um mit irgendjemandem Kontakt zu bekommen. Dann hätte ich mich hingesetzt und auf den Tod gewartet. Der soziologische Aspekt des Feuers im Beverly Hills Supper Club. Um 20.45 Uhr hatte eine Kellnerin die Tür zum Zipa-Room geöffnet. Dicker, schwarzer Rauch schlug ihr entgegen. Sie rief jedoch nicht die Feuerwehr oder versuchte den Brand selbst zu löschen. Sie lief los und suchte die Geschäftsführer. Wie die Angestellten im World Trade Center folgte sie der vorgegebenen Befehlskette. Als ich langsam herumsprach, dass ein Feuer ausgebrochen sei, reagierten die Menschen wie Schauspieler, jeder gemäß seiner Rolle. Die Kellner und Kellnerinnen baten die Gäste an ihren Tischen, den Raum zu verlassen. Hostessen kümmerten sich um die Leute, denen sie ihren Platz zugewiesen hatten, diesen anderen Teil des Raums jedoch außer Acht. Köche und Hilfskellner, die an körperliche Arbeit gewöhnt waren, liefen hinein, um das Feuer zu bekämpfen. Insgesamt schienen männliche Angestellte etwas eher bereit, beim Löschen mitzuhelfen, als weibliche Angestellte. Vielleicht, weil die Gesellschaft grundsätzlich erwartet, dass Frauen gerettet werden und die Männer das Retten übernehmen. Auch das Alter spielte eine Rolle. Die jüngeren Barmixerinnen waren offenbar verwirrt, während die meist älteren Bankettkellnerinnen ruhig und gelassen blieben. Und was war mit den Gästen? Die meisten blieben bis zum Ende Gäste. Manche feierten sogar weiter, dem hereinströmten Rauch zum Trotz. Ein Mann bestellte eine Cola mit Rum zum Mitnehmen. Als der erste Reporter ankam, sah er, wie Gäste in der Auffahrt in ihren Cocktails nippten und sich darüber amüsierten, ob sie jetzt ohne zu bezahlen gehen könnten. Die meisten Menschen blieben erstaunlich passiv. Die Zeitungen des folgenden Tages aber berichteten über eine Massenhysterie. Panische Menschenmenge eingeschlossen, titelte die Nachrichtenagentur Associated Press. Spätere Ermittlungen ergaben jedoch, dass sich die große Mehrheit der Leute sehr diszipliniert benahm. Tatsächlich hatten Ehefrauen, Kinder und ältere Menschen die größten Überlebenschancen. Als der Rauch dicker wurde, stolperte Bankettchef Wayne Dammert in einen Gang, dicht gefüllt mit Hunderten von Menschen aller Altersklassen und von den unterschiedlichsten Feiern. Das Licht flackerte und der Rauch wurde dichter. Woran er sich jedoch am besten erinnert, ist die Stille in dem überfüllten Gang. Keiner gab einen Laut von sich. Keiner schrie. Nichts, erzählt er heute. Die Menge stand im Dunkeln und wartete darauf, geführt zu werden. Die Angestellten des Beverly Hills Club hatten nie ein Notfalltraining absolviert, aber sie leisteten Großartiges. Wayne Dammert führte die Menge durch einen Dienstkorridor in die Küche. Der Club hatte zu wenig Ausgänge, die zudem nicht leicht zu finden waren. Das ganze Gebäude war im Grunde eine Art Labyrinth. Er erinnert sich, einigen Stammkunden mehrfach zugerufen zu haben, jetzt verschwindet hier endlich. Er setzte sein Leben aufs Spiel, weil er sich dazu verpflichtet fühlte. Ich fand, dass ich für die Leute verantwortlich war. Ich glaube, die meisten Angestellten haben so gedacht. Norris Johnson und William Feinberg waren zum damaligen Zeitpunkt Dozenten an der nahegelegenen University of Cincinnati. Sie waren wie elektrisiert, als sie die Nachricht vom Feuer hörten, so wie jeder in der Gegend. Als Soziologen interessierten sie sich besonders dafür, wie eine Gruppe von Menschen in Ballkleid und Smoking sich während eines unerwarteten und gnadenlosen Brandes verhalten hatte. Es gelang ihnen schließlich, Zugang zu hunderten von Aussagen, die Überlebende der Polizei gegenüber gemacht hatten, zu bekommen. Seltene und wertvolle Daten. Wir waren einfach überwältigt von dem, was wir vorfanden, erinnert sich Feinberg, der heute pensioniert ist. Die Leute blieben ihrer Rollenidentität bemerkenswert treu. Etwa 60 Prozent der Angestellten versuchten, auf irgendeine Weise zu helfen. Entweder indem sie Gäste den Weg wiesen oder indem sie versuchten, den Brand zu löschen. Im Vergleich halfen nur 17 Prozent der Gäste. Doch auch innerhalb der Gästegruppe war die Rolle ausschlaggebend. Die Ärzte, die im Club gespeist hatten, handelten als Ärzte, machten Wiederbelebungsversuche oder verbanden Wunden auf dem Gelände des Clubs wie im Feldlazarett. Krankenschwestern taten dasselbe. Es war sogar ein hoher Verwaltungsfachangestellter eines Krankenhauses da, der, ganz natürlich, anfing, die Ärzte und Krankenschwestern einzuteilen. Die Soziologen erwarteten, Beweise für Rempeleien oder egoistisches Verhalten zu finden. Doch sie fanden nichts dergleichen. Die Leute sprachen immer wieder davon, wie ordentlich alles ablief. Es war wirklich erstaunlich, sagt Feinberg. Die Leute benahmen sich so, wie sie es bei den Feuerübungen in der Grundschule gelernt hatten. Immer der Reihe nach. Nicht drängeln. Wir kommen alle raus. Die Leute stellten sich in eine Schlange an. Es war absolut unglaublich. In der Gruppe ist man sicherer. Das Leben ist einfacher, wenn man allein lebt. Deswegen gibt es vermutlich auch mehr Tiere, die allein über die Erde streifen, als solche, die in Gruppen leben. Männliche Elefanten, die keine natürlichen Feinde haben, kümmern sich nicht um andere Elefanten, außer zur Paarung. Sie stampfen von anderen unbehelligt durch das Land. Dem Menschen fehlt diese Selbstgenügsamkeit. Wir bewegen uns unser ganzes Leben lang in Gruppen und bei Notfällen klammern wir uns aneinander. Nach den Terroranschlägen auf Londoner Busse und U-Bahn am 7. Juli 2005, bei denen 52 Menschen starben und Hunderte verletzt wurden, weigerten sich einige Opfer regelrecht, die U-Bahn-Station zu verlassen. Ich brauchte die anderen als Trost, erklärte ein Opfer dem englischen Psychologen Dewey. Ich fühlte mich besser, solange andere Menschen um mich herum waren. Wenn Kinder beteiligt sind, ist der Grund für die Solidarität offensichtlich. Das Überleben einer ganzen Art hängt vom Schutz des Nachwuchses ab und Menschenkinder sind erheblich länger wehrlos als jedes Jungtier. Doch bei Gruppen von Erwachsenen lässt sich dieses Verhalten beobachten. Eine Studie zu Grubenunglücken ergab, dass die Grubenarbeiter auch dann ihren Gruppen folgen, wenn sie die Entscheidung der Gruppe nicht mittragen. Erwachsene Männer, die unter der Erde eingeschlossen sind, würden eher einer möglicherweise tödlichen Entscheidung folgen, als allein bleiben. Wie kommt das? Gibt es, abgesehen von moralischen Beweggründen, tatsächlich einen praktischen Grund, weshalb man der Kameradschaft einen solchen Stellenwert einräumen sollte? Warum verhalten wir uns in derartigen Situationen anders als Tiere? Oder tun wir das gar nicht? Ich wandte mich an den Primatologen Franz de Waal, um zu erfahren, ob sich andere Säugetiere in lebensbedrohlichen Situationen ebenso verhalten. Vielleicht ist unser Verhalten nur ein Nebenprodukt der Zivilisation, ein charmantes, aber unnatürliches Stückchen Edelmut. Franz de Waal hat Jahrzehnte damit verbracht, Schimpansen in Gefangenschaft zu beobachten und acht Bücher darüber geschrieben. Schimpansen und Menschen teilen etwa 99,5 Prozent ihrer Entwicklungsgeschichte. Daher kann ein Vergleich aufschlussreich sein. De Waal sagt, dass Schimpansen, wenn sie einen potenziellen Feind sehen, eng zusammenrücken und Körperkontakt suchen. Es kommt sogar vor, dass sie sich umarmen. Mit anderen Worten, sie verhalten sich sehr wie Menschen. Eine gemeinsame Bedrohung hat eine vereinende Wirkung, sagt er. Warum schließen sich die Schimpansen zusammen? Zum einen, sagte Waal, könnte der demonstrative Zusammenhalt den Feind einschüchtern. Wenn der Angreifer einen von ihnen will, muss er es mit allen aufnehmen. Die Gemeinschaftlichkeit beruhigt die Schimpansen. Es hilft ihnen, besser mit dem Stress der Bedrohung umzugehen. Das gleiche gilt auch für Menschen. Bei Laborexperimenten wurde festgestellt, dass Menschen, die gebeten wurden, Aufgaben gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin zu lösen, niedrigere Herzfrequenzen und niedrigeren Blutdruck aufwiesen, als wenn sie dabei alleine gewesen wären. Schon bevor sich eine Herausforderung stellt, hat die Kameradschaft klare Vorteile. In den frühen 80er Jahren reiste der Primatologe Karel van Schaik nach Indonesien, um das Verhalten von Affengruppen zu studieren. Er untersuchte zwei Völker von Langschwanzmakaken. Eine auf der Insel Simuloi, ein herrliches Makakenparadies ohne Raubkatzen, und eine in Sumatra, einem sehr viel gefährlicheren Ort, der auch von Tigern, asiatischen Goldkatzen und Nebelparadern bewohnt wird. Schaik fand einen grundlegenden Unterschied. Auf Sumatra, wo mehr Raubtiere lebten, bewegten sich die Makaken in weitaus größeren Gruppen. Mit anderen Worten, je größer die Bedrohung, desto größer das Aufgebot und desto mehr Augen-, Ohren- und Nasenlöcher, mit denen Raubtiere aufgespürt werden können. Auf Simuloi bewegten sich die Makaken in sehr kleinen Gruppen, tatsächlich den kleinsten, die jemals bei Makakenvölkern beobachtet wurden. Im Gegensatz zu den Makaken auf Sumatra brauchten sie einander einfach nicht. Selbst Tiere niedrigerer Ordnung schließen sich bei Gefahr zusammen. Fische drängen sich in dichten Schwärmen und Vögel rufen einander, um vor einem nahenden Falken zu warnen. Sie tun das jedoch nicht aus Nettigkeit. Der Evolutionsbiologe Richard Dawkins hat den Satz geprägt, alles, was durch natürliche Selektion entstanden ist, muss egoistisch sein. Wir helfen anderen, weil uns das selbst zugute kommt. Vielleicht nicht direkt und sofort, aber irgendwann und indirekt. Evolutionsbiologen sprechen hier von Reziprozität. In entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang bedeutet es, dass ein Tier die Chancen auf den Fortbestand seiner Gene erhöht, entweder indem es sich fortpflanzt oder seine Verwandten schützt. Wenn ich nun Louis Leskes Aktentasche die Treppen des World Trade Centers hinunter trage, bekomme ich vermutlich nichts Fassbares im Gegenzug. Aber irgendetwas bekomme ich möglicherweise doch. Die Evolutionsbiologie nimmt an, dass sich kleine, bemerkenswerte Freundlichkeiten auszahlen, sagt der Zoolog und Verhaltensforscher John Alcock. Meine Vermutung ist, dass die Leute, die im World Trade Center anderen halfen, wussten, dass andere zusahen. Sie taten das nicht aus Kalkül, aber ihr Bedürfnis, etwas Nettes zu tun, Mitleid zu zeigen, den Weg zu weisen, anderen Sicherheit zu bringen, hatte möglicherweise einen erheblichen Gewinn eines höheren Ansehens zur Folge. An diesem Tag mag auch etwas Beruhigendes im Zuhilfekommen gelegen haben. Es brachte ein Stück Normalität und Ordnung in das Abnorme und Chaotische. Wenn wir die Entwicklungsgeschichte der Menschheit betrachten, haben wir bis vor einem Bruchteil einer Sekunde noch in kleinen Familienverbänden gelebt. Jeder kannte jeden von Geburt an und bis zum Tod. Indem man anderen half, schaffte man sich den Ruf, großzügig und hilfsbereit zu sein. Das wiederum ermutigte andere, mit uns zusammenzuarbeiten und verbesserte unsere Aussicht auf Fortpflanzung. Ich weiß, das hört sich für Laien kalt und abgeklärt an, sagt Alcock. Ich will damit nicht sagen, dass Menschen, die so handeln, die es nicht auch aus Gründen tun, die moralisch, ethisch und erstrebenswert sind. Ich behaupte aber, dass wir diese Gründe als moralisch und ethisch positiv bewerten, eben weil sie der Anpassung dienen. Manchmal ist das, was uneigennützig aussieht, also genau das Gegenteil. In einer eleganten wissenschaftlichen Publikation, die 1971 veröffentlicht wurde, beschrieb der Biologe Ui D. Hamilton das, was er als Geometrie der egoistischen Herde bezeichnet. Wenn ein Hund einer Schafherde nachläuft, dann beginnen die Schafe am Ende der Herde in die Reihe vor ihnen zu stoßen oder zu springen, sodass die Herde immer enger zusammenrückt. Von Weitem mag es so aussehen, als ob die Schafe sich zusammenrotten, um Einheit zu demonstrieren. In Wirklichkeit aber versucht, jedes einzelne zu vermeiden, gefressen zu werden, indem es seine Gefahrenzone verkleinert, wie Hamilton es ausdrückt. Die Tiere am Rand der Herde sind schließlich die leichteste Beute, deshalb will auch keiner am Rand stehen. Gene, die uns helfen, den Rand zu meiden, sind demnach diejenigen, die die natürliche Selektion überdauern. Ein Mensch, der den Drang verspürt, sich auf einem sinkenden Schiff einer Gruppe Fremder anzuschließen, mag dies aus vielerlei Gründen tun. Möglicherweise auch, weil er unbewusst einer eventuell vorbeilaufenden, hungrigen Hyäne entgehen will. Es ist schwer zu sagen, ob den Menschen ausreichend Raubtiere begegnet sind, um ihnen zu veranlassen, egoistische Herden zu formen. Dies ist der größte Feind des Menschen, immer der Mensch selbst gewesen. Aber wir sind beeindruckende Raubtiere und unsere Überlebenschancen steigen enorm, wenn wir beisammen bleiben. Gruppendenken ist also die Anpassungsstrategie der Harmonie, innerhalb einer Gruppe höchste Priorität einzuräumen. Meinungsverschiedenheiten sind für eine Gruppe unbequem, weil sie für den Einzelnen gefährlich sein können. Wenn es also so scheint, als ob wir einer Gruppe höheren Stellenwert beimessen als unserer eigenen Haut, tun wir im Grunde ganz was anderes. Die Hochzeitsfeier Im Beverly Hills Supper Club bat eine Kellnerin die junge Braut Dala McCullister mit ihren Gästen das Gebäude zu verlassen. Es gäbe ein kleines Feuer, sagte sie. Wenn es gelöscht sei, könnten sie wieder hereinkommen. Nachdem McCullister diese Nachricht gehört hatte, machte sie sich auf die Suche nach ihrer Mutter. Als sie sich umdrehte, sah sie, wie eine andere Kellnerin einen Raumteil an der Mitte des Raumes öffnete. Die Öffnung gab den Blick auf die dahinterliegende Wand frei, die in Flammen stand. Dann schaute Dala McCullister den Gang entlang und sah, dass Rauch gleichsam wie Wasser hereinströmte. Plötzlich wusste sie ganz genau, was zu tun war. »Alle raus hier, sofort«, sagte sie und wies die Gäste durch die Terrassentüren in den Garten. Ich breitete meine Arme aus und scheuchte die Leute zur Tür hinaus wie Vieh, um ihnen den Weg zu zeigen. »Alle waren eigenartig folgsam und ruhig«, sagte sie. Sie fühlte sich voll verantwortlich für ihre Gäste. »Es war mein Fest. Sie waren alle meinetwegen gekommen.« Im Raum nebenan schien eine Frau eingesperrt zu sein. Deshalb hob einer der Gäste einen Stuhl hoch, um ihn gegen die Scheibe zu werfen und die Frau zu retten. Dala McCullisters Schwager jedoch stoppte den Mann. »Nicht den Stuhl werfen, die werden dich verklagen«, sagte er. Dann aber warf ein anderer Mann den Stuhl trotzdem und die Frau lief hinaus. Dala McCullister war eine der Letzten, die den Raum verließen. Es schien, dass etwa eine Viertelstunde vergangen war, seitdem man sie über das Feuer unterrichtet hatte, obwohl es vermutlich nur wenige Minuten gewesen waren. Sie und ihre Gäste waren noch keine zweieinhalb Meter vom Haus entfernt im Garten, als der Raum hinter ihnen explodierte. Die Rückseite ihres Kleides wurde schwarz. Sie drehte sich um und starrte in das Inferno. »Die meisten von uns saßen vollkommen schockiert da«, sagt sie. »Ich glaube, da setzte das Gruppendenken ein. Es sah aus wie im Film. Wir konnten es einfach nicht glauben.« Doch nicht alle blieben in der Herde. Die Bandmitglieder griffen in den Raum und fingen an, Instrumente aus dem Feuer zu holen. McCullisters Cousin rannte noch einmal zurück und rettete ein Hochzeitsgeschenk, ein Marmeladenglas aus Baccarat-Kristall, das Dala heute noch besitzt. Käffi, eine Brautjungfer, begann sofort zu handeln. Sie machte eine Ausbildung zur Krankenschwester und half den ankommenden Sanitätern. Dann sprang sie in den Rettungswagen und half weiter. Sie fuhr zwischen dem Brand und dem Krankenhaus immer hin und her. Ich erinnere mich, dass sie mehrmals einen Tropf hin und her trug. Ich war vollkommen verblüfft. Sie stand einfach auf und ging hin, erzählte McCullister. Ihr Kleid riss und sie verlor ihre Schuhe. Irgendwann zog sie das Kleid ganz aus und stattdessen einen Krankenhauskittel an. Sie war großartig, absolut großartig. Dala McCullister selbst hob die Schleppe ihres Kleides hoch und band sie sich um die Hüften. Sie setzte ihre Tante und ihren Onkel in einen Jeep, der Leute vom Brandort wegbrachte. Aus dem Augenwinkel beobachtete sie, wie eine andere Freundin mit ihrem Mann ging. Beide waren medizinisch ausgebildet, aber sie verließen den Schauplatz. Sie war empört. Da geht man einfach nicht. Die beiden Frauen waren enge Freundinnen gewesen und Dala McCullister war zur Hochzeit der anderen eingeladen. Doch sie hat nie wieder mit ihr gesprochen. Die Frau hat die Herde verlassen. Gemeinsam mit ihrem frischgebackenen Ehemann schloss sich McCullister in einer Menschenkette an, die Leute aus dem Kabarett-Ruhm gleich am Garten herauszog. Gerade in diesem Raum schien es eine unendliche Zahl von Opfern gegeben zu haben. Die meisten waren tot, als sie herausgewohlt wurden oder starben kurz danach. Ein Frander starb in den Armen von Dalas Mann. Schließlich beschloss ein Feuerwehrmann, die Türen des Raumes zu schließen und das Feuer in der Kontrolle zu bringen. Die Wissenschaft der Evakuierung. Lange Zeit nahmen Ingenieure an, dass Menschen aus einem Gebäude herausströmen wie Wasser. Dass sie den vorhandenen Raum nutzen, die Treppen hinab in Sicherheit fließen wie ein menschlicher Fluss. Auf dieser Grundlage wurden Gebäude errichtet. Das Problem ist, dass sich Menschen anders bewegen als Wasser. Edgar Lea hat seine Karriere der Untersuchung von Massenverhalten bei Bränden gewidmet. Er leitet ein Team von Mathematikern, Verhaltenspsychologen und Ingenieuren an der University of Greenwich. Sein Büro in einem alten Gebäude direkt an der Themse schmücken drei gerahmte Fotos des brennenden World Trade Centers. An einer anderen Wand hängen acht Bilder von Zug und Lücken, Flugzeug abstürzen und einem ganzen Sortiment Andratagödien. Bei jedem anderen Menschen hätte diese Ausstellung seltsam, ja kaltherzig gewirkt. Doch als ich Edgar Lea eines Sommermorgens dort besuchte, wurde mir schnell klar, dass in jede Katastrophe persönlich berührt. Ich setzte mich in seinem Büro zwischen Stapel von Büchern und Videokassetten und wir unterhielten uns ohne Unterbrechung vier Stunden lang. Edgar Lea ist von ansteckender Intensität. Er versteht vermutlich mehr vom menschlichen Verhalten in Brandfällen als irgendjemand anders auf der Welt und zermartet sich das Hirn über unnötige Todesfälle. Edgar Lea stand aus Australien, wo er Astrophysiker wurde. Seine Spezialität waren Computermodelle, die erklären, wie magnetische Sterne entstehen. Allerdings gab es nicht viele Leute, die ihn für so etwas bezahlten. Daher nahm er einen ziemlich langweiligen Job als Industriemathematiker in der Stahlindustrie an. Mitte der 80er Jahre zog er nach England. Nicht lange danach fing auf dem Flughafen von Manchester ein Flugzeug beim Startfeuer. Es war ein absonderliches Unglück. Die Boeing 737 hatte gar nicht abgehoben und die Feuerwehr überzog die Maschine rasch mit Löschschaum. Es gab keinen Absturz, lediglich ein Feuer. Der letzte Überlebende wurde fünf Minuten, nachdem das Flugzeug zum Stehen gekommen war, herausgezogen. Dennoch starben 55 Menschen. Warum hatten sie das Flugzeug nicht verlassen? Bei standardisierten Evakuierungstests war eine Maschine dieses Typs in 72 Sekunden evakuiert worden. Was war schief gegangen? Ich konnte einfach nicht verstehen, wie 55 Menschen da drin sterben konnten. Das hat mich beschäftigt. Die Computersimulation für Brände steckte noch in den Kinderschuhen, aber England war weltweit führend. Nachdem London zweimal 1212 und 1666 abgebrannt war, wurde das Land ein Modell für Brandschutz. Das erste Seminar zum Thema menschliches Verhalten bei Bränden fand 1977 an der University of Surrey statt. Edgar Lea schaffte es, einen Platz in einem Projekt der University of Greenwich in London zu ergattern, das den Flugzeugabsturz untersuchen sollte. Die meisten der frühen Computersimulationen zeigten, wie sich Feuer in einem relativ kleinen quadratischen Raum ausbreitet. Keine davon konnte eine Erklärung für das Flugzeugbrand in Manchester liefern. Als Edgar Lea mit seinen Kollegen den Flugzeugbrand am Computer simulierte, stellten sie erstaunt fest, wie schnell sich das Feuer von einem der Triebwerke bis zum Flugzeugrumpf und dann in die Kabine hinein ausbreitete und die Maschine mit schwarzem, giftigen Rauch füllte. Doch auch dies erklärte noch nicht die hohe Zahl der Opfer. Wir verstanden zwar jetzt das Feuer, aber warum starben so viele Menschen? Warum konnten sie nicht raus? Deshalb entwickelte Edgar Lea ein Computermodell, welches das Verhalten der Menschen erklärte, nicht das Feuer. Das war eine revolutionäre Idee. Er stellte diese Idee der englischen Luftfahrtbehörde vor, die bereits seine ursprüngliche Simulation finanziert hatte. Sie wiesen ihn jedoch ab. Sie sagten, das ist unmöglich. Mag sein, dass sie ein Feuer simulieren können, aber mit Menschen geht das nicht. Ich fühlte mich wie ein Stier, der man mit einem roten Tuch vor der Nase herumgewedelt hatte. Galea ist ein selbstbewusster Mann. Auf seiner Website sieht man neun Fotos von ihm, einschließlich mehrere, auf denen er einen Preis für seine Arbeit von Königin Elisabeth entgegennimmt. Es gibt auch Fotos von seinem Schreibtisch, aus unterschiedlichen Perspektiven. Dies ist kein Mann, der sich so einfach abweisen lässt. Und Galea tat, was verzweifelte Professoren eben tun. Er holte sich ein paar Doktoranden, die umsonst für ihn arbeiteten. Ein Jahr lang waren sie damit beschäftigt, ein grobes Modell auf der Grundlage des spärlichen Materials zum menschlichen Verhalten zu entwickeln. Man nannte es Exodus. Als Galea der Luftfahrtbehörde vorstellte, was er entwickelt hatte, stimmten sie zu, es zu finanzieren. Und tun es seitdem. Wenn man Menschen mit Wasser vergleicht, liegt das Problem darin, dass Wassermoleküle weder Schmerz noch Furcht empfinden. Wassermoleküle treffen keine Entscheidungen. Sie stolpern und fallen nicht. Und Menschen nutzen verfügbaren Raum ungleichmäßig aus. Sie bewegen sich in Klumpen. Sie nehmen Abkürzungen und halten an, um sich auszuruhen, wenn die Möglichkeit besteht. Und wenn sie sich einmal für eine Route entschieden haben, ändern sie den Kurs nicht mehr so leicht. Gruppendenken hat seine eigenen Gesetze. Exodus versucht, Menschen wie Menschen zu behandeln. Jeden zu Evakuierenden werden unter anderem Name, Alter, Geschlecht, Atemfrequenz und Laufgeschwindigkeit zugeordnet. Dann stellt Exodus den einzelnen Personen noch bestimmte Verhaltenseigenschaften zur Verfügung, sodass sie Entscheidungen treffen können. Vor Exodus gingen Modelle immer davon aus, dass die Leute ein Gebäude bei Alarm sofort verlassen würden. Allerdings weiß jeder, der schon einmal einen Feueralarm erlebt hat, das dem nicht so ist. Bei Exodus haben die Figuren ein Gehirn und bestimmte Lebensumstände. Bevor sie mit der Evakuierung beginnen, erfüllen sie gewisse Aufgaben. Sie nehmen beispielsweise ihre Aktentasche mit oder suchen ein Kind. Und sie sind in der Lage, ein Notausgangsschild zu erkennen und ihm zu folgen. Oder auch nicht. Bei Versuchen mit echten Menschen hat Galea festgestellt, dass viele von ihnen Notausgangsschilder einfach nicht wahrnehmen, auch wenn diese gut erkennbar sind. Warum, hat man noch nicht herausgefunden. Vor allem aber berücksichtigt die neueste Version von Exodus, dass Menschen sich in Gruppen bewegen. Es ist schwer, dieses Verhalten in einem Modell darzustellen. Und vermutlich ist es der Grund, warum es bislang nur selten versucht wurde. Doch es ist unbedingt notwendig. Edgar Galea und seine Kollegen untersuchten 1295 Aussagen von Überlebenden verschiedener Flugzeugabstürze. Etwa die Hälfte von ihnen sagte aus, in Begleitung gereist zu sein. Mit Hilfe von Exodus konnte Galea verstehen, warum die Passagiere nicht reagiert hatten wie Synchronschwimmer. Manche blieben wie angenagelt auf ihren Plätzen sitzen. Andere kletterten panisch über Rückenlehnen und wieder andere stellten sich in einer riesigen Schlange vor einem schmalen Notausgang an. Eine Frau versuchte, die Tür des Notausgangs neben ihrem Sitz zu öffnen und merkte nicht, dass sie an der Armlehne ihres Sitzes zerrte. In Kombination mit dem gefährlichen Mix aus Rauch, Gas und Hitze verschlechtert das menschliche Verhalten die Überlebenschancen beträchtlich. Heute wird Galeas Software in 35 Ländern genutzt. Ihm wäre es lieber, sie würde angewendet, bevor ein Feuer ausbricht und noch bevor überhaupt ein Gebäude errichtet wird. Aber oft wird sie als forensisches Hilfsmittel für Ermittlungen nach einem Brand eingesetzt. Das Land, das die meisten Lizenzen erworben hat und dessen Geschichte mit Katastrophenfällen übersät ist, ist Korea. Die USA sind mit der Anwendung dieser Technologie im Entwicklungsstadium ziemlich im Hintertreffen, sagt er. Das ist sehr gefährlich. Vor dem 11. September wurden in den USA Gebäude grundsätzlich ohne Zuhilfenahme von Evakuierungsmodellen errichtet. Heutzutage sind derartige Modelle sehr gefragt, aber sie unterscheiden sich dramatisch in ihrer Qualität. Viele setzen noch immer voraus, dass Menschen sich wie Wasser bewegen. Ich fragte Edgar Lea, wann die meisten Architekten, Ingenieure und Regulierungsbehörden begonnen haben, das menschliche Verhalten ernst zu nehmen. Das tun sie immer noch nicht, antwortete er. Manchmal teilt man uns mit, dass Exodus zu komplex ist und zu viele menschliches Verhalten beinhaltet. Die wollen einfach wissen, wenn hier einer steht, wie lang dauert es, bis er draußen ist. Es interessiert sie nicht, wie sich Menschen bewegen und ob sie das in Gruppen tun. Die Jungs, die die Häuser bauen, wollen das gar nicht wissen. Rauch in den Augen Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was es heißt, in einem Feuer zu sein, besuchte ich den Brandturm des Feuerwehrausbildungszentrums in Kansas City. Die Stadt hat fast 450.000 Einwohner und die Feuerwehr ist Ersthelfer bei jedem Notruf. Jedes Jahr wird die Feuerwehr von Kansas City zu fast 60.000 Notfällen gerufen, umgerechnet 164 Mal am Tag. Tommy Walker, der Ausbildungsleiter der Feuerwehr von Kansas City, besteht darauf, mich in bester Feuerwehrtugend vom Flughafen abzuholen. Er ist ein spindeldöhrer Mann mit graumelierten Schnauzer und einer lässigen Art, der aber auch fluchen kann wie ein Bierkutscher. Außerdem ist er einer der freundlichsten, geduldigsten Männer, die man sich vorstellen kann. Wie alle guten Feuerwehrchefs wird Walker fundamentalistisch, wenn es um die Ausbildung geht. Nach acht Wochen im Seminarraum verbringen seine Kadetten zehn Wochen damit, jede simulierte Hölle zu überstehen, die er sich ausdenken kann. Er verlangt von ihnen, auf Händen und Knien durch dichten Rauch Treppen hinauf zu krabbeln, so lange neben einem echten Feuer stehen zu bleiben, bis sie die Hitze nicht mehr ertragen können und mit verbundenen Augen durch ein Labyrinth zu kriechen, bis sie sich in Drähten verfangen und einen Weg herausschneiden müssen. Er hat schon jede erdenkliche menschliche Angstreaktion gesehen und er möchte sie alle heraufbeschwören, bevor sie die Feuerwehrleute zu echten Einsätzen schicken. Sie würden staunen, wenn sie wüssten, wie viele Leute in völliger Panik ausbrechen, wenn sie nichts mehr sehen, sagt er. Also finden wir das heraus, bevor es ernst wird. In jedem Kadettenjahrgang brechen etwa zehn bis 14 Prozent die Ausbildung ab. Manche Leute schaffen das einfach nicht. Und ich wäre auch gerne Hirnchirurg, aber nicht jeder ist dafür gemacht, Hirnchirurg zu sein. In den USA sterben jedes Jahr zwei Feuerwehrleute bei Übungsumfällen. Doch die Ausbildung ist so wichtig, dass man das Risiko in Kauf nimmt. Um mich auf Panik zu testen, nahm Walker mich wieder mit nach draußen. Der Brandturm ist ein sechsgeschössiges Gebäude aus Beton, Fiberglas und Blech, voll mit alten Möbeln und Brennholz. Verkohlte Fernsehsessel, kaputte Lampen und zerschlissene Sofas stehen herum, wie im Haus einer Studentenverbindung, das zur Crackhöhle verkommen ist. Die Möbelwachen spenden von Feuerwehrleuten und ihren Familien. Als Brennholz dienten alte Paletten von örtlichen Großhändern. Die Böden und Decken sind mit schwarzem Ruß bedeckt und die Luft ist beißend von tausenden von Übungsbränden. Um einen Brand zu simulieren, schalten Walker's Ausbilder den Rauch an. Der künstliche Rauch wird aus Bananenöl gemacht, das nicht nur billig ist, sondern auch dichten, grauen, ungiftigen Rauch bildet, wenn er versprüht wird. Bevor wir hineingehen, nimmt man mich in einen Lagerraum mit, wo ich in die volle Feuerwehrschutzmontur eingekleidet werde. Das ist ziemlich cool, muss ich zugeben. Und sie tragen tatsächlich Hosenträger. Dann jedoch betreten wir das Haus und die Metalltür fällt hinter uns zu. Einen Moment lang überlege ich, ob ich umkehre und durch die Tür rauslaufe. Was viele Menschen nicht wissen ist, dass der Rauch bei einem Feuer die Hauptsache ist. Er ist schuld daran, dass es beinahe unmöglich ist, einen Ausgang zu finden. Die Augen schließen sich im wahrsten Sinne des Wortes, um sich vor dem Rauch zu schützen. Und es ist unmöglich, sie wieder zu öffnen. Es ist ein unwillkürlicher Schutzmechanismus. Und es ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Rauch, der einen umbringt. Feuerwehrleute treffen nur selten auf verkohlte Leichen. Denn der giftige Rauch eines Schwebrandes kann jemanden im Schlaf töten, noch bevor Flammen sichtbar werden. Deshalb ist es so wichtig, Rauchmelder mit funktionierenden Batterien im Haus zu haben. In der völligen Dunkelheit des Gebäudes schalte ich meine Taschenlampe ein. Es hilft nicht viel, weil das Licht vom Rauch effektiert wird, wie Autoscheinwerfer im Nebel. In diesem Fall hat meine Feuerwehr-Eskorte eine Infrarotkamera dabei, mit deren Hilfe lebende Körper identifiziert werden können und die einen Blick auf die Umgebung ermöglicht. Wir können uns selbst sehen, als geisterhafte Schatten auf dem Monitor. Normalerweise jedoch hat bei einem Brand niemand derartige Hilfsmittel bei sich. Wir kriechen an der Wand entlang, ertasten den Weg zur Treppe und zählen dann die Stufen, damit wir auf dem Weg hinunter wissen, wie viele es sind. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass man in dieser Dunkelheit aus einem unbekannten Gebäude wieder herauskommt, vor allem bei großer Hitze. In diesem Fall gibt es keine Hitze, aber sobald wir durch ein paar Räume gegangen sind, habe ich den Eindruck, dass ich mindestens zwei Stunden bräuchte, um alleine den Weg hinaus zu finden. Unsere Gruppe umfasst nur zwei Leute, aber selbst in dieser Simulation wird klar, dass es Wahnsinn wäre, die Gruppe zu verlassen. Zwei blindtastende Leute sind besser als einer. Lärm ist noch etwas, womit Menschen bei einem Brand nicht rechnen. Grundsätzlich führt Lärm zu mehr Stress und Stress führt, wie wir wissen, dazu, dass es schwieriger wird zu denken und Entscheidungen zu treffen. Feuerwehrleute lernen, auf das Getöse des Feuers zu lauschen. Manchmal geht man in ein brennendes Haus und überall um einen herum ist es heiß. Die Knie sind heiß, die Uhren sind heiß, die Wände sind heiß. Aber man kann das Feuer nicht sehen, erzählt Walker. Man bleibt stehen, dreht sich zu den anderen um und sagt, jetzt haltet endlich die Klappe. Und dann hört man, von wo das Feuer kommt. Es knackt und knallt und meistens ist es dann so, dass es genau unter einem ist oder nebenan. Um die Sache noch etwas schwieriger zu machen, vergrößern Feuer sich exponentiell. Etwa alle 90 Sekunden verdoppelt ein Feuer sein Ausmaß. Ein Feuerübersprung, also wenn brennbarer Rauch in der Luft Feuer fängt und damit alles andere im Raum entzündet, geschieht meist etwa fünf bis acht Minuten, nachdem Flammen aufgetaucht sind. Unter diesen Umständen ist menschliches Überleben nicht mehr möglich. Die Brandschutztechnik hat in den vergangenen 50 Jahren einen Quantensprung gemacht. Rauchmelder und Sprinkleranlagen retten heutzutage tausende von Leben. Doch im gleichen Zeitraum sind die Feuer immer heißer geworden. Baumaterialien sind heute weitaus weniger feuerresistent als noch vor 25 Jahren. Dachstühle in Leichtbauweise können schon nach fünf Minuten zusammenbrechen, wenn sie direkt in Flammen stehen. Kunststoffmöbel wirken wie Benzin. Ein Feuer in einem modernen Haus muss mit viel mehr Wasser und schneller gelöscht werden als ein Feuer in einem 100 Jahre alten Gebäude. Der Feuerwehrpsychologe Richard Gist musste schon von vielen hundert Angehörigen in Kansas City mitteilen, dass ein Familienmitglied bei einem Brand ums Leben gekommen ist. Immer wieder fragen sie, warum ihre Lieben nicht einfach zur Tür hinausgegangen oder aus dem Fenster geklettert sind. Sie haben keine Vorstellung davon, wie es ist, in einem brennenden Haus zu sein. Ich stehe oft mit Überlebenden in einem abgebrannten Haus und erkläre ihnen, wie die Angehörigen gestorben sind. Sie fragen, warum sind sie nicht einfach? Man muss ihnen erklären, dass es zwei Uhr nachts war und sie aus dem Tiefschlaf aufgewacht sind. Wenn man im dichten, heißen Rauch aufwacht und aufsteht, ist man quasi schon tot, weil die Lungen versenkt sind. Man muss sich aus dem Bett rollen und zu einem Ausgang kriechen, was man sich nicht leicht merken kann. Deshalb verbringt Richard Gist viel Zeit damit, den Leuten beizubringen, ihre Rauchmelder mit Batterien zu bestücken und das Evakuieren zu üben, damit das Fliehen automatisch passiert. Gist sagt dasselbe, was mir bislang jeder Katastrophenexperte gesagt hat. Wenn man erst stehen bleiben und nachdenken muss, bleibt für das Überleben keine Zeit mehr. Folgen Sie dem Hilfskellner. Walter Bailey war 18 Jahre alt und arbeitete als Hilfskellner im Beverly Hills Subberclub. Am Abend des Feuers hatte er darum gebeten, im Cabaret-Room arbeiten zu dürfen, um ein wenig von der Show sehen zu können. Die Letzten, die von dem Brand erfuhren, waren die gut 1200 Menschen in diesem Raum. Bailey war als sogenannte Bankettaushilfe eingeteilt, was bedeutete, dass er half, riesige Mengen Essen vorzubereiten, 200 Schälchen Butter oder 100 Salate mit Croutons. In der Hierarchie des Clubs rangierten die Bankettaushilfen ganz unten, gerade noch über den Spülhilfen. Im Gegensatz zu den Kellnern, die Jackett und Krawatte trugen, musste er eine Art goldenen Kittel anziehen. Es sah aus wie bei einem Affen, seinem Spielzeugaffen, der Musik macht, wenn man ihn aufzieht, sagt Bailey. Am 28. Mai hatte er gerade etwas mehr als ein Jahr dort gearbeitet. Einen Monat zuvor war er dort noch Gast bei seinem Highschool-Abschussball gewesen. Kurz nach 20.30 Uhr verließ Walter Bailey den Cabaret-Room, um in einem anderen Speisesaal auszuhelfen. Auf dem Weg traf er eine Kellnerin. Sie fragte ihn, ob er wüsste, wo die Clubbesitzer seien. Er wies sie zur Küche und sie flüsterte ihm ins Ohr, im Zebra-Room brennt es. Zuerst glaubte Bailey der Kellnerin nicht. Die übertreibt doch, hatte er gedacht. Deshalb ging er in den Zebra-Room, um selbst nachzusehen. Dort schien alles ganz normal zu sein. Zuerst. Er ging zu Doppeltier, um sie zu öffnen, hielt jedoch inne. Oben aus dem Türspalt begann Rauch zu quellen. Der Rauch kam in kleinen Stößen heraus, erinnert er sich. Das bedeutete, dass hinter der Tür Druck entstanden war, sagt er, und fügte dann erklärend hinzu. Naturkunde war mein Lieblingsfach in der Highschool. Während er noch beobachtete, kam Rauch auch durch den mittleren Spalt. Klugerweise beschloss er, die Türen nicht zu öffnen. Stattdessen tat er etwas Bemerkenswertes. Etwas, das nur wenige Menschen tun. Er ging in die Bar neben den Zebra-Room und rief, alle raus, es brennt. Die Stammgäste erhoben sich und gingen. Dann dachte Bailey an den Cabaret-Room. Er lag auf der entgegengesetzten Seite des Gebäudes. Die Show lief gerade, niemand konnte etwas von dem Brand wissen. In Beverly Hills gab es keine Rauchmelder, Alarmglocken oder Sprinkleranlagen. Als Bailey in den Cabaret-Room kam, ging er auf einen Bankettchef zu und berichtete ihm, dass es brenne. Wir müssen den Saal räumen, sagte er. Der Mann starrte ihn noch verständnislos an. Bailey drehte sich um und suchte die Clubbesitzer. Doch dann bremste er sich. Das ist doch blöd, sagte er sich. Ich vergeude Zeit. Entweder räumt er den Saal oder ich mache das. Als er ginge zurück zum Bankettchef und forderte ihn nochmals auf, den Saal zu räumen. Der Bankettchef ging weg. Bailey nahm an, er wolle mit der Räumung beginnen. Inzwischen beschloss er, eine Schlange von etwa 70 Leuten, die noch darauf warteten, zur Schule eingelassen zu werden, wegzubringen. Alle mir nach, sagte Bailey, und sie folgten ihm. Ohne jede Erklärung führte er sie den Gang entlang und hinaus in den Garten. Okay, alle bleiben hier, sagte er. Zu seiner großen Verwunderung stellten sie ihm keinerlei Fragen. Als er in den Cabaret-Room zurückkam, sah er fassungslos, dass sich nichts verändert hatte. Das Vorprogramm war noch nicht vorbei. Die Komiker kicherten und glucksten sich noch durch ihre Nummer. Das reicht nicht, sagte er sich. Der Saal muss geräumt werden und zwar schnell. Wahrscheinlich verliere ich meinen Job, aber ich mache das jetzt einfach. Er ging mitten in den Saal, vorbei in den VIP-Sätzen, im Parkett und auf die Bühne. Er griff hinüber zu einem der Schauspieler und nahm sein Mikrofon. Die Zuschauer starrten ihn verwundert an. Ich möchte, dass Sie jetzt alle hier auf diese Seite rechts von mir schauen. Ganz rechts, in der Ecke ist ein Notausgang. Jetzt sehen Sie bitte hier links von mir hin. Links ist ein Notausgang. Jetzt schauen Sie bitte nach hinten. Hinten ist auch ein Notausgang. Ich möchte, dass Sie alle den Saal ruhig verlassen. Im vorderen Teil des Gebäudes brennt es. Dann verließ er die Bühne. 30 Jahre später spricht Bailey noch immer ruhig und unaufgeregt. Damals war er ein stiller Teenager, der nicht viele Freunde im Club hatte. Kurz zuvor hat er in der Schule herausgefunden, dass er unter Lampenfieber litt. Deshalb hatte er ansetzliche Angst, als er auf die Bühne stieg, um sich das Mikrofon zu nehmen. Aber er tat es trotzdem und rettete mehreren hundert Menschen das Leben. Wie hat Walter Bailey das gemacht? Warum blieb er nicht in den engen Grenzen seiner Rolle, wie die meisten anderen Menschen an diesem Abend? Als ich ihm diese Frage stellte, erklärte er mir, dass seine Rolle ein bisschen komplizierter war, als es aussah. Im Gegensatz zu den meisten anderen Angestellten, die gerne im Beverly Hills Supper Club arbeiteten, hing Walter Bailey nicht besonders an seinem Job. Er hatte als Teil einer Familie von Armeeangehörigen an den verschiedensten Orten im Land gewohnt und auf Baustellen gearbeitet, wo er mehr Geld verdiente. Als Hilfskellner verdiente er nur einen Dollar und zehn Cent in der Stunde. Ich habe da meine Zeit abgerissen und bin wieder gegangen. Als es darum ging, etwas gegen das Feuer zu tun, hatte Walter Bailey nicht viel zu verlieren. Ihn beeindruckte die Hierarchie im Club nicht so sehr und er konnte sich ein Leben ohne den goldenen Kittel gut vorstellen. Als ich beschloss, den Saal zu räumen, war mein erster Gedanke, die schmeißen dich raus. Aber ich wollte das Richtige tun. Heldentum ist ein anderes Kapitel und es gibt viel dazu zu sagen. Doch vorerst reicht es zu wissen, dass Bailey gewissermaßen ein klassischer Fall war. Nachdem Walter Bailey alle aufgefordert hatte, den Kabarettrum zu verlassen, ging er nach draußen. Dann schlug er einen Bogen und kontrollierte einen anderen Notausgang. Er sah, dass dort Rauch herausquoll und ging wieder hinein. Als er drin war, merkte er, dass er Zeug einer Katastrophe wurde. Er konnte nichts sehen, doch er konnte die Leute hören. Viele Leute, die um Hilfe riefen. Er begann in den Raum hinein zu greifen, Menschen am Kragen zu packen und herauszuziehen. Er machte diesen Weg zehnmal und zog jedes Mal einen Menschen heraus. Ich hatte Angst. Ich wollte nicht sterben, so wie die meisten Leute, sagt Bailey. Vielleicht war ich dumm. Der Rauch begann in seiner Kehle zu beißen. Deshalb rief er jedes Mal, wenn er hinein ging, die Luft an. Er hatte großes Vertrauen in sein Lungenvolumen. Ich war in der Schwimmbannschaft meiner Highschool gewesen, erklärt er. Ich konnte fast zwei ganze Bahnen schwimmen, ohne Luft zu holen. Bei einem Gang schaffte er es fast bis zur Eingangstür des Kabarettrum. Die Stimmen, die schwach um Hilfe riefen, schienen aus allen Richtungen zu kommen. Als er einen Rauch tastete, fühlte er einen ganzen Haufen Körper, die den Eingang blockierten. Seine Lungen schienen zu bersten und ergriff nach dem, der ganz oben auf dem Haufen lag. Ich erinnere mich, dass ich einen Typ an der Krawatte herausgezogen habe. Das war das Einzige, das ich von ihm zu packen bekam. Draußen beschloss Bailey, mehr Leute zur Hilfe zu holen. Ein paar andere Männer, die meisten davon Angestellte, halfen bereits, aber die Zahl der Opfer war immens. Leblose Körper lagen reihenweise im Gras. Die Menschen waren nicht durch das Feuer gestorben, sondern durch den Rauch, den sie eingeatmet hatten. Deshalb sahen ihre Körper seltsam unversehrt aus, wie sie so da lagen in ihren schönsten Kleidern und Anzügen. Überall suchten Leute, die von den übrigen Gästen ihre Feier getrennt worden waren, nach Angehörigen, riefen die Namen der Vermissten wie unglückliche Geister. Walter Bailey rannte auf den Hügel, wo sich mehrere hundert Stammgäste versammelt hatten und rief, kann jemand mithelfen? Wir brauchen Hilfe an den Notausgängen. Die Gäste, die sich gegenseitig getröstet und das Feuer angestarrt hatten, sahen ihn nur an. Niemand meldete sich. Sie waren Gäste. Und von Gästen wird normalerweise nicht erwartet, dass sie in brennende Gebäude zurückgehen. Ich dachte, ich könnte ein paar starke Jungs anheuern, sagt er. Aber nein, die haben mich bloß angeguckt. Bailey lief allein zum Club zurück. Jedes Mal, wenn er in den Rauch zurücklief, wurden die Stimmen leiser. Man konnte hören, dass die Menschen da drin starben. Die Leute atmeten schwer. Sie streckten aus dem Menschenhaufen die Arme aus. Ich erinnere mich, dass ich dachte, die Leute packen mich und dann bleibe ich auch da stecken und sterbe. Als er ein weiteres Mal hineinging, hörte Bailey gar keine Stimmen mehr. Danach ging er nicht mehr hinein. Er ging draußen umher und legte Silvetten auf die Gesichter der Leichen. Schließlich fand er eine Möglichkeit, nach Hause zu kommen, wo seine Mutter in der Küche saß und voller Angst auf Nachrichten von ihrem Sohn, dem Hilfskellner, wartete. Nach dem Brand gab Walter Bailey eine Handvoll Interviews. Doch dann zog er sich zurück und weigerte sich jahrzehntelang über den Brand zu sprechen. Wie so viele Überlebende fühlte er sich übermann von Schuldgefühlen. Ich bin Perfektionist, erklärt er. Es hat mich für mich zerrissen, dass so viele Menschen umkamen. Ich habe geglaubt, dass viele Menschen deshalb starben, weil ich meine Sache nicht gut genug gemacht habe. 30 Jahre nach dem Unglück war er bereit, sich für dieses Buch interviewen zu lassen. Zum Teil, sagt er, weil inzwischen so viel Zeit vergangen ist. Die willfährige Masse. Katastrophen schaffen Gruppen und Gruppen brauchen Anführer. Eine Studie über drei Gruppen und Lücke, die die US-Regierung im Jahr 2000 veröffentlicht, dargab, dass die acht Gruppen, die entkommen konnten, jeweils einen Anführer hatten. Diese Anführer hatten einiges gemeinsam. Sie hatten sich nicht an die Macht gedrängt, sondern man respektierte sie, weil sie ruhig und glaubwürdig auftraten. Sie waren, ebenso wie Walter Bailey sachkundig, entscheidungsfreudig und hatten Detailkenntnisse. Auch waren sie offen für andere Meinungen. In vielen dieser Gruppen gab es eine Art zweiten Offizier, der dem Anführer half. Was aber war, mit den Gefolgsleuten? Warum standen so viele Menschen von ihren teuren Sitzplätzen auf, um einem Teenager im goldenen Kittel zu folgen? Wieder einmal finden wir Parallelen bei unseren Primatenvorfahren. Schimpansen beispielsweise folgen stets einer ausgeklügelten Hierarchie, bei der ein männliches Alphatier ganz oben steht. Wenn sie sich einem Feind gegenüber sehen, werden sie noch militaristischer. Wenn sie ohne Zögern gehorchen, sind ihre Überlebenschancen höher, erklärt der Schimpansen-Experte Franz de Waal. Ein starker Anführer kann Entscheidungen beschleunigen, was in einer Krisensituation notwendig ist. Hierarchien, so de Waal, sind effizienter als demokratische Strukturen. Jim Klein, pensionierter Hauptmann der New Yorker Polizei, erinnert sich daran, wie er den menschlichen Herdentrieb selbst erlebt hat. Es war in einem schönen Freitagnachmittag in Manhattan, einer der Tage, an denen die Stadt trotz des Drecks förmig funkelt. Das Börsenviertel war voller Menschen, die Mittagspause machen. Er saß in einem Löschfahrzeug auf dem Weg zur Fulton Street, als sie eine gewaltige Explosion hörten. Gut 60 Meter vor ihnen war in einem Speiseeislaster ein Gastank explodiert. 106 Leute wurden dabei verletzt und ringsum barsten die Fensterscheiben. Menschen schrien. Einige waren blutüberströmt. Doch noch wusste niemand, was passiert war und man konnte nichts erkennen. Die Wall Street war vollgepackt mit Leuten. Wir konnten nicht einmal sehen, wo der Hydrant war. Die Feuerwehrleute schalteten das Blaulicht und die Sirene ein, um den Weg frei zu bekommen. Hunderte von Menschen, die den Wagen plötzlich erkannten, begannen vom Feuer weg und auf ihn zuzulaufen. Dann passierte etwas Eigenartiges. Als die Menschen den Löschwagen erreicht hatten, drehten sie sich um und rannten mit ihm mit, geradewegs auf den Ort der Explosion zu. Das war ein sehr seltsames Phänomen, sagt Jim Klein amüsiert. Die Leute kommen mit, auch wenn sie gar nicht wissen, warum sie das tun. Die Feuerwehrleute hatten Mühe, den ersten Löschschlauch durch die Menge an Schaulostigen zu legen. Erst als ausreichend Polizei eintrafen, konnte die Menge zurück in Sicherheit geschoben werden. Heute trainiert Klein, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter darauf, sich vor dem Herdentrieb zu hüten. Ich sage ihnen, wenn irgendetwas schiefläuft, rennen die Leute euch wahrscheinlich hinterher. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass sie weggehen. Er weist die Beamten so ein, dass sie laute, klare Warnungen und Gesten benutzen, um den Herdentrieb vorzubeugen. Ian, ein Opfer der Terroranschläge auf Londoner Busse und U-Bahn im Juli 2005, sagte den Ermittlern später, wonach man unter diesen Umständen wirklich sucht, ist jemand, der einem sagt, was man zu tun hat. Auch wenn es nur ganz einfache Sachen sind, wie bleib hier oder geh da hin. Man braucht Führung, weil man ziemlich durch den Wind ist, wie sie sich vorstellen können. Ian erlitt schwere Verbrennungen am Brustkorb und an den Beinen, als die Wucht einer Explosion ihn auf stromführende Kabel im Tunnel schleuderte. Nachdem er kurz das Bewusstsein verloren hatte, hörte er die Stimmen des Zugführers, der ihm sagte, er solle aus dem Tunnel herauslaufen. Diese Anweisung, sagte Ian, den Ermittlern war enorm beruhigend. Unser Gehorsam gegenüber Autoritäten kann Gold wert sein, wenn die Verantwortlichen wissen, was sie tun. Viele Jahre lang konnten Sicherheitsexperten nicht verstehen, weshalb Passagiere bei Flugzeugabstürzen so wenig taten, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie blieben in ihren sitzen, statt zu einem Notausgang zu gehen. Und diejenigen, die doch aufstanden, neigten ärgerlicherweise dazu, ihr Handgepäck mitzunehmen. Wenn sie es dann bis zum Notausgang geschafft hatten, blieben sie auch noch eine gefährliche lange Zeit stehen, bevor sie auf die Rutsche sprangen. Dabei geht es bei den Flugzeugabstürzen um Sekunden, weniger um Minuten, um auszusteigen. Bei einer Reihe von Tests ließen Sicherheitsbeamte freiwilliger eine gespielte Evakuierung durchlaufen. Die Versuche waren nicht annähernd so anstrengend wie tatsächliche Evakuierungen. Doch das machte nichts. Leute, vor allem Frauen, zögerten überraschend lange, bevor sie auf die Rutsche sprangen. Diese Pause verlangsamte die Evakuierung für alle. Es gab jedoch eine Möglichkeit, die Leute dazu zu bewegen, schneller zu werden. Wenn einer der Flugbegleiter am Ausgang stand und die Leute anbrüllte, zu springen, verschwand die Pause fast ganz, stellten die Wissenschaftler fest. Wenn aber die Flugbegleiter die Evakuierung nicht aggressiv führten, hätten sie ebenso gut woanders sein können. Denn einer Studie des Luftsicherheitsinstituts der University of Cranfield zufolge bewegten sich die Menschen bei ruhigen und höflichen Flugbegleitern ebenso langsam wie ganz ohne deren Anwesenheit. Am 2. August 2005 schoss die Air France-Maschine 358 während eines Gewitters in Toronto über die Landebahn hinaus. Das vollbesetzte Flugzeug, das aus Paris kam, rutschte mit einer Geschwindigkeit von knapp 150 kmh in einen Graben. Das Feuer brach sofort aus und war sehr stark. Die Hälfte der Notausgänge war entweder blockiert oder nicht benutzbar, da die Landungsrutschen versagten. Kabelfernsehsender übertrugen Bilder des rauchenden Metallhaufens live. Alle 297 Passagiere und die gesamte zwölfköpfige Besatzung entkamen der Maschine lebend. Die Passagiere bewegten sich rasch und überlegt. Manche sprangen aus mehr als fünf Metern auf den Boden. Dann liefen sie 50 bis 100 Meter vom Flugzeug weg. Ein Mann trug einen Passagier mit gebrochenen Beinen bis zum Highway. Als die Flughafenfeuerwehr eintraf, 52 Sekunden nach der Bruchlandung, hatten drei Viertel der Passagiere das Flugzeug bereits verlassen. Nach weniger als drei Minuten waren alle draußen. Als die Maschinen in Flammen aufgingen, befand sich kein Passagier mehr in unmittelbarer Nähe. Es wurde als Wunder bezeichnet. Doch tatsächlich war es das Ergebnis guter Ausbildung. Auf diesem Air France-Flug gab die Crew von dem Moment der Bruchlandung an laute, klare Anweisungen. Der Co-Pilot sprach über die Gegensprechanlage und wies die Passagiere an, das Flugzeug ruhig zu verlassen. Die Flugbegleiter schrien die Passagiere an, wie sie es gelernt hatten. Alle Mann zu den hinteren Notausgängen! Gehen Sie nicht nach vorne! Gehen Sie jetzt! Zwar gelang es ihnen nicht, sämtliches Fehlverhalten auszuschalten. Manche Passagiere bestanden trotzdem darauf, schweres Handgepäck mitzunehmen. Doch die Maschine lehrte sich in bemerkenswert kurzer Zeit. Später erzählten die Passagiere Reportern, dass die Anweisungen der Crew Leben gerettet hätten. Maria Koyakura aus Ontario, die mit ihren beiden kleinen Kindern überlebte, erinnert sich, dass die Crew sie führte, auch als sich die Kabine mit dichten schwarzen Rauch füllte. Sie haben die ganze Zeit mit uns geredet und immer gesagt, gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie, sagte sie der Nachrichtenagentur Canadian Press. Damit haben sie uns das Leben gerettet. Menschenführung kann auch das Leben der Rettungskräfte retten. Bei einer Rettung aus einem Fluss brüllen die Mitglieder der Feuerwehr von Kansas City den Opfern wüste Drohungen entgegen, bevor sie sich ihnen nähern. Wenn sie das nicht tun, besteht die Gefahr, dass das Opfer nach ihnen greift und sie in einem wahnwitzigen Versuch, oben zu bleiben, unter Wasser drückt. Wir wollen, dass sie zuhören und wir benutzen dafür nicht immer die hübschesten Ausdrücke, sagt Larry Young, Käpt'n der Rettungskräfte. Wenn ich auf eine Vorstadthausfrau zuschwimme und sage, wenn ich bei ihnen bin, fassen sie mich verdammt nochmal nicht an, wenn sie mich anfassen, bin ich weg, dann hört sie zu. Als es Beverly Hills bis auf die Grundmauern abbrannte, gab Walter Bailey den Gästen im Cabaret-Room klare Anweisungen, begleitet von Gesten, die ihn den Weg zeigten. Er tat genau das Richtige. Trotzdem gab es einige Leute, die nicht gingen. Vielleicht hörten sie die Warnung nicht oder vielleicht glaubten sie ihr nicht. Es ist recht wahrscheinlich, dass sie, wie viele Katastrophenopfer, in der Verleugnungsphase feststeckten. Vielleicht konnten sie aber auch nicht hinaus und wollten abwarten, bis sich das Gedränge lichtet. Aus welchem Grund auch immer, nicht alle standen auf, um zu gehen. Als die Feuerwehrleute die Feuerausbrunst schließlich unter Kontrolle hatten und am folgenden Tag den Cabaret-Room betraten, fanden sie einen Tisch vor, an dem sechs verkohlte Leichen noch immer ihren Stühlen saßen. Insgesamt starben beim Brand in Beverly Hills 167 Menschen. Es war einer der tödlichsten Brände in der Geschichte der USA. Die Braut Dala McCollister blieb bis ein Uhr nachts auf dem Hügel und versuchte zu helfen. Schließlich ging sie, noch immer in ihrem zerrissenen Kleid, mit dem Brautstrauß in der Hand zu Fuß zu einem Hotel in der Nähe. Die Leute haben die eigenartigsten Sachen gemacht, sagt sie, und erinnert sich daran, dass jemand in den Abend ihren Schleier gerettet hat. Am nächsten Tag musste sie ihre gesamte Gästeliste abtelefonieren, um zu hören, wer überlebt hatte. Das, so sagt sie, war der qualvollste Teil der ganzen Angelegenheit. Es war herzzerreißend. Man wusste nicht, was einen erwartete. Manche waren hysterisch, andere wütend. Eine Frau, die mit ihrem Freund der Familie verheiratet war, starb an einer Rauchvergiftung und Dala war von Schuld zerfressen. Man fühlt sich wie ein Schwein. Ich wusste, dass ich für ihren Tod eigentlich nicht verantwortlich war. Aber man kann trotzdem nicht in den Spiegel gucken und sagen, ich habe damit nichts zu tun. Nach dem Brand, sagt sie, war auch ihr Mann nicht mehr derselbe. Vier Jahre später wurden sie geschieden. Dala McCollister weigerte sich bis 2007 mit Journalisten zu sprechen. In diesem Frühling, am 30. Jahrestag des Brandes, trafen sich einige der überlebenden Angehörige der Opfer zu einer Zeremonie an der Stelle, wo das Beverly Hills gestanden hatte. Der Boden war nur mit Unkraut und Geißblatt überwuchert und es fiel schwer, sich vorzustellen, was einmal dort gewesen war. Einer nach dem anderen standen die Menschen auf und erinnerten an die, die gestorben waren. Eine Frau stand vor dem Mikrofon und konnte nur weinen. Dala McCollister kannte sie. Es war die Sängerin der Band, die auf ihrer Hochzeit gesungen hatte. Nach der Zeremonie ging die ehemalige Braut auf die ehemalige Sängerin zu und umarmte sie lange. Das Prinzip Grand Bayou. So wie Einzelpersonen mehr oder weniger belastbar sein können, sind es auch Gruppen. Im Falle einer Katastrophe funktionieren Gruppen so gut oder schlecht wie sonst auch. Je gesünder das Klima im Büro oder innerhalb einer Familie ist, desto besser kann Stress aufgefangen werden oder Erholung stattfinden. Gut funktionierende Gruppen wissen, wie man kommuniziert und einander hilft und sie verfügen über die notwendigen Mittel dafür. Selbst auf der zellularen Ebene fördert der Zusammenhalt das Überleben. Zahlreiche Studien haben ergeben, dass Menschen, die über gut funktionierende soziale Netzwerke verfügen, tendenziell ein stabileres Immunsystem besitzen. In der letzten Zeit beschäftigten sich gerade Psychologen und Katastrophenforscher besonders intensiv mit dem Phänomen der Belastbarkeit von Gruppen. Wie entsteht sie und wie können wir sie steigern? Statt lediglich Menschen zu beobachten, die bereits durch Katastrophen traumatisiert wurden, haben sich Psychologen mittlerweile der gesunden Mehrheit zugewandt, den Menschen, die ihre Hilfe gar nicht benötigen. Es gibt sogar Anwendersoftware, mit deren Hilfe man Belastbarkeit durch soziale Netzwerke aufbauen kann. Wenn jede Stadt eine eigene MySpace-Notfallgemeinde hätte, so die Überlegung, würde es in einem Ernstfall allen besser gehen. Tatsächlich kam während der Waldbrände im Süden Kaliforniens im Sommer 2007 einige der nützlichsten Hinweise aus Nachbarschaftsblogs und als Handyfotos. Dies ist eine Situation, in der sich Nachbarn gegenseitig unterstützen, sagt Jerry Sanders, der Bürgermeister von San Diego gegenüber Evakuierten im örtlichen Sportstadion. Im Jahr 2005 verfügten die Einwohner von Grand Bayou einer entlegenen Ortschaft in Louisiana über wenig Hightech-Ausrüstung. Was sie aber besaßen, waren alte Traditionen, enge Bindungen und eine Kultur der Selbstversorgung. 300 Jahre lang hatte diese Fischergemeinde, deren Einwohner idianischer und franco-kanadischer Abstammungen waren, ein tückisches Stück Land am Golf von Mexiko bewohnt, das nur vom Wasser aus zugänglich war. Grand Bayou gab es schon vor den Deichen, den Öltankern und dem Wetterbericht. In dieser ganzen Zeit verlor Grand Bayou kein Menschen an einen Hurrikan. Niemand wartete auf offizielle Evakuierungsanweisungen, wünschte Dürme nahten. Musina Philipp ist in Grand Bayou aufgewachsen. Wir wissen, wie wir dem Unglück aus dem Weg gehen, egal ob es angekündigt wurde oder nicht. Die Einwohner sprachen miteinander und entschieden gemeinsam, wann es Zeit war, das Dorf zu verlassen. Alle drängten sich auf zwölf Austernschiffen, Fischer und Arbeitsbooten, die zu einem langen Konvoi zusammengebunden werden. Sie hatten es schon viele Male so gemacht. Grand Bayou war zwar keine reiche Gemeinde, doch die Bindungen zwischen den Menschen waren stark. Jeder gehört zu einer Familie, sagt Rosina Philipp. Wenn jemand nicht gehen wollte, haben wir ihn dazu gebracht. Die Kinder in Grand Bayou liebten die Evakuierungen. Für sie war es wie eine große Pyjama-Party. Man geht auf einem großen ollen Boot mit all seinen Freunden auf Tour, sagt Rosinas Tochter Anisor Philippe Cortez. Alle 125 Einwohner von Grand Bayou verließen das Dorf zwei Tage bevor der Hurricane Katrina das Festland erreichte und bevor der Bürgermeister von New Orleans die Zwangsevakuierung ausrief. Rosina Philippe, ihre Tochter, ihre Schwester, die Familie ihrer Schwester und einige Freunde quetschten sich mit reichlich Proviant auf ein Boot. Dann schlossen sich dem Grand Bayou-Konvoi an und fuhren los. Die Fahrt nach einen sicheren Hafen dauerte zwei Stunden. Niemand blieb zurück. Die Einwohner von Grand Bayou hatten die nötige Belastbarkeit, um den Hurricane Katrina zu überleben. Sie hatten die Bindungen, die Gruppen stärken, bewahrt im Gegensatz zu vielen anderen Amerikanern, die derartige Bindungen verloren haben. In den vergangenen 50 Jahren jedoch haben Baufirmen und Ölraffinerien die Landschaft rund um Grand Bayou verändert und die Sumpfgebiete zerstört, die das Dorf ursprünglich geschützt hatten. Die Einwohner hatten jahrelang vergebens gegen diese Entwicklung gekämpft. Sie hatten ihre Häuser über den Hochwasserstand angehoben, nur um dann zusehen zu müssen, wie sie wieder absanken, als die Entwicklung weiter voranschritt. 1980 konnte man in Grand Bayou noch zu Fuß, über Land von einem Haus zum anderen gehen. Am Ende des 20. Jahrhunderts war dieses Land verschwunden. Wie Venedig versank auch Grand Bayou langsam im Wasser. Als Katrina kam, fickte der Hurricane ganz Grand Bayou davon. Es blieb tatsächlich nichts übrig, außer aramponierten Booten und ein paar Metallfetzen. Die Überreste einer schönen Kultur. Rosina und Philippe ist seit dem neuen Mal umgezogen. Heute lebt sie eineinhalb Stunden von ihrer Heimat entfernt und hofft, eines Tages zurückkehren zu können. Ironischerweise schwebt sie heute in größere Gefahr als damals, denn die Gemeinschaft ist über das ganze Land verstreut und Rosina lebt mit ihrer Tochter in einem Container der Katastrophenhilfe. Doch die Einwohner von Grand Bayou wollen zurückkommen. Das erste Haus wurde bereits 2007 fertiggestellt. Alle Häuser werden in Leichtbauweise errichtet. Einfache Holzkonstruktionen, die preiswerter wieder aufzubauen sind. Die Gemeinschaft kämpft doch immer darum, die Sumpfgebiete wieder herzustellen und eine zukunftsfähigere Kultur aufzubauen. Bis dahin jedoch planen sie, bei jedem Sturm wieder aufzubrechen und danach auszuräumen, so wie sie es immer getan haben. Wir versuchen, Leben zu schützen. Das ist das Wichtigste, sagt Rosina Philippe. Heute glaubt sie, dass die Bevölkerung von Grand Bayou eines Tages größer sein wird, als sie es vor Katrina war. Ich weiß, dass wir überleben werden, sagt sie. Wir haben gelernt, uns aufeinander zu verlassen. Zwei Dörfer im Vergleich Orte wie Grand Bayou verkörpern das Prinzip der Widerstandskraft und Belastbarkeit, weil die Einwohner einander aus eigenem Antrieb helfen. Die Gemeinschaft nimmt einen höheren Stellenwert ein als der eigene Besitz und sie vertrauen in Entscheidungen der Gruppe. Das ist eine seltene Errungenschaft in unserer modernen Zeit, der großen Städte und anonymen Nachbarschaften. Zwar sollte sie grundsätzlich das Ziel sein, sie ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt auch kleinere, einfache Formen der Belastbarkeit. Manchmal sind die Gruppen, die Katastrophe überleben, diejenigen, die eine einzige, aber lebenswichtige Information weitergeben konnten. Eine wichtige Information, die weit verbreitet wird, kann einen entscheidenden Unterschied machen. Diese Erkenntnis ist herzzerreißend und hoffungsvoll zugleich. Es wäre besser, wenn Leben und Tod nicht von dem Bewahren einzelner Fakten abhängen würden. Doch wenn dem schon so ist, können wir uns damit trösten, dass es definitiv möglich ist, sein Verhalten zu verbessern. Der Tsunami im Dezember 2004 forderte schätzungsweise 200.000 Todesopfer. Die tatsächliche Zahl ist entweder größer oder kleiner. Es waren einfach zu viele, um sie genau zu zählen. Die vermissten Anzeigen in den Zeitungen liefen über viele, viele Seiten. Und immer, immer wieder, bis man dachte, es müsse ein Druckfehler vorliegen. Gegenüber einer drückenden Wand aus Meerwasser scheint der Tod unausweichlich. Und tatsächlich gab es für viele Opfer überhaupt keine Chance, dem Tod zu entrinnen, abgesehen von einem hochentwickelten internationalen Frühwarnsystem, über das der Indische Ozean nicht verfügte. Das beste Warnsystem für tausende von Menschen war jedoch alt und selbstgemacht. Stellen Sie sich zwei Städte vor, beide nah am Epizentrum des Seebebens gelegen, das im Dezember 2004 den Tsunami auslöste. Yantang war ein Dorf an der Nordostküste Sumatras. Die Einwohner spürten, dass die Erde bebte. Und etwa 20 Minuten später spülte eine gewaltige Welle ihr gesamtes Leben fort. Das Wasser stieg 15 bis 20 Meter an. Die gesamte Bausubstanz des Ortes wurde zerstört. Mehr als die Hälfte aller Einwohner kamen ums Leben. Der Ort Langhi auf der Insel Simoleu lag noch näher am Ursprung des Bebens. Den Insulanern blieben von dem Moment an, als die Erde bebte, nur acht Minuten, um in höher gelegene Regionen zu gelangen. Es war die kürzeste Zeitspanne zwischen Beben und Tsunami überhaupt und viel zu kurz für ein Frühwarnsystem, das mit Messungsbojen arbeitet. Hätte es denn eins gegeben? Die Wellen erreichten eine Höhe von 10 bis 13 Metern, etwas niedriger als in Yantang, aber dennoch eindeutig tödlich. Ebenso wie in Yantang wurden alle Gebäude der Stadt zerstört. Doch in Langhi überlebte die gesamte 800 Personen zählende Einwohnerschaft. Als sie den Ort im April 2005 besuchte, stellte Lori Dengler, eine Geologie-Professorin der Kalifornischen Humboldt State University fest, dass niemand, kein Kind und keine Großmütter umgekommen war. Wieso? In Langhi liefen alle, als die Erde bebte, in höher gelegenes Terrain und warteten dort ab. Das war Tradition, egal was passierte. Im Jahr 1907 hatte die Insel einen Tsunami erlebt, der den Einheimischen zufolge 70% der Bevölkerung tötete. Die Überlebenden hatten die Lektion, die sie damals gelernt hatten, über Generationen in Langhi und anderen Ortschaften weitergegeben. Jeder kannte das Wort Smong, was aus Simuelo Tsunami bedeutet. Als Lori Dengler die Einwohner fragte, wohin sie denn gegangen seien, als die Erde bebte, deuteten sie auf einen nahen Hügel, gute 30 Meter hoch. Also, wie Lori Dengler sagte, zieh mich genau dahin, wo ich sie auch hingeschickt hätte. Sie waren sehr stolz auf ihren Evakuierungseifer und sagten, sie würden eine grundlose Evakuierung niemals als Zeitverschwendung betrachten. Interessanterweise starben auf der gesamten Insel Simuelo durch den Tsunami nur sieben der insgesamt 780.000 Einwohner. Und alle sieben starben, laut Lori Dengler, weil sie versuchten, Habseligkeiten zu retten. Sie sammelten also, was, wie wir gesehen haben, bei Katastrophen oft vorkommt. Als Lori Dengler und ihr Team Yangtang besuchten, fanden sie ein völlig anderes Muster erlernter Fähigkeiten vor. Vor der Katastrophe waren Tsunamis vollkommen unbekannt gewesen, sagte sie. Als die Einwohner Geräusche hörten, die wie Explosionen vom Meer her klangen, schlossen sich viele Menschen in ihren Häusern ein, weil sie Gefechte zwischen Rebellen und der indonesischen Armee befürchteten. Schon lange bevor es Gewehre gab, gab es aber Tsunamis. Der Mensch hat bereits seit tausenden von Jahren mit Killerwellen zu tun, ebenso wie die Tiere. Stunden vor dem Tsunami im Dezember 2004 begannen Elefanten, auf denen gerade Touristen saßen, plötzlich zu trompeten. Eine Stunde bevor die Welle kam, flohen die Elefanten in höher gelegene Gebiete. Einige durchbrachen sogar ihre Ketten, um dort hinzukommen. Nach dem Tsunami fanden überraschte Wildschützer im Yala Nationalpark auf Sri Lanka hunderte von Elefanten, Affen, Tiger und Wildtieren unversehrt vor. Der Mensch jedoch scheint diese Überlebensstrategie nicht so gut bewahrt zu haben, wie andere Säugetiere. Wir haben die Fähigkeit, uns in einigen Bereichen zu verbessern. In manchen ist uns das bereits gelungen. Das ist eine sehr gute Nachricht. In Gemeinschaften mit einer Überlebenstradition wie Grand Bayou und Langui kann die wertvolle Zeit, die man mit Überleben verbringt, durchaus gewinnbringend sein. Und das muss sie auch. Denn jetzt haben wir keine Zeit mehr zu verlieren. Wir haben die Phasen der Verleugnung und der Überlegung durchlaufen und nun muss gehandelt werden. Was als nächstes passiert wird, wie wir sehen werden, nur noch schwer rückgängig zu machen sein. Der entscheidende Moment ist das kumulative Resultat von zu langen Abwarten und Schrecken, den Einflüssen von Furcht, Belastbarkeit und Gruppendenken. All dies kann über Jahre hinweg aufgebaut werden, doch es entlädt sich in einem einzigen Moment. Teil 3. Der entscheidende Moment. Sechstens Panik. Massenandrang auf heiligem Boden. Seit mehr als 1400 Jahren reisen Muslime nach Mekka, der Geburtsstätte Mohammeds. Eine solche Wahlfahrt, auch Hatsch genannt, wird von jedem Muslim erwartet, sofern er körperlich und finanziell dazu in der Lage ist. Daher ist aus dem Ritual eine der größten Massenbewegungen in der Geschichte der Menschheit geworden. Die Menschen verlassen ihr Haus, die Ersparnisse in der Tasche und in Ungewissheit darüber, was sie erwartet. Sie kehren zurück mit Erzählungen davon, wie sie am unwahrscheinlichsten Ort Frieden gefunden haben. Mitten in der sengenden Wüste, eingebettet in eine wabernde Masse von Fremden aus aller Welt. In den letzten 20 Jahren jedoch hat es mit dem Hatsch eine schreckliche Wendung genommen. Im Jahr 1990 wurden bei einer Massenpanik in einem Fußgängertunnel 1426 Menschen getötet. Die Toten stammten aus Ägypten, Indien, Pakistan, Indonesien, Malaysia, der Türkei und Saudi-Arabien. Vier Jahre später starben bei einem weiteren Massenandrang mehr als 270 Pilger. Danach folgten die Tragödien in einem grässlichen Rhythmus, der immer schneller wurde. 1998 lag die Opferzahl bei mindestens 118. 2001 starben mindestens 35 Menschen bei einem Gedränge. 2004 wurden bereits 251 Tote gezählt. 2006 forderte die Menge mehr als 346 Todesopfer. Alle diese fünf Tragödien spielten sich an etwa der gleichen Stelle ab, dem sogenannten Daschamarat, wo drei Säulen stehen, die jeder Pilger als obligatorischen Teil des Hatsch rituell steinigen müssen. Aus einem wunderschönen heiligen Ort ist für mehr als zweieinhalbtausend Menschen ein Schlachtfeld geworden. Was passierte mit dem Hatsch? Warum wurden Jahr für Jahr Leute zerquetscht und erstickt, obwohl sie doch zum Beten gekommen waren? Was war der Auslöser für das, was später wie eine Massenpanik aussah? Panik ist ein Wort, das je nach Situation seine Gestalt verändern kann. Ebenso wie Heldentum wird sie erst im Nachhinein definiert, und zwar oft in einer Weise, die mehr über uns andere aussagt, als über das, was tatsächlich geschehen ist. Das Wort stammt passenderweise aus der Mythologie. Der griechische Gott Pan hatte einen menschlichen Körper, jedoch die Beine, Hörner und den Bart einer Ziege. Untertags durchstreifte er Wälder und Auen, hütete Herden und spielte auf seiner Flöte Lieder. Bei Nacht verwandte er viel Mühe darauf, verschiedene Nymphen zu erobern. Von Zeit zu Zeit jedoch machte er sich einen Spaß daraus, Wanderer in einen Streich zu spielen. Wenn Menschen die einsamen Hügel zwischen den griechischen Stadtstaaten überquerten, gab Pan seltsame, unheimliche Geräusche von sich, die aus der Dunkelheit herüberwehten und nie gänzlich erklärt werden konnten. Er raschelte im Unterholz und die Menschen beschleunigten ihre Schritte. Er wiederholt er es und die Leute rannten um ihr Leben. Die Angst, die durch solche harmlosen Geräusche verursacht wird, nannte man später Panik. Manchmal sprechen wir von Panik, wenn wir einen Schrecken beschreiben möchten, der in Wellen über uns kommt und uns die Selbstkontrolle nimmt. Sie kann jedoch auch der Grund für Angst sein. Es gibt Panik als Emotion und Panik als Verhalten. Das irrationale Schreien und Drängeln, das unser eigenes Überleben und das der Menschen neben uns ernsthaft gefährden kann. Beide Bedeutungen verschmelzen in einem kurzen Wort, das sich in einem Massentumult äußert, einer der beängstigsten und extremsten Formen der Panik. Dieses Kapitel markiert auch den Anfang vom Ende, also die letzte Phase des Überlebensbogens. Nach Verleugnung und Überlegung folgt etwas, das ich als den entscheidenden Moment bezeichnen möchte. Der Begriff ist von Henri Cartier-Bresson in Lien, dem französischen Fotografen, den man als Vater des modernen Fotojournalismus bezeichnen könnte. Für ihn war der entscheidende Moment unter anderem, im Bruchteil einer Sekunde ein Ereignis, wie wohl auch seine Bedeutung zu erkennen. Der Moment war da, wenn seine Kamera es schaffte, das gesamte Wesen einer Sache oder eines Menschen in einem einzelnen Bild einzufangen. Auch die letzte Stufe des Überlebensbogens ist in einem Moment vorüber. Sie ist die plötzliche Destillation von allem, was vorher da war und sie bestimmt das, was danach kommt, falls etwas danach kommt. Wie in der Fotografie, so hängt auch hier das Geschehen von vielen verschiedenen Dingen ab. Timing, Erfahrung, Einfühlungsvermögen und wohl vor allem Glück. Was passiert, wenn wir uns mit der Tatsache abgefunden haben, dass uns etwas Schreckliches zustößt und unsere Möglichkeiten überdacht haben? Panik ist in der menschlichen Vorstellung die schlimmstmögliche Wendung. Alle Verhaltensnormen, all das, was uns als Menschen ausmacht, verschwinden und was bleibt, ist Chaos. Denken wir an die Formel für Furcht zurück. Panik schlägt in jeder Hinsicht stark zu Buche. Unkontrollierbarkeit, Unbekanntheit, Plausibilität, Leiden, Maß der Zerstörung und Ungerechtigkeit. Wohl nur der Terrorismus ist ähnlich schrecklich wie die Panik. In der Katastrophenforschung geht die neueste Mute dahin, zu leugnen, dass überhaupt je Panik ausbricht. Die eine Übertreibung macht nun aber eine andere nicht wett. Es stimmt allerdings, dass die Menschen nur selten Dinge tun, die grundlegende soziale Regeln verletzen. In den meisten Fällen bricht tatsächlich keine Panik aus. Es kommt wesentlich häufiger vor, dass Menschen im Katastrophenfall gar nichts tun. Später werden die Leute sagen, sie wären panisch gewesen. Und die Medien sprechen gern von einer Panik. Doch in Wahrheit hat sich kaum jemand unpassend benommen. Alle haben gefühlt, wie sich ihr Atem beschleunigte und ihr Herz klopfte. Mit anderen Worten, sie hatten Angst. Und das war kein angenehmes Gefühl. Doch sie haben sich nicht in wilde Wahnsinnige verwandelt, weil genau das nicht in ihrem eigenen Interesse war. Wenn man darüber nachdenkt, stellt man fest, dass Panik kein Verhalten ist, das die Anpassungsfähigkeit besonders fördert. Der Mensch hätte sich vermutlich nicht so weit entwickelt, wenn er sehr oft in Panik verfallen wäre. Aber die hartnäckige Erwartung, dass jeder irgendwann in Panik verfällt, führt zu einigem Misstrauen von Seiten der Nachbarn, Politiker und Polizisten. Die Vorstellung von Panik beflügelt, ebenso wie die namengebende griechische Gottheit, die Fantasie. Die Angst vor einer Panik kann allerdings gefährlicher sein als die Panik selbst. Doch nur weil Panik selten vorkommt, heißt das nicht, dass wir uns darüber keine Gedanken machen müssen. Panik kommt vor. Dieses Kapitel versucht die Ausnahme von der Regel vorsichtig zu untersuchen. Was ist Panik? Wann bricht sie aus und warum? Wie kann man sie stoppen? Eine Frau am Boden. Ende 2005 machte Ali Hussein, Fahrlehrer aus dem englischen Huddersfield, mit seiner Frau Belquis Sadik, eine Sozialarbeiterin, die sich um alte Menschen kümmerte, eine Wahlfahrt nach Mekka. Die beiden waren seit 17 Jahren verheiratet und hatten vier Kinder, das jüngste acht Jahre alt. Jeder von ihnen hatte diese Wahlfahrt schon einmal für sich gemacht. Der Islam forderte den Hadj nur einmal im Leben. Doch Ali Hussein und Belquis Sadik wollten diese Erfahrung gern noch einmal gemeinsam machen. Deshalb reisten die beiden am 29. Dezember mit einer Reisegruppe, die aus 135 anderen Muslimen aus ihrer Gegend bestand, nach Saudi-Arabien. Am 12. Januar sammelten sie ihre Kieselsteine zusammen, verließen das Hotel und machten sich auf den Weg nach Jamarat, den Ort, an dem bereits viermal eine Massenpanik entstanden war. Jamarat ist ein Areal rund um drei Steinsäulen, die auf der Wahlfahrt besucht werden müssen. Bei einem Ritual, das Steinigung des Teufels genannt wird, müssen die Pilger die Säulen insgesamt dreimal, jedoch nicht direkt nacheinander mit Kieselsteinen bewerfen. Dies ist ein Reinigungsritual, das daran erinnert, wie Abraham in der islamischen Version der Geschichte Satan jedes Mal vertrieb, als er versuchte, ihn daran zu hindern, seinen Sohn Ismail zu opfern. Bereits in den 70er Jahren wurde eine Brücke gebaut, damit die Gläubigen auf zwei Ebenen gleichzeitig die Steinigung vollziehen konnten. Aber als die Massen immer größer wurden, wurde Jamarat zum gefährlichsten Nadelöhr der Welt. Ali Hussein und Belquis Sadik wussten, dass dies der riskanteste Teil des Hadj werden würde. Doch auch schon vorher war ihre Reise nicht ungefährlich. Seit ihrer Ankunft hatten sie sich in großen Menschenmassen bewegt. Für Leute aus westlichen Ländern kann es geradezu unerträglich sein, sich in engem Körperkontakt mit so vielen fremden Menschen zu befinden. Die nackten Schultern der Männer berühren sich, die Schals der Frauen verheddern sich ineinander. Wenn man einen Schuh verliert, sollte man nicht versuchen, ihn zu retten. Besonders an den Säulen kann es schwer sein, genügend Platz zu finden, um auch nur den Arm zu heben und seine Steine zu werfen. Als sich die Masse voranschob, fassten sich Hussein und Sadik fest bei den Händen. Sie wussten, dass sie zusammenbleiben mussten. An diesem Morgen war die Menge, die sich den Säulen näherte, besonders dicht. Einige der Pilger hatten, den Regeln zum Trotz, ihr Gepäck auf Rollwagen mitgebracht. Dennoch bewegte sich der Pulk relativ geschmeidig. Um 11.53 Uhr änderte sich jedoch etwas. Die Menge begann sich in Stop- und Go-Wellen zu bewegen, was auf dem Videomaterial deutlich sichtbar ist. Ali Hussein und Belkwe Sadik spürten einen gewaltigen Druck von hinten. Die Menge war so dicht gedrängt, dass sie Mühe hatten, noch mal zu atmen. Doch es gab keinen Weg zurück. Sie mussten es nur bis zu den Säulen schaffen, die Steine werfen und sicher ins Hotel zurückkehren. Gegen 12.09 Uhr wurde die Situation unhaltbar. Die Menschen wurden von der amorphen Gewalt der Menge in alle möglichen Richtungen gedrückt. Menschen stolperten und wurden zum Hindernis für alle anderen. Husseins Frau hielt seinen Arm fest umklammert. Die Hitze der anderen Körper hüllte sie ein wie ein wollendes Lagen. Es wurde immer schwerer zu atmen. Dann stolperte Hussein plötzlich über einen Gepäckwagen. Er fühlte, wie seine Frau ihn losließ. Unten am Boden sah er Körper und hörte Schreie. Menschen kletterten über seinen Rücken und verletzten ihm die Schulter. Er schaffte es, sich aufzurichten und begann, den Namen seiner Frau zu rufen. Es waren nur ein paar Sekunden vergangen, seitdem er gefallen war. Sie konnte noch nicht weit sein. Doch in dem Dickicht aus Menschen konnte er sie nicht sehen. Es war 12.30 Uhr. Bald erschienen saudische Soldaten und riegelten den Bereich, wo das Gedränge entstanden war, ab. Sie hatten Übung darin, nach einem Blutbad rasch wieder aufzuräumen. Hussein ging zum Eingang von Jamarat zurück und hielt dort nach seiner Frau Ausschau. Ich dachte, dass Belquist es vielleicht geschafft hatte, wegzukommen, sagte er später dem Huddersfield Daily Examinal. Aber sie kam nicht. Deshalb bin ich zurück ins Hotel. Ich hoffte, sie sei vielleicht da. Um 20.30 Uhr war sie noch immer nicht zurück. Am Abend fuhr ihn der Hotelbetreiber mit dem Motorrad zu zwei Krankenhäusern im Ort. Im zweiten fand Hussein ein Foto seiner Frau, das in einer Wand hing. Sie trug die Armreifen, an die er sich erinnerte. Sadik war im Alter von 47 Jahren im Gedränge erdrückt worden. Tage später versuchte ein verzweifelter Ali Hussein in einem Zeitungsinterview das Wesen seiner Frau in einen einzigen Satz zu fassen. Sie war ein wunderbares Mädchen. Sie arbeitete hart. Sie war eine wirklich gute Ehefrau und eine sehr liebenswerte Dame, die gerne Leute um sich herum hatte und anderen half, wo sie nur konnte. Belquist Sadik wurde in Saudi-Arabien beigesetzt, zusammen mit 345 weiteren Opfern. Mengenlehre. Nach der Tragödie beschuldigte Mansur al-Turki, Sprecher des saudischen Innenministeriums, die Opfer. Einige der Opfer waren undiszipliniert und wollten das Ritual so rasch wie möglich hinter sich bringen. Aus Sicht der Pilger selbst schienen bestimmte Nationalitäten verantwortlich zu sein. Die Indonesier hätten sich an den Händen gehalten und dadurch die Menge wie Verwerfungslinien eines Erdbeben aufgerissen. Die Nigerianer hätten von hinten geschoben und so weiter und so weiter. Es war nicht schwer, jemanden zu beschuldigen. Das sind so viele Leute aus den verschiedensten Ländern. Manche sind vielleicht noch nie zuvor aus ihrem Dorf weg gewesen. Sie wussten wahrscheinlich nicht, wie man sich in eine Schlange einreiht. Alle bewegten sich simultan, sagt Mohammed Abdul Alem, Vorstandsvorsitzender von Islamcity.com, einem Internetportal, das von Kalifornien aus betrieben wird. Alem hat zuletzt 1999 am Hatch teilgenommen und erinnert sich, dass er einmal kurz von der Menge angehoben wurde, was er als sehr beängstigend empfand. Doch genau da ist das Rätsel. Die Menschenmenge beim Hatch besteht ja nicht aus Hooligans. Insgesamt benimmt sich diese Menschenmenge besser als die meisten anderen Massen. Stellen Sie sich eine Million Menschen vor, alle auf der Suche nach Erleuchtung. So beängstigend die schiere Dichte der Masse auch sein mag, Alem erinnert sich, die Menge überraschenderweise auch etwas Beruhigendes erlebt zu haben. Man schwimmt in diesem Menschen mehr mit und wenn es nicht bedrohlich ist und alle sich gemächlich bewegen, ist es ein ganz tolles Gefühl der Zusammengehörigkeit. Im Grunde ist dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was die Menschen beim Hatch suchen, wenn sie ein zweites Mal dorthin kommen, nachdem sie den obligatorischen ersten Besuch bereits absolviert haben. Alle haben dasselbe Ziel und diese Gemeinsamkeit schafft Harmonie, erzählt John Kenneth Hauptmann, ein Muslim aus Washington DC. Als er den Hatch besuchte, hatte er nur wenig Bezug dazu. Bevor er seine Frau, eine Muslime im Jahr 2005 über eine Partnervermittlung im Internet kennenlernte, war er ein weißer katholischer Anwalt aus Ohio. Sie heiratete noch im selben Jahr. Hauptmann konvertierte, kündigte seinen Job in einer großen Anwaltskanzlei und machte sich als Berater für spirituelle und rechtliche Angelegenheiten selbstständig. Einige Monate später begab er sich auf die Wahlfahrt, die vollkommen anders war, als er erwartet hatte. Im Mai 2007 traf ich Hauptmann nach dem Freitagsgebet in National Islamic Center, der größten Moschee von Washington DC. Beim Mittagessen in der Nähe des Imam-Büros erklärte Hauptmann, dass er Menschenmengen im Grunde gar nicht mag. Würde man ihm auffordern, das Feuerwerk zum Nationalfeiertag am 4. Juli auf der National Mall in Washington anzusehen, würde er höflich, aber bestimmt ablehnen. Beim Hatch fühlte sich das jedoch vollkommen anders an, sagt er. Und er erinnert sich auch an eine erstaunliche Abwesenheit von Wut, trotz der Hitze, trotz der langen Wortezeiten, trotz allem. Es war wie ein kolossaler Stau, aber ich habe nicht ein einziges Mal jemanden herumbrüllen gehört. Er lernte, sich von der Masse tragen zu lassen, was er noch nie zuvor getan hatte. Was aber musste passieren, um diese Woge der Gläubigen in eine Massenpanik zu treiben? Warum verhält sich eine solche Menschenmenge die meiste Zeit friedlich? Und warum schlägt die Stimmung dann bei bestimmten Gelegenheiten plötzlich um? G. Cave Still ist ein schottischer Mathematiker, der jahrelang die Menschenmengen beim Hatch untersuchte und saudische Verantwortliche beraten hat. Seine eigene Faszination für Menschenmengen begann 1992, als er mit ein paar tausend Menschen darauf wartete, zu einem AIDS-Benefits-Konzert ins Londoner Wembley-Stadion eingelassen zu werden. Er konnte die Bewegungen der Menge stundenlang beobachten. Meine Freunde wurden langsam sauer, aber ich fand es einfach nur faszinierend, sagt er heute. Er belegte einen Aufbaustudiengang und schrieb seine Abschlussarbeit über die Dynamik von Menschenmengen. Als Christ darf Still am Hatch selbst nicht teilnehmen. Doch er hat viele Monate in Saudi-Arabien verbracht, wo er mit muslimischen Ingenieuren zusammengearbeitet und tausende Stunden Videomaterial gesichtet hat, das 300 Kameras hoch über den Köpfen der Gläubigen aufgenommen hatten. Je mehr er herausfand, desto mehr Bestätigung fand er dafür, dass ein Gewühl in der Menge mehr mit physikalischen denn mit psychischen Faktoren zu tun hat. Solange jeder Mensch einen Quadratmeter Platz hat, kann er seine eigenen Bewegungen gut kontrollieren. Bei weniger als einem Quadratmeter pro Person kann keiner mehr die Rempeleien anderer kontern. Kleine Schwankungen werden so verstärkt. Nach 11.53 Uhr spürten Hussein und Sadik an diesem Morgen, wie Schockwellen durch die Menge pulsierten. Genau an diesem Punkt wurde die Menge instabil. Es wäre überraschend gewesen, wenn niemand verletzt worden wäre. Ironischerweise kann man an diesem Punkt eher noch mehr Probleme hervorrufen, indem man hilft. Wenn Menschen versuchen, um Frauen, Verletzte oder Alte einen Schutzring zu bilden, entstehen Strudel. Das gleiche passiert, wenn Leute sich unterhaken. Farid Kurembäu, ein Geschäftsmann aus Minnesota, und seine Frau, Lehrerin einer Montessori-Schule, gerieten im Jahr 2004 in Jamarat in ein Gedränge. Als ein Mann ihrer amerikanischen Reisegruppe hinfiel, bemühte sich Kamenboy und seine Frau verzweifelt, ihn zu retten. Sie stellten fest, dass es nur mit Gewalt ging. Wir schoben und drängelten, weil wir nicht wollten, dass die Leute auf ihn trampeln. Eins der ganz großen Probleme bei Menschenmengen ist die fehlende Kommunikation. Die Leute hinten können nicht wissen, dass von jemand gefallen ist. Das Einzige, was sie sehen, ist eine freie Fläche, wo eben noch jemand war. Deshalb schieben sie nach vorn und üben so immer mehr Druck auf den Gefallenen aus. Genau das passierte auch 1990. Sieben Menschen, die über eine überfüllte Brücke gingen, fielen herunter, als ein Geländer brach. Sie landeten am Ausgang eines Fußgängertunnels, der nach Jamarat führte. Durch die plötzliche Ansammlung von Menschen musste die Menge unten anhalten. Doch am anderen Ende des Tunnels wusste niemand, was passiert war. Deshalb arbeitete sich die Menschenmenge trotzdem immer weiter vor und begrub dabei mehr als 1400 Menschen unter sich. Menschen, die bei einem Massenandrang sterben, werden nicht zu Tode getrampelt, sondern sie ersticken. Durch den Druck von allen Seiten wird das Atem unmöglich. Etwa so, als ob man in eine Müllpresse geraten ist. Die Lungen werden zusammengedrückt und das Blut erhält keinen Sauerstoff mehr. Die geballte Kraft von fünf Leuten reicht aus, um einen Menschen zu töten. Druck verstärkt sich exponentiell. Deshalb hat ein Menschenmenge schnell dieselbe Kraft wie ein Schwertransporter. Der Mensch verliert schon das Bewusstsein, wenn er 30 Sekunden gequetscht wird. Nach etwa sechs Minuten ist man hirntot. Man kann sogar sterben, ohne hinzufallen. Wenn man einmal in einem Gewühl feststeckt, kann man wenig tun, um sich selbst zu retten. G. Cave Still empfiehlt, wenn möglich, sich ein Stück für Stück zum Außenrand der Gruppe vorzuarbeiten, immer wenn die Menge sich nach hinten bewegt. Panik kann übrigens auch ganz ohne Menschenmengen im leeren Raum entstehen, wie wir noch sehen werden. Doch in den meisten Fällen ist sie das Symptom eines sehr viel größeren Problems. Der Grund, weshalb so viele Katastrophenforscher nur ungern über Panik sprechen, ist der, dass Panik ein Gesprächskiller ist. Die Menge brach in Panik aus. Punkt. Doch hinter der Panik steckt ein Problem. Und das Problem ist fast immer vermeidbar. Es muss nicht sein, dass Menschen durch Hurricane sterben. Und es muss auch nicht sein, dass Menschenmengen einen Massentumult ausarten. Je genauer man eine Menschenmenge betrachtet, desto weniger original stellt sich ihr Verhalten dar. Wenn man mitten in einem erdrückenden Gewühl aus Menschen steckt, ist es da original, wenn man versucht zu überleben, auch wenn das bedeutet, dass man dafür über andere Menschen klettern muss? Bestimmt nicht. Bedeutet das dann aber, dass das Verhalten der Menschenmenge unerheblich ist? Ist eine solche Reaktion ab einer bestimmten Menschendichte unvermeidbar? Ist Panik am Ende nur ein Mythos? Ein Massenandrang ist primär eine Frage von Zeit, Raum und Dichte. Doch es gibt einen Faktor X. Wenn sich eine sehr dichte Menschenmenge durch Chamarat bewegt, kann ein tödliches Gewühl entstehen. Es muss aber nicht unbedingt. Wie bei einer Rinderherde muss noch etwas anderes dazukommen, um einen Massentumult zu verursachen. Die Voraussetzungen für eine Panik. Eine Möglichkeit, das Panikrätsel zu lösen, besteht darin, sich zu überlegen, was genau passiert, wenn eben keine Panik entsteht. Bevor England in den Zweiten Weltkrieg eintrat, gab es in London eine lange Phase der Vorbereitung. Man schaffte die Kinder aus der Stadt. Sandsäcke säumten die Straßen. Die Menschen trugen Gasmasken und die Kinos wurden geschlossen. Englische Militärflugzeuge brummten jeden Tag über der Bevölkerung. Die Behörden fürchteten, dass deutsche Angriffe, wenn sie denn kämen, in der gesamten Bevölkerung Panik auslösen würden. In der medizinischen Fachzeitschrift The Longset schrieb die Herausgeberin eines englischen Fachblattes für Psychologie, da Luftangriffe in der Zivilbevölkerung Panik auslösen können, sollten die Faktoren, welche eine Panik begünstigen oder lindern könnten, gut durchdacht werden. Ebenso die Schritte, die womöglich dagegen unternommen werden müssen. Doch als schließlich die Bomben fielen, reagierten die Menschen anders als erwartet. In ihrer fesselnden Reportage, die Molly Panther Downs während des Kriegs aus London an den New Yorker schickte, beschrieb sie den trotzigen Stoizismus der Öffentlichkeit. Sie schrieb, die Engländer sind entweder die gelassensten oder die dümmsten Menschen der Welt. Das Informationsministerium appellierte an den Sinn für Humor und das Gefühl nationaler Identität der Engländer und veröffentlichte eine kluge Kampagne, die korrektes britisches Verhalten unter Stress abbildete. Was tun bei einem Luftangriff? Ich breche nicht in Panik aus. Ich sage mir, unsere Jungs machen das schon. Und so weiter. Ist die Verwendung des und so weiter nicht wunderbar blasiert? Nachdem beim ersten großen Luftangriff 400 Menschen gestorben waren, prallten Pendler im Zug mit der Größe der Bombenkratern ihrer Nachbarschaft. So wie sie es in einem friedlicheren Sommer mit ihren Rosen und Kürbissen getan hätten, schrieb Molly Panther Downs. 40 Jahre später erwarteten die US-Behörden eine Panik, nachdem es in Pennsylvania an Atomkraftwerk Three Mile Island zu einem Reaktorunfall gekommen war. Es war ein unerwartetes Ereignis und Informationen trafen nur schleppend ein. Es war nicht einmal klar, wer verantwortlich war. Falls je eine Situation dazu angetan war, Panik auszulösen, wäre es wohl diese gewesen. Zunächst ordnete der Gouverneur von Pennsylvania an, dass jeder im Umkreis von 10 Meilen runden das Atomkraftwerk Türen und Fenster geschlossen halten solle. Später forderte er alle schwangeren Frauen und Kinder im Umkreis von 5 Meilen auf, die Gegend zu verlassen. Die Nationalgrade stand bereit. Rund um das Kapitol in der Landeshauptstadt heulten die Sirenen. Doch die Evakuierung verlief auch nicht anders als vor einem Hurricane. Die alten Leute waren am wenigsten geneigt, ihre Häuser zu verlassen. Und jenigen, die es taten, taten es gesittet. Die vorausgesagte Anarchie mit panischen Autofahrern entstand nicht. Warum blieben die Menschen ruhig? Edgar Lear, der englische Experte für Evakuierungen, hat sich lange gefragt, ob die öffentliche Reaktion auf einen Notfall durch die jeweilige Kultur geprägt ist. Die Engländer sind notorisch selbstbeherrscht. Und trotz aller Unterschiede ist die amerikanische Kultur der Englischen doch recht nah. Vielleicht war die öffentliche Vernunft jedoch eine Frage der Nationalität. Im Januar 2005 startete Edgar Lear ein Experiment, um dies herauszufinden. Ob die Brasilianer auf einen unangekündigten Feueralarm wohl genauso reagieren würden wie die Engländer? Vor dem Start des Experiments nahm Galea noch Wetten seiner englischen Kollegen an, was wohl passieren würde. Die Hälfte glaubte, die Brasilianer würden sich niemals so schnell bewegen wie die Briten. Sie würden sitzen bleiben, ihren Kaffee austrinken und sich dann überlegen, aber auch nur überlegen, sich davon zu machen. Die andere Hälfte der Kollegen hatte ein noch weniger schmeichelhaftes Bild von den Brasilianern. Sie vermuteten, diese würden wahrscheinlich in typisch lateinamerikanische Hysterie verfallen, in Panik ausbrechen und alle Himmelsrichtungen davonlaufen. Als erstes testete Edgar Lear die Engländer. Er ließ zu Beginn des Studienjahres einen unangekündigten Feueralarm in der Bibliothek der University of Greenwich durchführen, der äußerst gesittet verlief. Dann flog Galea nach Brasilien. Als er dort ankam, stellte er fest, dass die brasilianischen Behörden ihren eigenen Landsleuten nicht viel mehr Respekt entgegenbrachten als die englischen Kollegen. Sie waren davon überzeugt, dass der Feueralarm, in Brasilien im Gegensatz zum brandschutzbewussten England ein ungewöhnliches Ereignis, Panik auslösen würde. Sie waren derart beunruhigt, dass Edgar Lear das Experiment beinahe absagen musste. Ein hochrangiger Verantwortlicher sagte allen Ernstes, er mache sich Sorgen, dass die Leute sich die Zungen abbeißen würden. Und wie sähe das wohl aus? Dutzende von unschuldigen Zungenlosen, die aus der Bibliothek fliehen und das alles um der Forschung willen. Schlussendlich erhielt Galea doch die Zustimmung, den Feueralarm in der Bibliothek zu starten. Die Brasilianer waren, wie sich herausstellte, ebenso gesittet und rational wie die Briten. Er konnte keine statistisch relevanten Unterschiede in Reaktionen feststellen. Und wundersamerweise biss sich auch niemand die Zunge ab. Bereits 1954 schob ein junger Soziologiedoktorand der Universität of Chicago namens Enrico L. Carantelli alles herkömmliche Wissen beiseite und arbeitete sorgfältig aus, wann Panik entstand und wann nicht. Seine wissenschaftliche Arbeit, die im American Journal of Sociology veröffentlicht wurde, war zwar spröde, aber bahnbrechend. Aus 150 Interviews nach drei verschiedenen Katastrophen beschrieb er eine Zutatenliste für Panik. Panik tritt auf, wenn, und nur wenn, drei Bedingungen erfüllt sind, folgerte Carantelli. Erstens müssten die Menschen das Gefühl haben, eingeschlossen zu sein. Zu wissen, dass man definitiv eingeschlossen ist, ist nicht dasselbe. Tatsächlich neigt der Mensch bei U-Boot und Lücken nicht zur Panik, wie bei einem furchtbaren Untergang der russischen Korsk im Jahr 2000. Die Crew weiß in solchen Fällen, dass es keinen Ausweg gibt. In den Tiefen, wo U-Boote sich aufhalten, würden sie nicht überleben, selbst wenn sie es schaffen würden, durch die Luke zu entkommen. Doch wenn der Mensch befürchtet, dass er eingeschlossen sein könnte, ist dies ein Auslöser für Panik. Sogar auf großen Freiflächen. Kriegsflüchtlinge, die auf offener Fläche von tief fliegenden Flugzeugen angegriffen wurden, können das gleiche akute Gefühl des Eingeschlossenseins entwickeln wie Menschen, die sich während eines Erdbebens in einem Gebäude befinden und feststellen, dass alle Ausgänge verschüttet sind, schrieb Carantelli. Zweitens ist für das Entstehen einer Panik ein Gefühl großer Hilflosigkeit nötig, das durch Kommunikation mit anderen oft noch wächst. Was als Gefühl der Machtlosigkeit eines Einzelnen beginnt, eskaliert, wenn ein Mensch sieht, dass seine Empfindungen von anderen reflektiert werden. Ein Mann, der in einer Fabrik arbeitete, als er dort zu mehreren Explosionen kam, drückte es so aus. Ich wurde ziemlich panisch, als ich das Stöhnen und Schreien der anderen hörte. Vielleicht haben der Blitzkrieg und der Reaktorunfall in Three Mile Island, wie die meisten Katastrophen, deshalb keine Panik ausgelöst, weil sich die Menschen nicht übermöslich hilflos fühlten. Sie konnten Schutz suchen oder die Gegend verlassen. Gemäß dem Lake Wobbegon-Effekt, der seinen Namen der Überdurchschnittsstadt aus Garrison Kalers Geschichte verdankt, glaubten die meisten Leute vermutlich, sie gehörten zu den paar Glücklichen. Die letzte Voraussetzung für eine Panik ist ein Gefühl tiefgreifender Isolation von Carantelli heraus. Umgeben von anderen, die sich allesamt völlig machtlos fühlen, stellt man fest, dass man ganz allein dasteht. Man versteht, dass man gerettet werden könnte, aber niemand tut es. Panik ist im Grunde das, was passiert, wenn der Mensch einen flüchtigen Blick auf seine eigene drohende Sterblichkeit wirft und weiß, dass es nicht unbedingt so kommen muss. Carantellis Analyse ist in mancher Hinsicht unbefriedigend. Ein Gefühl der Hilflosigkeit ist schwer zu definieren und schwer zu messen. Ein Gefühl der Isolation sogar nebulös. Wie gesehen, haben die meisten Menschen im Fall einer Katastrophe ein starkes Gefühl von Solidarität. Die Pilger beim Hatsch spürten ein überwältigendes Gefühl von Einheit. Wenn Carantelli aber recht hat, wodurch entsteht dann ein plötzliches Gefühl der Isolation? Panik im Labor. Um dies herauszufinden, kehrte ich zu den Luftfahrtexperten zurück, also zu den Leuten, die mehr über das Verhalten des Menschen wissen als irgendjemand sonst. Vor allem, weil die Regierung das von ihnen verlangt. Ein Gedränge in einer Menschenmenge kann man zwar selten, aber doch ab und an auch in Flugzeugen erleben. Erinnern Sie sich noch an die Maschine aus Manchester, das Unglück aus dem Jahr 1985, das Edgar Lea nachgestellt hat? Eine Boeing 737 mit 131 Passagieren an Bord auf dem Weg nach Griechenland bereitet sich auf den Start in Manchester vor. Die Crew hört einen dumpfen Schlag und glaubte, ein Reifen sei geplatzt oder sie hätten einen Vogel getroffen. Sofort wurde der Start abgebrochen. Neun Sekunden später, als sie die Rollbahn entlang fuhren, erhielt die Crew ein Signal, das bedeutete, dass im linken Triebwerk Feuer ausgebrochen war. Zum selben Zeitpunkt wurde das Feuer durch eine Windböe zum Rumpf des Flugzeuges hinübergetragen. Flammen und dichter schwarzer Rauch drangen in die Kabine ein. Doch noch immer sah es nicht nach einer Katastrophe aus. Schließlich war die Maschine zum Stillstand gekommen und der Pilot hatte die Evakuierung angeordnet. Es gab keine Verletzten durch irgendeine Art von Aufprall. Die Flughafenfeuerwehr und Rettungssanitäter waren bereits eingetroffen und begannen das Flugzeug mit Löschschaum einzusprühen. Die Probleme fingen im mittleren Notausgang über den Flügel an. Eine junge Frau in Sitz 10F, genau neben dem Notausgang, hatte Probleme, die Luke zu öffnen. Sie wusste nicht, wie sie funktionierte und ihre Amygdala musste einspringen. Die Frau verbrachte wertvolle Zeit damit, an ihrer Armlehne zu ziehen. Schließlich stand ihre Freundin im Nachbarsitz auf und zog am richtigen Hebel. Die 24 Kilogramm schwere Luke fiel ins Flugzeug hinein und der Frau auf den Fenstersitz auf die Brust, sodass sie in ihren Sitz gefangen war. Die anderen Passagiere halfen und nahmen ihr die Luke ab. 45 Sekunden, nachdem die Maschine zum Stehen gekommen war, war die Tür geöffnet. Das geht aus einem Ermittlungsbericht, der von den britischen Regierungen veröffentlicht wurde hervor. Noch immer hatten die Passagiere mindestens ein paar Minuten zum Aussteigen, doch die Situation verschlimmerte sich. Verschreckt durch den Rauch und die große Hitze rannten viele Passagiere zu den Ausgängen, stolperten und fielen im Gang hin. Andere begannen über die Rückenlehne zu klettern, um den Stau zu umgehen. Ein Passagier, der am Flugzeug weiter vorn stand, sah einen Menschenknäuel in der Mitte der Maschine. Es sah so aus, als ob sich in dem Chaos niemand nach vorn bewegen konnte. Leute heulten und schrien, sagte er später den Ermittlern. Dies ist der tödliche, schneller ist langsamer Effekt, wie Experten es nennen. Wenn eine bestimmte Geschwindigkeit überschritten wird, kommen die Menschen, die zu einem Ausgang drängeln, tatsächlich später heraus, als wenn sie langsamer gegangen wären. Vor dem Eingang bildete sich ein Bogen aus Körpern, weil alle gleichzeitig hinaus wollen. Die Reibung der Körper verursacht einen Pfropfen, wodurch die gesamte Evakuierung verlangsamt wird. Stellen Sie sich vor, Sie wollten Schulter an Schulter mit fünf anderen Leuten durch eine schmale Tür gehen. Sie würden Zeiten Energie vergeuden, indem sie sich an anderen vorbeiquetschen, um durch die Öffnung zu kommen. Falls einer von ihnen stolperte, würde sich der Stau exponentiell verschlimmern. Mit anderen Worten, je schneller man versucht herauszukommen, desto schmaler wird der Durchgang. Beim Unfall in Manchester hatten die Flammen den Bereich rund um den Notausgang über den Flügel noch nicht erreicht. Dennoch wurde er zu einer Todesfalle. Die Menschen verstopften den Weg. Manche hingen halb aus dem Notausgang heraus. Der letzte Passagier, der das Flugzeug verlassen konnte, war ein kleiner Junge, der von einem Feuerwehrmann herausgezogen wurde, und zwar fünf Minuten, nach denen die Maschine zum Stehen gekommen war. An diesem Tag starben 55 Menschen. 15 weitere erlitten schwere Verletzungen. Der Experte G.K.F. Still sagte Überreaktionen sei vielleicht ein besseres Wort für Panik. Irgendetwas passiert, es gibt einen plötzlichen Auslöser, der dazu führt, dass eine gefährliche, dichte Menschenmenge überreagiert. In Manchester war es vielleicht die Hitzewelle oder die Verzögerung durch das Durcheinander am Ausstieg. In manchen Fällen reicht es aus, wenn ein oder zwei Leute panisch werden und alle anderen mitziehen. In einer Studie mit 457 amerikanischen Flugzeugpassagieren, die in den späten 90er Jahren an großen Evakuierungen beteiligt waren, berichteten viele der Befragten von einem Fehlverhalten einiger weniger. 20 Prozent haben gesehen, dass andere Menschen über Sitze kletterten. 29 Prozent beobachteten, dass gedrängelt wurde. Etwas mehr als 10 Prozent sagten, sie hätten gesehen, wie Passagiere miteinander gestritten hätten. Und sechs Prozent gaben zu, selbst gedrängelt zu haben. Am 1. Februar 1991 kollidierte bei Sonnenaufgang am Los Angeles International Airport eine Sky-West-Maschine mit einer Boeing 737 der USR. Alle Insassen der Sky-West-Maschine waren sofort tot. Am Flugzeug der USR starben 19 Passagiere durch eine Rauchvergiftung. Zehn davon während sie anstanden, um aus dem Notausgang über dem rechten Flügel auszusteigen. Die Ermittlungen ergaben später, dass die Verzögerung durch eine Handgemenge zwischen zwei Passagieren entstanden war. Beim Hatsch kann eine Massenpanik dadurch entstehen, dass Leute plötzlich die Richtung ändern. Ein plötzliches Anschwellen des Drucks durch ein lautes Geräusch beispielsweise oder ein Gerücht, es gäbe irgendwo eine Bombe, kann ein überwältigendes Gefühl von Isolation und Hilflosigkeit hervorrufen. Ebenso kann bei einer Viehhärte eine Massenflucht durch etwas so selbstverständliches wie ein Blitz ausgelöst werden oder sogar durch das Anzünden einer Zigarette eines schusseligen Cowboys. Die Psychologie spielt also auch eine Rolle, wobei die Physik jedoch den größeren Part hat. Der Feuermann Tommy Walker sah sich eines Samstagmittags in Kansas City mitten in einem kleinen Gedränge. Er saß mit einem Freund, der ebenfalls dienstfrei hatte, in einer belebten Pizzeria beim Mittagessen, als im Untergeschoss ein Wasserboiler explodierte. Niemand wusste, was passiert war. Alle hatten nur die Explosion gehört, die lauter war als ein Feuerwerk und das Gebäude erschütterte. Die Leute stürmten zur Tür. Zunächst war die Menge ruhig, wie sich Walker erinnert. Man sah keinen Rauch, kein Feuer, es gab keine andere Bedrohung außer dem Knall. Doch sehr schnell änderte sich die Dynamik, als sich die Menge am schmalen Ausgang zusammenballte und langsamer wurde. Walker beobachtete von seinem Platz aus, wie Menschen in ihrer Hektik aufeinander trampelten, um möglichst schnell hinauszukommen. Es war wie das Abbild der Evakuierung in Manchester. Die Leute fingen an zu brüllen. Die sind über Stühle geklettert. Die sind einfach übereinander gestiegen, wie eine Kuh, die in einem Viehtransporter zu Boden geht, sagt Walker. So eine Kuh stirbt daran. Plötzlich stand Walkers Freund und Feuerwehrkollege auf, um ebenfalls das Lokal zu verlassen. Der Gang jedoch war voller Leute. Deshalb stieg er über den Tisch. Walker traute seinen Augen nicht. Er packte seinen Freund. Setz dich verdammt nochmal hin, sagte er. Hier ist kein Rauch, kein Feuer und dieses Gewühl ist viel gefährlicher als alles andere hier. Der Freund setzte sich wieder. Die Menschenmenge lichtete sich kurz darauf. Noch immer war kein Feuer sichtbar, kein Rauch oder irgendeine andere Bedrohung. Walker und sein Kollege gingen nach draußen. Auf dem Bürgersteig lagen die Verletzten. Rettungswagen kamen an. Eine Handvoll Leute hatte Knochenbrüche und andere Verletzungen. Nicht durch die Explosion, die sich als geringfügig entpuppte, sondern durch das Gedränge. Walker sagt, im Grunde war es ein Nicht-Ereignis, das innerhalb von fünf Sekunden in komplettes Chaos ausartete. Es ist nicht leicht, in einem Labor Panik herzustellen, ohne grundlegende ethische Normen zu verletzen. Nach dem Unfall in Manchester jedoch versuchten die Experten ihr Bestes. Bei einer Reihe von Experimenten machten sie mit Freiwilligen in einem Nachbau des Flugzeugs Evakuierungsübungen. Es klappte nicht. Die Leute blieben recht ruhig, so wie es bei den meisten Evakuierungen der Fall ist. Doch dann passierte etwas Faszinierendes. Die Wissenschaftler boten jenigen Probanden zehn Dollar, die als erste das Flugzeug verließen. Das änderte alles. Jetzt fingen die Leute an zu stolpern und hinzufallen, während sie aus dem Flugzeug stürmten. Drängelten am Ausgang, brachten die Evakuierung zum Anhalten, genau wie es die Passagiere in Manchester getan hatten. Auch ohne Todesangst kann der Mensch also sein eigener größter Feind werden. Die Probanden glaubten, sie würden es nicht rechtzeitig nach draußen schaffen, um das Geld zu bekommen. Vielleicht fühlten sie sich auch hilflos, als die Schlange zur Tür hinaus langsamer wurde. Und dann kam vielleicht das Gefühl der Isolation dazu, dass in jeder sich selbst der nächste Situation immer eine Rolle spielt. Das Geld ließ die Menge ein Konkurrenzdenken entwickeln, genau wie ein Feuer die Leute um Luft und Platz konkurrieren lässt. Die Konkurrenz motiviert die Menschen, sich schneller zu bewegen, was die Menge verdichtete. Den Rest besorgt die Physik. Wie sich gezeigt hat, kann Geld für Menschenmengen eine tödliche Gefahr bedeuten. Auf der Liste der vielen Gedrängesituationen mit tödlichem Ausgang finden sich eckliche Ereignisse, die eigentlich fröhlich hätten sein sollen. Das Verteilen von Werbegeschenken, Schlussverkauf und Ladenöffnungen. Am 2. September 2004 starben drei Menschen bei der Eröffnung eines neuen Ikea-Warenhauses in Saudi-Arabien. Nur vier Monate später wurde ein Mann im Gedränge einer anderen Ikea-Eröffnung in England erstochen. Mehr als 6.000 Kunden waren zur mitternächtlichen Eröffnung des größten Ikea-Hauses im Land gekommen. Augenzeugen berichten, dass sich Kunden ins Gesicht geboxt hätten, um ein Sofa zu ergattern. Das Chaos endete schließlich, als Ikea den Laden schloss und die Bereitschaftspolizei die Menge auseinander trieb. Ich glaube, man kann sagen, dass wir die Lage falsch eingeschätzt haben. Vielleicht sind wir auch ein bisschen naiv, sagte ein Ikea-Sprecher der Zeitung The Guardian gegenüber. Aber einige Kunden haben sich benommen wie Tiere, haben die anderen geschubst und gedrängelt. Dagegen können wir nicht viel tun. Stimmt es, dass man bei Ikea nichts dagegen unternehmen kann, dass sich manche Kunden benehmen wie Tiere? Es gibt einen Grund, warum so eine Massenpanik immer wieder am selben Ort stattfindet, so G. Cave Still. Das Problem liegt in der Anordnung des Raums und der Lenkung der Menge. Einfacher ausgedrückt, zu viele Leute bewegen sich zu schnell durch einen zu kleinen Raum. Für dieses Problem gibt es zahlreiche praktische Lösungen, sagt Still, sowohl für Jamarat als auch für Ikea. Einer der einfachsten Punkte ist, der Menge mehr Zeit zum Durchlaufen zu geben. Hinzu kommt, dass der Verkehr nur in eine Richtung laufen sollte, um Turbulenzen durch einen Gegenfluss zu vermeiden. Eine Säule vor einem Ausgang zu stellen, ist ein sehr eleganter Weg, um ein Zusammenballen zu vermeiden. In jedem Fall jedoch ist die Kommunikation zwischen den Organisatoren und der Menge ungemein wichtig. Die Verantwortlichen müssen die Bewegung der Menge permanent verfolgen und Druckpunkte schnell auflösen. Die Silvesterfeier am New Yorker Times Square ist laut Still ein Modellbeispiel. Die Polizei weist mehr als eine halbe Million Feiernde in separate Zuschauerbereiche. Wenn jemand einen Bereich verlässt, kann er nicht wieder zurück. Diese Regel reduziert das Verkehrsaufkommen. In den Polizeiwachen sichten unterdessen mehr als 70 Beamte Live-Bilder der Menge, die von Dutzenden von Kameras aufgenommen werden. Man weiß heute, wie man Gedränge in Menschenmassen vermeiden kann. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, die Verantwortlichen davon zu überzeugen, Veränderungen herbeizuführen. 1971 starben im Glasgower Ipox-Stadion nach einem Fußballspiel 66 Menschen bei einer scheußlichen Szene auf einer Treppe. Dieselbe gefährliche, lange und steile Treppe war bereits 1961, 1967 und 1969 Schauplatz große Unglücksfälle, bei denen zwei Menschen ums Leben kamen und Dutzende verletzt wurden. Doch erst nach der vierten Katastrophe wurde die Treppe abgerissen. Panik hat schon zu oft als Möglichkeit herhalten müssen, die Schuld auf die Opfer abzuwälzen. Gerade in Saudi-Arabien ist die Fahrlässigkeit akut. Die Beamten neigen dazu, abwechselnd die Menge oder aber Gott für die Katastrophe verantwortlich zu machen. Nach der Massenpanik von 1990 bezeichnete König Fatt das Unglück als Gotteswille. Über die 1426 Opfer sagte er, wären sie nicht hier gestorben, dann woanders. Aber auch schon bevor eine Katastrophe eintritt, benutzten die Verantwortlichen beim Hatsch ebenso wie beim amerikanischen Heimatschutz die Panik als Entschuldigung, um die Öffentlichkeit nicht mit einzubeziehen. Die Legende besagt, dass die Menge in Panik ausbricht. Deshalb können wir sie nicht mit Information oder Training betrauen. Was aber die grundlegenden Werkzeuge zum Überleben wären. Als John Sorenson, Direktor des Notfallmanagementcenters eines staatlichen Großlabors in Tennessee in den 90er Jahren anbot, leicht verständliche Broschüren zu verfassen, um die Menschen besser auf chemische und biologische Anschläge vorzubereiten, sagte man ihm. Es ist nicht unsere Aufgabe, der Öffentlichkeit Angst zu schüren, erzählte Sorenson. Doch das ist ein Teufelskreis. Wissen Sie, wie viele Amerikaner gestorben sind, weil irgendwer dachte, die Leute würden panisch, wenn man sie warnt, sagte der Katastrophenforscher Dennis Miletti. Ziemlich viele. In mehrerer Hinsicht ist der Hatsch auf einzigartige Weise und ohne Absicht zum Scheitern verurteilt. Zunächst einmal ist die Wahlfahrt von Natur aus ein populistisches Ereignis. Alle Männer, arm oder reich, tragen zwei weiße Laken. Der Prinz wie der Bauer. Das macht einen Teil des Reizes aus. Daher muss der Hatsch möglichst vielen Menschen zugänglich sein. Zwar schränkten die saudischen Behörden die Anzahl der Visa pro Land ein, aber längst nicht genug, um Sicherheit zu gewährleisten. Früher waren es fast ausschließlich Prinzen, die sich eine Reise nach Mekka zur Wahlfahrt leisten konnten. In den 30er Jahren lag die Zahl der Pilger bei etwa 7000. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Flugreisen erheblich günstiger. Gleichzeitig fing die saudische Regierung an, immer mehr Pilger zum Hatsch zu ermuntern. Die Steuer pro Pilger wurde reduziert und man investierte Millionen, um die Kapazität der heiligen Städte zu vergrößern. 1965 kamen bereits 1,2 Millionen Pilger. Heute sind es zwei bis drei Millionen Menschen. In weniger als einer Woche ziehen sie im Tross alle über dieselbe 40 Kilometer lange Route. Alle mit demselben Ziel auf den Spuren des Propheten Mohammed. Zuerst zur großen Moschee in Mekka, einer Stadt mit nur 800.000 Einwohnern. Dann, nach einem Abstecher nach Medina, ziehen sie nach Mina. Den Rest des Jahres über ist Mina ein stilles Wüstental. Während des Hatsch wird es zur überfüllten Zeltstadt, die von der Regierung organisiert wird. Die Pilger nutzen die Zeltstadt als Zwischenstation für die obligatorischen Gänge zu den drei Granitsäulen. Der Hatsch ist eine gnadenlose Tortur für den Körper. Jedes Jahr sterben beim Hatsch Hunderte von Menschen, auch ohne, dass sie von der Menge erdrückt werden. Im Jahr 2007 starb niemand in einem Gedränge. Doch 431 Indonesier von 205.000, die eingereist waren, kamen dann noch ums Leben. Sie starben an Lungenentzündungen, Herzinfarkten oder anderen natürlichen Todesursachen. Viele Menschen bekommen böses Fieber oder Erkältungen und die ärgsten Bedingungen von allen müssen die Armen erdulden. Tagelanges Warten zwischen Abgasen und Übernachtungen in überfüllten Zelten stellen die Geduld selbst des Frommsten auf eine harte Probe. Doch die Gläubigen nehmen das Leiden als Teil der Herausforderung des Hatsch an und deshalb wachsen die Menschenmengen immer weiter an. Jeden Tag bringt die saudische Polizei während des Hatsch weitere Leichen auf Rollbaren in die große Moschee zum Trauergebet. Denjenigen, die während des Hatsch sterben, ist dein Platz im Himmel sicher, heißt es. So erneuern sich Trigödien beim Hatsch immer wieder selbst. Die saudischen Behörden haben zu ihrer eigenen Verteidigung kostspielige Versuche unternommen, Massenkatastrophen zu vermeiden. Wenn sie die heiligen Städten des Islam nicht unter Kontrolle bekommen, dann steht im Grunde die Legitimation der gesamten Regierung in Frage. Nachdem ein Brand in einer Zeltstadt in Mina 1997 300 Todesopfer forderte, stattete die Regierung die Zelte mit Sprinkleranlagen aus. Nach der Massenpanik von 2004 verbreiterten die Behörden die Säulen zu wenden, um den Pilgern eine größere Fläche für das Steinigungsritual zu bieten und die Menge besser zu verteilen. Nach der Katastrophe von 2006 jedoch fiel der Sprecher des Innenministeriums Mansur al-Turki wieder in alte Redewendungen zurück. Es war Schicksal, von Gott geschaffen. G.K.F. Still hat jahrelang mit dem saudischen Zustand gerungen. Man hat es da mit einer Kultur zu tun, in der Gott der endgültige Lenker ist. Nur er entscheidet darüber, Leben zu schenken oder zu nehmen. Er warnte die Behörden vor neuen Nadelöhren und musste dann mit ansehen, wie seine Voraussagen wahr wurden, erzählte er. In den vergangenen Jahren aber haben die Saudis seiner Meinung nach erhebliche Fortschritte gemacht. Die Planungs-, Managements- und Koordinationsteams haben endlich zusammengearbeitet. Die Saudis haben 1,2 Milliarden Dollar investiert, um die Jamarat-Brücke neu zu bauen. Ein viel größeres, vierstöckiges Gebäude mit erheblich mehr Ein- und Ausgängen. Wenn Pilger heute am Flughafen eintreffen, werden ihnen Flugbetter ausgehändigt, auf denen steht, wie sie sich in einer Menschenmenge sicher verhalten. Das Informationsblatt fordert die Menschen auf, geduldig zu sein und vor allem nicht zu drängen. Das Wichtigste war jedoch vielleicht, dass, nach der Katastrophe im Jahr 2006, einige islamische Priester Fatwas, also religiöse Edikte, erlassen haben, in denen sie erklärten, dass die Gläubigen nicht bis zum Mittag warten müssten, um das steinigens Ritual auszuführen. So kann die Menge sich über den ganzen Tag verteilen. Beim Hatsch im Jahr 2007 wurde niemand in einer Menschenmenge getötet. Damit war Stills Job offiziell beendet, sagt er. Es sei denn, es gibt wieder einen Unfall. Die Panik eines Einzelnen. Wenn wir die Panik als Überreaktion betrachten, verstehen wir sie besser. Um Panik zu vermeiden, muss man die Ursachen für mögliche Überreaktionen reduzieren. Beispielsweise, indem man die Dichte einer Menschenmenge oder die Turbulenzen darin reduziert oder indem man die Menge mit Informationen versorgt. Manchmal jedoch trifft die Panik nur einen Einzelnen, ihn allein und sonst niemanden. Manchmal reicht eine einzige Ausnahme aus, um die Geschichte zu verändern. Was aber führt zu dieser Überreaktion? Am frühen Morgen eines Feiertags im Frühsommer trafen sich die Mitglieder eines Tauchclubs, um vor der Küste von Singer Island in Florida tauchen zu gehen. Sie wollten zu den Ersten gehören, die das neue künstliche Riff ausprobierten, das Größe der Gegend um Palm Beach. In der Woche zuvor hatten die Behörden die Princess Anne ein altes, 100 Meter langes Fährschiff versenkt, in der Hoffnung Touristen anzulocken. Unter den Tauchern, die das Schiff an diesem Tag auskundschaften wollten, war der 34-jährige Scotts Dish, ein gesunder, erfahrener Taucher. Er hatte die Militärakademie in West Point besucht. Dann hatte er Jura studiert und arbeitete nun als Anwalt für Immobilienrechte in einer Kanzlei in West Palm Beach, wo er mit seiner Frau lebte. Scotts Dish tauchte mit dem Rest der Gruppe, die sich Discover Club nennte, ins Wasser hinunter, um das ungeschlachte Frack der Prinzess Anne eingehend zu untersuchen. Jedes Jahr sterben bei Tauchunfällen in den USA etwa 100 Menschen. Das ist zwar keine sehr große Zahl, wenn man bedenkt, dass es in Amerika insgesamt mindestens eine Million Taucher gibt. Doch die Todesfälle sind auf eine komplizierte Weise interessant. Das Gerätetauchen ist eine einzigartige klaustrophobische Erfahrung. Die Nase des Tauchers ist bedeckt, sodass man nicht durch sie atmen kann, was sich für manche Menschen so anfühlt, als ob sie ersticken würden. In einer Studie, an der 254 Sporttaucher teilgenommen haben, sagten 54 Prozent aus, sie hatten schon mindestens einmal Panik beim Tauchen gespürt. Tauchplätze werden so zu Laboratorien für menschliche Stressreaktionen. Gegen 9 Uhr sahen andere Taucher wie Stish, der zu dem Zeitpunkt 22 Meter tief tauchte, sich scheinbar grundlos seinen Atemregler aus dem Mund riss. In diesem Atemregler sind das Mundstück, der Phenimeter sowie Schläuche untergebracht, die zum Sauerstoffgerät führen. Er ist lebenswichtig. Ein anderer Taucher versuchte verzweifelt, ihn im Atemregler wieder in den Mund zu schieben. Doch Stish wehrte sich dagegen. Er blieb hartnäckig bei seiner Entscheidung, auch noch als sich sein Gesicht bereits blau verfärbte. Dann wurde er, der er nicht atmen konnte, im dunklen Wasser bewusstlos. Der Tauchführer trug ihn an die Wasseroberfläche und versuchte, ihn wiederzubeleben. Kurz danach wurde er jedoch für tot erklärt. Der Atemregler stellte sich als voll funktionsfähig heraus. Bei einer so geringen Tiefe war es auch unwahrscheinlich, dass Stish eine Stickstoffvergiftung erlitten hatte, einen Zustand mentaler Beeinträchtigungen, die man auch als Tiefenrausch bezeichnet. Der Gerichtsmediziner von Palm Beach County stellte fest, dass Stish ertrunken war. Es gab keinerlei Hinweise auf einen Materialfehler oder Ausfall, ebenso wenig auf eine Krankheit, traumatische Verletzungen, Alkohol oder Drogenmissbrauch. Stish war seit seinem 12. Lebensjahr getaucht und seine Ausrüstung war noch kein halbes Jahr alt. Warum sollte ein Mensch auf dem Meeresgrund mutwillig seine Sauerstoffversorgung ablegen? Tief unten, in der Dunkelheit des Meeres kann ein Materialschaden selbstverständlich schnell zu großen Schrecken führen. Manchmal ist jedoch nicht einmal ein Materialschaden notwendig. Immer wieder geschieht es, dass Taucher sterben, die noch reichlich Sauerstoff in ihrer Druckluftflaschen haben. Im sportpsychologischen Labor der University of Wisconsin untersucht William Morgan seit Jahrzehnten Todesfälle von Tauchern. Etwa 60 Prozent der Unfälle haben gesundheitliche Ursachen oder gehen auf Einflüsse aus der Umwelt oder des Materials zurück. Die verbleibenden 40 Prozent werden meist als ungeklärt bezeichnet. Je mehr er sich damit beschäftigte, desto mehr Rätsel taten sich morgen auf. Manche Taucher ließen es nicht dabei bewenden, sich selbst den Atemregler aus dem Mund zu reißen. Sie zehrten auch an den von anderen Tauchern. Es stellte sich heraus, dass ähnliche verrückte Unfälle auch unter Feuerwehrleuten vorkommen, die tot aufgefunden werden, obwohl ihre Druckluftflaschen vollkommen in Ordnung sind. In Kansas City kroch ein Feuerwehrmann in ein brennendes Zimmer, gerade als das Feuer über die Decke rollte. Inmitten dieses Infernos stand der Feuerwehrmann auf und riss sich das Atemschutzgerät ab, wobei er sich die Lungen versenkte. Sein Gruppenführer packte ihn und zehrte ihn aus dem Feuer. Der Feuerwehrmann erlitt schwere Verbrennungen, aber er überlebte. Insgesamt gesehen ist Panik die Hauptursache für Tauchunfälle. Manche Menschen haben das starke Gefühl zu ersticken, wenn ihre Nasenlöcher bedeckt sind. Sie reagieren auf dieses erdrückende Gefühl, indem sie auf ihren Instinkt vertrauen, der ihnen befiehlt herauszuziehen, was immer die Atemwege verstopft. In den meisten Fällen ist dies für den Menschen eine sehr gute Idee. Beim Sporttauchen oder Feuerwehrleuten betrifft es jedoch unglücklicherweise die Sauerstoffzufuhr. Welche Menschen neigen nun aber dazu, ihre eigene Sauerstoffzufuhr abzuziehen? Gibt es eine Möglichkeit, solches Verhalten vorherzusagen? William Morgan lud 25 Feuerwehrmänner in sein Labor ein und testete sie selbst. Jeden der Männer ließ er zehn Minuten bei hoher Geschwindigkeit mitsamt Atemschutzgerät auf einem Laufband laufen. Wie erwartet rissen manche in plötzlicher Sorge die Maske ab und beklagten sich, sie bekämen nicht genug Luft, obwohl die Masken normal funktionierten. Morgan hatte vorausgesagt, dass er dies bei sechs Männern erwartete. Er lag falsch, es waren nur fünf. Trotzdem war es eine ziemlich gute Vorhersage. Wie konnte er das wissen? Bevor er die Männer auf das Laufband geschickt hatte, hatte Morgan jeden einen ganz normalen psychologischen Test gegeben, der den Angstgrad bestimmen sollte. Im Großen und Ganzen gibt es zwei Spielarten der Angst. Die erste ist die Zustandsangst, die bezeichnet, wie ein Mensch auf Stresssituationen reagiert, beispielsweise Prüfungen oder Staus. Die zweite ist die Angstneigung, welche die allgemeine Neigung eines Menschen beschreibt, Dinge überhaupt als Stress anzusehen. Die Angstneigung ist also so etwas wie der Angstruhepuls an einem ganz normalen Tag. Wie sich zeigte, reißen sich Menschen mit einer größeren Angstneigung eher selbst die Luftversorgung ab, fand Morgan heraus. Zum Glück haben die meisten Leute, die Sporttaucher oder Feuerwehrmann werden, eine geringe Angstneigung. Aber nicht alle. Nachdem er denselben Test auch mit Sporttauchern durchgeführt hatte, stellte Morgan fest, dass er mit 83%iger Sicherheit voraussagen konnte, wer an Panik geraten würde. Im Grunde stellte er fest, dass bestimmte Menschen unter Stress eher dazu neigen, den Zugang zur Realität zu verlieren als andere. Ihr Gehirn ist mit der Situation überfordert, durchsucht die Datenbank nach Reaktionsmöglichkeiten und wählt die falsche aus. Damit lösen sie noch keine Massenflucht oder Massenpanik aus, doch sie bringen zumindest sich selbst in plötzliche und große Gefahr. Sie haben überreagiert, als reinste Form der Panik. Panik ist vielleicht die Katastrophenreaktion, welche die größte Angst verbreitet, zumindest was die öffentliche Vorstellung angeht. Je mehr ich jedoch über sie hervor, desto weniger diabolisch erschienen sie mir. Panik ist eine Tragödie, allerdings eine von Irrtümern, nicht von Arglist. Dennoch kann sie katastrophal sein. Aber sie gehört zu den vermeidbaren menschlichen Fehlern im Katalog der Katastrophen. Wenn man bei der Konzeption von Plätzen, an denen sich Menschenmassen versammelt, die Versöck nicht außer Acht lässt, dann werden die Voraussetzungen für eine Panik von vornherein vermieden. Die Leute fühlen sich dann nämlich nicht eingesperrt, hilflos und allein. Sie werden sich lediglich zusammengefärscht fühlen. Und wenn dann etwas Furchtbares schief geht, werden sie sehr viel eher dazu neigen, eine weitaus üblichere Katastrophenreaktion zu verfallen, wie wir im folgenden Kapitel sehen werden. Sie werden nämlich gar nichts tun. Siebtens Lemo. Todstellen im Französischunterricht. Der Lärm begann am 16. April 2007 mitten im Kurs Französisch mit Vorkenntnissen. Es war ein anhaltendes Knallen. Die Studenten hörten auf zu reden. Wahrscheinlich eine Baustelle, sagte einer. Aus dem Klassenraum nebenan hörte man jemanden stöhnen. Die Kursleiterin, Jocelyn Kontur-Nowak, erstarrte und sagte, es ist nicht das, was ich denke, oder? In diesem Moment stand Clay Violent, ein Student ihres Kurses, an der Virginia Tech in Blacksburg, Virginia, auf. Er wusste genau, was nun passieren musste, aber er konnte sich plötzlich nicht mehr an den Namen seiner Lehrerin erinnern. Sie, sagte er, stellen jetzt den Tisch da vor die Tür. Jocelyn Kontur-Nowak tat, wie ihr geheißen. Dann drehte sich Clay Violent zum Fenster um. Er wusste, dass er irgendwie rauskommen musste. Clay Violent war auch der Erste, der die Pistole sah. Als er sich wieder umdrehte, sah er die Halbautomatikwaffe im Türrahmen auftauchen. Dann betrat der Schütze den Raum. Song Yu Chao, ein hasserfüllter, stiller junger Mann, der an diesem Tag 32 andere Menschen und sich selbst tötete und damit den Amoklauf mit den meisten Todesschüssen in der US-Geschichte bestritt. Mit Leichtigkeit schob er den Tisch beiseite. Als Violent dies sah, änderte er den Kurs. Ich wollte eigentlich zum Fenster, wir waren bloß im ersten Stock. Aber als ich die Pistole in den Raum kommen sah, bin ich einfach erstarrt. Dann drückte sich Violent, der im Hauptfach Vergleichende Wirtschaftswissenschaften und im Nebenfach Musik studierte, auf den Boden unter seinem Tisch. Er rollte sich nicht zusammen wie ein Igel oder bedeckte seinen Kopf. Er legte sich in einer recht verwundbaren Haltung auf die Seite, wobei sein Arm leicht verdreht war. Dann blieb er ganz still liegen. Mein Verstand schaltete einfach in diesen Modus. Ich habe gedacht, er erschießt diejenigen, die sich bewegen als erste. Ich erinnere mich, dass Bewegen das Schlüsselwort war. Als Violent, den einen Arm über dem Gesicht unter seinem Tisch lag, begann Scho zu schießen. Er fing an, die Leute systematisch und ganz ruhig zu erschießen. Es klang wie ein Rhythmus, so als ob er sich zwischen den einzelnen Schüssen Zeit genommen hätte und von einem zum anderen gegangen wäre. Nach jedem Schuss dachte ich, okay, der nächste ist für mich. Ein Schuss nach dem anderen. Ich versuchte, so leblos wie möglich auszusehen. Manchmal hörte ich nach einem Schuss ein kurzes Stöhnen oder ein langes oder ein Ächzen oder einen leisten Schrei von einem der Mädchen. Wie die meisten Katastrophenopfer weiß Violent nicht mehr, wie lange die Qual andauerte. Ich könnte nicht mehr sagen, ob es fünf Minuten waren oder zwei Stunden, sagte er mir fünf Wochen nach dem Amoklauf. Irgendwann jedoch verließ der Schütze den Raum und die Schüsse waren in größerer Entfernung zu hören. Mit der gleichen Sicherheit, mit der er sich zu Boden hatte fallen lassen, wusste Violent, dass der Schütze zurückkommen würde. Er weiß nicht, woher er das wusste. Er war noch nie zuvor in einer solchen Situation gewesen. Er war weder Jäger noch Soldat. Er war ein 20-jähriger Student aus Potemac, einen schicken vor Ort von Washington DC. Er hatte knapp schulterlanges, modisch, unordentliches Haar und spielte in einer Band. Die Stimme in seinem Kopf jedoch schien alles schon einmal erlebt zu haben. Hypnose Unter bestimmten Bedingungen, in brennenden Flugzeugen, auf sinkenden Schiffen oder plötzlich entstandenen Schlachtfeldern hören viele Menschen plötzlich auf, sich zu bewegen. Der entscheidende Moment kommt und sie tun nichts. Sie machen dicht, werden plötzlich schlaff und still. Diese Ruhe, die sich unwillkürlich über den Körper senkt, gehört zu den wichtigsten und faszinierendsten Verhaltensweisen im Katastrophenrepertoire des Menschen. Sie kommt weitaus häufiger vor als Panik. Einige Wissenschaftler sprechen von dieser Starre als negativer Panik, da sie in mancher Hinsicht das Gegenteil der Panik darstellt. Sie ist auch wesentlich weiter verbreitet als das, womit sich unser nächstes Kapitel beschäftigt, nämlich Heldentum. Für diejenigen, die neugierig sind, wie sie selbst im Falle einer Katastrophe reagieren werden, könnte dieses hier das erhellendste Kapitel im ganzen Buch sein. Denn obwohl es die verbreitetste Verhaltensweise des Überlebensbogens ist, gehört die Erstarrung gleichzeitig auch zu den am wenigsten Verstandenen. In den frühen 80er Jahren züchtete ein junger Psychologiedozent namens Gordon Gallup Jr. in seinem Labor an der Tulane University Hühner für einfache Lernexperimente. Eines Tages streckte ein Student den Kopf zur Labortür hier rein und stellte Gallup eine Frage, die seine Forschungen für die nächsten 25 Jahre in eine ganz andere Richtung lenken sollte. Hallo, haben Sie schon mal ein hypnotisiertes Huhn gesehen? Gallup bat ihn hinein. Der junge Mann zeigte ihm einen Trick, den er als Kind gelernt hatte. Er griff einen Huhn und drückte seinen Kopf nach unten auf den Tisch. Zunächst sträubte sich das Huhn dagegen, ein hysterisches Bündel, Federn und Gackern. Gallup wurde ein wenig nervös. Doch dann, fünf bis zehn Sekunden später, wurde es plötzlich ruhig und still. Der Student hob seine Hände von dem Vogel hoch und der blieb so, unbeweglich und ruhig atmend. Siehe da, das Huhn schien hypnotisiert, erinnerte sich Gallup. Es sah aus wie in einem katotonen Zustand. Ich traute meinen Augen kaum. Gallup ging direkt danach in die Bibliothek und recherchierte über Tierhypnose. Es stellte sich heraus, dass die Menschheit bereits seit Hunderten von Jahren davon fasziniert ist. Mönche im Mittelalter verhexten Amseln, Eulen, Adler und Faunen auf diese Weise. Einer der ersten akademischen Verweise stammte aus dem Jahr 1646. Er findet sich in einem Schriftstück eines Jesuitenpriesters und Wissenschaftlers. Es blieb jedoch vor allem ein Taschenspielertrick. Im 19. Jahrhundert verhexten Jungen in Südfrankreich Truthähne, um die Bauern zu ärgern. Die kleinen Rüpel steckten den Truthähnen den Kopf unter die Federn, schwangen sie ein paar Mal hin und her und ließen sie dann auf dem Hühnerhof stehen wie ein erschrecktes Stillleben. Gallup fand heraus, dass Lähmung bei allen Arten von Lebewesen hervorgerufen werden kann. Zumindest allen, die er getestet hat. Im Prinzip haben wir es an Krustentieren bewiesen, an Amphibien, Fröschen, Eidechsen, Schlangen, Vögeln, sogar Säugetieren. Von Wildschweinen über Primaten und Ratten bis hin zu Kaninchen. Jedes Tier schien den mächtigen Instinkt zu besitzen, bei extremer Angst komplett abzuschalten. Alles, was man tun musste, war, dem Tier Angst zu machen und ihm das Gefühl zu geben, gefangen zu sein. Je mehr Angst das Tier hatte, desto länger hielt die Lähmung an. Die Frage aber lautete, warum? Heute arbeitet Gallup an der State of New York University in Albany, wo er Evolutionspsychologie lehrt und weiterforscht. Ich besuchte ihn im Frühjahr 2007, zwei Tage nach dem Amoklauf an der Virginia Tech. Er stellte einen alten Dia-Projektor auf und zeigte mir ein Bild seiner ersten bewegungslosen Hühner und eins von seinem Sohn mit einer bewegungslosen Kuh. Ein Dia nach dem anderen, ein erstarrter Gecko, ein Kaninchen, eine Blaukrabbe blitzten auf der Leinwand auf. Heute weiß man vieles über erstarrte Tiere. Die Herzfrequenz sinkt ab, ebenso die Körpertemperatur. Die Atmung nimmt zu und der Körper wird Schmerzen gegenüber empfindungslos. Die Augen schließen sich unregelmäßig, doch wenn sie offen sind, stachen sie ins Leere. Die Pupillen sind erweitert. Manchmal treten gelegentliche Parkinson-artige Zuckungen auf. Das Gehirn nimmt jedoch die ganze Zeit überwusst auf, was um es herum passiert. In seinen Büchern hat der schottische Missionar David Livingstone beschrieben, wie es sich anfühlt, wenn man erstarrt. Auf einer Jagdreise hat er auf einen Löwen geschossen, der keine 30 Meter weit weg lag und ihn getroffen. Als er nachlud, sprang der Löwe ihn an, hielt seine Schulter fest zwischen den Zehen und warf ihn zu Boden. Es versetzte mich in einen traumatischen Zustand, in dem kein Schmerz zu spüren war und kein Gefühl des Grauens, obschon ich mir dessen, was vorging, recht bewusst war. Die anderen Jäger zogen den Löwen weg, der bald darauf an seinen Verletzungen starb. Livingstone erlitt einen Knochenbruch und elf saubere Zahnabdrücke auf dem Oberarm. Es mag wie eine schlechte Idee aussehen, zu erschlaffen, wenn ein Löwe einen behandelt wie ein Kauspielzeug. Beobachtern mag das Erstarren wie eine Niederlage erscheinen, als ob das paralysierte Tier im Schock sei oder aufgegeben hätte. Damit aber täte man dem Opfer Unrecht. Nach jahrzehntelanger Forschung hat Gallup enormen Respekt für die Paralysestrategie. Tiere, die erstarren, haben größere Chancen, bestimmte Angriffe zu überleben. Aber warum? Warum sollte Aufgeben zu überleben führen? Warum sollte es nicht viel eher zum sicheren Tod führen? Nun, die Erklärung liegt, wie alle unsere Angstreaktionen, in der entwicklungsgeschichtlichen Anpassung. Ein Löwe hat wesentlich größere Chancen zu überleben und seine Gene weiterzugeben, wenn er keine kranken oder verfaulten Beutetiere frisst. Viele Raubtiere verlieren daher das Interesse an Beute, die sich nicht wehrt. Kein Kampf, kein Appetit. Das ist eine uralte Methode, Lebensmittelvergiftungen zu vermeiden. Im Gegenzug haben sich die Beutetiere so entwickelt, dass sie diese Chance nutzen, indem sie sich, wenn sie gefangen sind, tot oder krank stellen. Das ist keine sehr sichere Methode, denn so sterben trotzdem noch viele Tiere. Wenn es jedoch keine andere Fluchtmöglichkeit gibt, ist es eine vernünftige Strategie. Bei Gefahr zu erstachen ist, ebenso wie die Heldenhaftigkeit, möglicherweise viel mehr im Mittel der Anpassung, als es scheint. Die Katastrophenautomatik. Nachdem Cho den Raum, in der Virginia Tech verlassen hatte, merkte Clay Violent, dass sich sein ganzer Körper taub anfühlte, als ob alle seine Gliedmaßen eingeschlafen wären. Wahrscheinlich wurde dieses Gefühl von dem natürlichen Schmerzmittel verursacht, das sein Körper als Teil der Lähmungsreaktion produziert hatte. Violent konnte das nicht wissen, deshalb nahm er an, dass er angeschossen worden war. Ich wusste ja nicht, wie es sich anfühlt, angeschossen zu sein. Ich sagte mir, Mann, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Dennoch versuchte er weiterhin sich zu bewegen und schließlich gelang es ihm, die Taubheit zu durchbrechen. Ich habe ein bisschen mit den Beinen gewackelt und dachte, naja, dann bin ich mir doch nicht angeschossen worden. Im Kursraum war es bis auf ein gedämpftes Wein still. Jemand murmelte, ist schon gut, ist schon gut, die werden gleich hier sein. Violent aber vertraute nicht auf die Rettung. Er hob den Kopf vom Boden, gerade so weit, dass die Stimme in seinem Kopf die Studenten um ihn herum ansprechen konnte. Stellt euch tot, sagte er. Wenn ihr denkt, dass ihr tot seid, dann erschießt ihr euch nicht. Vergewaltigungsopfer erleben manchmal Ähnliches. Etwa 10 Prozent der Frauen und Mädchen, die sexuell angegriffen worden sind, berichten später, dass sie während des Angriffs eine extreme Bewegungsunfähigkeit verspürt haben. Dieser gaben verschiedene Studien von Gallup und seinen Kollegen. Unglaubliche 40 Prozent berichteten von Lähmungserscheinungen, wie zum Beispiel sich erstarrt fühlen oder stumpf gegenüber Schmerz oder Kälte. Damit liegt dieser Prozentsatz etwas höher als der von Opfern, die berichteten, dass sie sich gegen ihren Angreifer gewehrt oder zu fliehen versucht hätten. Mit anderen Worten, Lähmung könnte eine verbreitetere Reaktion auf eine Vergewaltigung sein als Gegenwehr oder Flucht. Leider verstehen die Vergewaltigungsopfer in den meisten Fällen nicht, warum sie erstarrt sind. Viele fühlen sich extrem schuldig, weil sie glauben, sie hätten dem Angreifer einfach nachgegeben, stellte Gallup fest. Ihnen ist nicht klar, dass das, was sie getan haben, eine Anpassungsreaktion war. Die Bewegungslosigkeit macht es allerdings schwieriger, einen Vergewaltiger zu verurteilen, weil die fehlende Gegenwehr auch als Einverständnis gewertet werden könnte. Eigenartigerweise neigen wir dazu, unsere eigene Erstarrung als peinlichen Zusammenbruch anzusehen, demselben Verhalten bei Vögeln jedoch alle möglichen interessanten Motive zu unterstellen. Alles, was wir aus der Tierforschung darüber wissen, deutet jedoch darauf hin, dass es sich um eine veranlagte Anpassungsreaktion handelt, die einen ganz bestimmten Zweck erfüllt. Bei den Recherchen zu diesem Buch stieß ich immer wieder auf Anekdoten über Menschen, die das Erstarren in unerwarteten Situationen. Jeder, vom Feuerwehrmann über den Polizisten bis hin zum Fahrschullehrer, schien so eine Geschichte parat zu haben. Nicht alle verstanden dieses Verhalten, aber sie alle hatten es schon beobachtet. Auch Nassim Taleb, der Börsenmakler und Risikoexperte erzählte mir, er habe Börsenhändler aus Starrenseen, als sie all ihr Geld verloren. Sie standen einfach nur da und taten nichts, sagt er. Ich traf U, den Kommandeur einer israelischen Undercover-Einheit, in einer Haltebucht außerhalb von Jerusalem. Aus Sicherheitsgründen zieht er es vor, Treffen anonymen Orten zu arrangieren. Er bat ihn wegen seiner Undercover-Status nur U zu nennen. Wie die meisten professionellen Killer sah er überhaupt nicht danach aus. Er war eher schmächtig und trug ein schwarzes T-Shirt zur Jeans. Er hatte ein nettes Lächeln und sprach fließend Arabisch. Man konnte sich vorstellen, dass er in den Palästinenser-Gebieten nicht auffallen würde. Bei einem Mineralwasser unterhielten wir uns über die sechs Jahre, in denen Jahrhunderte von Einsätzen und extremer Belastung durchgeführt hatte. Selbstverständlich konnte auch er eine Geschichte erzählen, als ich ihn fragte, ob er jemals beobachtet hat, wie jemand erstarrte. U's Einheit verfolgte 2002 zwei Verdächtige auf dem Weg von Nablus, einer Stadt unter palästinensischer Herrschaft, in der Westbank nach Jerusalem. Es waren Selbstmordattentäter und es bestand der Verdacht, dass sie eine Bombe im Gepäck hatten. Auf dem Weg hielten sie auf einem belebten Parkplatz an. Aus einem Fahrzeug in der Nähe beobachtete U sie mit einer Videokamera. Obwohl sehr viele Menschen dort unterwegs waren, entschied er, dass sich wohl keine bessere Gelegenheit mehr ergeben würde. Er gab die Anweisung, die Männer außer Gefecht zu setzen. Die Operation dauerte nur ein paar Sekunden. Vier von U's Männern, die als Palästinenser verkleidet waren, stürzten sich auf die beiden Verdächtigen, wobei sie einen töteten, den anderen verletzten. In einer ihrer Taschen wurde tatsächlich eine Bombe gefunden, berichtete U. Bei den unbeteiligten Umstehenden auf dem Parkplatz bemerkte U zwei unterschiedliche Reaktionen. Als die Schießerei und das Gebrüll losging, lief eine kleine Gruppe von größtenteils jüngeren Leuten los. Es gab jedoch keinen eindeutigen Fluchtweg, da der Parkplatz von großen Schutthaufen umgeben war. Was taten also die Übrigen? Sie warfen sich zu Boden und blieben bewegungslos liegen. Sie rührten sich nicht, auch nicht, als die Gefahr vorüber war. Eine Stunde später, so erinnert sich U, waren einige noch immer dort unverletzt, aber regungslos. Es ist natürlich immer möglich, dass Umstehende einen Schock erleiden oder verzweifeln. Die Grenzen zwischen diesen Reaktionen sind jedoch fließend. Es ist nicht so, dass man entweder einen Schock erleidet oder erstarrt. Die Verhaltensweisen sind eng miteinander verbunden. Es muss zwar noch viel Forschungsarbeit geleistet werden, doch man kann schon jetzt sagen, dass es ein Fehler wäre, die Komplexität des Nichtstuns zu unterschätzen. Ich war kein menschliches Wesen mehr. Schock kam, wie Violent erwartet hatte, zurück. Diesmal aber schoss die Waffe zu oft. Es schien eine zweite Runde Kugeln auf alle abzugeben. Das müssen dieselben Leute gewesen sein, aber es waren viel mehr Schüsse, als Leute im Raum waren. Ich meine, ich hätte gehört, dass er dreimal nachgeladen hat. Violent wartete darauf, zu spüren, wie eine Kugel in seinen Körper dringt. Er dachte an seine Eltern. Einmal, als er die Schüsse näher kommen hörte, hielt er Blickkontakt mit einem Mädchen, das vor ihm lag. Er wusste ihren Namen nicht, doch sie starrten einander, ohne zu blinzeln unter ihren Tischen an. Schließlich hörten die Schüsse auf. Joe hatte sich selbst getötet. Polizisten hämmerten an die Tür und brüllten Anweisungen, an die Violent sich nicht mehr genau erinnert. Er erinnert sich nur daran, aufgestanden und mit erhobenen Händen direkt zur Tür gegangen zu sein. Er erinnert sich nicht daran, seine Lehrerin tot am Boden gesehen zu haben. Auch niemand anderen außerhalb der unmittelbaren Umgebung seines Tisches. Später erfuhr Violent eine bestürzende Tatsache. Von allen Studenten, die an diesem Tag im Französischunterricht gewesen waren, war Clay Violent der Einzige, der nicht erschossen wurde. Nachdem Violent meine Fragen beantwortet hatte, stellte er mir einige. Wissen Sie, warum der eine so reagiert und der andere anders? Ich meine, spielte die Persönlichkeit oder sowas eine Rolle? Weiß man, warum die Leute so reagieren? Ich sagte ihm, ich wüsste es nicht mit Sicherheit und gab ihm eine Antwort, die zwar zutreffend, aber unbefriedigend ist. Ich sagte ihm, dass sich unser Verhalten immer aus unseren Genen und unseren Erfahrungen zusammensetzt. Er konnte mir nicht beipflichten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lebenserfahrung etwas mit dieser Situation zu tun hat. Man ist ja kein Mensch mit irgendwelchen Erfahrungen mehr. Man versucht bloß noch zu überleben, sagte er. Ich war kein menschliches Wesen mehr, als es passierte. Ich fragte ihn, was er damit meinte. Er rang um eine Antwort. Ich weiß gar nicht mehr, was für Gefühle ich hatte. Ich habe ja nicht einmal geweint. Männliche Wesen denken, reflektieren und treffen Entscheidungen. Doch was unser Gehirn, mit oder ohne unser Zutun, zusätzlich noch alles leistet, ist uns oft gar nicht klar. In der Rückschau hat Violent, wie alle Katastrophenopfer, eine Erklärung für seine Verhaltensweise gestrickt. Wenn ich es in einem einzigen Wort zusammenfassen müsste, würde ich sagen, dass es alles mit Bewegung zu tun hatte. Ich habe mich nicht mit Absicht totgestellt, um ihn davon zu überzeugen, dass ich tot wäre. Ich habe mich einfach nur nicht bewegt. Die ganze Zeit über, fügt er hinzu, war es jedoch so, dass er das Gefühl hatte, keine andere Wahl zu haben. Erst wenn ich heute, einen Monat später, darüber nachdenke, glaube ich, dass ich eine Strategie hatte. In der Woche danach hätte ich noch gesagt, es war alles chaotisch und dass ich nicht wusste, was ich tat. Als ich Gallup fragte, ob Violents Geschichte Ähnlichkeit mit den anderen vielen tausend Lebenserscheinungen habe, die er an Menschen und Tieren untersucht habe, sagte er. Es klingt wie ein Beispiel aus dem Bilderbuch. Violent wurde von einem tödlichen Räuber angegriffen und erlebte eine dramatische, unwillkürliche Überlebensreaktion. Es könnte der Grund sein, weshalb er überlebt hat. Im Sommer nach dem Amoklauf entschied sich Violent in Blacksburg, Virginia, wo sich die Universität befindet, zu bleiben. Als wir miteinander sprachen, sagte er, es gehe ihm soweit ganz gut. Er müsse etwa einmal pro Woche weinen, ansonsten fühle er sich in Ordnung. Seine Freunde erwarteten offenbar, dass es ihm schlechter gehen würde. Er hatte E-Mails von drei Überlebenden aus dem World Trade Center bekommen, dafür war er dankbar. Sie warnten ihn, dass ein halbes oder ein Jahr später möglicherweise noch einmal eine schwierige Phase kommen könnte. Er wusste nicht genau, was er mit dieser Information anfangen sollte und beschloss, bei seinem ursprünglichen Plan zu bleiben. In den Sommerferien spielte er mit seiner Band und lernte. Dann plante er, das Wintersemester in Paris zu verbringen, um in einem Ort französisch sprechen zu können, wo niemand wusste, was ihm passiert war. Zigarettenpause auf dem sinkenden Schiff Bestimmte Arten von Katastrophen, wie etwa Schießereien oder Vergewaltigung, ähneln stark den Jägerbeutebegegnungen mit Raubtieren aus unserer entwicklungsgeschichtlichen Vorzeit. In solchen Situationen kann Erstarrung einen Räuber tatsächlich abschrecken. Eine Chance besteht immer. In anderen Fällen jedoch kann Bewegungsunfähigkeit selbst zur Tragödie werden. Der Untergang der MV Estonia in der Ostsee am späten Abend des 28. September 1994 war das schwerste Schiffsunglück in der Geschichte des modernen Europa. Jahrelang folgten offizielle Berichte, Verschwörungstheorien und Schuldzuweisungen. Einem Aspekt jedoch wurde relativ wenig Aufmerksamkeit zuteil. Augenzeugen berichteten, dass eine erstaunlich große Anzahl von Passagieren in den schrecklichen letzten Momenten an Bord der Fähre überhaupt nichts tat. Die Estonia hatte ihren Heimathafen Tallinn in Estland für die übliche 15-stündige Überfahrt nach Stockholm verlassen. Die riesige Roro-Autofähre war moderner als die meisten anderen. Es gab ein Schwimmbad, eine Sauna, ein Casino und drei Restaurants. Sie war das Statussymbol des neuen, unabhängigen Estland mit freier Marktwirtschaft. Fast alle 989 Passagiere an Bord hatten Schlafkabinen. Es war den ganzen Abend überstürmisch gewesen, aber mit größeren Zwischenfällen rechnete die Crew nicht. In der Baltic Bar spielte eine Band und das zehnstöckige Schiff pflügte durch die tiefblaue See, wie die gesamten 14 Jahre zuvor. Im selben Monat war sie bereits zweimal unbeanstandet zur Inspektion gewesen und sie hatte die erforderliche Anzahl von Rettungsbooten und Rettungswesten an Bord. Kent Herstedt, der heute einen Sitz im schwedischen Parlament hat, war damals als Passagier an Bord. Er war zu diesem Zeitpunkt 29 und hatte geholfen, eine sogenannte Friedenskonferenz zu organisieren, die Geschäftsleute aus dem Ostseeraum zusammenbringen sollte. Nach dem Ende des Kalten Krieges sollte diese Konferenz, die von der schwedischen Regierung gesponsert wurde, durch Handelsverbindungen Frieden fördern. Dahinter stand der Gedanke, dass wir uns nicht so leicht bekriegen würden, wenn wir mehr Geschäfte miteinander machen, sagt er heute. Die Konferenz verlief gut. Sie hatte in Estland begonnen und wurde an Bord der Estonia fortgeführt. Während einer Pause im Veranstaltungsprogramm ging Herstedt in die Sauna. Schon dort fiel ihm auf, dass das Wasser im Becken immer hin und her spappte. Normalerweise sind solche Fähren so riesig, dass man das Schaukeln kaum spürt, sagt Herstedt. Aber das so im Becken zu sehen, war der erste Hinweis. Danach wollte Herstedt eigentlich zum Abendessen, doch er fühlte sich seekrank und ging wieder in seine Kabine, um sich auszuruhen. Er wachte gegen 22.30 Uhr durch ein Krachen auf. Später fragte er sich, ob das womöglich der Beginn der Katastrophe war. Damals jedoch dachte er, dass irgendetwas im Lagerraum wohl nicht richtig befestigt gewesen sei. Er fühlte sich erfrischt vom Schlaf und ging zu seinen Kollegen ins Restaurant zurück. Er setzte sich und bestellte eine Cola. In diesem Restaurant spielte eine Band und es gab eine Tanzfläche. Herstedt erinnerte sich, wie er sich mit seinen Kollegen über die Leute amüsierte, die versuchten, auf dem schwankenden Schiff zu tanzen. Sie mussten sich einander festhalten und mit den Wellen von einer Seite zur anderen laufen. Das sah ziemlich komisch aus. Ich fing an, mit meinen Freunden Witze zu machen. Ich sagte, das ist ja fast wie auf der Titanic, gleich schenken sie Champagner aus. Als das Tanzen unmöglich wurde, verließen immer mehr Leute das Restaurant und Herstedt ging mit seinen Kollegen in eine Bar in einem anderen Teil des Schiffs. Die Bar war voll. Es waren etwa 50 Menschen darin, erinnert er sich. Die Leute amüsierten sich. Es gab Karaoke-Musik. Mein Freund und ich setzten uns an die Bar. Wir waren in guter Stimmung. Alle lachten und sangen. Kurz nach ein Uhr neigte sich die Estonia plötzlich um volle 30 Grad nach Steuerbord und schleuderte Passagiere, Warenautomaten und Blumentöpfe quer durch die Gänge. In der Bar fielen fast alle heftig gegen die Seite des Schiffs. Herstedt schaffte es, sich an der Metallreling der Bar festzuhalten und hing nun über den anderen. Von einer Sekunde zur anderen kippte die laute, fröhliche, wunderbare Stimmung in komplette Stille um. Ich glaube, jedes einzelne Gehirn arbeitet wie ein Computer, um festzustellen, was passiert war. Dann folgten weinen und schreien. Die Leute waren beim Fallen zum Teil schwer verletzt worden. Und durch die Neigung des Schiffs war es sehr schwierig, sich zu bewegen. Niemand konnte es ahnen. Doch den Menschen an Bord der Estonia blieben lediglich zehn Minuten, ehe die Steuerbordseite im Wasser versinkten und es unmöglich sein würde, die Neigung zu manövrieren. Herstedt entwickelte eine Strategie. Ich verhielt mich ganz anders als normalerweise. Eher so wie während des Militärdienstes. Ich sagte mir, okay, Möglichkeit 1 sieht so aus und das ist Möglichkeit 2. Entscheide dich. Tu was. Ich dachte nicht etwa, oh, das Schiff sinkt. Ich dachte überhaupt nicht in einem größeren Rahmen. Ebenso wie Elia Sedano im World Trade Center lebte auch Herstedt die Illusion der Zentralität. Ich nahm nur meine eigene kleine Welt wahr. Herstedt überlegte, durch ein Fenster zu klettern, stellte jedoch fest, dass es verriegelt war. Dann entschied er, sich einen Weg durch den Korridor zu suchen. Während Herstedt sich durch die Überlegungsphase arbeitete, bemerkte er bei einigen anderen Passagieren etwas Seltsames. Sie taten nicht dasselbe wie er. Einige Leute schienen nicht zu begreifen, was passiert war. Sie saßen einfach nur da, vollkommen apathisch. Es waren aber nicht nur ein oder zwei Leute, sondern ganze Gruppen von Menschen, die bewegungslos schienen. Sie waren bei Bewusstsein, aber sie reagierten nicht. Herstedt kletterte gegen die Schwerkraft ankämpfend die Treppe hinauf. Oben an Deck leuchteten die Schiffslampen und der Mond schien hell. Das gesamte Spektrum menschlicher Reaktionen war zu sehen. Ein Mann stand am Rand und rauchte eine Zigarette, erinnert sich Herstedt. Die meisten Leute versuchten, sich auf dem rollenden Schiff festzuhalten und gleichzeitig Rettungsboote und Schwimmwesten zu finden. Manche rissen die Schwimmwesten vom Rücken anderer Leute ab, erzählten Überlebende später den Ermittlern. Um den Albtraum komplett zu machen, hatten Passagiere und Crew große Schwierigkeiten, die Rettungsboote loszubekommen. Sie konnten weder die Gebrauchsanleitungen für die elektrischen Entriegelungen finden, noch schafften sie es, die rostigen Hebel zu bewegen. Auch die Schwimmwesten, im 10 Grad kalten Wasser, bei 10 Meter hohen Wellen unbedingt notwendig, waren unerträglich schwer zu bedienen. Die Gurte waren zu kurz, zumindest schien es so. Vielfach waren sie in Bündeln zu drei oder vier Stück zusammengeschnürt, was den Prozess zusätzlich verlangsamte. Als das Schiff weiter sank, füllte sich das Wasser ringsum mit schwimmenden, leeren Rettungswesten. Doch auch hier gab es Menschen, die gar nichts taten. Inmitten dieses Chaos wirkten manche Leute wie versteinert. Der englische Passagier Paul Barney erinnert sich an eine Gruppe von Menschen, die regungslos dastand wie Statuen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum versuchen sie nicht hier wegzukommen, erzählte er später dem Observer. Sie blieben einfach sitzen und wurden überspült, als das Wasser hereinbrach, sagte ein Passagier. Ein weiterer Passagier sah etwa zehn Leute in der Nähe des Schotts auf dem Deck liegen. Er warf ihnen Schwimmwesten zu, doch sie reagierten nicht. Ein Passagier wurde dabei beobachtet, wie ein Rettungsboot bestieg, das noch immer festgemacht in seinem Platz hing, sich dann ruhig hinlegte und keinerlei Anstalten machte es loszumachen. Später sagten einige der Überlebenden der Polizei gegenüber aus, sie verstünden dieses Verhalten. Auch sie hätten an einem bestimmten Punkt den übermächtigen Drang verspürt, sich nicht mehr zu rühren. Sie konnten diese Benommenheit nur überwinden, indem sie an ihre Familie dachten, vor allem an ihre Kinder. Um 1.50 Uhr morgens, nur 30 Minuten nach dem ersten Notruf, verschwand die Estonia vollständig und sank Kiel oben zum Meeresgrund. Wenige Augenblicke zuvor war Herstedt vom Schiff hinunter ins Wasser gesprungen. Er kletterte auf eine Rettungsinsel und hielt sich fest. Er musste fünf Stunden dort ausharren und auf Rettung warten. Zu Beginn waren auf der Rettungsinsel etwa 20 weitere Menschen. Als ein Helikopter eintraf, waren nur noch sieben, einschließlich Herstedt am Leben. Insgesamt überlebten nur 137 Menschen die Katastrophe. Ermittler fanden heraus, dass das Schiff sank, weil sich der aufklappbare Bug am Autodeck geöffnet hatte und die Ostsee ins Schiff strömte. Die Mehrzahl der 852 Opfer waren im Wrack der Estonia eingeschlossen, wo die meisten der Leichen noch heute liegen. Was hatten die bewegungslosen Menschen an Bord der Estonia mit Clay Violent gemeinsam? Nun, alle wurden angegriffen und fühlten sich in einer Falle. Sie hatten zudem große Angst, größere Angst, als die meisten von uns jemals haben werden. Im Falle der Estonia war die Regenslosigkeit ein zwar natürlicher, aber schrecklicher Fehler. Gallup sagt, wir sind hier Zeuge einer Situation, in der eine ehemals gute Anpassungsreaktion aufgrund von technischem Fortschritt zu einer schlechten Reaktion geworden ist. Bei modernen Katastrophen, wo nicht mehr ein Raubtier die Bedrohung darstellt, wird die Lähmung zur Fehlzündung. Unsere Gehirne suchen unter extremer Belastung nach einer geeigneten Reaktion und wählen die falsche aus. Wie bei Tauchern, die sich tief unter Wasser ihre Atemgeräte aus dem Mund reißen. Oder wie bei Rehen, die im Lichtkegel von Autoscheinwehr von stocksteif stehen bleiben. Von den 23 Menschen, die mit Herstedt zusammen an der Konferenz teilgenommen hatten, überlebte außer ihm nur noch ein anderer. Manche Menschen neigen, wie manche Tiere, eher als andere dazu zu erstarren. Dieses Verhalten ist Teil ihrer individuellen Angstreaktion. Warum, weiß niemand genau. Die Gene spielen dabei zweifellos eine große Rolle. Gordon Gallup hat Hühner gezüchtet, die tendenziell länger regungslos bleiben und deren Nachkommen weisen dasselbe Verhalten auf. Das ist nachvollziehbar, sagt der Hirnspezialist Joseph Ledoux. Denn die Amygdala, der Teil des Gehirns, der die Furcht verarbeitet, besteht aus zwei Schlüsselbereichen. Der laterale Kern verarbeitet eingehende Reize und der zentrale Kern steuert den Output. Ledoux sagt, individuelle Unterschiede in der Vernetzung des lateralen Kerns sind denkbar, sowohl aus genetischen Gründen wie aus Gründen der Erfahrung, sodass der eine Mensch auf eingehende Reize deutlich empfindlicher reagiert als ein anderer. Der selber erschreckende Reiz führt dann dazu, dass der empfindlichere Mensch in Starre verfällt. Noch wichtiger jedoch ist, dass das Gehirn formbar ist. Man kann es so trainieren, dass es angemessener reagiert. Auf der anderen Seite erhöht größere Angst die Stärke der Lähmung. Tiere beispielsweise, denen Adrenalin gespritzt wurde, neigen eher zum Erstarren. Geringere Angst macht eine Paralyse also unwahrscheinlicher. Eine Ratte, deren Amygdala geschädigt ist, erstarrt gar nicht. Nicht einmal, wenn sie einer Katze begegnet. Auch Haustiere erstarren nicht, wenn sie festgehalten werden, von Gallup heraus. Sie wehren sich vielleicht, aber sie haben nicht genug Angst zu erstarren. Es wäre also denkbar, dass wir eine Erstarrung aufheben könnten, wenn es uns gelänge, unsere Furcht und unsere Antradalin-Ausschüttung dann ein wenig zu reduzieren, wenn es notwendig ist. Die Benommenheit durchbrechen. Als am 27. März 1977 eine Boeing 747 der Pan-M am Flughafen von Teneriffa auf die Starterlaubnis wartete, wurde sie ohne Vorwarnung von einer KLM-Maschine, die mit 250 kmh aus dem Nebel hervorbrach, aufgeschlitzt. Bei der Kollision wurde verbogenes Metall zusammen mit Comics und Zahnbürsten fast einen Kilometer weit über die Rollbahn verstreut. Alle Insassen der KLM-Maschine waren sofort tot. Viele Pan-Am-Passagiere hatten jedoch überlebt. Wenn sie jetzt aufstünden und die brennende Maschine verließen, würden sie überleben. Floy Heck, damals 70, saß im Pan-Am-Flugzeug zwischen ihrem Mann und einigen Freunden auf dem Weg von ihrem Alterswohnsitz in Kalifornien zu einer Mittelmeerkreuzfahrt. Als die KLM-Maschine das Dach ihres Flugzeuges abschnitt, fühlte sich der Aufprall nicht besonders heftig an. Das Ehepaar Heck wurde nach vorn geschleudert, doch ihre Sicherheitsgurte hielten sie zurück. Allerdings konnte Floy Heck weder sprechen noch sich bewegen. Mein Kopf war völlig leer. Ich konnte nicht einmal hören, was da vor sich ging, erzählte sie Jahre später einer kalifornischen Zeitung. Ihr Mann, der 65-jährige Paul Heck, reagierte dagegen sofort. Er den hörte, tauchte sie aus ihrer Benommenheit auf und sie folgte ihm, wie ein Zombie, durch den Rauch, berichtete sie. Kurz bevor sie durch ein Loch auf der linken Seite der Maschine ins Freie sprang, sah sich Floy Heck noch einmal nach ihrer Freundin Lorraine Lawson um, die einfach da saß, gerade ausblickte, den Mund leicht geöffnet und die Hände im Schoß gefaltet hielt. Wie etliche andere starb auch sie nicht durch die Kollision, sondern im Feuer danach. Anders als bei hohen Gebäuden erwartet man bei Flugzeugen, dass sie rasch evakuiert werden. Alle Passagiere sollen eine Maschine innerhalb von 90 Sekunden verlassen können, auch wenn nur die Hälfte der Ausgänge benutzbar sind und Gepäckstücke im Gang verstreut liegen. Es stellte sich heraus, dass die Passagiere der Pan Am Flugzeugs mindestens 60 Sekunden Zeit hatten, um zu fliehen, bevor die Maschine völlig vom Feuer verschlungen wurde. Von den 396 Passagieren starben jedoch 326. Einschließlich der KLM-Passagiere kamen 583 Menschen ums Leben. Bis heute ist die Kollision auf Teneriffa der Flugzeugunfall mit den meisten Todesfällen in der Geschichte der Luftfahrt. Damals arbeitete der Psychologe Daniel Johnson bei McDonnell Douglas in der Sicherheitsforschung. Er war fasziniert von der Reaktion der Lähmung, wie man sie auch bei anderen Flugzeugunglücken beobachtet hatte. Floyd und Paul leben heute beide nicht mehr. Daniel Johnson hat sie jedoch ein paar Monate nach dem Unfall befragt. Und er machte eine wichtige Entdeckung, denn vor dem Unfall hatte Paul etwas äußerst Ungewöhnliches getan. Während der großen Verspätung vor dem Start hatte Paul Heck das Blatt mit den Sicherheitsanweisen studiert. Er war sogar mit seiner Frau durch das Flugzeug gewandert und hatte sie auf die nächsten Ausgänge aufmerksam gemacht. Als 18-Jähriger war er nämlich in einem Theater gewesen, als dies in Brand geriet. Und seitdem suchte er an unbekannten Orten immer zuerst nach den Notausgängen. Vielleicht ist es ein Zufall. Doch es ist genauso gut möglich, dass Paul Heck die nötigen Daten parat hatte, als die Flugzeuge kollidierten. Die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde hatte herausgefunden, dass Passagiere, die die Sicherheitsanweise lesen, bei einem Notfall nicht so leicht verletzt werden. Bei einem Flugzeugabsturz auf amerikanisch Samoa drei Jahre nach dem Unfall auf Teneriffa starben bis auf fünf Passagiere alle 101 Insassen der Maschine. Die Überlebenden berichteten, dass sie die Sicherheitsanweise gelesen und den Anweisungen der Flugbegleiter zugehört hatten. Sie stiegen über den Flügel aus, während andere Passagiere zu anderen, gefährlicheren, aber bekannteren Ausgängen gingen und starben. Die nächstbeste Hoffnung nach guter Vorbereitung liegt in der Führungskompetenz. Dies ist auch der Grund, weshalb gut ausgebildete Flugbegleiter Passagiere bei Evakuierungen heutzutage anschreien, nämlich um sie aus ihrer Benommenheit zu reißen, so wie Paul Heck dies bei seiner Frau getan hat. Sonst arbeitet die Amygdala nämlich wie eine positive Rückkopplungsschleife. Angst führt zu noch mehr Angst. Cortisol und andere Stresshormone fließen zur Amygdala zurück und verstärken die Angst. Je intensiver die Angst, umso weniger können der Hypocampus und andere Teile des Gehirns eingreifen und die Reaktion neu justieren. Die Amygdala feuert weiter, sagt der Hirnspezialist Joseph Ledoux. Und wenn man nicht dagegenhalten kann, bleibt man sozusagen gefangen. Die einfachste Möglichkeit einer Stadt das Tier zu beleben, ist ein lautes Geräusch zu verursachen, stellte Gordon Gallup fest. Es reicht schon, eine Tür ins Schloss zu werfen. Das Tier schreckt auf und versucht zu fliehen. Manchmal passiert das im Labor auch versehentlich. Wenn ein Wissenschaftler niesen muss oder draußen ein Auto eine Fehlzündung hat. Jegliche plötzliche Veränderung beendet den Zustand, sagt er. Andernfalls kann ein Tier Stunden in diesem Zustand verbleiben. Es kommt sogar vor, dass es auf diese Weise stirbt. Gallup fand heraus, dass 30 bis 40 Prozent der Mäuse in der Tat in ihrer Erstachung sterben, vermutlich ein Herzstillstand. Die Lähmung ist eine derart starke Reaktion, dass das sich Todstellen tatsächlich zum Tod führen kann. Es scheint, dass Erstachung nur am steilsten Punkt des Überlebenszyklus auftritt. Dann, wenn alle Hoffnung verloren ist, eine Flucht unmöglich scheint und die Situation extrem ungewohnt ist. Manchmal funktioniert es. Doch die Erstachung bleibt zum größten Teil ein Rätsel. Abgesehen von Gallup haben sich nur wenige Menschen ernsthaft wissenschaftlich damit beschäftigt, was sehr schade ist. In gewissem Sinne ist die Lähmungsreaktion so gut, dass sie uns alle hereingelegt hat. Die Opfer wirken bewegungslos, überfordert und nutzlos. Deshalb gehen die Wissenschaftler über zum nächsten Thema. Doch genau dort, eingefangen in einem Stillleben, sitzt vielleicht einer der interessantesten und problematischsten Abwehrmechanismen der Tierwelt. Achtens, Heldentum Selbstmordversuch am Potomek Zunächst sah der Schnee noch wunderschön aus. Er zeichnete die Kanten der strengen Washingtoner Häuser weich und malte die Denkmäler weiß wie im Bilderbuch. Doch am Nachmittag des 13. Januar 1982 wurde er unerbitterlich. Große, ächzende Haufen Schneematsch fielen vom Himmel wie Schlamm. Die Regierungsbeamten wurden früher nach Hause geschickt und verstopften mit ihren Autos die Straßen. Im Normalfall brauchte Roger Olien Schlosser in einem Washingtoner Krankenhaus eine halbe Stunde bis nach Hause. An diesem Tag jedoch hatte er nach zwei Stunden Autofahrt erst die Hälfte geschafft. Zu Fuß wäre er schneller gewesen. Als er an der 14th Streetbrücke angekommen war, die vom Bundesstaat District of Columbia nach Virginia über den Potomek führt, fing Olien's altes letzten Pickup anzustottern. Er brauchte schon seit längerem eine neue Batterie und hatte gerade nur noch sehr wenig Benzin im Tank. Aus Sorge, der Wagen könnte ausgehen und würde sich dann nicht mehr wieder starten lassen, schaltete Olien das Radio und den Scheibenwäscher aus. Als die Boeing 737 um genau 16.01 Uhr an den Brückenbogen direkt neben ihm raste, sah Olien nichts davon. Eingeschossen in seinen verschneiten Lieferwagen hörte und spürte er den Unfall nicht einmal. Erst als das Auto vor ihm anhielt, merkte Olien, dass etwas Ungewöhnliches passiert sein musste. Der Fahrer stieg aus und kam zum Lieferwagen gelaufen. Olien kurbelte das Fenster herunter und die aufgeregte Stimme des Mannes heilte durch die Stille des Schnees. Haben Sie das gesehen? Was denn? Ein Flugzeug! Ein Flugzeug ist in den Fluss gekracht, schrie der Mann. Olien schickte ihn weg. Ich dachte, der Kerl hat einen Knall. Ich wollte einfach nur da weg. Doch der Mann hörte nicht auf zu schreien. Die Maschine explodiert vielleicht gleich. Dann setzen Sie sich in Ihr Auto und fahren Sie weg, sagte Olien und kurbelte die Scheibe wieder hoch. Der Mann tat, was Olien ihm gesagt hatte. Doch als Olien ebenfalls losfahren wollte, merkte er, dass sich auch andere eigenartig verhielten. Es war, als ob man mitten auf einem Ameisenhaufen etwas zu essen fallen gelassen hätte und die Ameisen plötzlich angefangen hätten, sich merkwürdig zu bewegen. Deshalb dachte ich, vielleicht hat der Typ ja recht. Unlänger darüber nachzudenken, was er tat oder wie er seinen Wagen wieder starten könnte, zog er zum Randstreifen hinüber und parkte. Wenn ein Flugzeug abgestürzt war, ohne dass er es merkte, musste es wohl eine kleine Privatmaschine sein. Naja, vielleicht kann ich ja sehen, was passiert ist, dachte er. Vielleicht braucht jemand Hilfe. Vielleicht kann ich was tun. Und wenn es nur eine Geste ist, es könnte interessant sein. Das ist kein kleines Flugzeug. Wie kommt es, dass jemand sein oder ihr Leben für jemand anderen aufs Spiel setzt? Es ist schon etwas, bei der Evakuierung des World Trade Centers jemandes Aktentasche zu tragen oder einem verängstigenden Fremden auf die Beine zu helfen. Kleine Aufmerksamkeiten kosten nicht viel und haben, wie wir gesehen haben, einen ganz klaren entwicklungsgeschichtlichen Wert. Wie aber erklärt man absolut irrationale Gesten der Großzügigkeit? Heldentum ist, so sehr wir ihm erhuldigen, ziemlich unbegreiflich. Ist es aber nicht genau dieses Verhalten, das bei natürlicher Selektion aussortiert werden sollte? Es geht in diesem Kapitel um außerordentliche Gunst. Die Reaktionen, Panik und Erstarrungsverhalten haben wir bereits kennengelernt. Aber in beinahe jedem Katastrophenfall gibt es auch einen Helden. Manchmal sind es sogar Hunderte. Im Folgenden geht es nicht darum, die Helden zu feiern. Das ist Thema zahlreicher anderer lesenswerter Bücher. Dieses Kapitel ist ein Versuch zu verstehen, nicht zu applaudieren. Dem Helden gerade in die Augen zu schauen und zu fragen, was bitte schön hast du dir dabei eigentlich gedacht? Als Watcher Olien zum Fluss rannte, konnte er ein Dutzend anderer Leute sehen. Es waren Autofahrer wie er, die versuchten zu erkennen, was passiert war. Sie drängten sich am Flussufer und knoteten Schals und Starthilfekabel einander, um eine Rettungsleine zu basteln. Im Wasser, 60 bis 90 Meter vom Ufer entfernt, sah er die Heckflosse eines Passagierflugzeugs. Mein erster Gedanke war, das ist kein kleines Flugzeug, erinnert er sich. Mein zweiter Gedanke war, wo ist der Rest davon? Als er näher kam, sah Watcher Olien noch etwas. Im Wasser waren sechs Menschen. Sie schwammen zwischen den Flugzeugteilen herum und versuchten, den Kopf über dem Schneematsch zu halten. Es waren die Passagiere. Olien erkannte sofort, dass es eigentlich keine Möglichkeit gab, sie zu retten. Der Fluss war zugefroren und kein Boot konnte zu ihnen gelangen. Das Flugzeug hatte das Eis aber bis zum Ufer hin aufgebrochen, sodass es ebenso unmöglich war, hinüberzulaufen. Zudem war der Schneesturm so dicht, dass Olien sich nicht vorstellen konnte, wie ein Hubschrauber hierher fliegen sollte. Als er näher an den Fluss kam, hörte er die Überlebenden um Hilfe rufen. Ihre Rufe halten durch die gefrorene Landschaft. Man spürte, dass es schlecht um sie stand, sagt Olien. Doch die Umstehenden am Flussufer und auf der Brücke konnten nur zusehen. Als er zum Wasser kam, blieb Watcher Olien nicht stehen, um mit den dort Versammelten zu reden. Er zog seine Stahlkappenstiefel nicht aus und nahm auch die zweieinhalb Kilo schweren Schlüssel nicht aus der Tasche. Er sprang einfach hinein. Er wollte den Überlebenden einfach zeigen, dass irgendjemand sich bemühte, sie zu retten, sagte er später. Mehr nicht. Sie mussten jetzt einfach jemanden sehen. Wenn ich je in meinem Leben etwas genau gewusst habe, dann das, sagte er in seiner bedächtigen, pragmatischen Art. Das war der Super-GAU. Ich war gar nicht in der Lage, sie zu retten. Aber trotzdem konnte ich ihnen Hoffnung geben. Heute hat Roger Olien kaum noch Haare, einen weißen Bart und eine Brille mit schmalem Metallrand, was ihn eher so aussehen lässt, wie jemand, der Klassiker liest und Wein sammelt. Tatsächlich aber verbringt er die meiste Zeit des Tages bei schwerer körperlicher Arbeit draußen, denn er hat einen eigenen kleinen Baumpflegebetrieb. Er hat diesen Beruf erst 2002 ergriffen, als ihn nach 28 Jahren in seinem Schlosserjob im Staatsdienst gekündigt wurde. Oft arbeitet er alleine, klettert wie ein Akrobaten die Baumspitzen und schneidet unerwünschte Äste ab. Als wir uns in seinem kleinen Backsteinhaus in Arlington treffen, trägt er ein Jeanshemd, hellbraune Jeans und erdfarbene Sneakers, die man eher bei Betreibern von Start-up-Firmen in Seattle vermutet. Wir sitzen im Wohnzimmer neben dem Holzofen, den Olien immer wieder mit Holz füttert, das er aus einem ordentlich aufgeschichteten Stapel entnimmt. Während unseres Gesprächs streichelt er sanft die winzigen Pudels Sandy, einen der beiden kleinen Hunde, in die seine Frau und er ganz vernarrt sind. In der ersten halben Stunde nimmt er nur selten Blickkontakt auf. Er schaut seinen Hund an, während er von den seltsamen, lang zurückliegenden Tag am Potomac erzählt. Je mehr er sich entspannt, desto mehr schaut Roger Olien auch auf. Irgendwann kümmert sich die Hunde um andere Dinge. Der Held an Bord. Der Air Florida Flug Nummer 90 hatte am Morgen bereits mit Schnee und Eis auf den Tragflächen abgehoben. Die Boeing 737 nach Fort Lauderdale in Florida hatte dann zwei Stunden Verspätung, weil am Flughafen von Washington D.C. noch der Schnee von der Startbahn gefegt werden musste. Kurz vor 15 Uhr wurde der Flughafen wieder geöffnet. Das Flugpersonal hatte die Maschine enteist, jedoch nicht so gründlich, wie es es hätte tun sollen. Als die Maschine startete, streckte und mühte sie sich, um zum Himmel hoch zu gelangen. Doch ihre Rüstung aus Eis hielt sie unten. Joe Stiley wusste schon, dass die Maschine abstürzen würde, noch bevor sie das Rollfeld verlassen hatte. In seinem Job als Führungskraft reiste er ständig. Einmal pro Woche flog er mit einer 737 von diesem Flughafen ab. Vielleicht bemerkte Stiley auch deshalb Dinge, die andere nicht bemerkten, weil er selbst Pilot war. Jedenfalls hatte die Crew die Maschine nicht gründlich enteist. Das konnte er durch das Fenster sehen. Und als das Flugzeug schließlich abhob, wusste er, dass es zu langsam war. Er nahm die Notfallposition ein und befahl seiner Sekretärin Patricia Niki Felch dasselbe zu tun. Ich sagte ihr, Niki, wir sitzen richtig in der Scheiße, mach dasselbe wie ich. Ich drückte meinen Kopf ganz nach unten. Joe Stiley sah noch einmal auf, bevor die Maschine abstürzte. Er sah durch das Fenster, dass die linke Tragfläche nach unten geneigt war. Er zuckte den Kopf wieder zwischen die Beine. Dieser Tag, der 13. Januar, war der Geburtstag seines Sohnes. Bevor die Maschine in die Brücke krachte, bat Stiley Gott um Vergebung dafür, dass er an diesem Tag eine Geschäftsreise gemacht hatte. Es schmerzte ihn, dass für seinen Sohn der Geburtstag künftig auch immer der Todestag seines Vaters sein würde. Nur Sekunden nach dem Start, keinen Kilometer vom Flughafen entfernt, prallte Flug Nummer 90 wie eine Abrissbirne in die 14th Street Brücke. Die Maschine zerstörte dabei sieben Autos, tötete vier Menschen und riss einen Teil der Brückenmauer ein. Die Maschine selbst zerbrach beim Aufprall in den Dutzend Stücke. Joe Stiley erinnert sich, dass sich der Absturz in die Brücke anfühlte wie ein Auffahrunfall im Auto. Die Wucht des Aufpralls schüttelte ihn bis auf die Knochen durch. Das Eintauchen ins Wasser war jedoch noch erheblich schlimmer. Die Wucht war unglaublich. Er spürte, wie er das Bewusstsein verlor. Ich rechnete nicht, damit wieder aufzuwachen. Als Stiley wieder zu sich kam, saß er in seinem Sitz und das Wasser stand ihm bis zum Hals. Niki Felsch saß noch immer neben ihm. Er konnte hören, dass andere Leute ringsherum jammerten. Dann begann die Maschine zu sinken. Sie glitt unter Wasser und schien sehr lange weiter nach unten zu treiben, bis sie schließlich am Grund des Flusses aufkam. Währenddessen machte Stiley sich im Kopf eine Checkliste. Es gab viel zu tun. Zunächst musste er sein linkes Bein befreien, das mehrfach gebrochen war und im Wrack feststeckte. Den Sicherheitsgurt musste er auch noch lösen. Dann musste er Niki Felsch helfen. Wie viele Überlebende in diesem Buch profitierte auch Stiley davon, dass er während seines Militärdienstes gelernt hatte, sich immer einen Plan zurechtzulegen. Vermutlich hat ihm das das Leben gerettet. So ein Training hat enorme Vorteile, sagt er. Man sitzt nicht einfach nur da und fragt sich, was man machen soll. Man macht einfach. Sobald die Maschine nicht mehr weiter sank, begann Stiley seine Checkliste abzuarbeiten. Er zahnte sein Bein los, löste seinen Gurt und begann seiner Sekretärin zu helfen. Er musste ihr den Fuß brechen, um ihn loszubekommen. Die beiden schwammen über die anderen Sitze hinweg, vorbei an den College-Schülern, mit denen sie geschwatzt hatten, während sie noch auf dem Rollfeld gestanden hatten. Sie konnten jetzt nicht anhalten, um anderen zu helfen. Sie waren selbst schon viel zu lang unter Wasser. Ihre Lungen drohten zu bersten. Sie schwammen weiter, hielten die Hand des anderen fest und tasteten sich durch das schwarze Wasser. Schließlich drangen sie an die Oberfläche vor. Als sie die minus vier Grad kalte Luft einarteten, sahen sie zehn Meter entfernt das Heck ihres Flugzeuges aus dem Wasser ragen. Es war das Einzige, woran sie sich festhalten konnten. Sie halfen sich gegenseitig, dorthin zu schwimmen. Dann sahen sie Kelly Duncan, eine 22 Jahre alte Stewardess, das einzige überlebende Crewmitglied. Sie kam auf sie zu und hielt sich ebenfalls am Heck fest. Dann kam Priscilla Tirado, schreiend an die Wasseroberfläche. Wo ist mein Baby? Hat jemand mein Baby gesehen? In weniger als fünf Minuten hatte sie ihr zwei Monate altes Baby und ihren Ehemann für immer verloren. Stiley schwamm hinüber zu Priscilla Tirado und brachte sie zu der kleinen Gruppe von Überlebenden. Sie zog so fest an seiner Krawatte, dass sie ihn fast zu Tode wirkte, erinnert er sich. Immer wieder viel Schnee. Die Wassertropfen auf Joe Stylis Wimpern froren zu kleinen Eiszapfen. Seine Beine waren beide gebrochen, dazu ein Arm. Alle Passagiere waren schwer verletzt. Stiley hatte eine Schwimmweste gefunden, die auf dem Wasser trieb, aber er konnte die Plastikverpackung nicht öffnen, weil seine Hände zu kalt waren. Schließlich öffnete Kelly Duncan sie mit ihren Zehen. Sie stülpten sie Niki Felsch über und die Stewardess zog die Reißleine. Trotz ihrer Verletzung und ihrer relativen Unerfahrenheit leistete Kelly Duncan Meisterhaftes, genauso wie man es ihr beigebracht hatte. Mittlerweile hatte sich auf der Brücke oberhalb eine Menschenmenge angesammelt. Sie starrten auf die kleine Schar von Überlebenden. Einige ließen Leinen herab. Stiley glaubte jedoch nicht, dass er bis zur Brücke schaffen würde, schon gar nicht, wenn er seine Sekretärin mitziehen musste. Er wusste auch, dass er es nicht bis zum Ufer schaffen würde, das noch weiter entfernt lag. Deshalb blieb er, wo er war und klammerte sich an die stillenden Überableibsel der Maschine. Er erinnert sich, einmal zu der Menschengruppe hinaufgeschaut und den Fotoapparate gesehen zu haben. Joe Stiley sah auf die Uhr, um festzustellen, wie lange er schon im Wasser war. Zehn Minuten. Er wusste aus seiner Marina-Ausbildung, dass nach 20 Minuten in extrem kalten Wasser Herzstillstand droht. Er versuchte, die Körperteile, die nicht gebrochen waren, zu bewegen, um Wärme zu erzeugen. Schließlich sah Stiley rote Blinklichter. Rettungssanitäter liefen mit ihrer Ausrüstung zum Ufer. Oh, sie sind da. Gott sei Dank, dachte er. Sie kamen, als sie gebraucht wurden. Doch dann beobachtete er, dass die Rettungssanitäter am Wasser stehen blieben. Sie konnten nichts tun. Sie wurden Zuschauer, wie alle anderen auch. Bis zu diesem Moment hatte Stiley den anderen Überlebenden zugeredet. Ein Mann, der gleich neben dem Heck in seinen Sitz gefesselt war, murmelte immer wieder, schaff das nicht hier raus. Stiley hatte solches Gerede mit hartnäckigem Optimismus gekontert. Er ermunterte jeden, der sich bewegen konnte, kleine Übungen zu machen, um Unterkühlung vorzubeugen. Doch jetzt, als er sah, wie die Rettungssanitäter sie beobachteten, fühlte er eine große Leere in seiner Brust. Ich dachte, mein Gott, ich habe einen Flugzeugabschutz überlebt. Und jetzt muss ich hier draußen sitzen und erfrieren, während 10.000 Leute zugucken. Kalt wie ein Stromschlag. Als Roger Ollian ins Wasser sprang, trug er alle seine Kleider. Jacke, Wollmütze, aber keine Handschuhe. Er konnte das kalte Wasser bis an die Knochen spüren. Das war wie ein Stromschlag, erinnert er sich. Vom Ufer aus rief ihm jemand zu, er solle die provisorische Rettungsleine mitnehmen. Er griff danach und band sie sich um. Der Mensch kann extreme Temperaturen nicht gut verkraften. Tiere wie Ratten und Tauben können das erheblich besser. Wenn man seinen Fingern 17 Grad kaltes Wasser hält, spürt man nach etwa einer Minute einen starken Schmerz. Bei niedrigeren Temperaturen entsteht der Schmerz früher und ist intensiver. Das Wasser, an das Roger Ollian sprang, war 1 Grad kalt. Wenn man in derart kaltes Wasser springt, schnellt zunächst die Herzfrequenz in die Höhe. Der Blutdruck schießt sofort nach oben. Indem sich die Blutgefäße zusammenziehen, reduziert der Körper automatisch den Blutfluss an der Hautoberfläche. Blut zirkuliert, also gelangt das kalte Blut von der Haut irgendwann zum Herzen. Durch das Verengen der Blutgefäße wird dieser Prozess verlangsamt, doch er verursacht Schmerzen. Gleichzeitig verspürt man einen starken Handrang. Auf diese Weise versucht der Körper den Flüssigkeitshaushalt insgesamt einzuschränken. Inzwischen sinkt die Herzfrequenz wieder ab. Das Herz schlägt pro Minute immer langsamer, bis es irgendwann ohne Vorwarnung ganz aufhört. Während sich die Hauttemperatur abkühlt, wird der Schmerz stärker, bis er kaum noch zu ertragen ist. Dann hört der Schmerz plötzlich auf und man hat den Eindruck, das Wasser sehr wundersamerweise wärmer geworden. Tatsächlich aber haben sich die Blutgefäße geweidet, um die Haut weiterhin Blut zu versorgen. Dadurch fließt ein Schwall Blut in die Blutgefäße zurück. Deshalb hat man rote Wangen und eine rote Nase, wenn es kalt ist. Dann aber, gerade wenn es angenehmer wird, kehrt sich der Prozess wieder um. Die Blutgefäße verengen sich und der Schmerz kehrt zurück. Dieses Öffnen und Schließen der Blutgefäße dauert an, bis der Körper noch weiter abkühlt und sich Blutgefäße irgendwann nicht mehr weiten. Das Blut verlässt die Extremitäten, die dann als erste erfrieren, um so das Herz zu retten. Sobald man ins Wasser kommt, entsteht auf der Haut eine Gänsehaut. Es sind Haarfollikel, die zu Berge stehen. Der Fachterminus lautet Horipilatum, aus dem Lateinischen horiere, struppig sein und pilus, haar. Der Horror ist aus sichtlichen Gründen ein nahe Verwandter. Wie die übrigen Überlebensreaktionen des Menschen ist auch dies ein Überbleibsel der Evolution und ein klassisches Beispiel dafür, wie veraltet unsere Furchtreaktion sein kann. Bei Tieren, die viel Fell haben, hilft die Gänsehaut dabei, den Körper gegen Kälte zu schützen. Oder sie kann, wenn ein Tier Angst hat, das Fell sträuben, sodass es größer und furchterregender erscheint. Wir Menschen jedoch haben nicht ausreichend Haare, um einen solchen Effekt zu erzielen. In kürzester Zeit schwinden unsere Fähigkeiten, klar zu denken und Entscheidungen zu treffen. Auch die Feinmetorik bleibt auf der Strecke. Der Mensch verliert bei einer Temperatur von 12 Grad abwärts das Fingerspitzengefühl. Schwimmen kann eine Unterkühlung noch hinaus zögern. Doch während der Körper immer weiter abkühlt, beginnt man stark zu zittern. Das Zittern ist eine Art unwillkürliche Gymnastik. Es führt dazu, dass sich die Muskeln zusammenziehen und so Wärme erzeugen. Dass der Mensch Kälte so schlecht verträgt, ist seit langem schon Objekt einer zuweilen perversen Faszination von Wissenschaftlern. In den 30er Jahren versuchten Ärzte Schizophrenie und Tumore mit Kältetherapien zu behandeln, dass sie glaubten, die Kälte würde das befallene Gewebe abtöten. Während des Zweiten Weltkriegs unterzogen Nazi-Wissenschaftler Gefangene in Dachau grausame Experimenten unter extremen Temperaturbedingungen. Bis heute gründet sich vieles, was über menschliche Reaktionen auf kaltes Wasserwissen, auf das Leiden dieser Gefangenen. Wie Joe Stiley hatte sich auch Roger Olian einen Plan zurechtgelegt. Er vermutete, dass das Wasser flach genug sei, dass er zu den Überlebenden warten könne, musste aber augenblicklich feststellen, dass er sich getäuscht hatte. Das Ufer fiel rasch ab und er musste Wasser treten, gleich nachdem er hineingesprungen war. Plan B sah vor, über das Wasser zu gehen. Vielleicht konnte er von einer Eisscholle zur anderen springen. Er kletterte auf die nächstgelegene, etwa tischgroße Eisscholle, doch der Eisblock kippte sofort und warf ihn zurück ins Wasser. Er versuchte es noch einmal, doch das Eis war zu instabil. Er war erst wenige Minuten im Wasser, hatte aber bereits kein Gefühl mehr in den Fingern. Sie fühlten sich an wie große Holzkeulen und nützten ihm bei diesem albernen Tanz, den er da im Wasser aufführte, gar nichts. Als nächstes versuchte Roger Olian, zwischen den Eisblocken hindurch zu schwimmen. In der Highschool war er ein kräftiger Schwimmer gewesen und er schwamm noch immer, mehrmals pro Woche. Er machte Schwimmbewegungen, kam jedoch nicht vorwärts. Das Flugzeug hatte das Eis zerbrochen, doch die einzelnen Stücke lagen zu dicht beieinander und zwischen ihnen hindurch schwimmen zu können. Es war wie ein Puzzlespiel. Jedes Teil war noch genau da, wo es hingehörte. Plan A, B und C waren gescheitert. Mir gingen die Buchstaben aus und ich merkte, dass ich in der Klemme saß. Roger Olian entschloss sich, es am wenigsten elegante zu tun. Er warf sich auf einen Eisblock, krabbelte darüber und fiel dort wieder ins Wasser. Auf diese Weise arbeitete er sich zum Frack vor. Alle paar Minuten rief er den Überlebenden zu. Haltet aus, ich komme. Als Olian ins Wasser stieg, betrug seine Körpertemperatur vermutlich 37 Grad, war also normal. Eine Weile lang konnte sein Körper durch das Verengen der Blutgefäße und seine schwere Schwimmarbeit diese Temperatur am Rumpf halten. Als er jedoch weiter auskühlte, sank auch seine Körpertemperatur. Der Potomek war etwas kälter, als die niedrigste Temperatur bei den Experimenten in Dachau betragen hatte. Im Allgemeinen gehen Mediziner davon aus, dass der Mensch behandlungsbedürftig ist, wenn seine Körpertemperatur unter 35 Grad absinkt und bei weniger als 32 Grad in Lebensgefahr schwebt. Unter 30,5 Grad wird der Herzrhythmus unregelmäßig. Die Nazis in Dachau folgerten, dass unter 24 Grad der Tod so gut wie sicher ist. Roger Olian kannte die Leute nicht, die er zu retten versuchte. Ich fragte ihn, ob er Zweifel oder Reue empfunden habe, während er durch das Wasser drosch und sein Körper von der Kälte geschunden wurde. Ich habe mich vage gefragt, ob ich meine Handy je wieder würde benutzen können, sagte er. Aber irgendetwas in meinem Kopf sagte, macht nichts, mach weiter. Roger Olian gibt zu, dass er sich nicht logisch verhielt. Wenn in meinem Kopf Platz für rationale Gedanken gewesen wäre, hätte ich das nicht gemacht. Wann immer man Helden fragt, wieso sie das getan haben, was sie getan haben, sagen sie ausnahmslos, sie hätten keine Wahl gehabt. Wie hätten sie zusehen können, wenn ein Mensch ertrinkt oder verhungert oder verbrennt? Helden tun sich mit dem Etikett Held grundsätzlich schwer. Sie schreiben ihr Handeln eher der Situation zu als ihrer Persönlichkeit. Ich bin ein einfacher Mann, der zufällig in einem bestimmten Ort war und etwas getan hat, sagt Roger Olian. Wenn nächste Woche dasselbe passierte, ginge es vielleicht nicht so gut aus. Am Unfallort von Flug Nummer 90 gab es jedoch eine Kontrollgruppe. Mehrere Dutzend Menschen sind nicht ins Wasser gesprungen. Das war eine durchaus kluge Entscheidung. Wenn sie es getan hätten, wären vermutlich noch einige Menschen mehr ums Leben gekommen. Worin aber bestand der Unterschied zwischen Roger Olian und den anderen? Es ist nicht so, versicherte Olian mir, dass er so ein toller Typ ist. Es gibt sicher eine Menge Leute, die mich nicht leiden können, sagt er lachend. Ich bin ständig wegen irgendwas auf irgendwen sauer. Er hält auch nicht viel von der Menschheit im Ganzen. Normales menschliches Verhalten ist eigentlich immer ätzend. Wenn der Unfall nicht gewesen wäre, hätte er im Stau gestanden, sagt er, und auf die Leute ringsum geschimpft, statt versucht, sie zu retten. Profil eines Helden In den vergangenen 20 Jahren haben der Soziologe Samuel Olianer und seine Frau Pearl Olianer mehr als 400 dokumentierte Helden befragt. Menschen, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um während des Holocaust Juden zu retten. Zusätzlich befragten die Olianers 72 andere Menschen, die um dieselben Zeitpunkt im selben Land gelebt und niemanden gerettet hatten. Sie stellten ihnen jede nur erdenkliche Frage. War ihr Vater Mitglied einer politischen Partei, als sie ein Kind waren? Welche Religion gehörten sie an? Waren sie ihrer Grundschulklasse Juden? Wären es den meisten von uns genügt, gelegentliche Wohltätigkeiten Einzelner zu bewundern, hat Samuel Olianer sein Leben damit verbracht, den Helden systematisch zu untersuchen. Als er zwölf Jahre alt war, kamen die Nazis, um seine Familie abzuholen. Sie lebten im polnischen Bobowa, in einem Ghetto. Seine leibliche Mutter war fünf Jahre zuvor in Tuberkulose gestorben. Aber seine Stiefmutter war da und hielt die kleine Schwester auf dem Arm, als die Nazis in Lastwagen vorfuhren und alle Juden aus den Häusern scheuchten. Ihre Augen blickten in seine jungen Augen. Mit der hohen Klarheit einer Frau, die sich der eigenen Hinrichtung gegenüber sieht, befahl sie ihm wegzurennen. Renn weg, damit du am Leben bleibst. Sie gab ihm einen Schubs. Und Samuel Olianer rannte. Er rannte auf einen Dachboden und lag dort, flach am Boden, noch immer im Schlafanzug, einen ganzen Tag und fast die ganze Nacht. Er musste grausame Szenen mit ansehen, die kein Kind jemals sehen sollte. Wie ein Kind aus einem Fenster geworfen und ein anderes mit einem Bayonett erstochen wurde, erzählt er. Nachdem die deutschen Stimmen verstummt waren, kroch er in ein Haus und stöberte nach Kleidung. Dann schlich er sich aus dem Ghetto und wanderte durch die Straßen. Von einem Bauern hörte er, dass alle Juden im Ghetto erschossen und ihre Leichen in einem Massengrab verscharrt worden seien. Dann wurde er gerettet. Das Schicksal gabelte Samuel Olianer auf und hielt ihn fest, auf ebenso unerklärliche Weise, wie es ihn zunächst hatte fallen lassen. Er lief zu einem benachbarten Dorf und klopfte an die Tür einer Bäuerin. Er kannte sie nicht gut, wusste aber, dass sie viele Jahre zuvor gemeinsam mit seinem Vater zur Schule gegangen war. Baldwina Pikutsch gab ihm zu essen und einen neuen Namen. Sie lehrte ihn das Vaterunser und den katholischen Katechismus. Dann sorgte sie dafür, dass er auf einem Hof einige Kilometer entfernt arbeiten konnte und schickte ihren Sohn regelmäßig dorthin, um nach ihm zu sehen. Samuel Olianer hat sein langes Leben dieser Frau zu verdanken. Irgendwann gelangte er in die Vereinigten Staaten, kämpfte in Korea und ging mit Veteranen Bonus aufs College. Er wurde Professor an der Humboldt State University in Kalifornien. Ich beobachtete und verstand die Tragik des Bösen, sagte Olianer mir. Aber das Heldentum? Das war schwerer zu verstehen. Er hat sein Leben der Entschlüsselung eines Rätsels gewidmet, für das die Bäuerin steht. Warum setzen manche Leute ihr Leben aufs Spiel, während andere nur zuschauen? Was Samuel Olianer herausfand, war subtil. Es gibt nicht die eine Erklärung dafür, warum ein Mensch heldenhaft handelt. Es ist weder absolut genetisch, noch ist es die Persönlichkeit oder die Kultur. Stellen wir zunächst fest, was alles keine Rolle spielt. Die religiöse Überzeugung scheint keinen Unterschied zu machen. In Olianers Studie sagten etwa 90 Prozent der Retter, wie auch 90 Prozent der Nichtretter aus, sie hätten in ihrer Jugend eine Religionsgemeinschaft angehört. Die meisten waren katholisch. Klarer ausgedrückt, beide Gruppen berichteten über den gleichen Grad in religiöser Intensität in den Familien. Viele der Helden würden da nicht zustimmen. Walter Bailey, der Hilfskehner, der im Beverly Hills Supper Club Hunderten von Menschen das Leben gerettet hat, ist überzeugt, dass er sein Glaube eine gewisse Besonnenheit verliehen hat. Ich glaube ganz allgemein, dass Leute, die wissen, was nach ihrem Tod erwartet, weniger Angst vor dem Sterben haben. Roger Olian dagegen, der Mann, der in den Potumac sprang, als Flug Nummer 90 verunglückte, hat keine starken religiösen Überzeugungen. Seine Werte entsprechen zum Teil den religiösen Ideologien. Er hat sie jedoch aber anders aufgenommen, sagt er. Beispielsweise in seiner Familie, beim Militär und durch eine ganze Reihe anderer Einflüsse. Die Studie der Olianers ergab, dass auch die politische Einstellung nicht das Verhalten bestimmt. Die Retter wie die Nichtretter hatten gleichermaßen wenig mit Politik zu tun. Die Retter neigten im Allgemeinen jedoch mehr zu demokratischen, pluralistischen Ideologien. Den Beteuerungen vieler Helden zum Trotz war ihr Handeln nicht bloß ein Zufall, folgert die Studie. Die Retter waren nicht nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Leute, die besser wussten, was mit den Juden geschah, neigten nicht etwa eher dazu zu helfen. Auch nicht die Menschen, für die das Helfen ein geringeres Risiko darstellte. Retter waren nicht reicher als die anderen und sie hatten in ihrer Jugend auch nicht mehr Juden gekannt. Es gab jedoch wichtige Unterschiede. Die Retter hatten tendenziell ein besseres und engeres Verhältnis zu ihren Eltern. Sie neigten auch dazu, Freunde aus unterschiedlichen Religionen und gesellschaftlichen Schichten zu haben. Ihre wichtigste Eigenschaft schien das Einfühlungsvermögen zu sein. Es ist schwer zu sagen, wodurch Einfühlungsvermögen entsteht. Doch Samuel O'Leiner ist überzeugt, dass die Retter Werte wie Gleichheit und Gerechtigkeit von ihren Eltern gelernt hatten. Als Erziehungsmaßnahme haben die Eltern von Rettern mehr mit ihnen diskutiert, wären die Nichtretter eher geschlagen worden. Vielleicht ist es die Summe dieser Gründe, die Retter dazu bringt, anderen zu helfen, wenn sie können. Es ist etwas im Herzen, in der Seele und im Gefühl, das einen ergreift und sagt, ich muss etwas tun, sagt Samuel O'Leiner. Diese Feststellung stimmt mit den Ergebnissen anderer, wenn auch kleinerer Studien zum Heldentum überein. Auch sind Menschen, die Heldentaten vollbringen, oft bereits von Berufswegenhelfer, sei es als Feuerwehrmann, Krankenschwester oder Polizist. Vielleicht vertrauen Helden auch aufgrund ihres Trainings ihren Fähigkeiten mehr. Im Allgemeinen gilt, dass Helden, wie fast alle anderen, die in Katastrophenfällen große Leistungen vollbringen, davon überzeugt sind, dass jeder seines Glückes Schmieds ist. Psychologen sprechen hier von einem inneren Kontrollort. Ich habe Roger O'Lean gefragt, ob er die Kontrolle darüber habe, was ihm passiere. Keine Frage, zum großen Teil jedenfalls, sagt er. Selbst wenn nicht, hätte ich das Gefühl, es sollte so sein. Zuschauer dagegen haben tendenziell das Gefühl, Kräften außerhalb ihres Einflussbereichs ausgetiefert zu sein. Sie achten kaum auf die Probleme anderer. Sie konzentrieren sich auf ihr eigenes Überleben, sagt O'Leiner. Und Zuschauer, dürfen wir nicht vergessen, sind die meisten von uns. Er kam weiter heran. Joe Stiley hörte Roger O'Lean, noch bevor er ihn sah. Hey Leute, haltet aus, ich komme. Stiley schaute in Richtung Ufer und sah einen Mann, einen großen, entschlossenen und wahrscheinlich verrückten Mann, der sich einen Weg durchs Eis schlug. Stiley fühlte eine Welle der Dankbarkeit. Ich dachte, der Typ ist ein Mann. Mit den anderen Passagieren sprach er das Vaterunser, während sie warteten. Es war nicht klar, was Roger O'Lean tatsächlich für sie tun könnte, wenn er sie denn je erreichen würde. Aber es wäre besser, mit der Gewissheit zu sterben, dass jemand versucht hatte, sie zu retten und es nicht geschafft hatte, als mit der, dass überhaupt niemand es versucht hatte. 20 Minuten vergingen. Keiner der sechs Überlebenden verlor das Bewusstsein. Die Kälte wurde dennoch unerträglich und alle schluckten zusammen mit dem Wasser Kerosin. O'Lean kam unendlich langsam vorwärts. Die Rettungsleine um seine Hüfte verfing sich immer wieder im Eis, sodass er versuchte, sie abzunehmen. Seine Hände waren jedoch durch die Kälte zu nutzlosen Stümpfen geworden. Dann hörte er Rufe vom Ufer, dass die Leine zu Ende sei. Er solle warten, bis sie mehr hatten. Er aber dachte, meine Lieben, ich kann nicht warten, das ist ja alles schon schwierig genug. Doch schon bald wurde die Leine verlängert und er paddelte weiter durch den Matsch. Zu diesem Zeitpunkt war Roger O'Lean erst auf halbem Weg und er war schon seit 15 Minuten im Wasser. Er würde noch weitere 15 Minuten brauchen, um zu ihnen zu gelangen. Wahrscheinlich würde es aber länger dauern, weil er jetzt schon erschöpft war. Und was würde er dann tun? Wenn er irgendwie die Kraft aufbringen konnte, einen von ihnen über die fast fußballfeldgroße Wasserfläche zu tragen, würde das noch einmal mindestens 30 Minuten dauern. Realistisch betrachtet konnten weder er noch die Überlebenden weitere 45 Minuten im kalten Wasser aushalten. Er erinnert sich daran, das Flugzeughek angestarrt und gedacht zu haben, dass er es sehr glatt war. Selbst wenn er es bis dahin schaffen würde, gab es dort vermutlich nichts, woran er sich festhalten konnte. Ich war ziemlich sicher, dass ich sterben würde, sagte Roger O'Lean leise. Aber das war okay. Ich hatte eine gewisse innere Ruhe und ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich konnte den Leuten ja nicht einfach den Rücken kehren. Joe Stiley und Roger O'Lean spürten den Hubschrauber noch bevor sie ihn sahen. Das Wummern der Rotorblätter brach durch den Himmel wie Donner. An diesem Nachmittag hatte der Hubschrauber der Parkpolis nicht von seiner Heimatbasis starten können, denn Donald Usher, der Chefpilot, hatte einen Flug unter diesen Witterungsumständen ausgeschlossen. So lange, bis er einen Anruf vom Flughafen erhielt, der ihn über das Flugzeugunglück unterrichtete. Gemeinsam mit dem Rettungstechniker Melvin Windsor beschloss er zu starten. Wegen der Weißblendung durch Schnee und Eisregenschauer suchten Asher und Windsor den Weg zur Brücke, indem sie den Straßen unten folgten. Roger O'Lean sah, wie der Hubschrauber näher kam. Ich wusste instinktiv, dass das ein Vietnampilot war, sagte er grinsend. Die Typen waren nämlich klasse, die konnten alles. Die Scheiben der Kanzel waren vereist und die Verwirbelung des Hubschraubers bliesen den Eisbruch gefährlich nah an die Rotoranlagen. Doch Usher, der tatsächlich ein Vietnam-Veteran war, senkte den Hubschrauber vorsichtig über dem Wasser ab. Zunächst steuerte er O'Lean an, in der Annahme, er sei ein Passagier. Der winkte jedoch ab und die Zuschauer begannen, ihn aus dem Wasser zu ziehen. Der Hubschrauber war die echte Hilfe. Ich war bloß eine Illusion, sagte er. Als er ans Ufer kam, konnte er nicht laufen. Denn wenn der Körper extrem auskühlt, setzt eine Muskelstache ein. Irgendjemand zog ihn die Böschung hoch und setzte ihn in einen geheizten Lastwagen. Er begann stark zu zittern. Der Körper produzierte Wärme durch Muskelkontraktion. Schließlich pfückte der Hubschrauber fünf der Überlebenden aus dem Fluss und zog sie ein nach dem anderen mit einer Rettungsleine ans Ufer. Nachdem Priscilla Tirado, der Frau, die ihr Baby verloren hatte, vor Kälte und Erschöpfung mehrfach die Leine entglitten und sie kurz vor dem Ufer ins Wasser zurückgefallen war, sprangen zwei andere Männer, ein Feuerwehrmann und ein Rettungsangestellter ins Wasser, um sie ans Land zu ziehen. Der letzte Überlebende des Flugzeugunglückes, der Mann, dessen Beine im Frack feststeckten, starb, wie er vorausgesagt hatte. Er versank im Wasser, bevor der Hubschrauber ihn erreichen konnte. Von den 79 Insassen des Flugnummer 90 kamen 74 ins Leben. Roger Olian wurde zusammen mit Joe Stiley und den anderen Überlebenden in einen Rettungswagen zu einem nahen Krankenhaus gefahren. Man setzte ihn unter eine warme Dusche, bis seine Körpertemperatur wieder bei 37 Grad lag, dann vorher nach Hause zu seiner Frau. Am folgenden Tag waren die Regierungsgebäude aufgrund des Schneesturms geschlossen. Roger Olian hatte also einen Tag frei. Er fuhr zu einem Abschleppdienst, um seinen Wagen abzuholen, der vom Flussufer abtransportiert worden war. Natürlich war die Batterie leer. Zunlück hatten seine Frau und er Bebrückungskabel mitgebracht. Als Olian die Abschleppgebühr bezahlen wollte, hatte er ein paar Dollar zu wenig dabei. Das Geld, das er aus dem Portemonnaie zog, war noch immer nass. Er murmelte eine Erklärung zum Kassierer. Da war dieses Flugzeugunlück und ich bin reingesprungen und alles ist immer noch nass und so. Der Kassierer ließ ihn den Wagen mitnehmen. Einer der anderen Männer, die gegen Ende des Dramas ins Wasser gesprungen waren, Lenny Skatnik, wurde sofort zum Star. Seine Heldentat wurde von den Fernsehkameras aufgezeichnet. Skatnik war auf Einladung von Ronald Wagon bei der Rede zur Lage der Nation dabei, der Beginn einer neuen Tradition bei dieser Rede. Niemand aber kannte Roger Olian, bis Joe Stiley und die Hubschrauberpiloten den Reportern sagten, dass sie ihn finden mussten. Ich war fasziniert von dem Mann. Er kam einfach immer weiter heran, sagt Stiley später der Zeitschrift live. Er war es, der mir das Leben gerettet hat. Die Heldendatenbank Roger Olian, Joe Stiley und den Hubschrauberpiloten wurden Carnegie Hero Medailles verliehen. In den vergangenen 100 Jahren hat die leider wenig bekannte Carnegie Hero Fund Commission mehr als 9000 Medaillen und finanzielle Unterstützung an Menschen vergeben, die freiwillig und in enormem Umfang Risiken auf sich genommen haben, um andere zu retten. Andro Canic war, mehr noch als die meisten anderen Menschen, fasziniert von Helden. Im Winter 1904 hörte er in seiner 64-Zimmer-Villa in Manhattans Upper East Side von einem schrecklichen Grubenunlück in der Nähe von Pittsburgh. Durch eine gewaltige Explosion waren 181 Menschen getötet worden. Innerhalb weniger Stunden war ein hoch angesehener Ingenieur, der die Grube entworfen hatte, am Unglücksort eingetroffen und in den Hauptschacht eingefahren, um bei der Rettung Überlebender zu helfen. Tief unter der Erde traf er auf giftige Gase, ein Nebenprodukt der Explosion. Er starb bald darauf und hinterließ seine Frau und einen Stiefsohn. Ein anderer freiwilliger Helfer, diesmal ein Grubenarbeiter, fuhr am folgenden Tag hinunter, um nach Überlebenden zu suchen. Auch er starb an den Gasen, die zum Ersticken führen, und hinterließ eine Witwe mit fünf Kindern. Carnage war kein Mann, den man leicht beeindrucken konnte. Aber er war so bewegt, dass er den Spendenbetrag von 40.000 Dollar, der bereits für die Hinterbliebenen der Opfer zusammengekommenen war, verdoppelte. Ich bekomme die Frauen und Kinder dieses Unglücks nicht erst im Kopf, schrieb er. Er veranlasste auch, dass zwei goldene Medaillen hergestellt wurden, die an die Heldentaten der beiden toten Freiwilligen Helfer erinnerten. Ein paar Monate später hatte Andrew Carnage, damals der reichste Mann der Welt, eine Stiftung im Wert von 5 Millionen Dollar und die Hero Fund Commission gegründet. Von den vielen Wohltätigkeitsorganisationen, die er ins Leben rief, war ihm die Hero Fund die Liebste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Welt eine edlere Stiftung gibt, sagte er einmal mit der für ihn charakteristischen Unbescheidenheit. Dies ist meine absolute Lieblingsstiftung. Die meisten von Carnage Philanthropien waren Ideen von anderen, den Hero Fund jedoch hat er selbst erdacht. Bei aller Unbarmherzigkeit und Geschäftsdingen hatte er eine Schwäche für Anstand. Er verachtete Fußball als einen Sport für Wilde und spendete der Princeton University einen See, um den Sportlern eine angemessene Beschäftigung zu ermöglichen. Er war Pazifist und wehrte sich gegen das traditionelle Bild des Helden als Krieger. Falsche Helden barbarischen Menschenschlags können sich nur der Vernichtung ihrer Mitmenschen rühmen, schrieb er. Die wahren Helden sind jedoch einzig diejenigen, welche andere retten oder ihnen dienen. Der Hero Fund stellt auch eine ungewöhnliche Datenbank von nachgewiesenen Helden dar. Denn die Kommission verleiht die Medaille nicht, ohne in jedem einzelnen Fall alle Fakten gründlich überprüft zu haben. Die Liste der Medaillenempfänger ist bunt. Sie stammen aus jeder erdenklichen Berufssparte, allen Altersgruppen und haben jedweten ethnischen Hintergrund, sagt Douglas Chambers, Leiter für externe Angelegenheiten der Kommission. Es gibt allerdings einige Gemeinsamkeiten. Von den 450 Heldentaten, die zwischen 1989 und 1993 von der Kommission anerkannt worden sind, wurden satte 91 Prozent von Männern vollbracht, wie eine Studie von Ronald Johnson, Psychologe an der University of Hawaii ergab. Natürlich konnte das eine Schieflage dieser speziellen Auswahl widerspiegeln. Und der Hero Fund ist nicht allumfassend. Auch erfährt die Kommission meist durch die Medien von den Heldentaten. Also sind die Arten von Heldentaten, die von Männern vollbracht werden, besonders medientauglich. Vielleicht begeben sich Männer auch eher in riskante Situationen, in denen jemand gerettet werden muss. 61 Prozent der Opfer, die gerettet wurden, waren ebenfalls männlich. Aufgrund ihrer Berufe und ihrer höheren Risikobereitschaft geraten Männer häufiger in gefährliche Situationen. Im Allgemeinen sind Männer kräftiger, was ihre Bereitschaft erhöht, sich in eine Gefahr auszusetzen. Die Aufschlüsselung nach Geschlechtern könnte jedoch noch auf etwas sehr viel Subtileres hindeuten. Männer neigen eher dazu, sich selbst als Retter zu sehen und zu glauben, dass sie nicht nur in der Lage sind, jemanden zu retten, sondern dass dieses Verhalten auch von ihnen erwartet wird. Eine überproportional hohe Anzahl der Carnage-Helden waren zudem wie Roger Ollian Männer aus der Arbeiterklasse. Von den 283 Männern, die jemanden außerhalb ihrer Familie gerettet hatten, übten nur zwei einen Beruf mit hohem Status aus. Es ist also durchaus möglich, dass diese Männer lediglich taten, was man im Anbetracht ihrer gesellschaftlichen Rolle von ihnen erwartete. Sie waren meist Lastwagenfahrer, Hilfsarbeiter, Schweißer oder Fabrikarbeiter, übten also Berufe aus, die körperliche Arbeit und eine gewisse Risikobereitschaft erforderten, genauso wie das Retten. Eine überraschend große Zahl der Rettungen fand in ländlichen Gebieten oder kleinen Städten statt, wie die Studie ergab. Etwa 80 Prozent der Heldentaten wurden in Ortschaften mit weniger als 100.000 Einwohnern verbracht. Auch dies mag eine Verzerrung aufgrund der Auswahl sein. Es ist jedoch unbestreitbar, dass die Menschen in kleineren Städten einander eher kennen. Und gemäß der Theorie der reziproken Altruismus werden freundliche Gesten zur Kenntnis genommen und in Erinnerung behalten. Semmel Olliner, der Überlebende des Holocaust, der sein Leben der Erforschung des Heldentums gewidmet hat, hat auch die Carnage-Helten analysiert. Er wählte willkürlich 214 von ihnen aus und befragte sie über ihre Motive. Wie bei den Rettern aus dem Zweiten Weltkrieg fand er auch hier ein großes Spektrum an Antworten. Glätte 78 Prozent jedoch zitierten die Werte und Normen, die sie von ihren Eltern und ihrer Umgebung gelernt hatten. Viele erzählten davon, wie man ihnen beigebracht hatte, dass Menschen einander helfen sollten und dass sie das Gefühl hätten, ein Helfer zu sein, sehr eng mit ihrem Selbstbild verbunden, schrieb Olliner. Roger Allian, der Mann, der nach dem Flugzeugunglück in den eisigen Potomag gesprungen war, lebte nicht in einer ländlichen Gegend. In anderer Hinsicht jedoch hat er viel mit den anderen Helden des Studie gemein. Er ist männlich, hat einen Arbeiterjob und ein starkes Pflichtgefühl, anderen zu helfen. Wie könnte eine psychologische Deutung des Heldentums aussehen? Ein gewisses Einfühlungsvermögen kann zusammen mit der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen, der anderen hilft und Risiken auf sich nimmt, die Voraussetzungen für eine Heldentat seien. Das jedoch erklärt noch nicht, welchen Sinn Roger Allians Tat in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht hat. Als ich den Tierverhaltensforscher John Elcock zum Thema Heldentum befrage, ist er skeptisch. Er meint, dass Geschichten von Heldentaten vermutlich überzogen seien. Bei anderen Säugetieren wie Löwen beispielsweise kommt es vor, dass sich mächtige Raubtiere zusammenschließen, um sich zu verteidigen. Aber dabei opfert sich nicht ein Löwe für das Überleben der Gruppe. Falls das je passiert, geschieht es versehentlich. Sind Helden also nur aus Versehen so wie sie sind? Ist Roger Allian genetisch betrachtet eine Mutation? Und was ist mit den Fällen, in denen jemand noch ein weitaus größeres Risiko auf sich genommen hat? Es gibt Kranetsch-Helden, die nicht schwimmen konnten, aber dennoch ins Gewässer sprangen, um andere zu retten. Einige starben dabei. Ist das nicht vom Standpunkt der natürlichen Selektion betrachtet vollkommen verrückt? Roger Allian hat über diese Frage häufig nachgedacht, seitdem er im Portomarkt beinahe erfroren wäre. Ich fand es immer enorm interessant, dass Menschen, die sich im Alltag gegenseitig so schlecht behandeln, im Ernstfall unglaubliche Dinge füreinander tun können, sagt er. Er kann nicht für andere sprechen. Für sich selbst jedoch ist er zu dem Schluss gekommen, dass sein Eigeninteresse da gewesen sein muss. Wenn ich nichts davon gehabt hätte, also rein gar nichts, hätte ich es nicht gemacht, sagt er. Alec Woslen rettete während des Holocaust zwei kleinen Jungen das Leben, unter großem Risiko für sich selbst und seine Familie. Viele Jahre später hielt er in einer Synagoge in Los Angeles eine Rede, bei der Samuel Allianer ihm als Übersetzer diente. Danach umringten die Journalisten Woslen und stellten ihm immer wieder dieselbe Frage. Warum haben sie das getan? Was hat sie dazu gebracht, ihr Leben aufs Spiel zu setzen? Warum? Wie so häufig machen wir Helden mit beinahe religiösem Eifer ausfindig und reagieren dann ungläubig, wie wir sie gefunden haben. Schließlich wandte sich Alec Woslen verzweifelt den Journalisten zu und fragte, warum fragen sie mich, weshalb ich das getan habe? Wollen sie damit sagen, dass man auch anders reagieren kann? Immer wieder erklären Helden ihr Handeln mit der Aussage, ich hätte nicht damit leben können, nichts getan zu haben. Das ist zum Klischee nach Katastrophen geworden. Es bedeutet jedoch nicht, dass es nicht ganz einfach der Wahrheit entspricht. Je mehr Helden ich interviewte, desto mehr verstand ich, dass ich ihnen die falschen Fragen stellte. Es geht nicht darum, weshalb sie etwas getan haben. Die Frage lautet vielmehr, was, befürchteten sie, wäre passiert, wenn sie nicht getan hätten, was sie getan haben? Im Grunde tut man es für sich selbst, sagt Roger Olian, weil man nämlich nicht mit einem schlechten Gewissen leben will. Er persönlich hatte Angst, sich selbst zu enttäuschen. Seine Entschlossenheit am Unglücksort speist sich aus Selbstvertrauen und aus Unsicherheit, sagt er. Selbstvertrauen, weil er wusste, dass er die Kraft und die Übung hatte, um zu den Passagieren hinzuschwimmen. Und Unsicherheit, weil er sich selbst beweisen musste, dass er es konnte. Er sprang nicht in den Fluss, um ein Held zu werden. Er tat es, um kein Feigling zu sein. Oder wie er es ausdrückt. Das ist mehr aus einem Gefühl der Leere heraus und nicht so sehr, weil man etwas bestehend noch etwas hinzufügen will. Aus demselben Grund meldete sich Roger Olian freiwillig für den Vietnamkrieg. Er war weder besonders dafür noch dagegen, in den Krieg zu ziehen. Er ging nach Vietnam, weil er Angst davor hatte, nicht zu gehen. Aus diesem Grund musste ich es tun. Ich wollte nicht den Rest meines Lebens mit der Frage verbringen, ob ich es geschafft hätte. Würde ich der Situation, wie auch immer sie mir aussehen, mochte gewachsen sein? Ich wusste nicht, ob ich überleben würde, wie ich mich fühlen würde, wenn ich Menschen töten müsste. Ich hatte eine Menge Fragen. Im Jahr 1969 patrouillierte Roger Olian mit einer kleinen Gruppe Soldaten während der Regenzeit im zentralen Hochland von Vietnam. Eines Tages benutzten sie eine schmale Fußgängerbrücke. Nur haben am folgenden Morgen festzustellen, dass der Regen die Brücke fortgespült hatte. Der einzige mögliche Rückweg war, 100 Meter durch den reißenden Fluss zu schwimmen. Sie warteten stundenlang, schickten über kaum funktionierendes Funkgerät Hilfe-Ufer aus. Sie erhielten keine Hilfe und der Proviant neigte sich dem Ende zu. Wieder einmal besaß Roger Olian angesichts eines Flusses und eines Problems ausreichend Selbstvertrauen und ausreichend Unsicherheit, um hineinzuspringen. Er schaffte es ans andere Ufer und damit war eine seiner Fragen beantwortet. Der Evolutionspsychologe Gordon Gallup Jr. sagt den Charakter des durchschnittlichen Helden folgendermaßen voraus. Ich wette, dass die meisten Helden männlich sind, Single, kinderlos und jung. Zufall hin oder her. Olian war zwar verheiratet, aber männlich, kinderlos und jung. Gallup wirft seine Voraussage in den Raum, weil er weiß, dass er die entwicklungsgeschichtlichen Zwänge sind, die unser Handeln bestimmen. Wenn wir etwas Bestimmtes tun, beeinflusst es womöglich unseren genetischen Fortbestand. Männer werden eher zu Helden, weil es ihnen unter dem Gesichtspunkt der Fortpflanzung nützt, sagt Gallup. Für den, der noch keine Kinder hat, ist Heldentum eine gute Methode, um sicherzustellen, dass er eines Tages welche bekommt. Anders ausgedrückt, Helden kriegen die Mädels. Wenn man in der Oberfläche einen Altruisten kratzt, findet man darunter einen Hedonisten, sagt Gallup. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber im Grunde stimmt es. Und wenn die vermeintlichen Helden bei ihrem Versuch sterben? Nun, dann profitieren ihre Geschwister und Eltern, die anderen Bewahrer dieser Gene, davon, einen Helden in der Verwandtschaft zu betrauern. Frauen hingegen können ihre Gene am effektivsten dadurch weitergeben, dass sie Partner von besonders hoher Qualität, nicht etwa Quantität finden, wie die Evolutionstheorie besagt, und dadurch, dass sie für ihre Kinder sorgen, was mit oder ohne Carnage-Medaille auch heldenhaft sein kann. Das Heldentum auf seine entwicklungsgeschichtlichen Wurzeln zu reduzieren, kann zunächst ein bisschen enttäuschend wirken, etwa wie wenn man einen Zaubertrick verraten bekommt. Dies sind jedoch nur die tiefliegenden Wurzeln. In Millionen von Jahren ist ein riesiger, knochiger Baum gewachsen, beladen mit kulturellen und psychologischen Beweggründen. Wenn uns die Entwicklungsgeschichte also lehrt, dass Heldentum genetisch gesprochen egoistisch ist, muss das keine schlechte Nachricht sein. Es bedeutet nur, dass in uns allen das Potenzial schlummert, an einem bestimmten Punkt unseres Lebens Helden zu werden. Mit anderen Worten, Güte ist gut für dich. Wenn jeder von uns dieses Potenzial hat, kann auch jeder dieses Potenzial in der Gesellschaft fördern und das kommt allen zugute. Das Problem der Fantasie Es wäre nicht richtig, über Heldenverehrung zu sprechen und dabei ihre Schattenseite außer Acht zu lassen. Die Geschichte der Katastrophen ist durchsetzt mit Heldengeschichten, die schief gegangen sind. Wir bewundern das Heldentum, weil wir es vielleicht eines Tages selbst gebrauchen könnten. Manchmal aber wird der Drang, einen Helden zu finden oder selbst einer zu werden, derart groß, dass es schon krankhaft ist. Ihr abscheulicher das Böse, desto dringender der Bedarf an Helden. Nachdem die Teenager Dylan Klebold und Ariel Karras in Liddleton in Colorado 1999 zwölf Schüler und einen Lehrer getötet hatten, machte eine Geschichte über eines der Opfer die Runde. In der Bibliothek habe einer der Schützen, die 17-jährige Cassie Bernal, gefragt, ob sie an Gott glaube. Sie habe mit Ja geantwortet. Daraufhin wurde sie erschossen. Diese Geschichte entstand nur wenige Tage nach dem Amoklauf. Und schon hatte Cassie Bernal ihr Etikett weg, die junge Märtyrerin. Ihr Schicksal war Anlass für mehrere Lieder. Unter anderem Michael W. Smith's This Is Your Time und Cassie von Flyleaf. Cassies Mutter, Misty Bernal, schrieb ein Buch mit dem Titel Cassie. Sie sagte Ja und musste uns viel zu früh verlassen. Das Buch schaffte es sogar auf die Sachbuch-Bestsellerliste der New York Times. Das Gespräch zwischen Eric Harris und Cassie Bernal hat aber wahrscheinlich nie stattgefunden, wie die Ermittlungen nach dem Amoklauf durch die örtliche Polizei ergaben. Was Eric Harris höchstwahrscheinlich sagte, als er sah, dass sich Cassie unter einem Tisch versteckte, war Kuckuck. Dann erschoss er sie. Der Polizeibericht ergab, dass Dylan Klebold ein anderes Mädchen dafür verspottet habe, dass sie an Gott glaube. Dieses Mädchen überlebte jedoch. Die Verwechslung entwickelte sich schnell zu überliefern Wissen und wurde sehr viel mächtiger als die Wahrheit. Noch lange nachdem die Ergebnisse der offiziellen Ermittlungen veröffentlicht worden waren, wiederholten Zeitungsartikel die alte falsche Geschichte. Dass auch Idole nur Menschen sind, ist ein alter Hut. Das Interessante ist ab, warum wir, obwohl wir das wissen, noch immer von ihnen in Bann gezogen werden, schreibt Lucy Hellitudes in ihrem Buch über Helden. Wenn wir den Helden betrachten, sehen wir das, wonach wir uns sehnen. Geschichten von Kindern, die wahllos andere Kinder töten, sind unerträglich. Wenn das Leben tatsächlich so sinnlos, unfair und unkontrollierbar ist, wie an diesem Tag in der Columbine High School und an jedem anderen Tag irgendwo anders auf der Welt, dann ist das Leben einfach viel zu beängstigend, um es zu ertragen. Deshalb suchen wir nach heilsamen Geschichten und finden sie oft auch. Die Suche selbst ist ein Überlebensmechanismus. Es kommt sogar vor, dass wir Helden so nötig haben, dass wir ihre Taten noch ausschmücken, meist ohne Schaden, wie in Liddleton. Gelegentlich kann die Suche nach einem Helden jedoch auch hässlich werden. Sie kann zum Vehikel für jede Art von Ehrgeiz werden. Nachdem der Air Florida Passagier, Joe Stiley, aus dem Potomac gefischt worden war, wachte er schwer verletzt in einem Krankenhausbett auf. Ein Sprecher des Krankenhauses kam zu ihm und teilte ihm mit, er habe Besuch. Das nächste, woran er sich erinnert, ist, dass eine wahre Phalanx von Reportern ihn mit Mikrofonen und Kameras umringte. Sie brauchten bis zum Redaktionsschluss noch einen Helden. Dann klingelte das Telefon in seinem Bett. Der Krankenhausviertner sagte, seine Mutter sei dran. In Ordnung, stellen Sie sie durch, sagte Stiley in seiner Benommenheit. Tatsächlich war es ein Zeitungsreporter. Joe Stiley hatte angenommen, dass es sich um ein Art Missgeschick gehandelt habe, bis es noch einmal passierte, mit einem anderen Reporter. Wenn man die Nachwirkungen einer beliebigen Katastrophe betrachtet, findet man garantiert eine zweite, dritte, ja vierte Schicht des Kummers. Zahlreichen Medienberichten zufolge wurde Lenny Skatnik, der andere Held von Potomac, der Dutzende von Auszeichnungen und stehende Ovationen bei jeder Rede zur Lage der Nation erhalten hatte, im Laufe der Jahre zunehmend bitter über seine Erfahrungen mit Reportern, Filmproduzenten und sogar der Frau, die er gerettet hatte. Ich habe gemerkt, wenn man so etwas für andere Menschen tut, sind sie nicht immer so dankbar, wie man glaubt, beklagte er sich 1992 bei der Washington Times. Skatnik lehnte es ab, für dieses Buch befragt zu werden, es sei denn, er würde dafür bezahlt. Katastrophen fördern oft die besten, aber auch die schlimmsten Eigenschaften eines Menschen zutage. Rettungswagen haben oft Probleme zur Unfallstelle von Flugzeugabstürzen durchzukommen, weil sich so viele Anwohner in ihre Autos gesetzt haben, um sich das Wrack anzusehen. Und statt zu helfen, muss die Polizei im Unfallort zunächst die Zuschauer im Zaum halten. Jeder will den Schauplatz der Katastrophe sehen, manchmal um zu helfen, oft aber aus sehr viel komplizierteren Gründen. Gleich nach den Anschlägen vom 11. September meldete sich der Obdachlose David Jersey, um als Helfer in den rauchenden Ruinen des World Trade Centers nach Opfern zu suchen. Er behauptete, Stimmen von Überlebenden gehört zu haben. Feuerwehrleute hielten mit ihrer Arbeit inne und führten eine bange Suche durch. Sie fanden niemanden. Als ich ihn ein Jahr danach befragte, leugnete Jersey, etwas Unrechtes getan zu haben und bestand darauf, Stimmen gehört zu haben. Er hatte keine bösen Absichten, sagte sein Anwalt Brad Sage. Ich glaube, er hatte zum ersten Mal in seinem Leben an etwas teil. Das New Yorker Gericht zeigte sich in diesen Tagen jedoch unbarmherzig. Er wurde wegen fahrlässiger Gefährdung von Menschenleben zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zwei Tage nach den Anschlägen sagte Sugel Mejira, die 24-jährige Mutter zweier Kinder, dass ihr Mann, ein Polizist der Hafenbehörde, unter den Trümmern des World Trade Centers eingeschlossen sei. Er habe sie gerade auf dem Handy angerufen, sagte sie. Ein Polizist fuß nach Guantziwo, wo sie scheinbar zwei weitere Anrufe von ihrem Mann erhielt. Haltungssanitäter suchten nach dem Mann und riskierten dabei in den gefährlichen Trümmern ihr Leben. Dann verschwand Sugel Mejira. Die Behörden überprüften die Dienstnummer, die sie als die ihres Mannes angegeben hatte und fanden sie nicht. Vier Monate danach, als Mejira ebenfalls wegen fahrlässiger Gefährdung von Menschenleben in Manhattan vor Gericht stand, weinte sie offen. Sie wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Der israelische Psychologe Hanach Jerusalmi glaubt, dass die meisten Menschen darüber fantasieren, was sie im Falle einer Katastrophe tun würden. Manche jedoch treiben es damit weiter als andere. Einer von Jerusalmis Patienten, ein College-Student, saß in einem Jerusalemer Café, als dieses von einem Selbstmordattentäter in die Luft gejagt wurde. Er selbst wurde nicht verletzt, deshalb half er anderen. Er riss sich sein Hemd von Leib und verwendete es als Verbandsmaterial. Danach konnte er nicht mehr von dieser Rolle lassen. Er nahm fortan überall hin ein Erste-Hilfe-Set in seinem Rucksack mit, für alle Fälle. Er träumte davon zu helfen. Offenbar gab ihm das irgendwie einen Kick, sagt Jerusalmi. Wenn die Opfer hilflos da lagen, fühlte er sich wie ein kleiner Gott. Er konnte über Leben oder Tod eines Menschen bestimmen. Irgendwann schließlich wurde die Fantasie des jungen Mannes wahr. Er war in der Nähe, als in einem Bus eine Bombe explodierte. Er rannte hin und fing an, den Opfern zu helfen, wie er es geplant hatte. Als die Rettungssanitäter eintrafen, sagten sie, dass ein bestimmtes Opfer aufgrund von Wirbelsäulenverletzungen nicht bewegt werden dürfe. Der junge Mann hatte die Person jedoch bereits bewegt. Er bereute zutiefst, was er getan hatte. Später sprach er die Ärzte an, um zu erfahren, was aus dem Opfer geworden war, jedoch ohne Erfolg. Lange Zeit war er in Rage. Was ihm blieb, war eine große Schuld, eine schwere Verletzung und Erinnerung, unter anderem der Geruch von verbrannten Haaren, sagt Jerusalmi. Er kam nicht zur Ruhe. Heute, nach jahrelanger Behandlung, geht es dem Mann erheblich besser. Jerusalmi bat mich, nicht so viele Details dieses Falles zu enthüllen und die Anonymität des Mannes zu wahren. Es wäre interessant, sich vorzustellen, was passiert wäre, wenn er zu einem anderen Zeitpunkt ein anderes Opfer bewegt hätte. Vielleicht würde ich dann ebenfalls über ihn schreiben und seinen vollen Namen nennen, ohne ihn jedes Detail von seinem Leben enthüllen. Er wäre schließlich ein Held. Als ich mit diesem Buch begann, wollte ich zunächst aus genau diesem Grund darauf verzichten, über Heldentum zu schreiben. Der Held der einen Katastrophe ist der Mittäter der nächsten. Es hängt ungeheuer viel von der Situation ab und vom Glück natürlich. Doch dann erkannte ich, dass dies bis zu einem gewissen Grad bei den meisten Verhaltensweisen im Katastrophenfällen so ist. Die Verleugnung sorgt dafür, dass Aliyah Sedano am 11. September Treppen des World Trade Centers hinabstieg. Bei anderen Menschen aber führt sie dazu, dass sie ihre Flucht tödlich lang hinaus zögerten. Es stimmt, dass das Heldentum nebulöser ist als andere Verhaltensweisen. Aber es ist real und wie so viele andere rätselhafte Verhaltensweisen, die wir untersucht haben, die Summe aus Erfahrung, Ehrgeiz und Furcht. Bei bestimmten Menschen kann unter bestimmten, seltenen Umständen das Heldentum ebenso eine Überlebensstrategie sein wie das Erstarren. Es ist keine Überlebensstrategie des Körpers, sondern eine des Geistes. Schlusswort. Neue Instinkte schaffen. Bei jeder Katastrophe findet man, begraben unter den Trümmern, den Beweis dafür, dass wir mehr können. Beim Hurricane Katrina war es die Küstenwache, die 34.000 Menschen rettete, ohne irgendwelche Befehle von oben abzuworten. Am 11. September war es Rick Riscola. Rick Riscola war Sicherheitschef der Investmentbank Morgan Stanley im World Trade Center. Er war ein stiernackiger Mann vom Typ Soldat, einer von denen, die ihre zweite Lebenshälfte damit verbringen, Firmenlobbys aus Marmor auf die gleiche Art zu patrouillieren wie einst Schlachtfelder. Man findet sie in allen wichtigen Bürotürmen mit Symbolcharakter. Sie flüstern ihre Funkgeräte und nicken den auf Ledersohlen vorbeilaufenden Managern knapp zu. Im Regelfall sind sie für ihren Job überqualifiziert. Rick Riscola war jedoch die klügste Investition, die Morgan Stanley je getätigt hat. Er wurde in England geboren, schloss sich aber dem amerikanischen Militär an, weil er die Kommunisten in Vietnam bekämpfen wollte. Dort angekommen, erwarb er sich mehrere hohe Auszeichnungen. Den Silver Star für besondere Tapferkeit vor dem Feind, den One Star für herausragende Leistungen im Kampfeinsatz und die verwundeten Auszeichnungen Purple Heart. All dies wird in dem Buch Wie wäre Soldiers Once und Young von Leutnant General Harold Moore und Joseph L. Galloway aus dem Jahr 1992 beschrieben. Es gilt als Pflichtlektüre für amerikanische Offiziere. Auf dem Cover ist ein Foto von Rick Riscola mit einem M16 gewährenden Händen. Er sieht wachsam aus, erschöpft und vor allem jung. Auch wenn er schließlich nach New Jersey umzog und als Sicherheitsbeamter sesshaft wurde, verhielt sich Riscola in mancherlei Hinsicht noch immer wie im Kriegszustand. Morgan Stanley hatte seine Büros auf 22 Stockwerken des Südturms und in mehreren Etagen eines der umliegenden Gebäude. Seit dem Anschlag auf ein Pan Am Flugzeug in Lockerbie im Jahr 1988, machte sich Rick Riscola Sorgen über einen terroristischen Anschlag auf das World Trade Center. Im Jahr 1990 holte er einerseiten einen Kampfgefährten nach New York und führte ihn durch das Gebäude. Er wollte von seinem Freund, der sich mit Terrorismusabwehr auskannte, wissen, wie er das Gebäude angreifen würde, wenn er Terrorist wäre. Nachdem der Freund das Parkhaus besichtigt hatte, meinte er, die Aufgabe wäre überhaupt keine Herausforderung. Wie James B. Stewart in seiner Riscola-Biografie Hurt of a Soldier aus dem Jahr 2002 schreibt, wenn er das World Trade Center angreifen wolle, würde er einen LKW mit Sprengstoff beladen, ihn im Parkhaus abstellen und weggehen. Rick Riscola und sein Freund schrieben einen Bericht an die Hafenbehörde, stellten ihre Bedenken dar und forderten weitere Sicherheitsvorkehrungen für das Parkhaus. Die Empfehlungen, die teuer umzusetzen gewesen wären, wurden laut Stuart ignoriert. Die Hafenbehörde hat auf meine wiederholten Bitten, für dieses Buch einen Kommentar abzugeben, nicht reagiert. Drei Jahre später belut Ramzi Youssef einen LKW mit Sprengstoff, fuhr damit ins Parkhaus des World Trade Centers und ging weg. Genauso wie Rick Riscola es vorhergesagt hatte. Als die Bombe explodierte und die Erschütterung im ganzen Gebäude zu spüren waren, stand Riscola im langen Floor von Morgan Stanley und brüllte. Niemand beachtete ihn, so wie jedes Mal, wenn er versuchte, eine Feueralarmübung durchzuführen. Also stieg er auf einen Schreibtisch und brüllte. Muss ich erst die Hosen runterlassen, damit ihr mal herguckt? Es wurde still im Raum. Er teilte Taschenlampen aus und führte die Angestellten durch die dunklen Treppenhäuser. Nach dem Bombenanschlag von 1993 hatte Riscola dann die notwendige Glaubwürdigkeit. Zusammen mit seiner muskulösen Erscheinung reichte sie aus und den Angestellten von Morgan Stanley Verantwortung für ihr eigenes Überleben zu vermitteln. Das geschah fast nirgendwo sonst im World Trade Center. Er aber wusste um die Gefahr der Verleugnung und um die Dringlichkeit, diese Phase rasch hinter sich zu bringen und zu handeln. 1993 hatte er beobachtet, wie sich die Angestellten die Treppen hinunter bewegten und wusste, dass sie viel zu lange brauchten. Er hatte darauf geachtet, der Letzte zu sein, der an diesem Tag das Gebäude verließ. Er hatte die Nachzügler und Grötler gesehen, die Langsamen und die Behinderten. Rick Riscola hatte eine ungewöhnlich feine Antenne für Gefahren. Ihm war klar, dass die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Terroranschlags nicht etwa geringer wurde. Und er wusste auch, dass es töricht war, sich bei der Rettung von Angestellten auf die Einsatzkräfte zu verlassen. Seine Firma war der größte Mieter im World Trade Center, quasi ein Dorf in den Wolken. Die Angestellten von Morgan Stanley waren darauf angewiesen, aufeinander zu achten. Von diesem Zeitpunkt an durften Besucher nur noch in Begleitung in die Büros. Riscola stellte weitere Sicherheitsleute ein. Er wies die Angestellten an, in einem echten Ernstfall nicht auf die Anweisungen der Hafenbehörde zu hören. In seinen Augen hatte die Hafenbehörde jegliche Legitimation verloren, nachdem sie seine Warnungen aus dem Jahr 1990 nicht beachtet hatte. Am beeindruckendsten war jedoch, dass Rick Riscola begann, die gesamte Firma regelmäßigen unangekündigten Brandschutzübungen zu unterziehen. Er schuldet die Angestellten, sich im Flur zwischen den Treppenhäusern zu treffen und auf seine Anweisungen hin in zweier Reihen die Treppen bis zum 24. Stockwerk hinabzusteigen. Damit nicht genug. Er bestand darauf, dass die höher gelegenen Etagen zuerst geräumt wurden. Erst wenn der letzte Angestellte eines Stockwerks die darunterliegende Etage erreicht hatte, durften die Angestellten dieses Stockwerks folgen. Nur jemand, der ein umfangreiches Wissen über menschliches Verhalten in Evakuierungsfällen hat, würde dies tun. Ohne spezielle Schulungen werden die Leute in einem Notfall nämlich überaus zuvorkommt, wie wir bereits gesehen haben. Sie lassen Leuten aus darunterliegenden Stockwerken auf der Treppe den Vortritt. Mit dem Ergebnis, dass die Menschen aus den obersten Stockwerken, die den weitesten Weg haben und deshalb auch der größten Gefahr ausgesetzt sind, als letzte aus dem Gebäude kommen. Die Leute so zu schulen, dass sie auf diesen Edelmut verzichten, war sehr klug und wunderbar einfach. Man kann die Radikalität von Riscolas Übungen nicht hoch genug bewerten. Morgens Stanley ist schließlich eine Investmentbank. Millionenschwere Hochleistungsbanker aus dem 73. Stockwerk rieben sich an Riscolas Evakuierungsmanie auf. Sie waren nicht begeistert, wenn sie vermögende Privatkunden mitten in einem Gespräch unterbrechen mussten. Jede Übung, die Broker von ihren Telefonen Computer unterriss, kostete die Firma Geld. Es war ihm egal, dass er sich damit nicht gerade beliebt machte. Durch seine militärische Ausbildung hatte er eine einfache Regel über das Wesen des Menschen gelernt, die auch das Herzstück dieses Buches bildet. Die beste Methode, um zu gewährleisten, dass das Gehirn auch unter extremer Belastung funktioniert, ist, es zuvor immer und immer wieder üben zu lassen. Oder, wie es in der Army heißt, die 8 Ps. Proper prior planning and preparation prevent piss poor performance. Zu deutsch, gute Planung und Vorbereitung beugen mangelhafter Durchführung vor. Nach den ersten paar Feuerübungen schimpfte Whiskola mit den Angestellten, weil sie die Treppen zu langsam hinabstiegen. Er stellte sich mit der Stoppuhr daneben und sie wurden tatsächlich schneller. Außerdem hielt er ihnen Vorträge über die Grundlagen von Brandnotfällen. Sie sollten immer nach unten gehen, nie hinauf zum Dach, niemals. Rick Whiskola ließ keinerlei Ausnahmen zu. Wenn Gäste zu Schulungen bei Morgan Stanley zu Besuch waren, achtete Whiskola darauf, dass auch sie wussten, wie man hinauskommt. Ihm war klar, dass gerade sie mehr Hilfe benötigten als alle anderen, denn im Fall einer Evakuierung wären sie, wie die Gäste im Beverly Hills Supper Club, passive Teilnehmer in einer ungewohnten Umgebung eine gefährliche Rolle. Nach dem Bombenanschlag von 1993 schrieb Whiskola einen weiteren Bericht. Diesmal warnte er, dass Terroristen vor nichts zurückschrecken würden, um die Türme zum Einsturz zu bringen. Er zeichnete sogar ein weiteres Anschlagsszenario. Terroristen könnten ein Frachtflugzeug mit Sprengstoff beladen und damit ins World Trade Center fliegen. Rick Whiskola besaß die Vorstellungskraft der Regierung fehlte und wurde von ihr besichtigt, bloße Hypothesen aufgestellt zu haben. Schließlich im Fall Whiskola, dass Morgan Stanley seine Firmenzentrale in einen flacheren Gebäudekomplex in New Jersey verlegen solle. Doch der Mietvertrag der Firma lief noch bis 2006. Morgan Stanley jedoch beschloss, zum Teil aufgrund von Whiskolas Feststellungen, die Hafenbehörde zu verklagen, da die Firma durch das Bombenattentat geschädigt worden war und hoffte, früher aus dem Mietvertrag rauszukommen. Der Reststreit wurde im April 2006 beigelegt. Morgan Stanley überlegte ein, die Konditionen geheim zu halten. Whiskolas Feuerübungen gingen acht Jahre lang weiter, auch als die Erinnerungen an den Bombenanschlag langsam verblassten. Er sagte immer, irgendwann erwischen sie uns nochmal, entweder aus der Luft oder aus der Subway. Erinnert sich Stephen Engel, der als Leiter der Objektbetreuung eng mit Whiskola zusammenarbeitete. Wenn er neue Sicherheitsleute einstellte, suchte Rick Whiskola immer noch weit höher qualifizierten Mitarbeitern, als Engel sie je in solchen Jobs gesehen hatte. Er holte lieber einen ehemaligen Computerfachmann als einen alten Straßenpolizisten, der sich die Rente aufbessern will. Rick Whiskola vertraute auch auf das System der Brandschutzbeauftragten, aber er hatte mehr von diesen Leuten als die anderen Firmen und ließ sie bei den Aufgaben öfter abwechseln. Es war ihm sehr wichtig, dass alle zu den Feuerübungen erschienen. Wir haben immer gespottet, das Hörtchen ruf wieder zum Appell, erinnert sich Bill McMahon, ein leitender Angestellter von Morgan Stanley. Es passierte immer mal wieder, dass ich in meinem Büro saß und der Brandschutzbeauftragte vorbeikam und sagte, los, du musst jetzt mitmachen. Whiskola sorgte dafür, dass die Brandschutzbeauftragten fluoreszierende, orangefarbene Westen und Hüte trugen. Wir haben uns über sie lustig gemacht und gefragt, na, also deinen Hut auch auf? Und wo bitte ist deine Weste? Erinnert sich McMahon. Aber im Rückblick kann man nur sagen, Gott sei Dank. Inzwischen tat sich viel in Whiskolas Privatleben. Er verliebte sich in eine Frau, die er in der Nachtbeschaft beim Joggen kennengelernt hatte und heiratete sie. Dann wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Die Behandlung war schmerzhaft und er nahm währenddessen zu. Jetzt sah er zwar nicht mehr aus wie ein Soldat, doch er erschien nach wie vor jeden Morgen um 7.30 Uhr in Anzug und Krawatte und bereitete seine Leute vor. Whiskola war in allem, was er tat, ehrgeizig. Sogar bei seinen Hobbys. Er begann mit den Töpfern und töpferte für seinen Freund Stephen Engel einen Blumentopf. Eines Tages beschloss er, mit der Holzschnitzerei anzufangen. Ein paar Monate später kam er mit so einer Ente rein. Sie war wunderschön, sagt Engel lachend. Whiskola sah gerne alte Western und las wie besessen. Egal worüber man sprach, ob über Kampfsport oder alte Filme, er konnte immer mitreden. 1998 wurde Whiskola von dem Filmproduzenten Robert Edwards interviewt, dessen Vater gemeinsam mit Whiskola in Vietnam gewesen war. Es war ein Dokumentarfilm über das Wesen der Kriegsführung. Wenn man sich das Filmmaterial heute ansieht, wird deutlich, dass Whiskola viel über Terrorismus nachgedacht hat. Und zwar weit über das hinaus, was seinen Arbeitsplatz betraf. Er warnte davor, dass sich das ganze Wesen des Krieges verändert habe und die Regierung nicht darauf eingestellt sei. Die Jagd auf Terroristen, das wird in Zukunft der Krieg sein. Keine großen Schlachtfelder, keine rollenden Panzer, sagte er. Wenn man sich über künftige Kriege Gedanken macht, muss man aber auch darüber nachdenken, Los Angeles zu operieren. Terroristische Einheiten können kommende Streitkräfte binden. Sie können sie sogar an die Knie zwingen. Es gab Augenblicke, in denen Whiskolas Job zu klein schien für seine Vorstellungskraft. Am 5. September 2001 erwähnte Whiskola in einer E-Mail an einen alten Freund das Wort Kairos. Es stammt aus dem Griechischen und bezeichnet einen existenziellen oder kosmischen Augenblick, der den linearen Verlauf der Zeit transzendiert. Ich habe mich damit abgefunden, dass es für mich niemals einen Moment des Kairos geben wird. Bloß das erhabene Beackern der eigenen Scholle. Dazu ein paar Mocha Grande bei Starbucks, von denen leider auch jeder ein bisschen schaler schmeckt als der vorherige. O-Ton vom Schlachtfeld. Am Morgen des 11. September hörte Whiskola eine Explosion und sah sein Bürofenster, dass der Nordturm brannte. Die Stimme eines Sprechers der Hafenbehörde kam über Lautsprecher und ermahnte alle, an ihren Schreibtischen zu bleiben. Whiskola jedoch griff Megafon, Funkgerät und Handy und begann, die Angestellten von Morgan Stanley systematisch zu evakuieren. Sie wussten bereits, was zu tun war. Sogar die 250 Gäste, die ein Stockbroker-Seminar besuchten. Auch ihnen hatte man den Weg zum nächsten Treppenhaus gezeigt. Zu wissen, wohin man gehen sollte, war das Wichtigste. Das Gehirn, meint es jedenfalls, schaltet nämlich einfach ab. Und wenn das passiert, muss man wissen, was als nächstes zu tun ist, sagt Bill McMahon. Was man in so einem Notfall gar nicht brauchen kann, ist nachdenken zu müssen. Am 11. September wären wohl einige Menschen nicht gestorben, wenn sie Whiskolas Warnungen gehört hätten. Doch sie arbeitet nicht bei Morgan Stanley. Etwa die Hälfte der Beschäftigten im World Trade Center wusste nicht, dass der Ausgang zum Dach verschlossen war. Das ergab die Columbia-Befragung der Überlebenden. Aus mangel an anderen Informationen erinnerten sich einige, dass 1993 Opfer von einem Helikopter vom Dach gerettet worden waren. Also verbrachten sie die letzten Minuten ihres Lebens damit, zum Dach des Turms hinaufzusteigen, nur um die Türen verschlossen vorzufinden. Während Rickes Cola am 44. Stock stand und die Leute die Treppen hinunter dirigierte, schlug das zweite Flugzeug ein, diesmal 38 Stockwerke über ihm. Das Gebäude neigte sich so heftig zur Seite, dass einige Angestellte von Morgan Stanley zu Boden geworfen wurden. Stopp, befall Riscola über sein Megafon. Nicht bewegen! Still sein! Ruhig bleiben! Das Ergebnis war, dass niemand sprach oder ging, schrieb Stuart. Als ob Riscola einen Zauberspruch gesagt hätte. Rick Riscola leitete die Evakuierung sofort in ein anderes Treppenhaus um und achtete darauf, dass niemand stehen blieb. Alles wird gut, sagte er. Denkt daran, sagte er immer wieder. Ihr seid Amerikaner. Die Angestellten von Morgan Stanley hatten gesehen, was im Nordton passierte, als das erste Flugzeug eingeschlagen war. Sie hatten freie Sicht auf die Flammen gehabt, die das Gebäude und die Menschen verschlangen. Leute wie sie, die mit wehenden Krawatten aus dem Fenster sprangen. Als nun das zweite Flugzeug einschlug, wussten sie, was sich in den Stockwerken über ihnen abspielte. Rick Riscola hatte Soldaten durch von Vietcong kontrollierte Gebiete im zentralen Hochland von Vietnam geführt. Er wusste, dass das Gehirn bei extremer Furcht sehr schlecht reagiert. Damals hatte er seine Männer beruhigt, indem er Lieder aus seiner Heimat Cornwall sang, die er als Junge gelernt hatte. Jetzt im überfüllten Treppenhaus, als ihn das Schweiß durch das Sacko drang, begann Riscola in das Megafon zu singen. Man of Cornwall, stand your steady. Männer von Cornwall, seid standhaft. Einer seiner Sicherheitsleute brachte ihm einen Stuhl, doch Riscola wollte lieber stehen bleiben. Zwischen den Liedern rief Riscola seine Frau an. Weine nicht, sagte er. Ich muss die Leute hier in Sicherheit bringen. Falls mir irgendetwas passieren sollte, will ich, dass du weißt, dass ich noch nie so glücklich war wie jetzt. Du hast mein Leben zurechtgerückt. Nur Augenläge später hätte Riscola die meisten morgens Denley-Angestellten aus dem brennenden Turm geführt. Dann kehrte er um. Man sah ihn zuletzt im zehnten Stock auf dem Weg nach oben, kurz bevor der Turm einstürzte. Riscola hatte sein Kairos-Moment. Seine Überreste wurden nie geschwunden. Leute, die Riscola gut kannten, wussten genau, dass er die Türme nicht verlassen hätte, solange noch jemand drin war. Als das Gebäude einstürzte, zweifelte ich nicht eine Sekunde daran, dass er drin war, sagt Engel, der Objektbetreuer. Rick wollte in Ehren untergehen. Niemand weiß genau, was passiert ist, aber Engel glaubt, dass Riscola gehört hatte, dass ein paar Leute noch drin waren. Konkret ging es um einen Geschäftsführer von Morgan Stanley, der sein Büro nicht verlassen hatte. Zuletzt hatte man ihn telefonieren sehen, als alle anderen das Gebäude verließen. Wie ich Rick kenne, sagt Engel, wollte er raufgehen, ihn sich ohne lang zu fackeln über die Schulterwerfer und raustragen. Selbstgenügsamkeit war für Riscola eine Art Religion. Er erzählte einmal einem Freund, dass jeder, der nackt auf die Straße geschickt wird, in der Lage sein sollte, bis zum Abend Kleidung und Nahrung zu finden. Nach Ablauf einer Woche müsste er ein Pferd haben und am Ende eines Jahres sollte er eine Firma und ein Sparbuch besitzen. Rick Riscola lehrte die Angestellten von Morgan Stanley, sich selbst zu retten. Eine solche Lektion ist seltsamerweise selten und wertvoll geworden. Als der Turm einstürzte, waren nur noch 30 Angestellte von Morgan Stanley darin, einschließlich Rick Riscola und vier seiner Sicherheitsleute. Die übrigen 2687 waren in Sicherheit. Verantwortung übernehmen Wenn der Mensch glaubt, dass er Einfluss auf sein Überleben hat, kann er erstaunlich kreativ sein. Er braucht dazu nichts weiter als die Kühnheit, sich vorzustellen, dass sein Verhalten einen Unterschied machen kann. Das kann von einem Moment zum anderen passieren, durch einen Anruf oder eine geäußerte Idee. Im Jahr 1996, nachdem das Hochwasser den Ort Parsons in West Virginia zum zweiten Mal innerhalb von elf Jahren weggespült hatte, rief Katie Little zwei ihrer Freundinnen an und sagte, sie müssten jetzt ein wenig Geld beschaffen. Die drei Frauen, alle über 80 Jahre alt, begannen an jeden ersten Freitag im Monat in der örtlichen Bank selbstgebackene Kuchen und Kekse zu verkaufen. Dann sangen sie Kirchenlieder. Sie versteigerten ein Schwein namens Muddy Waters, übersetzt schlammiges Wasser. Ende desselben Jahres hatten die drei Frauen, die man mittlerweile als die Keksdam bezeichnete, 40.000 Dollar zusammen, die sie als Eigenkapital einbrachten, um staatliche Gelder in Höhe von 1,5 Millionen Dollar zu bekommen. Diese nutzten sie, um eine Hochwassermauer zum Schutz der Stadt bauen zu lassen. Warum gibt es nicht öfter Feuerschutzübungen und Schweineversteigerungen? Wenn man verstehen will, warum ein Land, das sich auf Unabhängigkeit gründet, derart verwundbar geworden ist, muss man überlegen, warum Menschen mit den besten Absichten immer wieder gute Gelegenheiten verstreichen lassen. Im Jahr 2004 wurde ein Gesetz verabschiedet, das die größten Veränderungen an der Bauordnung der letzten 30 Jahre mit sich brachte. Die neuen Regelungen verlangten ausgefeiltere Notfallpläne und mehr Schulungen für den obersten Brandschutzbeauftragten. Doch in all diesen Regelungen sind noch immer keine ernsthaften Feuerübungen vorgeschrieben, wie Wilkwest-Cola sie durchgeführt hat. Leider ist dies ein Aspekt, wo wir auf Hindernisse stoßen, sagt Captain Joseph Evangelista, der bei der New Yorker Feuerwehr für die Planungen zuständig ist. Genau wie bei der Hafenbehörde nach dem Bombenanschlag von 1993, so wurden auch hier lediglich Veränderungen vorgenommen, die nur die Technik und ein paar Experten betrafen. Nicht aber Leute wie sie und mich. Warum? Unter anderem befürchtete die städtische Grundstücksverwaltung, dass sich bei Pflichtübungen Menschen verletzen könnten, was dann Klagen zur Folge hätte, erläutert Joe McCormack, ein Brandschutz-Sicherheitsberater, der am Gesetzesentwurf beteiligt war. Die neuen Regelungen sehen nur vor, dass jeder alle drei Jahre einmal vier Stockwerke hinabsteigt. Die Geschichte von New Yorks verpasster Gelegenheit ist eine Art Denkzettel dafür, wie die Macht der Angst unser Verhalten verzerren kann. Ebenso wie die Angst vor Panik ist auch die Angst, verklagt zu werden, stets ein stiller Partner im Katastrophenschutz. Zwei Tage bevor der Hurricane Katrina 2005 das Ufer erreichte, verschob Ray Nuggin, der Bürgermeister von New Orleans, das Aufrufen einer Zwangsevakuierung auf einen späteren Zeitpunkt. Laut einem Bericht der New Orleans Times Pikachu von diesem Tag musste er sich zunächst mit seinen Anwälten beraten, um sicherzugehen, dass die Stadt nicht von Ladenbesitzern auf Schadensersatz verklagt werden könnte, wenn diese ihre Geschäfte schließen müssten. Genau wie die Angst vor Panik ist auch die Angst, verklagt zu werden, nicht vollkommen irrational. Sich auf eine Gerichtsverhandlung einzulassen, kann, selbst wenn die Klage an den Haaren herbeigezogen ist, sträflich teuer und anstrengend werden. Natürlich stimmt es auch, dass Gerichtsverfahren unserer Welt in vielerlei Hinsicht sicherer gemacht haben. Doch dafür zahlen wir einen hohen Preis. Die Angst verklagt zu werden, verlangsamt die Reaktion. Sie kann Menschenleben kosten, sagt William Nicholson, Autor von zwei Büchern über die Katastrophenschutzgesetzgebung und ehemaliger Chefsyndikus der Katastrophenschutzbehörde von Indiana. Aus Angst geben die Behörden also wichtige Informationen nicht an die Öffentlichkeit weiter. Und diese Ungewissheit kann gute Menschen davon abhalten, einander zu helfen. Die Angst vergiftet zudem das Verhältnis zwischen der Öffentlichkeit und den Menschen, die dafür zuständig sind, diese zu schützen. Jede einzelne Zeit der Juristen-Jargon schürt Misstrauen. Wir fangen an, echte Warnungen zu unserer eigenen Sicherheit mit legalistischen Unsinn zu verwechseln. Wir werfen Brandschutzübungen und Flugzeugsicherheitshinweise in den gleichen Topf wie Aufkleber auf Toastern, die uns da verwarnen, diese nicht in die Badewanne zu benutzen. Die Lage wird noch dadurch verschlimmert, dass die Verantwortlichen das Wesen der Haftbarkeit regelmäßig missverstehen. Ironischerweise wurde die Regierung nach dem Hurricane Katrina trotzdem verklagt. Drei Familien reichten nach dem Sturm eine Schadensersatzklage wegen Verantwortlichkeit für den Tod ein, einschließlich der eines Mannes, dessen Mutter in ihrem Rollstuhl starb, während sie in großer Hitze im Convention Center von New Orleans auf Hilfe wartete. Das Bild von E-Film Major Freephens zusammengesackten Körper wurde weltweit zum Symbol dieser amerikanischen Tragödie. Im Frühjahr 2007 wurde die Klage jedoch abgewiesen. Der Bundesrichter urteilte, dass Regierungsbeamte weitgehende Rechtsimmunität genießen, so dass sie ohne Angst vor Klagen ihrem Beruf nachgehen können. Die Angst vor der Haftbarmachung basiert, wie die meisten Ängste, meiner Meinung nach auf Unwissenheit, sagt Nicholson. Tatsächlich sind die meisten Regierungsbeamten vor Klagen geschützt, wenn sie ihrem Beruf nach bestem Wissen und Gewissen nachgehen, basierend auf guter Ausbildung. Allerdings kennen sie nicht genügend Menschen mit dem Katastrophenschutzgesetz aus. Die Unwissenheit der Beamten, angefangen bei der Regierungsführung bis hin zu den Katastrophenbeauftragten, wird noch verstärkt durch die Unwissenheit der Staatsanwälte, die sie beraten. In New Orleans hätten die Anwälte schon über die Risiken der Haftung Bescheid wissen müssen, bevor der Hurricane überhaupt einen Namen hatte. Die Evakuierungsdiskussion hätte nie dadurch aufgeschoben werden dürfen, dass die Anwälte noch Wissenslücken hatten. Wenn es eine Stadt mit 5000 Einwohnern gewesen wäre, hätte ich mich nicht beschwert, sagt Nicholson. Aber bei einer so großen Stadt wie New Orleans, bei der die offensichtlichen Gefahren allgemein bekannt waren, ist das ein Skandal, meine ich. Die Angst vor der Haftung kann jedoch auch eine willkommene Entschuldigung sein, sowie die Angst vor einer Panik. Egal ob bei einer Fluggesellschaft oder in einer Kommandozentrale, die Experten machen den Fehler, der Öffentlichkeit außen vor zu lassen. Wenn sie es irgendwie vermeiden können, Normalbürger in ihre Notfallpläne einzubeziehen, tun sie das. Das macht ihr Leben einfacher, jedenfalls solange nichts schief geht. In den 90er Jahren schlug ein Komitee des britischen Unterhauses vor, in den Wartebereichen von Flughäfen Attrappen von Flugkabinen aufzustellen. So hätten die Passagiere die Gelegenheit, einige der Überlebensstrategien, von denen ihnen ewig erzählt wird, tatsächlich durchzuspielen. Statt vor dem Abflug verdrießlich die Fernsehnachrichten anzustarren, könnten die Menschen Notausstiege öffnen, Rettungswesten aufblasen und Sauerstoffmasken überziehen. Was für eine tolle Idee. Doch die Idee wurde ignoriert, erinnert sich Frank Taylor, der ehemalige Chef der Flugsicherheitscenters an der Cranfield University. Die britische Behörde für Zivilduftfahrt lehnte sie ohne weitere Überlegung ab, erinnerte sich. Es scheint, als ob sie sich überhaupt gar keine Gedanken über irgendwelche Veränderungen machen wollten. Sie sind unterbesetzt und tun nichts, wovon sie sich nicht einen unmittelbaren Vorteil versprechen. Gleichermaßen bieten viele amerikanische Highschools keinen Fahrunterricht mehr an, weil es zu Kostspieles ist und sie Angst vor Prozessen haben. Die Schulen bieten Schreibmaschinenkurse an, aber sie tun nichts mehr, um unsere Kinder vor der wahrscheinlichsten ihrer Unfallursachen zu beschützen. In vielen amerikanischen Bundesstaaten lernen die Kinder das Autofahren von ihren Eltern, was eine fürchterliche Vorstellung ist. Jugendliche, die bei ihren Eltern das Autofahren gelernt haben, sind nämlich doppelt so häufig in schwere Unfälle verwickelt wie diejenigen, die von professionellen Fahrlehrern unterrichtet werden, wie eine Studie der Texas Transportation Institute aus dem Jahr 2007 ergab. Wir laufen Gefahr, immer mehr Verantwortung abzugeben und werden immer schlechter darin, Autounfälle zu überleben. Autofahren gehört zu den gefährlichsten Dingen, die wir tun. Jedes Jahr werden in den USA mehr als sechs Millionen Unfälle der Polizei gemeldet. Dabei sterben 40.000 Menschen und etwa zwei Millionen werden verletzt. Wie alle Katastrophen zählen auch Autounfälle zu den vermeidbaren Tragödien. Es gäbe noch weniger davon, wenn wir unser Gehirn auf dieselbe Weise trainieren würden, wie Rick Whiskola es tat. Und das ist kein bloßes Wunschdenken. Es gibt da draußen noch viel mehr Wiskolas, die alle versuchen, uns bessere Reaktionen anzutrainieren. Es ist durchaus möglich, die Evolution unserer Überlebensfähigkeit zu beschleunigen, sogar auf der Autobahn. Überlegen Sie mal, was wir alles trainieren können. Am späten Abend des 31. August 1986 wurde Ron Langford durch einen Anruf geweckt, bei dem er erfuhr, dass seine jüngste Tochter Dowie einen Autounfall gehabt hatte. Sie war mit ihrem Freund durch eine Wohngegend in Colorado gefahren. Als sie eine Kreuzhundberg wehrten, raste ein anderes Auto mit gut 90 kmh bei Rot über die Ampel und erwischte das Auto im rechten Winkel auf der Beifahrerseite. Dowie war sofort tot. Der andere Wagen war von einem angetrunkenen 19-Jährigen gesteuert worden. Er und alle anderen überlebten. Langford konnte sich den Tod seiner Tochter in irrisierenden, klaren Bildern vorstellen. Er war seinerzeit Autorennfahrer gewesen und hatte eine Reihe von Meisterschaften gewonnen. Er wusste, welchen Schaden ein Auto mit all seiner Kraft anrichten kann. Und er wusste, wo die Grenzen eines Fahrers liegen. Er wusste, dass das menschliche Gehirn zu vielen imstande ist. Aber das Autofahren gehört nicht dazu. Er hatte sich oft gewundert, wie wenig Training von Fahranfängern erwartet wird. Und nun würde er für den Rest seines Lebens darunter leiden. Als er aus dem Krankenhaus zurückkehrte, legte er sich hin, erinnert sich Ron Langford. Er sagte sich, er müsse nun eine Entscheidung treffen. Es wäre möglich, dass er ein Leben lang verbittert sein würde. Er spürte bereits, wie ihm die Galle hochkam. Und er konnte sich ausmalen, wie es seinen ganzen Körper füllte. Er konnte sich vorstellen, sein Leben einzig dem Ziel zu widmen, den Idioten, der seine Tochter getötet hatte, zu hassen. Es war verführerisch. Stattdessen jedoch startete Ron Langford ein Kreuzzug. Man ist wie von Sinnen. Ja, man ist eine Zeit lang wirklich wie von Sinnen, sagt er heute. Er verkaufte seinen Anteil in einer Immobilienfirma, die er gegründet hatte und die sehr erfolgreich war. Dann eröffnete er eine Fahrschule, die er Master Drive nannte. Er wollte den Menschen zeigen, dass man anderthalb Tonnen Metall in Bewegung nicht intuitiv steuert. Eurig Riscola wollte auch Ron Langford bessere Überlebende aus den Menschen machen, indem er ihre Gehirne für die heutigen Gegebenheiten trainiert. Langford kann wie ein Mann wirken, der sehr viel Wut in sich aufgestaut hat. Die Kunst, ein Auto unter Kontrolle zu haben, Manöver zur Unfallvermeidung, die Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen. All das sind wichtige Eignungen, die man zum Autofahren braucht, sagt er zunächst leise. Aber keiner bringt sie den Leuten bei. Keiner lernt das, sagt er diesmal sehr laut. Die Leute haben keine Ahnung. Sie wissen nicht mal, was sie nicht wissen. Hat ein Geländewagen eine andere Straßenlage als ein Honda Accord? Ja, verdammt, natürlich hat er das. Das Problem ist bloß, dass Frau XYZ mit ihrem dicken Ford Expedition dessen Fahrverhalten nicht versteht. Dieses Schiff kann man nicht einfach zur Seite zehren. Das verdammte Ding rollt nämlich weiter. Die Autofirmen bauen heute Autos mit super Sicherheitssystemen drin. Aber raten Sie mal, wer nicht weiß, wie man diese Systeme benutzt. Ron Langford glaubt jedoch fest an das menschliche Gehirn. Und das gibt ihm ausreichend Hoffnung, weiterzumachen. Unser Gehirn ist so leistungsstark. Überlegen Sie mal, was wir alles trainieren können. Einfach alles. Langford besteht darauf, dass jeder ein exzellenter Autofahrer werden kann. Aber dafür müssen wir unser Gehirn umprogrammieren. Es ist nicht besonders sinnvoll, Autofahren zu erzählen, wie man aus den Schleudern wieder herauskommt. Genauso wenig, wie es sinnvoll ist, den Leuten zu sagen, sie sollen in einem Notfall ruhig bleiben. In einer echten Notfallsituation braucht das Gehirn eine unbewusste Programmierung, auf die es zurückgreifen kann. Keine vagen Ratschläge. Deshalb führt Langford Schüler alter Altersklassen, solche, die nur zuvor gefahren sind und solche, die durch schreckliche Autounfälle traumatisiert werden auf einen Parcours seiner Fahrschule und lässt sie dort immer wieder ins Schleudern geraten. In sicherer Umgebung zeigt er, wie es sich anfühlt, die Kontrolle zu verlieren und bringt seinen Schülern bei, wie sie sie wiedererlangen. Die Schüler von Masterdrive sitzen 26 Stunden hinter dem Steuer. In vielen Bundesstaaten der USA sind dagegen nicht einmal 10 Stunden Pflicht. Hier erlernen sie Techniken zur Vermeidung von Unfällen. Sie lernen ihr eigenes Reaktionsmuster kennen und es handhaben, damit sie bei dem, was auf der Straße passiert, richtig reagieren können. 5000 Jugendliche durchlaufen jedes Jahr dieses Fahrtszentrum in Colorado. Manche machen sich in die Hosen, andere erstarren hinter dem Steuer. Für Langford ist das nur der Beweis dafür, dass sein Training realistisch genug ist. Wie Rick Westcola, so weiß auch Ron Langford, dass realitätsnahes Training die Fehler jedes Einzelnen zutage fördert, diesen dann aber stärkt. Als junger Rennfahrer hatte er einiges über Visualisierungstechniken gelesen, mit denen man seine Leistungen steigern kann. Also habe ich mein Gehirn darauf trainiert, einen Parkour unbewusst auswendig zu lernen. Immer wieder stellte er sich die Fahrt über den Parkour vor. Heute unterrichtet er Rennfahrer. Genauso wie die Polizisten und Feuerwehrmänner in Kapitel 3 schulte er die Fahrer richtig zu atmen, vor allem wenn sie schnell Kurven fahren, was immer der schwierigste Teil einer Strecke ist. Um Langford's praktisches Training selbst auszuprobieren, besuchte ich ihn bei Master Drive außerhalb von Denver und Colorado. Wir setzten uns in sein kleines Büro, von dem aus man auf dem Parkour sieht und Langford begann zu erzählen. Wenn sie Wasser oder irgendetwas anderes brauchen, sagen sie bitte Bescheid. Wenn ich nämlich einmal angefangen habe zu reden, kann das dauern. Dann stand er auf und holte eine Tafel, auf der er in einem Flussdiagramm aufzeichnete, wie das menschliche Gehirn Informationen verarbeitet. Können ist die Fähigkeit, etwas automatisch zu tun auf der unbewussten Ebene. Das muss man gar nicht drüber nachdenken. Es ist einprogrammiert. Wie schafft man das? Das geht über die Wiederholung, indem man das Richtige übt. Die einzige Methode, wie man etwas lernen kann, jedenfalls das Reaktionen betrifft, ist über die Programmierung. Langford hat sich sein Wissen darüber, wie der Geist arbeitet, aus der Hirnforschung angeeignet. In den vergangenen zehn Jahren haben die Forscher erkannt, wie formbar der Mensch ist. Die Kapazität für Veränderung ist phänomenal, sagt Jay Gild, leider das Institut für bildgebende Verfahren für Gehirnvorgänge in der Kinderpsychiatrie am National Institute of Mental Health. Unser ganzes Leben hindurch verändert sich die Geografie unseres Gehirns, und zwar abhängig von dem, was wir tun. Fähigkeiten, von denen wir immer angenommen haben, dass sie angeboren seien, sind es meist gar nicht. Die meisten Männer haben ein etwas besseres räumliches Vorstellungsvermögen als Frauen, und Frauen haben bessere sprachliche Fähigkeiten. Doch ebenso wie bei den Angstreaktionen ist auch hier der Raum für Veränderungen größer als die tatsächlichen Lücken. Bei einem Versuch an der Tempel University in Philadelphia machten die Frauen beträchtliche Fortschritte beim räumlichen Vorstellungsvermögen, nachdem sie einmal in der Woche ausgerechnet das Computerspiel Tetris spielten. Auch die Männer verbesserten sich durch Üben. Die Verbesserung auf beiden Seiten größer als der ursprüngliche Unterschied. Ohne Training greift das Gehirn im Krisenfall auf die Grundreaktion zurück. Wenn man einen Jugendlichen in ein Auto setzt, ihn mit 100 kmh im Schneesturm über die Autobahn fahren lässt und das Auto dann außer Kontrolle gerät, kann ich ihnen genau sagen, was sein Gehirn macht, sagt Lenkfort. Es bricht total zusammen. Für diese Situation gibt es keine Programmierung. Und was tut der Jugendliche? Er wird stocksteif. Macht die Augen zu. Macht alles falsch. Eigentlich können junge Leute in Nanosekunden reagieren. Das Problem ist bloß, dass sie meistens alles falsch machen. Nach dem Mittagessen gehen wir hinaus zum Parcours und steigen in einen grauen Toyota Corolla mit Rallye-Streifen. Ich sitze am Steuer und Lenkfort auf dem Beifahrersitz. Wir beginnen mit einem leichten Slalom-Training zwischen orangefarbenen Hütchen hindurch, um das Bremsen und Lenken zu üben. Zuerst fahre ich zu langsam, um mich bloß nicht zu blamieren. Lenkfort versucht, mir Selbstvertrauen zu geben. Versuchen Sie, den Rhythmus des Wagens zu spüren. Das ist es. Jetzt haben Sie es. Lassen Sie ihn tanzen. Nach ein paar Runden funktioniert es. Ich fahre schneller, habe mehr Spaß und fahre sogar ab und an ein paar Hütchen um. Dann fahren wir zum Schleuderparcours, der in erster Linie ein Stück nasser, glitschiger Asphalt ist. Auf Lenkfortsanweisung fahre ich mit fast 40 kmh auf die Schleuderstrecke zu. Dann weist Lenken an der Handbremse, beugt sich gleichzeitig rüber und reißt das Steuer herum. Der Reflex des Fahrers ist dann in der Regel, auf die Bremse zu treten und das Auto genau in die falsche Richtung zu lenken. Das liegt daran, dass das Gehirn darauf programmiert ist, dass es der Gefahr ins Auge sehen will. Egal wohin man sieht, das Gehirn neigt dazu, die Hände genau dahin zu leiten, sagt Lenkfort. Auf dem Highway ist das ein Problem. Die meisten Leute treten auf die Bremse, wenn sie ein entgegengekommenes Auto auf ihre eigenen Spurschleudern sehen und steuern gerade auch darauf zu. Lenkfort nennt es das Schlaglochphänomen. Je mehr ein Autofahrer auf Schlaglöcher startet, desto eher fährt er hinein. Die Hände gehen mit den Augen mit. Unter seinen Schülern war eine Frau, die einen schrecklichen Unfall gesehen hatte. Ein Auto hatte vorher einen Fußgänger überfahren. Von diesem Moment an war die Frau, wenn sie am Steuer saß, übermäßig wachsam. Sie suchte wie besessen nach Fußgängern. Wenn sie welche entdeckte, ließ sie nicht aus den Augen. Dann wurde ihr klar, dass sie schrecklicherweise stets genau auf die Fußgänger zusteuerte. Sie schrieb sich bei Ron Lenkfort ein, weil sie Angst davor hatte, jemanden zu überfahren. Er arbeitete mit ihr daran, ihr Augenmerk umzulenken. Weg vom Beobachten der Fußgänger und hin zur Kontrolle über das Auto. Das Ziel des Schleuderparcours ist es, so oft wie möglich ins Schlingern zu geraten, damit das Gehirn lernt, was es tun muss. Den Fuß auf der Bremse lassen und in die Richtung lenken, in der man das Auto haben will. Nach einer Weile kann ich den Wagen ohne Schwierigkeiten aus jeder Schleuderbewegung heraus manövrieren. Fast schon anmutig. Ich verlasse den Parcours mit einem besseren Verständnis des Automobils. Es ist, genau wie das Gehirn eine faszinierende Maschine, fließend und anpassungsfähig, wenn der Fahrer weiß, wie er damit umzugehen hat. Der Angst trotzen. Im Grunde ist der Terrorismus eine Gefahr, wie andere auch. Nur, dass er noch viel mehr Initiative von Normalbürgern einfordert. Schließlich werden Zivilisten bei Anschlägen sozusagen zwangsverpflichtet. Eins darf man nach dem 11. September nicht vergessen, sagt Stephen Flynn, Heimatschutzexperte und ehemaliger Offizier der amerikanischen Küstenwache. Es gibt zwei Geschichten über den 11. September. Die eine Geschichte geht so. Da gibt es ein paar böse Männer und die sind gekommen, uns zu töten. Deshalb müssen wir gegen sie in den Krieg ziehen. Diese Geschichte hat Präsident Bush erzählt, als er amerikanische Soldaten zum Kämpfen nach Übersee schickte und den Leuten sagte, sie sollen bitte Ruhe bewahren und nicht aufhören, einkaufen zu gehen. Die andere Geschichte, so Flynn, ist die vom United Airlines Flug Nummer 93. Es gab am 11. September ein Flugzeug mit Passagieren, die genug Zeit hatten, zu verstehen, dass diese Maschine als Waffe benutzt werden würde, wenn sie nichts dagegen unternahmen. Und was taten sie? Sie brachten die Verleugnungsphase sehr schnell hinter sich. Dann berieten sie, flüsterten hinter den Rückenlehnen der Sitze und sammelten mit Hilfe ihrer Handys Informationen. Sie arbeiteten als Gruppe zusammen. Dann, im entscheidenden Moment, stürmten sie das Cockpit und änderten den Lauf der Geschichte. Wenn durchschnittliche Menschen im Krisenfall tatsächlich so panisch reagieren würden, wie die meisten von uns erwarten, hätte Flug Nummer 39 mit ziemlicher Sicherheit entweder das Weiße Haus oder das Kapitol zerstört. Es ist eine große Ironie, sagt Flynn, dass unsere gewählten Vertreter am 11. September von ganz normalen Bürgern beschützt wurden. Diese verborgene Belastbarkeit ist überall und sie ist die einzige sichere Waffe im Kampf gegen den Terrorismus. Zwar kann nicht jedes Attentat verhindert werden, doch allein die Tatsache, dass einfache Leute an der alltäglichen Gegenwehr beteiligt sind, ist an sich schon ein Sieg. Der Terrorismus ist anders als der kalte Krieg. Er ist eher ein psychologischer als ein physischer Krieg. Und in diesem Unterschied liegt die Chance. Furcht braucht zwei Dinge, so Flynn. Einerseits Gefahrenbewusstsein und andererseits das Gefühl, einer Gefahr machtlos ausgeliefert zu sein. Fehlt diese Machtlosigkeit, ist der Terrorismus viel weniger zu störrisch. Wenn wir den Schrecken erkennen, können wir ihn aushungern. Nach dem 11. September nahmen kleine Gruppen von Angestellten im Chicagoer Sears Tower ihr Schicksal selbst in die Hand und fingen an, Evakuierungsübungen zu organisieren. Die amerikanische Heimatschutzbehörde versuchte ebenfalls, die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Sie startete ein Projekt mit dem Namen Citizen Corps, das darauf abzielte, freiwillige Helfer zu trainieren und zu organisieren. Diese Gruppen agieren jedoch nur lokal und ihre Effektivität variiert ziemlich stark. Im ganzen Land gibt es rund 2300 Citizen Corps Gruppen. Doch die Regierung überprüft nicht, wie viele Leute tatsächlich an den Schulungen teilgenommen haben. Ich selbst hatte mich online angemeldet, um in Washington mitzuhelfen und habe nie eine Antwort erhalten. Im Jahr 2003 richtet die Regierung eine Website für öffentliche Bereitschaft ein, ein wedi.gov, die von mehr als 23 Millionen Nutzern aufgerufen wurde. Leider enthielt sie einige Fehler und war insgesamt ziemlich dröge und fantasielos. Vermeiden sie im Falle eines nuklearen Unfalls bemöglich den Umgang mit radioaktivem Material. Deshalb nahm es eine Praktikantin des Dachverbandes amerikanischer Wissenschaftler auf sich, ein Konkurrenzprodukt namens reallyready.org zu entwickeln, das etwas pfiffiger ist. Die Rauch- und Staubwolke nach einer Explosion ist gut sichtbar und wird vom Wind davongetragen. Laufen sie quer zur Windrichtung, weg von der Staubwolke. Die Besucher dieser Seiten haben festgestellt, dass sie weniger Angst haben, je mehr sie über bestimmte Dinge wissen. Das nächstliegende und wichtigste ist daher, über Risiken genau Bescheid zu wissen. Je nachdem, wo man wohnt, kann entweder ein Hurricane oder ein Erdbeben die wahrscheinlichste Bedrohung sein, zwei ganz unterschiedliche Herausforderungen. Es ist nicht nötig, sich auf alles vorzubereiten. Hüten sie sich beispielsweise vor Warnungen, die keine Nachprüfer und Fakten enthalten. Es ist nämlich wichtig, dass man sich auf Fakten im Gegensatz zu Emotionen verlässt. Die regionalen Fernsehnachrichten sind wirklich keine gute Wahl, wenn es darum geht, Risiken einzuschätzen. Wann immer möglich, sollten sie nach aktuellen Zahlen Material suchen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einem Flugzeug abstürze, in Anbetracht der Häufigkeit meiner Flugreisen? Wie wahrscheinlich ist es in Anbetracht meines Umfelds, dass ich Opfer eines Terroranschlags werde? Diese Fragen scheinen auf der Hand zu liegen und doch sind sie nur selten Teil unserer Gespräche über Risiken. Schlauer werden setzt voraus, dass man sich den Fakten widmet und nicht den Emotionen. Sie sollten sich systematisch auf die Hauptrisiken ihrer Region vorbereiten, aber darauf achten, dass sie ganzheitlich vorgehen. Horten sie nicht einfach Wasservorräte, sondern versuchen sie mehr über die geschichtlichen und wissenschaftlichen Hintergründe des betreffenden Risikos zu erfahren. Und versuchen sie im Kopf eine Generalprobe durchzuspielen. Sie muss nicht kompliziert sein. Es reicht vielleicht schon, sein Bürogebäude einmal in der Woche über das Treppenhaus zu verlassen. Wenn möglich, sollten sie ihr gesamtes Büro oder die Nachbarschaft mit einbeziehen, nicht nur ihre Familie. Im Ernstfall sitzen sie alle im gleichen Boot. Da ist es nur sinnvoll, sich bereits in guten Zeiten kennenzulernen, nicht erst in schlechten. Sie werden staunen, wie empfänglich Menschen für so etwas sein können, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt. Falls sie aus welchem Grund auch immer besondere Angst vor etwas haben, das nicht auf ihrer persönlichen Risikoliste steht, sollten sie sich darauf auch vorbereiten. Denn je mehr sie das Gefühl haben, die Kontrolle behalten zu können, desto weniger Angst werden sie haben. Und je mehr Kontrolle sie haben, desto besser werden sie reagieren, wenn das Schlimmste tatsächlich eintritt. Katastrophenexperten verdienen ihr Geld damit, über Katastrophen nachzudenken, aber sie fühlen sich nicht machtlos. Sie tun Kleinigkeiten, um ihrem Gehirn für den Notfall Abkürzungen zu schaffen. Analytiker für menschliche Faktoren der staatlichen Luftfahrtbehörde der USA, suchen beispielsweise immer nach dem nächsten Notausgang, wenn sie ein Flugzeug betreten. Und sie lesen die Sicherheitshinweise, die andere Menschen für überflüssig halten, genau durch. Sie tun das, weil jeder Flugzeugtyp anders ist und weil sie wissen, dass sie bei jedem Absturz vielleicht verlangsamt reagieren. Jedes Mal, wenn Robin Gershon, die eine Studie über die Evakuierung des World Trade Centers durchführt, in einem Hotel eincheckt, geht sie von ihrem Zimmer aus über die Treppe wieder hinaus. Sie weiß, dass die meisten Hotelnotausgänge auf verschlungenen Wegen durch Hinterzimmer führen und in irgendwelchen Seitenstraßen enden. Ich habe das einmal in einem Hotel in Manhattan versucht und bin in der Küche gelandet. Ein Dienstvorgesetzter hielt mich für eine Mitarbeiterin auf dem Weg in die Pause und wollte meine Tasche durchsuchen. Offenbar hatten noch nicht viele Hotelgäste die Treppe benutzt. Wenn sich eine Katastrophe anbahnt, sind Menschen, die ihr eigenes Katastrophenreaktionsmuster kennen im Vorteil. Zunächst wissen sie, dass, auch wenn etwas Schreckliches passiert, ihre Chancen zu überleben gar nicht zu schlecht stehen. Schon zu wissen, dass Hoffnung besteht, kann die nötige Geistesgegenwart mobilisieren, um die Verleugnung und das Nachdenken beiseite zu schieben und zu handeln. Das Wichtigste ist zu erkennen, dass man weg muss. Alles, womit man sich vorbereitet hat, kann hilfreich sein, sagt Noah Marshall, die 21 Jahre lang Überlebensfaktoren für die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde untersucht hat. Wissen hilft auch bei der Selbstkorrektur. Jetzt, wo sie wissen, dass man dazu neigt, eine Evakuierung hinaus zu zögern oder Zeit damit zu vergeuden, Handgepäck aus dem Gepäckfach zu zerren, haben sie die Chance, ihre schlechtesten Instinkte zu unterdrücken. Vor allem ist es unerlässlich, die Initiative zu ergreifen, nämlich sich daran zu erinnern, dass sie und ihre Nachbarn sich selbst retten müssen. Nun, dass sie einen Einblick in den Überlebensbogen haben, finden sie die Abkürzungen vielleicht leichter. Teddybären und Rollstühle. In einer alten Werkssiedlung namens Samoa, etwa 400 Kilometer nördlich von San Francisco, fand am 28. Juli 2007 die erste Tsunamiübung in der Geschichte Kaliforniens statt. Samoa liegt auf einer Fläche von 74 Hektar direkt am Meer. Es gibt einen Marktplatz und ein Restaurant, aber nichts vornehmes. Die 100 Häuser von Samoa wurden von dem Holzfällerbetrieb gebaut, dem die Siedlung früher gehörte. Heute ist die Holzfabrik weg, doch die Bewohner der Siedlung sind noch da. Sie arbeiten in einer Zeltstofffabrik in der Nähe, auf Baustellen und in anderen Dienstleistungsbetrieben. Troll Nicolini ist Meteorologe beim staatlichen Wetterdienst und Besitzer eines Schönheitssalons in der Gegend. Seit dem Tsunami Ende 2004 in Südostasien hat er geholfen, Evakuierungswege für Risikogebiete wie Samoa zu entwickeln. Er hatte die Idee, dass es sinnvoll sein könnte, die Leute im Ort zu fragen, wo die Schilder für den Evakuierungsweg aufgestellt werden sollten. Er beließ die Schilder also zunächst tragbar und plante eine Übung. Das Ganze wurde dadurch sehr vereinfacht, dass Nicolini niemanden um Erlaubnis bitten musste, sein Grundstück zu betreten. Samoa gehört zu den wenigen Städten in den USA, die noch im Besitz einer Firma sind. Der derzeitige Besitzer ist Danko, eine Bau- und Entwicklungsgesellschaft. Die Firma erklärte sich einverstanden, bei der Übung behilflich zu sein. Wir konnten einfach machen, was wir wollten, ohne uns über irgendetwas Sorgen machen zu müssen, sagte Nicolini. Samoa war einer der ersten Orte in den USA, der Verantwortung dafür übernahm, seine Einwohner auf den Katastrophenfall vorzubereiten. Interessanterweise war es eine Firma, nicht die Regierung, die den Weg dafür ebnete. An einem Donnerstagabend um 18 Uhr schrillte die Tsunami-Sirene in der Feuerwache. Dan Johnson, Geschäftsführer und Vorsitzender von Danko, war vor Ort und er hatte keine hohen Erwartungen. Ich war mir nicht mehr sicher, ob überhaupt Leute kommen würden, sagte er. Das ist eine Arbeitersiedlung hier, alle im Blaumann, die trinken abends ihr Bier. Doch während er zusah, strömten die Leute auf die Straßen und folgten dem Evakuierungsweg. Fast 200 Menschen, etwa 75 Prozent der Bevölkerung, drängten zum Treffpunkt, knappe 15 Meter über dem Meeresspiegel. Babys, Katzen und Hunde, alle waren dabei. Peggy Wetterby schob ihre Mutter Dolores im Rollstuhl den Pfad hinauf. An der stellsten Stelle kamen ihr drei kräftige Männer zur Hilfe. Geschäftsführer Johnson war sprachlos. Plötzlich liefen all die vielen Leute los. Mit ihren Hunden, einem Vogelkäfig und ein kleines Mädchen zerrte ein Teddy hinter sich her, der größer war als sie selbst. Ich konnte es nicht fassen. Diese ruppigen Kerle kamen dann mit einem Rucksack voller Sachen an, die sie nicht in ihrem Haus zurücklassen wollten. Als Nicolini den Weg hinauf lief, traf er ein kleines Mädchen mit einem Rucksack. Wow, sagte ich. Das ist dein Notfallgepäck, erinnert er sich. Aber sie guckte mich nur an, als ob sie sagen wollte, Freundchen, das ist eine ernste Angelegenheit. Halt mich nicht auf, ich habe zu tun. Alle waren binnen zehn Minuten oben auf dem Hügel, was etwa dem Zeitraum entspricht, der in dem Ernstfall bleiben würde. Jede Familie stempelte eine Stempelkarte ab, damit sie wussten, wie lange sie bei einem echten Tsunami für den Weg brauchen würde. Ein nettes Souvenir vom Hügel. Dann sprach Nicolini die Leute an. Ich möchte ihnen allen gratulieren und ihnen sagen, dass sie überlebt haben und es ihnen gut geht. Er erinnerte sich daran, dass es vorkommen könne, dass die Sirene nicht funktionierte. In jedem Falle sollten sie alles stehen und liegen lassen, wenn sie spürten, dass die Erde länger als 20 Sekunden lang bebt. Oder wenn sie beobachteten, dass sich das Meer zurückzieht. Oder sie ein eigenartiges Donnern vom Horizont her hörten. Er plante, diese Übung jedes Jahr durchzuführen und sie auch auf andere Städte auszuweiten. Man muss das üben, das ist wichtig, sagt Nicolini. Ich hoffe, dass die Leute jetzt weniger über den Tsunami nachdenken. Wenn man einen Plan hat, muss man sich keine Sorgen machen. Nachdem die Übung beendet war, passierte etwas Seltsames. Die Leute schienen nicht gehen zu wollen. Es war ein Gemeinschaftserlebnis, sagt Johnson lachend. Die Leute haben mich in den Arm genommen und gesagt, danke, dass sie das für uns getan haben. Man spürte die Anerkennung. Bei der Übung war ein Vertreter des Sheriffs anwesend. Ein paar Leute fragten, warum nicht mehr da gewesen seien. Und wo war überhaupt die Feuerwehr? Wo waren die donnernden Einsatzwagen und die Blinklechter? Gute Frage. Es war vermutlich sogar die beste der ganzen Übung. Die Feuerwehr und die Polizei waren mit Absicht nicht da. Bei einem echten Tsunami wären sie nämlich auch nicht da. Da sind wir ganz auf uns gestellt und müssen uns gegenseitig in höher gelegene Gebiete tragen. Wenn sie nun also morgen zur Arbeit fahren oder heute Abend unter Flugzeugen im Landeanflug und über zugefrorene Flüsse nach Hause gehen, nehmen sie sich bitte eine Minute Zeit. Mehr muss es gar nicht sein, um über ihre Katastrophenpersönlichkeit nachzudenken. Sie haben sich im Laufe dieses Buches kennengelernt. Da sollten sie den Kontakt auch halten. Es könnte sein, dass sie einander einmal brauchen. Schlussbemerkung. Überlebende sind bei der Rekonstruktion von Katastrophen unsere größte Hoffnung. Nicht nur, was den Hergang angeht, sondern auch die Gerüche, die Geräusche und die spontanen Akte der Nächstenliebe. Ihre Erinnerungen an das Banale wie auch an das Schreckliche öffnen uns die Tore zum Unbekannten. Es ist allerdings wichtig anzumerken, dass die Erinnerung nicht perfekt ist. In manchen Fällen habe ich fünf verschiedene Überlebende derselben Katastrophe interviewt und fünf verschiedene Versionen derselben Tatsachen erhalten. Solche Verzerrungen von Zeit und Ort passieren aus gutem Grund, wie bereits an anderer Stelle in diesem Buch erklärt wurde. Im Laufe der Zeit werden außerdem Nachbesserungen vorgenommen, denn unsere Gehirne versuchen immer aus den Ereignissen eine schlüssige Geschichte zu spinnen. Außerdem entstehen auch Medienberichte rund um einen bestimmten Handlungsstrang. Hinzu kommt das Problem des Vergessens. Erinnerungen verblassen verständlicherweise und in manchen Fällen habe ich Überlebende gebeten, sich an Dinge zu erinnern, die 20 oder 30 Jahre zurückliegen. Ich habe auf drei Wegen versucht, die Erinnerungsschwächen zu kompensieren. Zunächst habe ich die Erinnerungen der Überlebenden mit den offiziellen Untersuchungsergebnissen, Büchern und Medienberichten verglichen und gegebenenfalls aufgefüllt. Insgesamt habe ich mehr als tausend Artikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften, Massenmedien und mindestens 75 offizielle Untersuchungsberichte über spezifische Unfälle von Flugzeugabsturz in Teneriffa bis zum Untergang der Estonia zurate gezogen. Zudem habe ich Tonbandaufzeichnungen und Videomaterial von Ereignissen, von denen es derartiges Material gibt, durchforstet. Zweitens habe ich, wann immer möglich, verschiedene Überlebende ein und derselben Katastrophe befragt, um die größten Unterschiede herauszufinden und herauszufiltern. Ich bin in verschiedene Länder gereist, um mit möglichst vielen Experten und Überlebenden persönlich zu sprechen. In jedem einzelnen Fall habe ich versucht, offene Fragen zu stellen, um die Antworten nicht zu beeinflussen. Auch habe ich im Sinne der Transparenz und Rechtschaffungspflicht keinen Namen im Buch verändert. Und schließlich habe ich versucht, die Erzählungen der Überlebenden durch das beste vorhandene Forschungsmaterial zu ergänzen. Zugegebenermaßen existiert seriöses Forschungsmaterial über menschliches Verhalten in Katastrophenfällen nur punktuell. Abgesehen von Zeiten großer allgemeiner Angst war die finanzielle Förderung auf diesem Gebiet bislang spärlich. Es ist jedoch trotzdem einiges an sehr guter, sorgfältiger Arbeit geleistet worden, vor allem im Bereich der Luftfahrt und beim Militär. Auf dieses Material vertraue ich fest. Es hilft, die Anekdoten der Überlebenden einzuordnen und es ist enorm interessant. Schließlich jedoch muss ich meine Leser bitten, immer daran zu denken, dass die Erinnerungen von Überlebenden, ebenso wie die Erkenntnisse von Wissenschaftlern, mitunter fehlbar sein können. Ein Buch über menschliches Verhalten ist auch nie ganz frei von den Komplikationen, über die es berichtet. Alles, was in diesem Buch richtig und wahrhaftig ist, ist das Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Ich bin an erster Stelle und ganz besonders den Überlebenden dankbar, die Details aus ihrem dunkelsten Stunden mit mir geteilt haben. Und dann noch einmal, als ich mit Folgefragen und Dokumentierungsanfragen kam. Ihre Geduld und ihre Großzügigkeit, selbst beantworten auf vermutlich ziemlich dumme Fragen, waren beschämend. Dieses Buch fußt auf den Erkenntnissen von Experten, von Neurowissenschaftlern über Fluglehrer bis hin zu Polizeipsychologen, die sich alle zusammen hunderte von Stunden Zeit genommen haben, um mir ihre Erkenntnisse so darzustellen, dass ich sie verstanden habe.